Einsam, verlassen, ungewollt. Diese drei Wörter gehen mir immer wieder durch den Kopf, als mich meine jüngere Schwester Juno in meinem weißen Prinzessinnenkleid auf den Rücksitz des SUV meiner großen Schwester Savannah stopft. Es muss doch irgendwelche Anzeichen gegeben haben, dass mein Verlobter Jeff nicht glücklich war. Aber ich kann mich nur an sein Lächeln, seine Küsse, seine Umarmungen und sein Lachen erinnern. Nun ja, sonderlich viel hat er nicht gelacht. Jeff ist nicht gerade der unbeschwerte, lachende Typ. Er ist genau das Gegenteil von meinen Brüdern. Doch im Moment reißen selbst sie keine Witze. Macht bloß keine Dummheiten, ruft Juno den Jungs über die Motorhaube zu und klettert neben Savannah auf den Beifahrersitz. Er ist ganz offensichtlich lebensmüde, erwidert Austin und steigt gemeinsam mit meinen drei anderen Brüdern in seinen Jeep. Die Jacketts haben sie mittlerweile ausgezogen, die Krawatten hängen lose um ihre Hälse. Der Jeep fährt aus der Parklücke des kleinen Parkplatzes vor der Kirche, kommt kurz ins Schlingern, brettert auf zwei Rädern um die Kurve und die Main Street hinab. Meine Brüder besitzen einen starken Beschützerinstinkt und Austin mochte Jeff von Anfang an nicht. Alles wird gut. Juno streckt die Hand nach hinten und tätschelt mein Knie durch die Millionenlagen Tüll. Savannah blickt mich über den Rückspiegel an und lächelt zuversichtlich. Eigentlich wollte sie bleiben und Familie und Freunden Bescheid geben, aber ich glaube, Juno hatte Angst, sich allein um mich zu kümmern. Also haben wir es unserem Onkel Brian überlassen, allen mitzuteilen, dass es keine Hochzeit geben wird. Meine Grandma Dory, meine Zwillingsschwestern Phoenix und Sedona und Austens Freundin Holly sind dort geblieben, um den Blumenschmuck abzunehmen. Alles in Ordnung, mir geht's gut. Das ist eine Lüge. Ich weiß es und sie wissen es auch. Aber ich versuche, mich zusammenzureißen. Jetzt vor allen zusammenzubrechen, würde alles nur noch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Durch das Rückfenster des SUV beobachte ich, wie sich die Kirchentür öffnet, die Leute mit verwirrten Gesichtern herauskommen und die Treppe heruntergehen. Danke, Onkel Brian. Juno richtet sich auf dem Beifahrersitz gerade auf und wirft Savannah einen Blick zu. Seit ich die Nachricht von Jeff bekommen habe, verständigen sie sich ohne Worte. Ja, richtig. Das Arschloch hat mich an unserem Hochzeitstag per Textnachricht abserviert. Dass ich so ruhig bleibe, lässt bei meinen Schwestern anscheinend die Alarmglocken schrillen. Interpretiert meine Gelassenheit nicht falsch. Sie ist kein gutes Zeichen. Am liebsten würde ich jetzt schreien und toben. Und wenn Jeff jetzt vor mir stünde, würde ich mit meinem Brautstrauß auf ihn eindreschen, wie es Carrie bei Big getan hat, als er sie im Sex and the City Film vor allen bloßgestellt hat. Aber Jeff ist nicht hier, denn er ist ein Feigling. Alles, was ich habe, ist die Nachricht, die er mir fünf Minuten vor der Trauung geschickt hat. Und das, nachdem meine Familie einen Arschvolk Geld für eine riesige Hochzeit ausgegeben hat, die ich nicht mal wollte. Ich wollte eine Feier im kleinen Rahmen, aber nein, Jeff wollte, dass die ganze Stadt Zeuge unserer Vermählung wird. Und jetzt meiner Demütigung. Eine SMS. Und das, nachdem ich in aller Herrgottsfrühe aufgestanden bin, um mir die Haare machen zu lassen. Nachdem ich mir einen weißen Seidenslip angezogen und mir vorgestellt habe, wie er ihn mir heute Nacht auszieht. Nachdem mir eine nette belgische Dame ein Brazilian Waxing verpasst hat. Was für ein Arschloch. Dass ich es nur für ihn getan habe, macht mich noch wütender. Wir fahren zurück nach Hause. Also, Savannah setzt den Blinker, um zu unserem Elternhaus abzubiegen. Aber da will ich bestimmt nicht hin. Nein, fahr zum Apartment. Juno sieht mich unsicher an. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Lass uns lieber zum Haus fahren und dort auf die Jungs warten. Hoffentlich wird keiner verhaftet. Murmelt Savannah. Das ist das Letzte, was Bailey Timber jetzt gebrauchen kann. Dass wieder einer von uns verhaftet wird. Jetzt, da du nur noch To-Go-Becher benutzt, dürfte nichts mehr passieren. Erwidert Juno lachend und erinnert Savannah daran, wie sie ihrem Erzfeind eine Kaffeetasse ins Gesicht geworfen und ein paar Stunden im Knast verbracht hat. Savannah zeigt ihr den Mittelfinger. Typisch, dass meine Familie ausgerechnet dann ein weiteres sensibles Thema anschneidet, wenn mein Leben gerade auseinanderfällt. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon so viel Tragisches erlebt haben, dass wir alles tun, damit sich eine furchtbare Situation weniger schlimm anfühlt. Savannah missachtet meine Anweisung und fährt weiter in Richtung Haus. Seth, zum Apartment! Moment! Ich glaube nicht. Sofort! Wieder wirft sie mir über den Rückspiegel einen Blick zu. Sie hatte noch nie Angst vor mir und ich bin nicht sicher, ob sie jetzt Angst hat. Seit meine Eltern vor zehn Jahren gestorben sind, musste sie schon oft Mama Bär spielen. Ich muss wissen, ob er dort ist. Ich will antworten, füge ich ein wenig sanfter hinzu. Ich starre auf mein Smartphone, das ich immer noch fest umklammert halte. Eine verdammte Textnachricht! Es überrascht mich nicht, dass er nicht die Eier hatte, es mir ins Gesicht zu sagen. Jeff ist nicht der Typ, der die direkte Konfrontation herausfordert. Und trotzdem, ich dachte, er würde mich lieben. Und das schmerzt mich am meisten, dass ich offensichtlich so falsch lag. Scheiß auf den Mistkerl, sagt Savannah. Wieder sieht mich Juno mitleidig an. Falls es dir dann besser geht, fahren wir hin! Sie drückt meine Hand, dreht sich wieder um und gibt Savannah mit einem Blick zu verstehen, dass sie auf mich hören soll. Savannah schnaubt. Sie ist zwar ein Kontrollfreak, dreht aber um und fährt in Richtung Wohnung, für die ich erst letzte Woche mit Jeff den Mietvertrag unterschrieben habe. Warum hat er da nichts gesagt? Zum Beispiel, hey, die ganze Sache mit der Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dazu bereit bin. Es dauert noch ungefähr zehn Minuten, bis wir vor den weißen Wohnhäusern ankommen. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon. Manche davon mit Blick auf Lake Starlight. Wir haben uns für die teurere Miete und die bessere Aussicht entschieden. Jeff meinte, er würde die App, die er seit über einem Jahr entwickelt, bald verkaufen und wir könnten es uns leisten. Ich sag's nochmal. Ich halte das für keine gute Idee. Savannah zieht den Zündschlüssel ab. Wir blicken an dem Haus empor, in dem ich meine Zukunft hätte verbringen sollen. Es war unser Start in ein gemeinsames Leben, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Ich habe mir vorgestellt, wie wir irgendwann einmal mit unseren Kindern auf dem Rücksitz daran vorbeifahren und ihnen zeigen, wo alles begonnen hat. Sie hätten vor Langeweile die Augen verdreht und dann wären wir nach Hause gefahren. In unser Einfamilienhaus mit dem großen Garten und einem niedlichen Schild an der Haustür mit der Aufschrift, hier wohnen die Brickles. Was für eine Scheiße. Ich öffne die Autotür. Ich hätte mir mehr Gedanken um die Ausmaße meines Kleids machen sollen, doch schließlich habe ich nicht damit gerechnet, darin den Walk of Shame antreten zu müssen. Mein Blick richtet sich auf den kleinen Balkon, seitlich des Gebäudes. Jeff meinte, er wolle einen Grill kaufen und für mich einen Stuhl, damit ich ihm dabei zusehen könne, wie er seine berühmt-berüchtigten Burger grillt. Meine Schwestern steigen aus dem Wagen und murmeln sich hinter mir etwas zu. Savannah findet immer noch, dass ich das Falsche tue, doch Juno erwidert, ich müsse es früher oder später sowieso tun. Ich krame in meiner Handtasche nach den Schlüsseln. Zwei Schlüssel an einem Herzanhänger. Wie naiv war ich bitte? Ich verdrehe die Augen, stecke den Hauptschlüssel ins Schloss und drehe den Türknauf. Als wir letzte Woche eingezogen sind, hat das Foyer nach Blumen und Zukunft geduftet. Jetzt riecht es nur noch nach Einsamkeit und Verzweiflung, während ich die Stufen hochgehe. Pass auf dein Kleid auf, sagt Juno. Warum? Wir werden es heute Abend sowieso verbrennen, erwidert Savannah. Ich hebe es vorn ein wenig an. Warum habe ich mich nochmal für den Cinderella-Stil entschieden? Was für eine Geldverschwendung. Als wir den obersten Stock erreichen, mustere ich die Nummer auf unserem Türschild. Ich dachte, es wäre ein Zeichen. Der Hochzeitstag meiner Eltern. 3.22. Sie haben am 22. März geheiratet. Diese Zahl hatte für sie etwas Magisches. Ich hatte gehofft, mir würde sie auch Glück bringen. Kopfschüttelnd stecke ich den Schlüssel ins Schloss. Juno legt die Hand auf meine. Bist du sicher, dass du bereit bist? Ich sehe sie an. Keiner würde denken, dass wir Schwestern sind. Sie hat kastanienbraunes Haar, während ich blond bin. Sie hat grüne Augen, ich blaue. Aber wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass wir ähnliche Nasen und das gleiche Lächeln haben. Aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Ich nicke. Ich hab's euch doch gesagt. Alles gut. Juno macht einen Schritt zurück und ich öffne die Tür zu der Wohnung, die mein zukünftiges Zuhause hätte werden sollen. Wir betreten das Apartment. Die Tür fällt automatisch ins Schloss. Hier drin ist es nicht annähernd so hell, wie ich es in Erinnerung hatte. Alles wirkt kleiner und abgewohnter. Ich gehe runter und spreche mit dem Vermieter. Ich hole dich aus diesem Vertrag raus, sagt Savannah und weg ist sie. Sie ist im Schadensbegrenzungsmodus. Juno legt die Hand auf meine Schulter. Ich ignoriere das Kribbeln in meiner Nase. Soll ich am Kiosk einen Drink besorgen? Mein Blick wandert zum Sofa, das wir uns gegenseitig als Hochzeitsgeschenk gekauft haben. Ich lächle Juno an. Das wäre super. Danke. Wird gemacht. Auf dem Weg zur Tür klackern ihre Absätze übers Parkett. Ein weiterer Grund, warum wir die Wohnung genommen haben. Bist du sicher? Ich meine, kann ich dich allein lassen? Lächelnd drehe ich mich zu ihr um. Ja, Savannah ist bestimmt gleich zurück. Meine Antwort und mein Lächeln scheinen sie zu beruhigen, also geht sie. Das Schweigen, das den Raum erfüllt, kreischt in mir wie ein Nagel, der über eine Tafel kratzt. Ich lasse den Blick durch das kleine Apartment schweifen. Jeffs Jackett von gestern hängt noch überm Stuhl. Die Tasse, aus der er heute Morgen getrunken hat, steht in der Spüle. Hat er den Kaffee geschlürft, während er mir geschrieben hat? Wieder starre ich ungläubig aufs Handy. Feigling, sage ich und meine Stimme heilt durch das noch halbleere Apartment. Ich nehme die Kaffeetasse und überprüfe, ob ich Lippenstift daran finde. Welchen Grund sollte es sonst geben? Es muss eine andere Frau sein. Die Vorstellung, dass ihm jemand eingeredet hat, mich zu verlassen, ist erträglicher als der Gedanke, dass er die Entscheidung selbst getroffen hat. Gestern Abend hat er mir auf der Veranda meines Elternhauses noch einen Abschiedskuss gegeben. Woher also der plötzliche Sinneswandel? Sinneswandel. Aber ich finde nichts, was auf eine andere Frau hindeutet. Ich lege das Handy auf den Tisch und feuere die Kaffeetasse durchs Zimmer. Das Klirren hebt leicht meine Stimmung. Ein Stück von ihm. Ein Stück von unserer gemeinsamen Zukunft. Weg. Mein Gott, das fühlt sich gut an. Ich greife nach seinem Jackett, zerre so fest am Stoff, dass der Ärmel abreißt und werfe das Stück Stoff zu Boden. Ich durchsuche die Taschen nach einer Serviette mit einer Telefonnummer. Doch nichts. Ich schlüpfe aus meinen High Heels und stürme den Flur hinab ins Schlafzimmer. Wie ein Puma stürze ich mich aufs Bett, schnappe mir das Kissen und rieche daran. Doch auch hier nichts. Kein Damenparfum. Ich werfe es beiseite, schnappe mir das andere Kissen und schmeiße es ebenfalls zu Boden. Ich öffne alle Schubladen, finde aber nur die Kondompackung, die wir an dem Abend gekauft haben, als wir unsere Möbel hergebracht haben. Ich eile ins Badezimmer und öffne den Medizinschrank. Parfumflakons und Aspirindosen landen klirrend auf den Fliesen. Wie eine Verrückte durchwühle ich den Müll. Doch ich finde nur ein blutiges Stück Toilettenpapier. Wahrscheinlich hat er sich beim Rasieren geschnitten. Hat er da entschieden, dass ich nicht die Richtige für ihn bin? Da ich auch hier keine Beweise dafür finde, dass er eine andere hat, stürme ich ins Ankleidezimmer. Dem Hauptgrund, warum ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Seine Klamotten hängen auf der einen Seite, meine auf der anderen. Ich habe wie ein Honigkuchenpferd gegrinst, nachdem wir unsere Klamotten aufgehängt hatten. Seit ich 16 bin, habe ich von so etwas geträumt. Ich reiße seine Pullover und die schrecklichen Star-Wars-T-Shirts aus dem Regal. Dann öffne ich die Schubladen und befördere seine Socken, Unterhosen und alles, was ihm sonst noch gehört, zu Boden. Fick dich, Jeff Brickle! Nachdem ich noch immer nichts gefunden habe, sinke ich zu Boden, begutachte zuerst meine ordentlich aufgereihten Klamotten, dann sein Chaos. Mein Hals und meine Brust ziehen sich so zusammen, dass ich kaum noch atmen kann. Ich nehme einen Arm voll Klamotten, stapfe aus dem Ankleidezimmer und ins Wohnzimmer. Dann trete ich hinaus auf den Balkon, werfe sie über die Brüstung und stürme wieder hinein, um die nächste Ladung zu entsorgen. Ich beseitige dich aus meinem Leben! Noch mehr von seinen hässlichen Klamotten fliegen über das Geländer. Brooke! schreit Savannah von unten. Ich ignoriere sie und sammle weiter alles ein, was Jeff gehört. Seine ach so wertvolle Star-Wars-Sammlung. Sein dummer Wecker, der immer so bescheuerte Musik spielt. Ich bin gerade wieder auf dem Weg hinaus auf den Balkon, als Savannah zur Tür hereinstürmt. Inzwischen ist ihre perfekte Frisur ruiniert. Brooklyn, hör auf! Der Mann zu ihrer Rechten ist der, mit dem wir den Vertrag unterschrieben haben. Ich werfe alles, was ich in der Hand habe, über die Balkonbrüstung. Bitte, Miss Bailey, Sie müssen aufhören. Sie könnten sonst noch einen anderen Anwohner verletzen. Ich atme tief ein. Wie konnten Sie nur zulassen, dass ich diesen Vertrag unterschreibe? Sie haben doch bestimmt ein Gespür für solche Sachen. Ich meine, er hat unsere Hochzeit abgeblasen. Und Sie haben nichts geahnt, als Sie mit Ihrem Stift auf die gestrichelte Linie gedeutet haben? Tut mir leid, sagt Savannah zu dem Mann. Mir tut es nicht leid. Ich richte den Zeigefinger auf den Hausverwalter. Sie sollten mich sofort aus diesem Vertrag rauslassen. Das ist das Mindeste, was Sie tun können. Ich schnappe mir den Sci-Fi-Schinken, von dem Jeff behauptet, er sei besser als alle meine Romanzen. Spätestens da hätte ich merken müssen, dass wir nicht zusammenpassen. Der Hausverwalter spurte zur Balkontür und verschließt sie. Ich bitte Sie. Mit ängstlichem Blick stellt er sich mir in den Weg. Wenn ich noch einen Schritt mache, wird er bestimmt beiseite gehen. Ich weiß, dass ich mich jetzt beruhigen muss, aber ich kann einfach nicht. Was zum Teufel? Juno kommt herein. In jeder Hand hält sie eine braune Papiertüte. Auch ihre Strähnen sind inzwischen aus den niedlichen Haarspangen gesprungen, die ich mit Kunstblumen beklebt habe. Was für eine verdammte Zeitverschwendung! Ich feuere Jeffs Buch zur Wohnungstür hinaus. Juno kann zum Glück rechtzeitig ausweichen. Sie hatte schon immer gute Reflexe. »Fuck!« schreit eine männliche Stimme aus dem Korridor. Savannah reißt die Augen auf und dreht sich um. Ich kaue auf meiner Unterlippe herum und hoffe inständig, dass es einer von meinen Brüdern ist. Juno stellt die Papiertüten auf den Tisch und geht Savannah hinterher. Der Hausverwalter robbt an der Wand entlang, damit er der besessenen Braut nicht so nahe kommt, und eilt dann ebenfalls zur Tür. »Was zum Teufel soll das?« fragt eine tiefe Männerstimme. Der Typ, den ich offenbar getroffen habe, erscheint im Türrahmen. In der einen Hand hält er Jeffs Buch, mit der anderen reibt er sich den Kopf. Eine schmale Blutspur rinnt über seine Finger. Oh, es tut uns schrecklich leid. Savannah übernimmt die Zügel, denn sie ist die Krisenmanagerin unter den Baileys. »Ach, tatsächlich?« Seine große Gestalt füllt den kompletten Türrahmen aus. Er trägt eine Stoffhose, dazu ein Hemd, das er nicht in den Hosenbund gesteckt hat. Man könnte meinen, er wäre einer der Hochzeitsgäste. Er hat einen Dreitagebart und sein Haar ist ordentlich gestylt, bis auf eine Stelle. Da habe ich ihn wahrscheinlich mit dem Buch erwischt. »Es tut mir leid, wirklich«, sage ich und mache einen Schritt auf ihn zu. Sein Blick wandert von Savannah zu mir. Er blinzelt ein paar Mal, als würde er seinen Augen nicht trauen. Dann blickt er leise lachend an sich herab. »Nope, ich bin weder nackt, noch trage ich einen Anzug.« Als dachte ich, mein größter Albtraum wäre wahr geworden. Ich werfe die Arme in die Luft. »Großartig! Genau das, was ich jetzt brauche. Noch ein Mann mit Bindungsangst!« »Ich hole dir ein wenig Eis!« Juno eilt in die Küche. »Oh, eine zerbrochene Kaffeetasse!« Sie hebt eine Scherbe auf und hält sie Savannah hin. »Was hat unsere Familie nur gegen Kaffeetassen?« Doch keiner lacht. Ich stürme den Flur hinab ins Schlafzimmer und knalle die Tür hinter mir zu. Ich weiß, dass es nur der zweitschlimmste Tag meines Lebens ist. Der schlimmste war der, als ich meine Eltern verloren habe. Doch im Moment fühlt es sich an, als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Ich passiere das Ortsschild von Lake Starlight und lasse meinen Nacken knacken. Laut Schild ist das hier mein neues Zuhause. Ich weiß es nur noch nicht. Wie auch immer. Das Kleinstadtleben ist nichts für mich. Das einzig Spannende, was ich gesehen habe, seit ich den Wagen am Flughafen gemietet habe, waren die Ziegen, die auf einem Hügel grasten. Doch ich habe angebissen und, wie ein paar andere auch, am Wegesrand geparkt und eine Babyziege dabei beobachtet, wie sie ihrer Mami oder ihrem Daddy gefolgt ist. Da war ich nicht ganz sicher. Hat das eine Geschlecht Hörner und das andere nicht. Seht ihr, ich bin nicht gemacht für dieses Leben. Aber ich muss zugeben, dass es interessant war. Es war zwar kein Elch, aber allemal besser als die Arschritzen der Straßenverkäufer, die ich in New York jeden Tag zu sehen bekomme. Mein Handy klingelt über den Bluetooth-Lautsprecher. Hey Mom, melde ich mich. Wyatt, bist du gut gelandet? Ja, sorry. Alles hier ist, als würde man einen Zahn mit einer Zange und ohne Betäubung ziehen. Sie kichert. Genieß es. Vielleicht gefällt dir ja die Entschleunigung. Ach, unwahrscheinlich. Kaum habe ich Lake Starlight erreicht, bin ich auch schon direkt in der Innenstadt, die mich an Stars Hollow erinnert. Ja, ich kenne die Gilmore Girls und Stars Hollow. Ich habe eine Schwester, die mich früher ausspioniert und mich dann erpresst hat, damit ich ihr die Kontrolle über den Fernseher überlasse. Mom hatte diese absurde Ein-Fernseher-Regel und das in einer Villa mit zehn Schlafzimmern. Mom hat schon immer lieber gelesen. Jetzt, da ich erwachsen bin, kann ich sie ein bisschen besser verstehen. Zum Glück muss ich jetzt Bradley, Hayleys Verlobter, mit ihr herumschlagen. Kommst du zur Hochzeit? fragt Mom. Im Moment dreht sich ihr Leben nur um zwei Dinge. Die Vermählung meiner Schwester und wer mich zu dem großen Event begleiten wird. Ja, darüber haben wir doch schon gesprochen. Ich halte an einer roten Ampel. Und? Und ich komme wahrscheinlich allein. Es sei denn, du lernst in dieser niedlichen Stadt jemanden kennen. Eifer erfüllt ihre Stimme. Unwahrscheinlich. Sie atmet laut und lange aus. Wyatt, ich habe keine Ahnung, warum du so auf dieses Junggesellendasein bestehst. Sind wir denn kein gutes Vorbild dafür gewesen, wie wertvoll eine feste Beziehung sein kann? Ich weiß, Dad und ich streiten uns auch manchmal, aber wir lieben uns. Deine Schwester macht es richtig. Ich verdrehe die Augen und trete aufs Gas, als die Ampel auf grün umspringt. Ich schließe es ja nicht komplett aus, aber ich habe noch einiges auf meiner Liste, bevor ich mich in Connecticut häuslich niederlassen will. Für die meisten bedeutet eine Ehe nicht das Ende, Wyatt. Ich bin aber nicht die meisten, Mom. Ich bin eben anders. Schon vergessen? Sie kichert erneut. Daran bin ich gut, sie zum Lachen zu bringen. Das warst du schon immer. Nach der Hochzeit kommen wir dich besuchen. Ich bin schon auf deine neue Bleibe gespannt. Ich verdrehe die Augen und biege rechts ab, zum neuesten Hotel, das mein Vater seinem Imperium hinzugefügt hat. Mom, es ist ein kleines, hinterwäldlerisches Hotel. Vielleicht drei Sterne. Ich habe dich zu sehr verwöhnt. Als ich noch jünger war... Ja, du warst ein armes Mädchen, das um jede Brotkrumme betteln musste. Wyatt Whitmore, ich verbitte mir diesen Ton. Ich meine es ernst. Du musst eine Frau finden. Dich verlieben. Nicht immer nur für dich leben. Du tust nur, was dir gefällt. Ohne Rücksicht auf andere. Darum geht's doch, wenn man Single ist. Ich atme genervt aus. Solche Stimmungsschwankungen müssen echt anstrengend sein. Ich weiß nicht, warum meine Mom so versessen darauf ist, dass ich heirate. Und falls ich heiraten sollte, lasse ich mich bestimmt einen Monat später wieder scheiden, weil dann die Lustphase vorbei ist. Ich erreiche das Glacier Point Resort. Resort ist hier ein dehnbarer Begriff. Wahrscheinlich wäre es besser, es abzureißen und neu zu bauen. Doch mein Vater hat es gekauft, um der Erste in Alaska zu sein. Er will die kleinen, unabhängigen Hotels aufkaufen, bevor es einer seiner Konkurrenten tut. Er denkt, es wäre das nächste große Ausflugsziel. Das hier wird allerdings keine ein- oder zweijährige Mission. Sechs Monate. Da hat er sich ganz klar ausgedrückt. Dann startet die Skisaison. Du gibst mir das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein. Die Menopause ist für niemanden spaßig. Weder für meine Mom, noch für mich. Bist du nicht. Aber ich bin noch keine 30. Aber in ein paar Monaten, murmelt sie. Ich höre, dass sie weint. Ein paar Monate? Mom, bitte, kauf mir noch keinen Rollator. Ich werde erst in zehn Monaten 30. Sie kichert. Zum Glück hat sie jetzt wieder gute Laune. Ich war schon kurz davor, ihr zu versprechen, das erstbeste Mädchen zu heiraten, das ich finde. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Gedanken schweifen ab vom Hotel und zu der Frage, mit wem ich hier meine Nächte verbringen werde. Sechs Monate in Alaska. Und in der Zwischenzeit nur ein Wochenende in New York. Vielleicht sollte ich das nächste halbe Jahr enthaltsam leben, um mich besser konzentrieren zu können. Dann könnte ich vielleicht schon in vier Monaten wieder abhauen. Was hat Dad gesagt? Womit sollst du anfangen? Fragt Mom. Als Hotelpage. Fühlt sich an, als wäre ich Teil einer Reality-Show. Er will nur, dass du zu schätzen weißt, was du hast. Er hat es nicht immer leicht im Leben, weißt du? Als er das erste Hotel gekauft hat, hatte er fünf Investoren. Ich weiß, Mom. Du und Dad hattet eine schreckliche Kindheit. Schon verstanden. Seht euch diese ganzen Pickups an. Ich glaube, mein Mietwagen ist die einzige Limousine auf dem Parkplatz. Ich will nur, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich. Nun ja, ich werde glücklich sein, sobald ich hier fertig bin und Dad mir endlich das gibt, was er mir versprochen hat. Sie schweigt. Wir wissen beide, dass mein Dad seine Meinung noch ändern könnte. Er hat mir geschworen, dass, falls ich mich beweisen würde, er mir eine seiner zahlreichen Hotelketten vermachen würde. Nicht, dass ich die Kette haben wollen würde, zu der das Hotel hier in Alaska gehören wird. Teure Wolkenkratzer im Theaterviertel wären aber in Ordnung. Ich weiß, aber dann kannst du ja nochmal darüber nachdenken, dir eine Frau zu suchen. Ich lache leise. Sollte Liebe nicht etwas sein, das einen überraschend trifft? Ich glaube nicht, dass ich in meinem Terminkalender notieren will, wann ich die Liebe meines Lebens kennenlerne. Sie lacht wieder. Als ich noch klein war, habe ich immer versucht, sie mit albernen Zaubertricks oder Grimassen zum Lachen zu bringen. Das Ziel ist immer noch dasselbe. Nur die Taktik hat sich inzwischen geändert. Wahrscheinlich nicht. Aber heutzutage laufen die Dinge anders. Ich verlasse den Parkplatz des Resorts, auch wenn ich es kaum erwarten kann, dass es endlich schwarze Zahlen schreibt. Ab Montag werde ich also der neue Hotelpage sein. Gibt es hier überhaupt einen Pagen? Eher nicht. Mein Vater hatte die Idee, dass ich alle Bereiche durchlaufen soll, während ich ihm berichte, was getan werden muss. Wer bleiben und wer gehen soll. Ich bin sozusagen der Undercover-Boss. Nur, dass ich nicht im Fernsehen ausgestrahlt werde. Okay, Mom. Ich verspreche dir, mir mit der Partnersuche ein bisschen mehr Mühe zu geben, sobald mir Dad ein paar seiner Immobilien überschrieben hat. Ich erwähne nicht, dass ich viele Gespräche werde führen müssen. Und mit Gesprächen meine ich in meinem Bett. Das ist der Junge, den ich so sehr liebe. Du hast ein viel zu großes Herz, Wyatt. Du musst jemanden finden, der es zu schätzen weiß. Alles klar. Ich werde mich jetzt erstmal einleben. Ich muss meinen Vermieter finden. Ich hoffe, er hat die Wohnung so möbliert, wie er es versprochen hat. Okay, und halte die Augen offen. Deine zukünftige Braut könnte jederzeit und überall auftauchen. Tschüss, Mom. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Ich schalte Bluetooth aus und fahre auf den Parkplatz des Gebäudekomplexes, in dem ich für ein Jahr eine Wohnung gemietet habe, obwohl ich nur sechs Monate bleiben werde. Was den Mietzeitraum angeht, war der Vermieter sehr pingelig. Als ich ihn dann auch noch um eine möblierte Wohnung gebeten habe, hat er geschnauft. Also habe ich ihm noch ein paar Tausender mehr zugeschoben. Ich drücke auf den Funkschlüssel, um den Wagen abzuschließen. So hoch im Norden gibt es keinen Schnickschnack. Auf Stoffsitzen habe ich schon seit… vielleicht noch nie gesessen. Während ich die Apartmentnummer suche, die mir der Vermieter genannt hat, krame ich in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel. Immerhin war er so freundlich, ihn per Express zu schicken. Anscheinend sind sie hier oben in den Bergen noch nicht so weit, dass man einfach einen Code eingibt. Was zum… Ein Stück Stoff landet auf meinem Kopf. Ein Männerslip, um genau zu sein. Was zur Hölle ist das hier? Auf dem Rasen liegen überall Männerklamotten. Brooklyn! Höre ich eine Frauenstimme rufen, kurz bevor die Haustür zufällt. Großartig. Im dritten Stock steht ein Kerl mit ausgebreiteten Armen vor einer Balkontür. Ich blicke auf die Schlüssel in meiner Hand. Drei, dreiundzwanzig. Ich bin also auf demselben Stockwerk. Hoffentlich gibt es in dieser Stadt mehr als nur einen Polizisten. Ich schließe die Haustür auf und gehe die Treppen hoch. Der Teppich ist fleckig, doch das lässt sich bei dem Wetter hier wahrscheinlich nicht vermeiden. Ich bin noch nicht einmal im zweiten Stock. Hätte ich doch bloß gleich meinen Koffer mitgenommen. Wo ist hier der Aufzug? Je höher ich komme, desto lauter wird das Geschrei, was nicht wirklich verwunderlich ist. Im dritten Stock angekommen, muss ich erst mal nach Luft schnappen. Eine der Wohnungstüren steht offen. Eine kleine Rothaarige steht im Türrahmen. Keiner beachtet mich, als ich die Tür zu meinem Apartment aufschließe. Gott sei Dank. Ich habe nämlich keine Lust, Zeuge von was auch immer zu werden und dann bei der Polizei aussagen zu müssen. Ab jetzt bin ich in dieser Stadt inkognito unterwegs. Ja, höre ich eine Frau schreien. Unweigerlich drehe ich mich um. Es ist ein Reflex, obwohl mich die Angelegenheit eigentlich nicht kümmern sollte. Etwas trifft mich mit Wucht und einem dumpfen Knall am Kopf. Fuck, fluche ich. Was habe ich mir da bloß eingebrockt? Ich bücke mich, um die Tatwaffe aufzuheben. Ein Buch mit einer Alien-Invasion auf dem Cover. Was zum Teufel soll das? Ich stapfe über den Flur. In der Wohnung sind drei Frauen und ein Mann. Der Mann ängstigt sich zu Tode und robbt panisch an der Wand entlang. Eine große Blondine stellt sich mir in den Weg, bevor ich das Apartment betreten kann. Die Rothaarige sieht zuerst mich an und senkt dann den Blick auf ihre Schuhe. Oh, es tut uns schrecklich leid. Ich blinzle ein paar Mal. Wahrscheinlich wirkt es, als hätte ich irgendeinen Tick. Ach, tatsächlich? Mein Blick wandert zwischen der Blondine und der Rothaarigen hin und her. Und ich frage mich, wer von den beiden die Profi-Baseballspielerin werden sollte. Es tut mir leid. Eine sanfte Stimme erinnert mich daran, dass noch weitere Personen im Raum sind. Ich wende den Blick von den beiden Frauen ab, die versuchen nonverbal mit mir zu kommunizieren und muss ein paar Mal blinzeln. Und nochmal. Und nochmal, denn die Worte meiner Mutter eben scheinen mich zu verfolgen wie der Geist der Weihnacht. Deine zukünftige Braut könnte jederzeit und überall auftauchen. Die blonde Braut ist verdammt süß. Wären da nicht das rote, wütende Gesicht und die heraushängenden Strähnen, würde ich fast sagen, sie ist die schönste Braut, die ich je gesehen habe. Streicht das. Irgendwie gefällt mir ihr Look. Als wäre sie aus der Kirche geflohen. Ich blicke an mir herab und frage mich, ob ich vielleicht ohnmächtig bin und nur träume. Dann atme ich laut aus. Nope. Ich bin weder nackt, noch trage ich einen Anzug. Gott sei Dank. Ich dachte schon, mein schlimmster Albtraum wäre wahr geworden. Und das ist die Wahrheit. Doch im Nachhinein hätte ich es besser für mich behalten sollen. Großartig. Genau das, was ich jetzt brauche. Noch ein Mann mit Bindungsangst. Die Braut reißt die Arme nach oben, stürmt dann den Flur hinab und knallt eine Tür hinter sich zu. Ich hole dir ein wenig Eis. Die Rothaarige eilt an mir vorbei in Richtung Küche. Setz dich doch! Die Blondine zieht einen Stuhl zurück. Ich steige über ein zerrissenes Sakko und setze mich. Sollte ich mich jetzt jedes Mal, wenn ich mein Apartment verlasse, vor fliegenden Büchern in Acht nehmen? Frage ich. Die Rothaarige legt eine Tüte voller Eis auf den Tisch. Ich bin Juno Bailey und das ist meine Schwester Savannah. Dann deutet sie den Flur hinab. Und das ist Brooklyn. Sie hat, ähm, heute keinen besonders guten Tag. Die kleine Frau setzt sich neben mich und betupft meine Wunde mit einem nassen Papiertuch. Es ist nur oberflächlich. Das wird schon wieder. Bist du die Ärztin der Stadt? Frage ich trocken. Lachend wirft sie ihrer Schwester einen Blick zu. Ich bin die Kupplerin der Stadt. Wie bitte? Anscheinend beeinträchtigt der Schlag mein Hörvermögen. Ist das der Bräutigam? fragt der Mann, der endlich wieder Farbe im Gesicht hat und kommt auf uns zu. Ich bin ganz sicher kein Bräutigam. Er lacht. Ich mache nur Spaß. Juno verdreht die Augen und Savannah macht ein zustimmendes Geräusch. Wenn ich noch ein bisschen bleibe, lerne ich vielleicht ihre Sprache. Wer bist du? fragt Savannah. Ich bin Wyatt, ähm, Moore. Der Nachbar für ein Jahr. Wieder sieht Juno Savannah an. Doch diesmal lächelt sie. Breit und herzlich. Doch Savannah knurrt erneut. Jetzt sind sie nicht mehr einer Meinung. Seht ihr? Ich habe schon kapiert, wie man hier oben im Norden miteinander kommuniziert. Und wer von euch wohnt hier? frage ich. Der Typ deutet mit dem Daumen den Flur hinab. Die sitzengelassene Braut. Das müssen wir noch verhandeln, widerspricht Savannah. Ich hab's Ihnen gesagt. Ich werde Sie nicht aus dem Vertrag lassen. Er streckt mir die Hand entgegen. Ich bin Joel, Ihr Vermieter. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Ich gebe ihm meine freie Hand, während ich mit der anderen die Eispackung an meine Stirn drücke. Können Sie gehen? Dann zeige ich Ihnen das Apartment und wir besprechen alles. Joel will hier weg. Und ich bin seine Ausrede. Nicht, dass ich Interesse hätte, länger in der Gegenwart von drei Frauen zu sein, die drauf und dran sind, ihre Mistgabeln herauszuholen und jeden Mann aufzuspießen, der ihn über den Weg läuft. Danke für die Kopfhunde und das Eis. Ich nicke den Damen zu und gehe zur Tür. Gern geschehen. Und es tut uns wirklich leid. Schlechter Tag, sagt Juno beschwichtigend. Savannah schweigt. Wir bestellen nachher Pizza, falls du dazukommen willst. Juno folgt uns zur Tür. Juno, hör auf, sagt Savannah. Juno wirft einen Blick über die Schulter und ihre Schwester verdreht die Augen. Brooklyn ist ein wirklich nettes Mädchen. Du wirst schon sehen. Sie wird eine großartige Nachbarin sein. Sie lächelt so breit, dass ich das Gefühl habe, mitten in einer Neuverfilmung von Die Frauen von Stepford zu stecken. Klar, wenn du meinst. Auf Wiedersehen, die Damen, sagt Joel und schließt die Tür. Können Sie das fassen? Am Altar stehen gelassen, obwohl sie eine Bailey ist. Was für ein Vollidiot, erklärt er, als würde ich verstehen, was er meint. Was zur Hölle hat die Tatsache, dass sie eine Bailey ist, damit zu tun? Er steckt den Schlüssel ins Schloss und öffnet die Tür zu meinem Apartment. Den Baileys gehört die große Holzfirma in der Stadt. Mit dem Daumen deutet er auf die andere Wohnung. Das sind drei von ihnen und es gibt noch sechs weitere. Ich nicke und begutachte die Möbel. Nicht gerade die schönsten, aber es könnte schlimmer sein. Flüchtig inspiziere ich das Apartment und sehe, dass er den Briefkastenschlüssel auf die Küchentheke gelegt hat, zusammen mit einer Anweisung für die Mülltrennung. Vielen Dank, Joel. Ich gebe Bescheid, falls ich noch irgendwas brauche. Alles klar. Freut mich, dass es geklappt hat. Normalerweise ist das hier ein sehr ruhiges Wohnhaus. Ich weiß nicht, warum der Idiot Brooklyn Bailey den Laufpass gegeben hat. Ich schnaube. Joel denkt wohl, es würde mich ernsthaft interessieren, was der Braut passiert ist. Aber an Kleinstadtgetratsche habe ich keinerlei Interesse. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Rein, raus. Nicht, dass ich nicht seiner Meinung wäre. Brooklyn ist umwerfend. Aber vor einer Frau mit einem so starken Arm sollte man sich hüten. Ich weiß nicht, wie es sich hier verhält, aber in New York ist nicht so gut, wie es auf den ersten Blick wirkt. Vielleicht trifft das auch auf meine neue Nachbarin zu. Wie meinst du das? Er lässt mich nicht aus dem Vertrag. Frage ich Savannah. Eigentlich gehört Nein nicht zu ihrem Wortschatz. Aber sie hat gerade akzeptiert, dass der Vermieter ihre Bitte abgelehnt hat. Ich sitze vor dem Couchtisch auf dem Fußboden und zerschneide mein Brautkleid Lage um Lage. Können wir es bitte einfach zerreißen? Fragt Savannah und greift bereits danach. Ich funkle sie böse an und sie verdreht die Augen. Ich finde, wir sollten uns über den heißen Typen mit der Kopfwunde unterhalten. Ich habe da diese unglaubliche Energie gespürt, als er hereingekommen ist. Juno legt die Füße auf den Couchtisch, den Holly für uns als Hochzeitsgeschenk restauriert hat. Die arme Holly hat sich ganz umsonst so viel Mühe gegeben. Juno, Konzentration. Savannah wirft ihr einen tödlichen Blick zu. Wäre ich keine verschmähte Braut, die es der gesamten Männerwelt heimzahlen will, würde ich mich sofort an ihn ranschmeißen. Ich kann nicht leugnen, dass man bei seinem Anblick Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch bekommt. Ich will vielleicht nicht unbedingt sofort mit ihm in die Kiste hüpfen, aber er hat was. Ihr wisst schon, was ich meine. Er wirkt, als könnte er es einem dreimal in einer Nacht besorgen. Wie bitte? Fragt Savannah schockiert und ihre Augenbrauen springen ihr fast bis zum Haaransatz. Anscheinend hatte sie einen anderen Eindruck von ihm. Dann los, Juno, erwidere ich. Es sei denn, du und Colton. Sie verengt die Augen zu Schlitzen. Wie oft muss ich es noch sagen? Wir sind nur Freunde, beste Freunde. Savannah sieht mich an und verdreht belustigt die Augen. Juno bewirft sie mit einem Kissen. Hey! ruft sie und wirft es zurück, doch Juno fängt es auf. Ich hab's euch ja gesagt. Sie hat die Reflexe einer Katze. Würde man sie von einem Gebäude schubsen, würde sie mit Sicherheit auf den Füßen landen. Zurück zum Apartment. Joel meinte, dass... Wer ist Joel? Frage ich und schneide immer weiter. Die reinste Therapie. Dein Vermieter. Komm schon, Brooklyn. Wie immer tut Savannah, als würde ich spinnen. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ihr gerade eine Schwester gegenüber sitzt, die denkt, sie wäre mit der Gabe geboren worden, Leute zu verkuppeln. Aber ich spinne, weil ich Wehwehchen mit ätherischen Ölen heile. Keine Ahnung, wie er heißt. Ich zucke mit den Schultern. Ratsch, Ratsch, Ratsch. Ich atme einmal tief durch. Naja, jedenfalls meinte er, ihr hättet den Vertrag unterschrieben. Und da Jeff auf und davon ist, bist du diejenige, die dafür gerade stehen muss. Jedenfalls... Juno wirft Savannah einen Blick zu. Der heiße Typ ist dein neuer Nachbar. Sie wackelt mit den Augenbrauen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Kerl passiert ist, denn sein Kommentar war für mich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe mich ins Schlafzimmer eingesperrt und meinen Tränen endlich freien Lauf gelassen. Echt? Ja, Savannah nippt an ihrem Wein. Ich habe da so ein Gefühl. Kurz schweift Junos Blick in die Ferne. Ich sag's euch, meine Schwester. Sie behauptet, sie habe es letztes Jahr vorhergesehen, dass mein ältester Bruder und Holly zusammenkommen. Doch das war nicht ihr Verdienst. Es sei denn, sie hätte ihnen Alkohol eingeflößt und sie hinterm Luckys in Austens Jeep gestopft. Sie waren das Ereignis der Stadt. Na ja, das sind sie immer noch. Seit Monaten sind sie auf der lokalen Tratschseite Thema Nummer eins. Oh Gott. Ich senke die Schere. Buzzwheel. Meine Stirn landet auf dem Couchtisch. Savannah streichelt meinen Rücken. Es wird bestimmt nicht so schlimm. Juno schnaubt. Eine Bailey, die am Altar stehen gelassen wurde? Bestimmt funkelt Savannah sie gerade böse an. Aber vielleicht solltest du die nächsten Tage besser nicht nachsehen, sagt Savannah. Ich habe die Seite immer geliebt. Lake Starlight Buzzwheel ist so etwas wie meine heimliche Obsession. Ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat. Aber Savannah hat recht. Ich sollte die nächsten ein, zwei Tage nicht auf die Seite gehen. Zum Glück verschwinden die Nachrichten jeden Tag Punkt Mitternacht. Was sie wohl über mich berichten werden? Meint ihr, sie haben ein Foto von Jeff? Frage ich und stütze die Hände auf den Tisch, um mich hochzudrücken. Nein. Lies es nicht, Brooklyn. Savannah legt die Hand auf meinen Arm, um mich davon abzuhalten. Früher oder später muss ich mich dem Ganzen sowieso stellen. Juno zückt ihr Smartphone. Ich sehe nach. Ihre Daumen huschen über das Display. Ich will mein Handy holen, doch Savannah lässt mich nicht los. Lass Juno nachsehen, bittet sie. Nickend plumpse ich wieder zu Boden, greife nach der Schere und mache mich daran, das Oberteil vom Rock zu trennen. Lachend dreht Juno das Handy so, dass wir es sehen können. Ein Fahndungsplakat mit einem Wiesel drauf. Mir wird ganz flau im Magen, als ich realisiere, dass es meine geplatzte Hochzeit tatsächlich auf Buzzwheel geschafft hat. Keine Ahnung, warum ich gehofft hatte, ich könnte verschont bleiben. Bereit? Fragt Juno und sieht mich an. Savannah setzt sich zu mir und nimmt meine Hand. Los. Ich nicke. Juno beginnt zu lesen. Jeder weiß bereits, dass Brooklyn Bailey vorm Altar stehen gelassen wurde. Nach zwei Jahren der Vorbereitung war der Bailey-Clan, inklusive des Neuzugangs Holly Radcliffe, bereit, ihre Schwester einem Mann zu übergeben. Doch am Altar stand keiner, der sie entgegengenommen hätte. Die Gerüchte besagen, dass sie darüber nachdenkt, die Flitterwochen allein anzutreten. Der älteste Bruder Austin sagte angeblich, der Kerl sei lebensmüde. Er und die drei anderen Brüder sind aus der Kirche gestürmt, um den geflohenen Bräutigam ausfindig zu machen. Bestimmt hat er sich irgendwo versteckt. Ja, es ist traurig, aber die Männer stehen bereits Schlange und wollen wissen, wann sie Brooklyn um ein Date bitten dürfen. Juno scrollt weiter nach unten und ich warte auf mehr. Oh, und wieder was über Austin und Holly im Jeep hinterm Luckys. Jetzt mal im Ernst, warum müssen sie es immer auf dem Rücksitz treiben? Sie schaltet das Display aus und legt das Handy in ihren Schoß. Sie sind eben noch in der heißen Phase, erwidere ich mürrisch. Savannah schüttelt den Kopf. Ich glaube, die zwei werden ewig in dieser Phase bleiben. Ich lache. Tatsächlich, ich lache. Erschrocken halte ich inne und sehe mich um. Meine Schwestern haben es nicht gemerkt, aber eigentlich sollte ich gerade nicht lachen. Wie kann ich nur? Ich sollte überhaupt nichts witzig finden. Weißt du, was du machen solltest? Juno schenkt sich noch ein Glas Wein ein. Du solltest wirklich allein Flitterwochen machen. Du hast dir sowieso Urlaub genommen. Sie lehnt sich zurück. Savannah greift nach der Flasche und füllt unsere Gläser ebenfalls nach. Sie hat recht. Dann kriegst du den Kopf frei. Genau. Ich gehe allein am Strand entlang, obwohl ich eigentlich mit meinem Ehemann dort sein sollte. So kriege ich ganz sicher den Kopf frei. Tolle Idee, Mädels. Ratsch, Ratsch, Ratsch. Ich meine es ernst, Brookie. So hat mich Juno immer genannt, als wir noch klein waren. Ich glaube, es ist genau das, was du jetzt brauchst. Für zwei Wochen hier raus. Und in der Zwischenzeit klären wir das mit dem Apartment. Ich ziehe bei dir ein. Kingston ist sowieso nie zu Hause. Ich höre auf zu schneiden. Nein, ich will nicht allein Flitterwochen machen. Und ich will auch nicht, dass meine Schwester aus Mitleid bei mir einzieht. Dann müsste Kingston wieder zu Hause einziehen. Orsten und Holly haben das Haus erst seit kurzem für sich. Stimmt nicht. Rome wohnt immer noch da, widerspricht Savannah. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind neun Bailey-Geschwister. Keine Sorge, bald habt ihr es drauf. Aber nicht mehr lange. Er meinte, über dem Restaurant gäbe es eine Wohnung, in die er ziehen will. Savannah sagt nichts mehr, denn sie weiß, dass ich recht habe. Aus irgendeinem Grund tut keiner von uns auch nur irgendwas, ohne es vorher mit Savannah oder Orsten zu besprechen. Wahrscheinlich, weil sie nach dem Tod unserer Eltern die Familie zusammengehalten haben. Sie haben die Elternrolle übernommen. Okay, wie auch immer, aber bitte geh in die Flitterwochen, sagt Juno. Und du solltest dir diesen heißen Typen schnappen. Sie deutet auf die Wohnungstür. »Lebst du überhaupt auf dem Planeten Erde?«, fragt Savannah sie. »Ich sag's euch, da ist etwas!« Kurz kaut sie auf der Innenseite ihrer Wange herum. »Wäre er noch ein bisschen länger geblieben, hätte ich ein besseres Gespür für ihn bekommen, aber er wirkte ein wenig gereizt. Vielleicht, weil er von einem dicken Wälzer am Kopf getroffen wurde, kein besonders netter Empfang,«, erwidere ich. »Genau, Juno. Er dachte, er wäre auf seiner eigenen Hochzeit, als er Brooklyn gesehen hat. Hast du gesehen, wie schockiert er war? So einen Kerl braucht Brooklyn nicht.« Savannah ist von dem Typen überhaupt nicht beeindruckt, aber es ist sowieso schwer, ihr zu imponieren. Juno nippt an ihrem Wein. »Ich sage euch nur, was ich fühle, und da ich diejenige bin, die die Gabe geerbt hat, solltet ihr mir lieber glauben, wenn ich sage, dass da was ist.« Kopfschüttelnd schenkt sich Savannah noch mehr Wein ein. »Wenn ihr mich einfach machen lassen würdet, würdet ihr nicht mehr an meinen Fähigkeiten zweifeln.« Juno sieht Savannah fragend an. »Auf keinen Fall.« Savannah stößt mich mit der Schulter an. »Mach die Reise. Komm schon. Du hast sowieso schon gepackt. Sie will unbedingt das Thema wechseln.« »Aber es stimmt. Mein einsamer Flitterwochenkoffer ist der einzige, der noch im Ankleidezimmer steht.« »Ratsch! Ratsch! Ratsch! Ah!« »Ich würde den mitleidigen Blicken entkommen.« »Wahrscheinlich würden mich die Bewohner von Lake Starlight immer noch so ansehen, wenn ich zurückkomme. Aber ich habe auch keine Lust, die nächsten zwei Wochen arbeiten zu gehen oder in meiner neuen Wohnung abzuhängen, die ich mir nicht leisten kann.« »Okay«, erwidere ich leise, lege die Schere beiseite und reiße das Kleid in zwei Teile. »Das hat sich gut angefühlt.« »Juhu!« Juno springt auf. »Lass uns nachsehen, ob du auch an alles gedacht hast.« »Es ist zwar verrückt, aber ich brauche jetzt ein wenig Zeit für mich, um zu verarbeiten, was Jeff mir angetan hat.« »Ich muss ihn vergessen. Ich dachte, ich würde schon bald Mutter werden. Aber da dieser Plan jetzt zunichte gemacht wurde, muss ich mir etwas Neues einfallen lassen. Und das geht nicht hier. Ständig wird jemand von meiner Familie hier aufkreuzen, um nach mir zu sehen. Das würde mich nur in den Wahnsinn treiben.« Es klingelt an der Tür und Juno geht zur Sprechanlage. »Wer ist da?« fragt sie. Jetzt, da ich zugestimmt habe, wirkt sie zufrieden. »Lass uns rein«, erwidert Rome genervt. Sie drückt auf den Knopf. Die Wände hier sind so dünn, dass man das Getrampel von mehreren Füßen hört. Juno öffnet die Tür. Nach und nach betritt der Rest meiner Familie das Apartment. Alle Blicke wandern zu mir. »Pizza und Bier«, Rome legt zwei Pizzen auf den Tisch und stellt den Bierkasten auf die Küchentheke. »Noch mehr Pizza und Bier«, Denver legt noch zwei Pizzen dazu und stellt einen weiteren Kasten auf die Theke. Dann kommen sie auf mich zu. »Steh auf«, sagen sie wie aus einem Mund und fuchtel mit den Händen. »Als ich stehe, ziehen sie mich zu sich. Sobald ich ihn finde, bringe ich ihn um«, flüstert Rome. »Nicht, wenn ich ihn zuerst finde«, fügt Denver hinzu. »Ich will auch mitmachen«, Kingston schmiegt sich ebenfalls an uns. »Was ist eine brüderliche Umarmung ohne den Ältesten?« Auch Austin gesellt sich zu uns. Sie stinken so nach Alkohol, dass ich fast ersticke. »So früh trinkt ihr schon?«, murmle ich gegen irgendeine Brust. Lachend verteilen sie sich im Raum und deuten auf die jeweils anderen. Austin hebt die Hände. »Ich bin gefahren«, die anderen drei zucken mit den Schultern. Er war sowieso ein Vollidiot. Austin geht in die Küche, um Holly dabei zu helfen, das Bier in den Kühlschrank zu legen. »Tut mir leid, Brooklyn. Sedona nimmt mich in den Arm. Als nächstes ist Phoenix dran, die nichts sagt. Sie ist keine, die ihre Gefühle zeigt. Nun ja, nur die zickigen. Dann setzen sich beide aufs Sofa und spielen sofort an ihren Handys herum. Wir feiern mit Pizza, Bier und Wein und tun so, als wäre die geplatzte Hochzeit das Beste, was mir passieren konnte. Wahrscheinlich denken das die meisten auch, aber erklärt das mal meinem Herzen. »Ratet mal«, sagt Juno und stellt sich auf einen Stuhl, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und überraschenderweise funktioniert es tatsächlich. Brooklyn wird die Flitterwochen allein antreten. »Ich nehme das andere Ticket«, Denver hebt die Hand. »Auf keinen Fall, mich liebt sie viel mehr«, Rome drängt sich vor ihn. »Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dir kostenlos dein Auto repariert habe? Mischt sich jetzt auch noch Kingston ein? Ich muss lachen, denn ich werde ganz sicher keinen meiner Brüder mitnehmen. Ich schäme mich auch so schon genug. »Ich werde allein reisen, aber danke«, wieder klingelt es an der Tür. Juno sprintet los. »Es ist nicht der heiße Feger, entspann dich, Juno«, ruft ihr Savannah mit vollem Mund hinterher. »Mein Magen isst sich mittlerweile selbst auf. Der Joghurt heute Morgen hat nicht gereicht, um mich bis abends satt zu machen. Aber eigentlich sollte ich gerade keinen Hunger haben.« »Sorry, geschlossene Gesellschaft, es sei denn, du bist der heiße Typ von nebenan«, sagt Juno in den Hörer. Offensichtlich hatte sie schon zu viel Wein. »Das käme auch gut als Songtext. Ich bin Rapperin«, Austin hebt die Augenbrauen. »Kingston, du bringst sie später nach Hause.« »Lass mich rein, Juno«, schreit Grandma Dory in die Gegensprechanlage. »Alles klar, Gima«, sie drückt den Knopf und Rome eilt nach unten, um Grandma die drei Stockwerke hochzuhelfen. Phoenix verbindet ihr Handy mit der Bluetooth-Box und macht Musik an. »Vielleicht schmeißen sie mich raus, wenn ich hier eine wilde Party veranstalte.« »Dreh lauter, Phoenix«, rufe ich ihr zu. Sie nickt. Endlich hört sie mal auf mich. Nach gefühlten Ewigkeiten kommt Rome zurück, doch von Grandma Dory keine Spur. »Wo ist sie?«, frage ich. Grinsend deutet er mit dem Daumen hinter sich. »Sie hat einen besseren gefunden, der ihr die Treppen hinaufhilft.« Und da entdecke ich sie, zusammen mit meinem neuen heißen Nachbarn. Als wir den zweiten Stock erreichen, blickt der Kerl vor uns über die Schulter und grinst, als wollte ich die Dame, die er Gima D nennt, abschleppen. »Das ist sehr nett von dir. Wie heißt du?« Sie tätschelt meine Hand und bleibt stehen. Nur noch ein halbes Stockwerk, doch ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie nach Luft schnappen muss. Ich gehe jeden Morgen joggen, doch nachdem ich die Treppen heute dreimal hochgestiegen bin, ist mir klar geworden, dass ich nicht so fit bin, wie ich dachte. »Wyatt, Ma'am.« »Nenn mich nicht Ma'am.« Der Typ, der sie unten abgeholt hat, blickt vom dritten Stock auf uns herunter. »Sie heißt Dory«, sagt er und hebt die Augenbrauen. »Ja, aber vergleich mich bloß nicht mit was Blauem, wie diesem dummen Fisch«, erwidert die alte Dame schnippisch. »Ich sehe sie an.« Der Kerl oben kichert. »Es sei denn, du willst mir für meine Augen Komplimente machen.« Sie reißt sie auf und klimpert mit den Wimpern. »Sehr blau und sehr schön.« Ich sage nicht dazu, dass ihre Haarfarbe das Blau ihrer Augen noch mehr betont. »Danke. Meine Enkelin Brooklyn hat die gleiche Augenfarbe.« »Ah, die sitzengelassene Braut ist ihre Enkelin. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können.« »Ja, aber sie hat allen Idioten abgeschworen«, sagt der Typ. Ich beäuge ihn. Er hat mich schnell in eine Schublade gesteckt. Nicht, dass ich mit ihm nicht das Gleiche getan hätte. Ich wette, wir denken ähnlich, was eine feste Beziehung angeht. »Ich bin nicht auf der Suche«, versichere ich ihm. »Broke ist auch nicht auf der Suche.« Er sagt es so deutlich, dass es eine ganz klare Warnung an mich ist, dass ich mich gefälligst von ihr fernhalten soll. Das würde ich mich auf eine abservierte Braut einlassen. Ich bin doch kein Idiot. Ich nicke. Alles klar, verstanden. »Hör jetzt auf, Rome«, schimpft die Dame und wendet sich dann mir zu. »Er führt sich auf wie der große Bruder, obwohl er in Wirklichkeit der kleine Bruder ist.« Ich grinn sie ihn an und er verdreht die Augen. »Um ehrlich zu sein, mochten wir den Bräutigam alle nicht besonders. Er war ein netter Junge, aber kein Bailey«, flüstert sie. Rome lacht leise. »Bitte keine Bewerbung schicken. Können wir jetzt reingehen? Die Pizza wird kalt.« Doch Dory winkt ab. »Geh ruhig rein. Wyatt macht das schon. Nicht wahr, mein Lieber?« Rome durchbohrt mich mit seinem Blick. »Cool. Er ist sowieso nicht auf der Suche, nicht wahr?« Lachend dreht er sich um. Man hört, wie sich eine Tür öffnet und wieder schließt. »Okay, dann wollen wir mal.« Dory nimmt die erste Stufe. »Ich weiß nicht, ob ich meine Enkelin oft besuchen werde.« »Vielleicht kommt sie ja zu Ihnen.« »Du wirst doch auf sie aufpassen, oder?« fragt sie. »Am liebsten würde ich sie ansehen, als wäre sie verrückt. Ist so das Leben in einer Kleinstadt?« »In New York fährt man drei Jahre lang mit derselben Person Aufzug und hat kein Problem damit, nie ein Wort zu wechseln.« »Na ja.« Sie tätschelt meine Hand. »Danke. Ihr Ex-Verlobter ist ein Arsch. Aber das Gefühl, nicht gewollt zu sein, schmerzt sie bestimmt. Sie wird gute Miene zum bösen Spiel machen, weil die Familie hier ist. Meine Brookie denkt eben immer an andere. So war sie schon immer.« Ihr besorgter Blick und ihr aufrichtiger Ton beraubt mich sofort des New Yorkers, der ich eigentlich bin. »Klar. Kann ich machen.« »Endlich sind wir oben angekommen. In der Zwischenzeit hätte ich zehnmal hoch- und runterrennen können.« »Du bist ein wahrer Lebensretter. Muss Schicksal sein, dass du hier eingezogen bist?« Sie lächelt mich an und ich führe sie zum Apartment, in dem ihre Enkelin lebt. »Und jetzt kriegst du ein Stück Pizza?« Sie klammert sich noch fester an meinen Arm. Ich habe keine Chance zu entkommen. Bevor ich etwas tun kann, stehen wir bereits in der Wohnung. Ungefähr eine Million Augenpaare starren uns an. Ich muss genauer hinsehen, denn es gibt zwei Zwillingspärchen. Und die zwei Frauen von vorhin sind auch da. Meine Wangen fangen an zu glühen. Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen, bis er an Brooklyn hängen bleibt. Sie ist frisch geduscht. Das viel zu schwere Make-up ist inzwischen verschwunden. Das Haar hat sie zu einem unordentlichen Dutt zusammengefasst. Als sie mich, den Fremden, erneut in ihrem Apartment entdeckt, wird sie rot. Oder vielleicht ist es ihr immer noch peinlich, dass sie mich mit dem Buch erwischt hat. »Das ist Wyatt!«, verkündet Dory und lehnt sich zu mir. »Tut mir leid. Wie ist dein Nachname?« »W-Sorry. Wyatt Moore.« Fast wäre er mir herausgerutscht, denn meistens stelle ich mich mit Vor- und Nachnamen vor. Früher hat mein Dad mit Hayley und mir geschimpft, wenn wir unsere Nachnamen nicht dazu gesagt haben. Er hat uns eingetrichtert, ihn mit Stolz und gerecktem Kinn zu tragen. Man muss die Leute wissen lassen, dass man wichtig ist. »Er war so nett, mir die Treppe hinaufzuhelfen.« Dory lässt mich nicht los und führt mich stattdessen zu dem Stapel Pizzakartons. Alle starren mich an und versuchen, sich aus der Situation einen Reim zu machen. »Warum heißen wir Wyatt nicht Bailey-typisch willkommen?«, schlägt Dory vor. Das beendet ihre Trance. »Hey, ich bin Holly.« Eine Frau mit kastanienbraunem Haar ist die erste, die auf mich zukommt. Dicht gefolgt von einem Kerl, der die Hand auf ihre Hüfte legt und mir die andere entgegenstreckt. »Und ich bin Austin.« Ich schüttle seine Hand. Dann ist es, als wollten mir alle zur Hochzeit gratulieren. »Kingston!« Hände schütteln. »Danver!« Hände schütteln. Moment mal, war das nicht Rome? Stirnrunzelnd lasse ich den Blick durchs Zimmer schweifen. Der Typ vor mir fängt an zu lachen. »Zwillinge!«, erklärt er. Ich nicke. Jetzt erinnere ich mich wieder. »Juno!« »Aber das weißt du ja schon.« Sie macht einen kleinen Knicks. »Savenna!« »Wir haben uns bereits kennengelernt.« »Der Händedruck der Blondine ist kräftiger als meiner.« »Phoenix!« »Sedona!« Sie stehen direkt nebeneinander, als ich ihnen die Hände schüttle. »Zwillinge!« Erklären sie, für den Fall, dass ich ein Idiot bin. »Und dann ist da noch Brookie!« Endlich lässt mich Dory los und schlingt ihrer Enkelin die Arme um die Schultern. »Einen Mann mit zusammenpassenden Kaffeetassen kann man nicht lieben«, sagt Dory zu ihr. Alle, die es mitbekommen, verdrehen die Augen. »Ich weiß, ich weiß«, Brooklyn umarmt ihre Großmutter. Wenn man bedenkt, was ihr heute zugestoßen ist, hat sie erstaunlich gute Laune. »Wovon redest du, Grandma?«, fragt Savannah, schenkt sich ein Glas Wein ein, setzt sich und beginnt, die Pizzen mit Plastikbesteck in Stücke zu schneiden. »Meine Güte, sie erinnert mich an meine Schwester.« Einer der Brüder, ich glaube, es ist Kingston, der der Jüngste zu sein scheint, reicht Dory ein Bier und hält mir ebenfalls eins hin. »Du wirst es brauchen, falls du bleibst«, sagt er, ohne zu lächeln. »Danke.« Ich nehme die Flasche entgegen. Er nickt kurz, schnappt sich ein Stück Pizza und setzt sich aufs Sofa, wo die Zwillingsmädchen an ihren Handys herumspielen. »Eine Kaffeetasse kann man immer schenken. Nette Sprüche, Liebesbekundungen, Witze. Ich glaube, das erste Geschenk, das ich von eurem Daddy bekommen habe, war eine »I love mommy«-Tasse. Sie steht noch heute in meinem Schrank. Eine Kaffeetasse sagt das aus, was die Menschen über dich denken.« Dory führt die Bierflasche an den Mund, und ich bin beeindruckt, was sie für einen Zug drauf hat. Lächelnd verdreht Brooklyn die Augen. »Was hat diese Familie nur mit Kaffeetassen?«, bemerkt Austin, und Holly boxt ihm leicht in den Bauch. Alle Blicke richten sich auf Savannah, die aufsteht und sich mit ihrer Pizza und ihrem Drink aufs Sofa setzt. »Ich habe Wyatt gebeten, auf dich aufzupassen.« Dory's Hand legt sich um meinen Oberarm. Ihr Ton ist zwar nicht bestimmend, aber wenn ich jetzt »Nein« sage, komme ich mir wirklich vor wie ein Arschloch. Großartig. Jetzt darf ich sechs Monate lang Brooklyns Einkäufe nach oben tragen und Sachen in ihrem Apartment reparieren. Ich sollte besser gleich dazu sagen, dass ich kein Klempner bin. »Ach, Grandma«, Brooklyn sieht mich an, »ich komme schon allein klar. Wirklich.« »Klopf einfach, falls du was brauchst.« Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. »Ich sollte jetzt besser los.« »Blödsinn«, sagt Dory und schnaubt, als wäre es das Lächerlichste, was sie je gehört hat. »Wirklich. Ich bin erst heute angekommen. Ich bin fix und fertig.« Schnell leere ich mein Bier und stelle die Flasche auf den Tisch. »Danke für deine Hilfe. Man könnte meinen, es würde einem jemand anderes helfen, wenn man so viele Enkel hat.« »Hallo?«, fragt Rome und wirft die Arme in die Luft. Alle fangen an zu lachen. »Jederzeit. War schön, euch alle kennenzulernen.« Lächelnd und winkend gehe ich rückwärts in Richtung Tür. »Willkommen in Lake Starlight«, sagt Holly breit lächelnd. »Oh, seht euch nur den Neuzugang an!« Denver wuschelt ihr durchs Haar. »Du hast bestimmt schon sehnsüchtig darauf gewartet, diesen Satz sagen zu dürfen,« sagt Austin und sieht Holly an, als hätte ihn Amors Pfeil getroffen. Holly wird rot und Austin schaut mich an. Sie ist die neueste Bewohnerin von Lake Starlight. Auch von uns ein herzliches Willkommen. »Danke. Man sieht sich!« Ich hebe die Hand und winke nochmal. »Luckys ist die beste Kneipe hier!« »Da hat schon manch einer sein Glück gefunden!«, sagt Denver und hebt die Augenbrauen. Rome muss so heftig lachen, dass sein Bier durchs Zimmer spritzt. Ganz offensichtlich ein Insider. »Rome!«, schreit Juno und fasst sich an den Hinterkopf. »Hey, ich kann ihren Namen schon ziemlich gut.« »Gut gemacht, Whitmore.« Während in Brooklands Apartment das Chaos ausbricht, schleiche ich mich so schnell wie möglich davon und ziehe die Tür hinter mir zu. Scheiße, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, Teil dieser Familie zu sein. Ich krame in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel, doch bevor ich in meinem Apartment verschwinden kann, öffnet Brooklyn die Tür. Ich blicke über die Schulter. Als ich sie sehe, schlägt mein Herz ein wenig schneller. »Sollte ich besser in Deckung gehen?« Ihre Schultern sacken zusammen und ihr Lächeln verebbt. Auf Strümpfen überquert sie den Korridor und bleibt direkt vor mir stehen. So tief blicke ich nicht mal jemandem in die Augen, wenn ich ihn vögle. Nur wenn ich einen Deal besiegle, was nicht so oft vorkommt, weil mich mein Vater ganz unten anfangen lässt. Sie berührt meinen Arm. »Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut.« Aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie sie die Hand hebt und vorsichtig über die Wunde streicht. »Ich hoffe, es bleibt keine Narbe.« Ich klinge nur ungern wie eine hängengebliebene Schallplatte, aber sie ist wirklich wunderschön. Normalerweise stehe ich überhaupt nicht auf diesen Typ Frau. Ich fand es schon immer ironisch, dass meine Eltern versucht haben, uns gewisse Werte einzutrichtern, dass man für sein Geld arbeiten muss, die Familie zu ehren, jeden mit Respekt zu behandeln, uns dann aber auf spießige Privatschulen geschickt, sonntags im Club gespeist und sich mit den Reichsten der Reichen von Manhattan umgeben haben. Die Frauen, die ich gewohnt bin, würden niemals meine Stirn so berühren, wenn sie mich nicht kennen würden. Brooklyn weiß nichts über mich. Verdammt, sie kennt nicht mal meinen richtigen Namen. Bestimmt nicht. Ich bin steif wie ein Brett, während sie weiter vorsichtig mein Gesicht berührt. »Ich hatte nicht vor, dich zu treffen. Es war einfach ein schlechter Tag.« Sie zieht die Stirn kraus und ihre Augen werden glasig. Einfach ein schlechter Tag? Am liebsten würde ich ihr entgegenschreien, dass sie übers Ohr gehauen wurde und es okay ist, wütend zu sein. Ja, tut mir leid. Ist bestimmt nicht so leicht. Sie nickt nachdenklich, senkt die Hand und verschränkt ihre Finger ineinander. Ich werde zwei Wochen lang weg sein. Ich habe beschlossen, allein in die Flitterwochen zu fliegen. Das ist gut. Sie nickt. Hör nicht auf meine Grandma. Du musst überhaupt nichts für mich tun. Sie mischt sich eben gern ein. Aber wenn ich wieder da bin, dann lass mich wissen, falls du irgendwas brauchst. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Lake Starlight. Du kannst mich also als Suchmaschine benutzen. Das süßeste Lachen kommt über ihre Lippen. Dann schüttelt sie den Kopf. Melde dich einfach. Danke. Das gilt in beide Richtungen. Lächelnd und ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, macht sie einen Schritt rückwärts. Einen schönen Abend noch, Wyatt. Ihre Hand landet auf ihrem Türknauf. Ebenso. Ich drehe den Schlüssel. Als sie die Tür öffnet, dringt das Gröhlen der Baileys nach draußen. Jetzt mal im Ernst. Habt ihr kein eigenes Leben? Schreit Brooklyn und schließt sie. Ich ziehe meine Tür hinter mir zu. Wie gut die Ruhe hier tut. Während ich den Flur hinabgehe, um meine Sachen auszupacken, frage ich mich, was man bitte für ein Arschloch sein muss, um so eine Frau am Altar stehen zu lassen. Auch wenn ich selbst nicht heiraten will, würde sich doch jeder normale Mann glücklich schätzen, Brooklyn Bailey seine Ehefrau nennen zu dürfen. Bitte schön. Savannah hebt meinen Koffer aus dem Kofferraum ihres SUV. Sicher, dass ich nicht irgendwo parken und mit reinkommen soll? Heute hat sie ihren mütterlichen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Nein, du kommst ja sowieso nicht durch die Sicherheitskontrolle. Ich schreibe dir, sobald ich gelandet bin. Wenn Duke arbeitet, lässt er mich durch. Sie grinst. Sie hat sich mal mit Grandma Dory durch die Sicherheitskontrolle geschlichen, um Austin wegen Holly den Kopf gerade zu rücken. Alles gut, versichere ich. Sie nickt und holt Tiefluft. Okay. Ich habe Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Nachdem ich den Abend lachend und pizzaessend mit meiner Familie verbracht hatte, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe erst dann kapiert, dass es tatsächlich passiert ist. Ich bin eine von den Bräuten, von denen man oft liest, die man aber nie glaubt zu werden. Ich bin Brooklyn Bailey, die Bailey, die am Altar stehen gelassen wurde. Wäre Savannah nicht gewesen, hätte ich mich heute Morgen in meinem Apartment eingesperrt und für immer unter der Bettdecke versteckt. Du wirst eine Menge Spaß haben. Ich habe dir ein Buch ins Handgepäck gesteckt. Entspann dich und genieß die Zeit. Ihre Hand legt sich um meinen Oberarm. Aber pass auf dich auf. Trau nicht jedem, der dir über den Weg läuft. Ich habe keine Lust, nach Hawaii zu fliegen, um nach dir zu suchen. Ich bin 26. Obwohl Savannah nur drei Jahre älter ist als ich, fühlt es sich manchmal an, als wäre sie Jahrzehnte älter. Weil sie nach dem Tod unserer Eltern die Mutterrolle übernehmen musste. Verantwortung verändert eben die Dynamik. Ich weiß, ich weiß. Sie lässt mich los, nur um mich dann wieder fest in die Arme zu schließen. Bist du sicher, dass niemand mitkommen soll? Rome wäre sofort dabei. Kichernd schüttle ich den Kopf. Alles gut. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Sie lässt mich los und schlägt die Heckklappe zu. Okay, schreib mir, bevor du losfliegst. Dann holt dich jemand hier ab. Sie lächelt und steigt in ihren SUV. Ich sehe ihr hinterher, als wäre sie meine Rettungsweste im weiten Ozean. Dann trete ich durch die Schiebetüren. Hier geht es zu wie im Zoo. Schließlich ist gerade Hauptreisezeit. Ich will selbst einchecken. Doch als ich versuche, den Bestätigungscode auf meinem Handy zu scannen, steht auf dem Bildschirm, dass ich einen Mitarbeiter um Hilfe fragen soll. Genervt schnaubend schnappe ich mir mein Gepäck und stelle mich in die ewig lange Schlange. Anscheinend stehen in dieser Schlange alle, die mit ihren Ticket Probleme haben. Denn sie bewegt sich ungefähr so langsam wie Grandma Dory, als sie gestern Abend die Treppe hinuntergegangen ist. Ich glaube, sie hat gehofft, Wyatt würde ihr wieder zur Hilfe eilen. Er scheint tatsächlich ein netter Kerl zu sein. Als er gestern weg war, haben wir uns gefragt, was ihn eigentlich nach Lake Starlight führt. Keiner hat ihn gefragt. Was uns überhaupt nicht ähnlich sieht. Ich rücke ein Stück nach vorn und lächle den kleinen Jungen vor mir an. Ich hatte gehofft, in ein paar Jahren einen wie dich zu haben. Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. Jemanden kennenlernen, eine Beziehung eingehen. Der Gedanke macht mich fix und fertig. Ich weiß nicht mal mehr, wie es ist, Single zu sein. Jeff und ich waren seit dem College zusammen. Er hat mich aus meiner Depression herausgeholt, nachdem meine Eltern gestorben sind. Er war der, dem ich vertraut habe. Der behauptet hat, er würde mich niemals verletzen. Seh mich jetzt an, Jeff. Kann sich ein Mensch tatsächlich so schnell ändern? Oder war ich einfach blind? Der Nächste, ruft die Frau am Schalter und winkt mich zu sich. Ich eile hin, bevor ich es mir doch noch anders überlege und einen Rückzieher mache. Hi, ich habe versucht, meinen Bestätigungscode einzuscannen, doch es hat nicht funktioniert. Lächelnd greift sie nach meinem Smartphone und tippt auf ihrer Tastatur herum. Maui, fragt sie. Ja. Ich lege die Hände auf den Tresen, starre sie an und wippe nervös mit dem Fuß. Ihr professionelles Lächeln verebbt und ihre Mundwinkel biegen sich nach unten. Das Ticket wurde storniert. Mein ganzer Körper versteift sich. Ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte. Oh, warten Sie. Sie tippt weiter, den Blick auf den Monitor gerichtet. Gut, ein Missverständnis, erleichtert atme ich aus. Oh, sie schiebt mir mein Handy zu. Haben Sie die Tickets gekauft? Ich schließe die Augen, denn jetzt kapiere ich, wo das Problem liegt. Mein Verlobter, Ex-Verlobter hat sie gekauft. Aber dieses Ticket ist auf meinen Namen ausgestellt. Ihr Blick wird nun weicher und sie sieht mich mitleidig an. Nein, diese verdammten Augen. Ich fliege nur nach Hawaii, um solchen Blicken zu entkommen. Der Käufer hat das Ticket storniert, sagt sie leise. Mein Kopf fällt zurück, als hätte sie mich geohrfeigt. Was? Das ist unmöglich. Sie blickt auf den Computermonitor, um sich noch einmal zu vergewissern. Jeffrey Brickle? Ja, das ist er. Ihr Blick wandert in Richtung Sicherheitskontrolle. Da er die Tickets gekauft hat, kann er sie auch stornieren. Aber sie lässt den Blick über die Reihe an Mitarbeitern schweifen, die alle mit Fluggästen beschäftigt sind, und lehnt sich weiter zu mir. Es tut mir leid, er hat uns gesagt, sie hätten ihn am Altar stehen lassen. Wie bitte? Der Kollege neben ihr wirft mir einen verstohlenen Blick zu. Anscheinend kennt er die Geschichte schon. Der Mann, den er gerade bedient hat, entfernt sich vom Schalter. Dann stellt er das geschlossene Schild vor sich auf die Theke und kommt zu uns. Ma'am, es geht uns überhaupt nichts an. Wir können Ihnen nur sagen, dass Ihr Ticket storniert wurde. Sein Gesichtsausdruck verrät, dass er Jeffs Lügenmärchen glaubt. Wieder wandert der Blick der Dame den Korridor hinab. Ich folge ihrer Blickrichtung, doch ich kann nur die Menschenmasse sehen, die zur Sicherheitskontrolle strömt. Das Ticket wurde auf meinen Namen ausgestellt. Tränen steigen in mir auf und meine Nase kribbelt. Ich fange gleich an zu heulen. Ja, aber er hat dafür bezahlt, erwidert sie. Ich nehme mein Handy und stecke es in meine Jackentasche. Und was mache ich jetzt? Ein neues Ticket kaufen? Tut mir leid, der Flug ist komplett ausgebucht, erklärt der Mann. Wahrscheinlich lügt er, weil er denkt, ich wäre diejenige gewesen, die die Hochzeit hat platzen lassen. Na schön, dann werde ich mich eben an einen anderen Mitarbeiter wenden. Ich nehme meine Taschen. Als ich mich umdrehe, starren mich alle in der Warteschlange an. Ich wende mich wieder dem Flughafenpersonal zu. Nur damit sie's wissen. Das Arschloch hat mich verlassen. Per SMS. Der Mann wird ganz bleich. Ich glaube, seine Worte lauteten, ich kann einfach nicht. Tut mir leid, Brooklyn. Ich wusste es, sagt die Frau und rammt dem Kerl den Ellbogen in die Rippen. Er geht gerade durch die Sicherheitskontrolle. Mit der Frau, der er das andere Ticket gegeben hat. Sie sieht mich mitfühlend an. Was? Flüstere ich. Bestimmt habe ich sie falsch verstanden. Es gab nie irgendwelche Anzeichen, dass Jeff mich betrügt. Und ich habe das Apartment wie ein Drogenspürhund durchsucht. Doch sie nickt. Der Typ ist immer noch kreidebleich. Wäre ich besser drauf, würde ich mich bei ihm entschuldigen. Er ist nicht der Einzige, der auf Jeff Brickle hereingefallen ist. Aber leider ist mir kein bisschen danach. Er hat ihr Ticket storniert und für die andere Frau ein neues gekauft. Die zwei gehen in ihre Flitterwochen. Sie deutet den Gang hinab. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie sie noch. Ich starre sie an. Warum sollte ich ihn noch erwischen wollen? Als ich begreife, was die Dame hinterm Schalter eben gesagt hat, schnappe ich mir meinen Koffer und renne den Korridor hinab. Ich arbeite mich durch Familien hindurch und verschütte aus Versehen den Kaffee eines Mannes. Die Entschuldigungen fliegen nur so aus meinem Mund, während ich den Blick fest auf das große Security-Schild gerichtet halte. Schwer atmend erreiche ich den Eingang genau in dem Moment, als Jeff hindurchgehen will. Jeff! schreie ich. Er blickt hinter sich und reißt die Augen auf. Brooklyn! Die Liebe, mit der er meinen Namen immer ausgesprochen hat, ist verschwunden. Ich lasse mein Gepäck stehen und schlängle mich an den anderen Wartenden vorbei, die mich entsetzt und verärgert anstarren. Ich will antworten! Sir, sagt eine Stimme in dem Moment, als sich ein Arm vor mich schiebt, um mich aufzuhalten. Eine kleine Brünette späht auf der anderen Seite der Security hervor. Ich kenne sie nicht, aber offensichtlich kennt sie mich. Sag es mir einfach, sage ich zu Jeff. Ich sehe die Security-Dame an, die mich nicht durchlassen will. Er hat mich gestern vorm Altar stehen lassen, erkläre ich. Alle in Hörweite schnappen nach Luft. Ich habe es dir gesagt, ich war einfach nicht glücklich, erwidert Jeff. Und sie macht dich glücklich? Ich deute auf die Brünette. Jeff wirft ihr einen Blick zu und sieht dann wieder mich an. Tu dir das nicht an. Er schüttelt den Kopf, als wäre ich ein bockiges Kind. Wirklich? Das ist alles, was du mir zu sagen hast? Du hast mir das angetan. Du hast mir den Heiratsantrag gemacht. Du wolltest eine große Hochzeit. Du hast mir fünf Minuten vor der Zeremonie eine Nachricht geschrieben. Ich deute mit dem Zeigefinger auf ihn und lehne mich so weit nach vorn, wie es mir die Sicherheitsdame erlaubt. Jeff setzt sich in Bewegung. Ein professionell wirkender Sicherheitsmann kommt auf uns zu. Wahrscheinlich wurde er darüber informiert, dass ich hier Ärger mache. Es tut mir leid. Ich hätte schon früher etwas sagen sollen. Und jetzt fliegst du mit ihr in unsere Flitterwochen? Meine Kehle schnürt sich immer enger zusammen. Ich dachte, du willst nicht fliegen. Während ich da stehe und auf Antworten warte, erkenne ich den Grund. Ich bin es. Ganz einfach. Sag es mir, fordere ich. Sprich es aus. Was? fragt er und lässt die Arme hängen, wie er es immer tut, wenn er eine Frage nicht beantworten will. Sag es mir. Sag es, du verdammter Feigling! Deswegen presse ich hervor. Erneut wirft er der Brünetten einen Blick zu, bevor er sich wieder mir zuwendet. Der Sicherheitsmann kommt immer näher, den Blick auf mich gerichtet. Die Dinge haben sich verändert zwischen uns. Es liegt nicht an dir. Jeff! schreie ich und versuche weiter auf ihn zuzugehen. Inzwischen lässt mir die Security-Dame ein bisschen mehr Spielraum. Was willst du von mir, Brooklyn? Ich liebe dich einfach nicht mehr. Ich schiebe mich an der Sicherheitsdame vorbei und die Umstehenden geben mir den Weg frei. Fick dich, Jeff! Ich klatsche ihm eine. Du liebst mich nicht? Dann hast du mir also die ganze Zeit nur was vorgemacht? Ich lehne mich zur Seite und sehe die Brünette an. Viel Glück mit ihm! Sie schnaubt peinlich berührt und mit glühenden Wangen. Jeff hält sich die Wange und ich starre den Mann an, von dem ich dachte, er würde mein zukünftiger Ehemann werden. Meine Familie hatte recht. Du bist nicht mal annähernd gut genug für mich, du schwacher Mistkerl! Ich mache auf dem Absatz kehrt. Wieder weichen mir alle aus. Danke, flüstere ich der Sicherheitsdame zu. Gern geschehen, erwidert sie. Ich arbeite mich wieder durch die Absperrungen hindurch, nehme mein Gepäck und gehe zur Autovermietung. Denn meine Familie anzurufen ist gerade das Letzte, was ich will. Ich schwöre, hier vergeht die Zeit viel langsamer als in New York. Es ist Sonntagmorgen und ich war bereits joggen, habe gefrühstückt und auf meinem iPad das Wall Street Journal gelesen. Ich will mich ein wenig mit der Stadt vertraut machen, doch als ich die Treppe herunterkomme, steht Brooklyn vor der Haustür. Während ich ihre roten Augen betrachte, wird mir ganz schwer ums Herz. Ihr Gesicht ist so traurig und wirkt, als würde es für immer so bleiben. Es wäre eine Schande, wenn sie dadurch den Kerl verpassen würde, der sie wirklich verdient hat. Ich habe es schon bei Freunden erlebt, die mit der Liebe durch waren, nachdem ihnen das Herz gebrochen wurde. Sie haben sich geschworen, nie wieder jemandem zu vertrauen. Sie fummelt an ihrem Schlüsselbund herum, lässt ihn fallen und bückt sich. Als ich die Tür öffne, sitzt sie inmitten ihres Gepäcks auf dem Asphalt und stützt den Kopf in die Hände. Brooklyn? Ich gehe vor ihr in die Hocke. Alles in Ordnung? Sie späht mich durch ihre verschränkten Finger an und wischt schnell die Tränen weg, bevor sie aufsteht. Dann greift sie nach ihren Schlüsseln und Taschen und macht einen Schritt vorwärts. Hey! Ich lege die Hand auf ihre Schulter. Ganz langsam. Energisch schüttelt sie den Kopf und quetscht sich an mir vorbei durch die Tür. Brooklyn! Ich folge ihr nach oben. Keine Sorge. Ich werde Dory nicht erzählen, dass du mich so gesehen hast. Meine ganze Familie wird nichts davon erfahren, dass ich nicht geflogen bin. Sie schleppt ihre Taschen die Treppe hinauf, als wären Dämonen aus der Hölle hinter ihr her. Würdest du jetzt bitte stehen bleiben? Ich weiß, dass wir uns nicht kennen, aber... Im zweiten Stock bleibt sie schließlich stehen. Eine neue Ladung Tränen rollt über ihre Wangen. Du musst dich nicht um mich kümmern. Aber danke. Sie legt die Hand auf meinen Unterarm. Obwohl ich ein langärmliches T-Shirt trage, ist sie da. Ihre Wärme. Sie ist einfach in ihr. Du brauchst ganz offensichtlich jemanden. Vor allem, wenn du deiner Familie nicht erzählen willst, was los ist. Ich folge ihr weiter die Treppe hinauf. Schon okay. Ich muss mich nur ein wenig beruhigen. Vor ihrer Tür angekommen, fummelt sie wieder an ihren Schlüsseln herum und steckt zuerst den Haustürschlüssel ins Schloss, bevor sie merkt, dass er nicht passt. Erkennt ihr jetzt den Vorteil von Coles? Ich ziehe den Schlüssel ab und öffne die Tür für sie. Sie zerrt das Gepäck ins Apartment und dreht sich um, bevor ich ihr folgen kann. Danke. Dann knallt sie mir die Tür vor der Nase zu, obwohl ich immer noch ihre Schlüssel in der Hand habe. Ich schwöre, diese Stadt. Vielleicht ist es auch nur dieses Gebäude. Oder nur die Baileys. Ich klopfe vorsichtig. Nichts. Ich klopfe erneut und lege das Ohr an die Tür. Doch kein Ton. Scheiße. Ich lege die Hand auf den Türknauf und er lässt sich tatsächlich drehen. Das war einfach. Ich werde jetzt ganz schnell die Tür öffnen und sie von innen absperren, bevor ich sie wieder zuziehe. Meine Mom würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich eine Frau allein in einer unverschlossenen Wohnung zurücklasse. Andererseits ist das hier nicht New York. Ich bin in Lake Starlight mit gefühlt 100 Einwohnern. Der Knauf klickt und ich öffne die Tür gerade weit genug, um die Schlüssel ins Apartment zu werfen, meinen Arm durch den Spalt zu schieben und die Tür von innen zu verriegeln. Allerdings kann ich es nicht lassen, einen Blick in die Wohnung zu werfen. Ich kann Brooklyn nirgendwo sehen. Bestimmt ist sie im Schlafzimmer. Ich fummle am Schloss herum und will gerade den Arm zurückziehen, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnehme. Ich vergesse das Schloss und öffne stattdessen die Tür noch weiter. Ich glaube, sie würde es nicht mal merken, wenn jemand ihr Apartment stürmen würde. Zusammengekauert liegt sie auf dem Sofa, klammert sich an ein Kissen und weint bitterlich. Fuck. Was muss ich mich auch in ihre Angelegenheiten einmischen? Sie geht mich überhaupt nichts an. Ich habe wirklich keine Lust, den ganzen Tag hier herumzusitzen und mir anzuhören, wie irgendein Arschloch sie abserviert hat. Woher zum Teufel soll ich bitte wissen, wie man mit einer Frau mit gebrochenem Herzen umgeht? Siehe ich etwa aus wie Dr. Phil? Und meine Mom wundert sich, warum ich mich nicht häuslich niederlassen will. Seht euch dieses Mädchen an. Ihr wurde die Welt versprochen. Und dann hat man sie vorm Altar stehen lassen. Kann man überhaupt jemanden tatsächlich in- und auswendig kennen? Hey. Langsamen Schrittes betrete ich das Apartment. Brooklyn? Sie blickt nicht auf, also gehe ich weiter auf sie zu. Selbst als ich mich auf die äußerste Sofa-Kante setze, sieht sie mich nicht an. Alles okay? Was für eine dumme Frage. Natürlich ist nicht alles okay. Das Leben, das sie gekannt hat, ist vorbei. Nicht, dass mir jemals das Herz gebrochen wurde. Aber genau das, was ich hier sehe, ist der Grund, warum ich mich von Gefühlen lieber fernhalte. Ich bin die dümmste Frau auf der ganzen Welt, murmelt sie, den Kopf auf das Kissen gelegt und den Blick hinaus auf den Balkon gerichtet, mit Blick auf den See. Nein, bist du nicht. Ich balle die Hände zu Fäusten, damit ich sie nicht berühre. Du bist nicht die Erste, die von einem Typen verarscht wurde. Sie sieht mich an. Die Flitterwochen hat er mir auch genommen. Hat mein Ticket storniert und irgendeiner nuttigen Brünetten ein neues gekauft? Sie krümmt sich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich kenne sie ja nicht mal. Ich schnaube. Dieser Kerl hat den Titel Arschloch des Jahres verdient. Das tut mir leid, sage ich wie ein Depp. Ich sollte irgendwas Schlaues sagen, aber mir fällt nichts ein. Es muss dir nicht leid tun. Du hast mich nicht verlassen. Sie setzt sich auf, den Blick immer noch gerade ausgerichtet. Weißt du, was mich am meisten stört? Ihr Hintern greibt sich noch tiefer an das Sofa, wie ein Hund, der versucht, die gemütlichste Position zu finden. Dass er nicht schon früher etwas gesagt hat. Ja, wir waren total mit Planen beschäftigt, aber er wollte es so. Wäre es nach mir gegangen, hätten wir am See auf unserem Familiengrundstück geheiratet. Wir hätten ein Zelt aufgestellt und nur unsere Familien und engsten Freunde eingeladen. Aber er wollte eine große Feier. Sie breitet die Arme aus. Meinst du, es liegt daran, weil ich eine Bailey bin? Ob er sich gedacht hat, ich will unbedingt eine Bailey heiraten, also nehme ich einfach diese? Und ich habe mich nur von ihm ausnutzen lassen? Da ist es wieder. Sie tut so, als wären die Baileys in Lake Starlight sowas wie die Kennedys in Washington. Ich bin sicher, er hat dich geliebt, weil du du bist. Ich klemme die Hände zwischen die Schenkel und setze mich auf die äußerste Sofakante, damit ich sofort abhauen kann, sobald ich das Gefühl habe, dass es ihr einigermaßen besser geht. Wenn er mich wirklich geliebt hätte, hätte er mir so etwas nicht angetan. Da kann ich nicht widersprechen. Hör zu. Sie stopft das Kissen zwischen ihre Schenkel, wackelt erneut mit dem Hintern und sieht mich durchdringend an. Ich werde meiner Familie auf keinen Fall erzählen, was passiert ist. Zumindest noch nicht. Ihr Blick schweift zum Fenster. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Können wir also bitte so tun, als wären wir uns eben nicht begegnet? Ich kenne deine Familie überhaupt nicht. Je länger du in Lake Starlight sein wirst, desto mehr wirst du feststellen, dass alle meine Familie kennen. Früher oder später wirst du ihnen garantiert über den Weg laufen. Ich will dich in keine blöde Situation bringen, aber sie werden mir auf die Pelle rücken, bis ich um Gnade winzle. Sie kichert. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Ich schweige wie ein Grab. Ich stehe auf, erleichtert, dass ich nicht den ganzen Tag hier verbringen muss. Danke, Wyatt. Ich werde alles wieder gut machen. Den ganzen Scheiß, der in der kurzen Zeit, in der du hier bist, schon passiert ist. Sie lächelt ein wenig. Ihr Ex ist wirklich ein Idiot. Ich fühle mich nicht wohl dabei, hier bei einer weinenden Frau zu sitzen, aber ich bin ganz sicher, dass man an einem guten Tag seine Zeit sehr gern mit Brooklyn verbringt. Nicht nötig. Wir sind hier in Lake Starlight. Hier revanchiert man sich. Außerdem sind wir Nachbarn. Ich verlagere das Gewicht auf die Fersen. So langsam kapiere ich das mit der Kleinstadt-Mentalität. Wieder schweift ihr Blick aus dem Fenster. In Gedanken ist sie ganz woanders. Nicht bei mir. Das bin ich nicht gewohnt. Ich bin direkt gegenüber, falls du was brauchst. Sie dreht den Kopf und lächelt ein wenig. Danke. Ich schließe die Tür ab. Schweigend legt sie sich wieder so hin, wie ich sie vorgefunden habe. Ich ziehe die Tür hinter mir zu. Obwohl ich eigentlich erleichtert sein sollte, bin ich es nicht. Aus irgendeinem Grund wäre ich jetzt doch lieber auf der anderen Seite der Tür. Kopfschüttelnd gehe ich in Richtung Treppe. Meine Konzentration sollte auf Glacier Point Resort liegen und darauf, daraus das Hotel zu machen, in dem die Leute Urlaub machen wollen, damit ich schnellstmöglich zurück nach New York kann, wo sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Als ich Montagmorgen das Hotel betrete, trage ich meinen schicksten Anzug. Die Leute hier sollen gleich begreifen, dass ich der neue Boss bin, auch wenn ich die nächsten Wochen als Pager arbeiten werde. Ganz egal, was mein Dad sagt. Als ich durch die Drehtür trete, drehen sich die Köpfe an der Rezeption in meine Richtung. Es ist besser als ein Drei-Sterne-Hotel. Vielleicht dreieinhalb. Die Lobby hat eine gute Größe, mit hübschen Möbeln und hier und da sehe ich ein paar Pflanzen. Hallo, Sir, begrüßt mich ein junger Kerl. Ich nehme an, dieser picklige Junge wird die nächsten Wochen mein Chef sein. Danke, Dad. Hi, ich bin Wyatt Moore. Ich strecke ihm die Hand entgegen und bin froh, dass ich bei meinem Nachnamen nicht gestottert habe. Übung macht eben den Meister. Der junge Kerl reißt die Augen auf. Hallo, ich bin Mac. Ich schüttle seine schlaffe Hand. Notiz an mich selbst. Bring dem Kerl ein wenig Selbstbewusstsein bei, wenn er die Gäste in Empfang nehmen soll. Schön, Sie kennenzulernen. Ich werde noch ein paar Dinge mit Mr. Clayton besprechen und dann gehöre ich ganz Ihnen. Mac lächelt nervös und nickt. Die Absätze meiner Läufer klackern über den Fliesenboden und kündigen mich bereits aus der Ferne an. Die Dame und der Herr an der Rezeption lächeln mich an. Sie wissen, wer ich bin. Nun ja, nicht wirklich, aber sie denken, sie wüssten es. Mr. Moore? fragt die Frau und hält mir ihre Hand hin. Wyatt, erwidere ich. In diesem Punkt unterscheide ich mich von meinem Vater, der immer Mr. Whitmore genannt werden will. Außerdem würde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf Mr. Moore reagieren, weil es nicht mein richtiger Name ist. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Noel und das ist Neil. Mit einer Kopfbewegung deutet sie auf den Mann neben sich. Er lächelt und ich gebe ihm die Hand. Ihren Namen kann ich mir bestimmt gut merken. Noel und Neil, die zwei N's. Sie lachen nervös, obwohl ich gerade versucht habe, die Stimmung zu lockern. Ich halte nichts davon, meinen Mitarbeitern Angst zu machen. Ist Mr. Clayton im Hause? frage ich. Noel sieht Neil an. Noch nicht. Er sollte aber innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Oh. Mein Vater hat Mr. Clayton das Hotel zwar abgekauft, doch er meinte, er würde während der Übergangsphase noch bleiben. Ihre Pagenuniform kam gerade frisch aus der Reinigung und liegt für Sie bereit, sagt Noel. Das habe ich ganz vergessen. Großartig. Dann werde ich mal loslegen. Vielleicht kann ich mich in der Mittagspause mit Mr. Clayton unterhalten. Da geht's lang. Einfach durch die Tür. Sie deutet auf die Tür neben der Rezeption mit der Aufschrift Zutritt nur für Personal. Da hängt sie. Meine Polyesteruniform. Rote Jacke mit goldenen Borten und Knöpfen. Wundervoll. Doch ich tue es für meine eigene Hotelkette. Das werde ich mir die nächsten Wochen immer wieder sagen müssen. Danke, Noel. Ich nehme den Kleiderbügel vom Haken und folge der Beschilderung zur Personalumkleide. Zehn Minuten später hängt mein 8000-Dollar-Anzug auf dem Bügel, auf dem eben noch die 50-Dollar-Uniform hing, die so robust ist, dass sie selbst ein Feuer überstehen würde. Ich verlasse die Umkleide und gehe zurück in die Lobby. Mac steht hinter der kleinen Theke neben der Drehtür und sieht mich an. Alles klar, Mac. Bringen Sie mir alles bei, was ich wissen muss. Und zwar schnell. Ich lache. Er lacht ebenfalls. Nun ja. Heute ist Montag. Mac, das heißt, wir werden heute mehr Abreisen als Ankünfte haben. Das ist in den meisten Hotels so, in denen hauptsächlich Urlaub gemacht wird. Wir sind ja schließlich nicht in der Großstadt, wo die ganze Woche Geschäftsleute ein- und ausgehen. Ich folge Mac überall hin und lade Koffer vom Gepäckwagen in die Kofferräume ihrer Besitzer. Bis zum Mittag habe ich schon jede Menge Trinkgeld bekommen. Als Mac aus der Mittagspause zurückkommt, gehe ich in die Pause. Ich hasse erste Arbeitstage. Die sind echt scheiße. Mr. Clayton ist vorhin kurz vorbeigekommen, als gerade drei Zimmer gleichzeitig ausgecheckt haben. Eine Familie hatte so viele Kinder, dass ich mich nach ihrer Abfahrt umsehen musste, ob sie nicht eins vergessen haben. Hey, Noel! Sie lächelt. Ist Mr. Clayton irgendwo in der Nähe? Sie nickt und greift nach dem Telefonhörer, um ihm zu sagen, dass ich mit ihm sprechen möchte. Sie können! Doch bevor ich sein Büro betreten kann, kommt er mir bereits entgegen und deutet in Richtung Hotelbau. Mit Blick auf Glacier Point. Daher der Name des Resorts. Tut mir leid, ich war heute Morgen nicht da. Aber Sie wissen ja… Er sieht sich um, um sich zu vergewissern, dass wir allein sind. Warum wir verkaufen? Ich nicke. Es ist eine traurige Geschichte. Bei seiner Frau wurde Fibromyalgie diagnostiziert. Jetzt wollen Sie nach Arizona ziehen, weil Sie hoffen, dass das warme Klima Ihre Beschwerden lindern wird. Er meinte, das Leben sei zu kurz und eher zu alt. Wenn ein wärmeres Klima ihr helfen könne, würden Sie den Schritt wagen. Sie hatte keinen besonders guten Morgen, er winkt dem jungen Kellner zu, der uns am abgelegensten Tisch platziert. Das tut mir leid. Das Gute ist, dass wir vor Wintereinbruch weg sein werden. Ich habe bereits ein Haus mit Pool gefunden. Sie freut sich. Es gibt doch nichts Schöneres als die Frau, die man liebt, glücklich zu sehen. Wirkt wie ein Schnaps. Betäubt kurz die ganze Scheiße, die man am Hals hat. Ich lächle, obwohl ich nicht weiß, was er meint. Mac scheint ein guter Kerl zu sein. Ich mache es mir in der Sitzecke bequem. Die werden wir übrigens herausreißen, sobald das Hotel renoviert wird. Die nimmt viel zu viel Platz weg und die Instandhaltungskosten sind viel zu hoch. Er will etwas erreichen. Die älteren Gäste schüchtern ihn ein wenig ein, aber er ist stets höflich. Eine Kellnerin tritt an unseren Tisch. Sie ist kaum älter als 20. Blonder Pferdeschwanz, natürliches Make-up. Die Polyester-Uniformen faltenfrei. Polyester hat durchaus seine Vorteile, aber diese Uniformen müssen noch aus den 70ern stammen. Aber diese Uniformen müssen noch aus den 70ern stammen. Das ist Molly. Molly, das ist Wyatt Moore. Er wird der neue Manager sein. Aber fürs Erste fängt er ganz unten an, um die Firmenpolitik kennenzulernen. Sie lächelt mich an. Schön, Sie kennenzulernen. Ich reiche ihr die Hand und sie schüttelt sie vornehm. Ebenso. Ich nehme einen Kaffee, sagt Mr. Clayton. Ich nehme einen Jä... Nein, besser kein Alkohol. Irgendeine Diät-Limo. Sie nickt und verschwindet hinter der Bar. Anscheinend erzählt sie dem Barkeeper, wer ich bin, denn sie sieht zu mir herüber. Sie ist auch eine Nette. Sie hat ein einjähriges Kind. Leider war der Vater nur für ein Wochenende zum Fischen hier und ist seither nie wieder aufgetaucht. Sie ist also allein mit dem Baby. Und sie kommt trotzdem pünktlich zur Arbeit? Gibt es irgendwelche Probleme mit zu spät kommen oder Krankmeldungen? Unmut zeichnet sich kurz auf seinem Gesicht ab, doch er kaschiert es sofort. Nein, ihre Eltern helfen ihr, so gut es geht. Das ist gut. Molly serviert uns die Getränke. Möchten Sie auch etwas essen? Fragt sie. Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. Laut Mr. Clayton hat jeder eine Stunde Pause. Was absurd ist. Eine halbe Stunde reicht völlig. Gern. Bringen Sie mir einfach das beliebteste Gericht. Erwidere ich. Sie sieht Mr. Clayton fragend an. Bringen Sie ihm den Bison Burger mit den Curly Fries. Sie nickt lächelnd und berührt seine Schulter. Und für Sie, Mr. Clayton? Ich nehme eine Fischsuppe mit Austerncrackern. Sie kichert. Ich weiß. Ich merke, dass Molly Mr. Clayton um den Finger gewickelt hat. Notiz an mich selbst. Mollys Stempelzeiten kontrollieren. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Frage ich, als Molly weg ist. Nein, Lake Starlight ist für Sie bestimmt eine große Veränderung. Haben Sie sich schon ein wenig eingelebt? Ich denke darüber nach, wie meine Zeit hier bisher gewesen ist. Mir fällt nur Einnahme ein. Doch das behalte ich für mich. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Kennen Sie die Baileys? Er lächelt, gefolgt von einem Stirnrunzeln. Sie haben bestimmt schon die Neuigkeiten von Brooklyn Bailey gehört. Wirklich traurig. Jeff hat Sie immer mit Blumen und Süßigkeiten überrascht. Sein Blick fällt auf den glasklaren See vor dem Fenster. Dort hat er ihr den Antrag gemacht. Er deutet auf die Bogenbrücke. Als mir mein Vater Fotos vom Resort gezeigt hat, dachte ich sofort, dass man dort Hochzeitszeremonien abhalten könnte. Warum hier? Frage ich. Mr. Clayton legt den Kopf schief. Haben Sie sich schon die Mitarbeiterliste und Ihre Steckbriefe angesehen, die ich Ihnen geschickt habe? Ich habe damit angefangen, aber nach zwei Seiten wurde es mir zu langweilig. Ich muss nicht wissen, wer wie viele Kinder hat, wer seine Jugendliebe geheiratet hat und wer für gewöhnlich zur Weihnachtsfeier kommt. Ich muss nur wissen, ob Sie Ihren verdammten Job machen. Er kennt meine Antwort, ohne dass ich etwas sage. Brooklyn Bailey arbeitet für uns als Zimmermädchen. Nun ja, jetzt für Sie. Sie ist ein wirklich nettes Mädchen. Arbeitet seit dem College hier. Es hat mich überrascht, dass eine Bailey hier arbeiten will. Eigentlich sollte es nur vorübergehend sein, aber nachdem ihr Jeff den Heiratsantrag gemacht hat und er so technikaffin ist... Und schon wieder. Informationen, die mich nicht interessieren. Okay, vielleicht ein bisschen. Warum tun alle so, als hätten die Baileys blaues Blut? Er legt den Kopf schief. Sie müssen sich ein bisschen besser informieren, Wyatt. Am liebsten würde ich die Augen verdrehen, doch ich verkneife es mir. Die Baileys sind der größte Arbeitgeber der Stadt. Vor vielen Jahrzehnten sind sie hierher gekommen und haben Lake Starlight davor bewahrt, von der Landkarte zu verschwinden. Die Bailey Timber Corp hat die Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber seit ihre Eltern gestorben sind, blicken alle noch mehr zu ihnen auf. Das erklärt, warum neulich keine Eltern da waren. Sie sind vor neun, nein, zehn Jahren ums Leben gekommen. Diesen Winter jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Insgesamt sind sie zu neunt. Brooklyn ist die mittlere. Der älteste, Austin, ist danach zurückgekommen, um seine jüngeren Geschwister großzuziehen. Und die zweitälteste, Savannah, hat gemeinsam mit ihrer Großmutter Dory Bailey die Firma übernommen. Ganz Lake Starlight stand unter Schock. Alle kennen sie und wünschen sich, dass sie glücklich sind. Ich lehne mich zurück, nippe an meiner Limu und sehe mich um. Sie haben bestimmt mitbekommen, dass Brooklands Hochzeit ins Wasser gefallen ist. Jetzt ist sie für zwei Wochen in den Urlaub geflogen. In ihre Flitterwochen. Ich hoffe, die Gerüchte stimmen. Das Mädchen arbeitet so hart. Sie hat sich eine Auszeit wirklich verdient. Ich nicke, obwohl ich genau weiß, wo sie ist. Und zwar nicht am Strand. Es sei denn, sie hat inzwischen ihr Apartment mit Sand aufgeschüttet und steckt sich Schirmchen in ihre Drinks. Ich habe davon gehört. Unglaublich, wie klein sich diese Stadt anfühlt. Ja, nun ja. Die meisten Menschen hier verbringen ihr ganzes Leben in dieser Stadt. Er zuckt mit den Schultern. Molly serviert uns das Essen und stellt Ketchup, Mayo und Senf auf den Tisch, als wären wir hier in einem billigen Diner. Noch eine Notiz an mich selbst. Gibt es noch jemanden, über den Sie etwas wissen wollen? Fragt er. Wer hat die meisten Fehlzeiten? Frage ich und beiße in meinen Burger. Wieder verzieht er das Gesicht, fängt sich jedoch schnell. Wir haben ein Zimmermädchen, das ein paar Fehlzeiten hat, aber ich brauche nur ihren Namen. Ich nehme noch einen Schluck von meiner Limo. Seine Schultern sacken zusammen und er legt den Löffel neben seine Suppenschüssel. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Am liebsten würde ich Nein sagen. Dass seine Art, die Dinge zu handhaben, das Hotel ruiniert hat. Ich weiß nicht, ob es an der Gesundheit seiner Frau lag oder nicht, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Whitmore Hotels aus einem ganz bestimmten Grund so erfolgreich ist. Ich brauche seinen Rat also nicht. Aber natürlich. Ich bleibe immer so lange wie möglich höflich. Und ich will nicht, dass wir einen schlechten Start haben. Er kann mir gern einen Rat geben. Das heißt aber nicht, dass ich ihn annehmen muss. Lernen Sie die Mitarbeiter zuerst kennen. Behandeln Sie sie nicht wie Nummern. Sehen Sie sie als Menschen. Menschen wie Sie. Schließlich kochen wir alle nur mit Wasser. Mir entgeht nicht, dass er mich gerade beleidigt hat. Ich halte mich nicht für was Besseres, nur weil ich in einem reichen Elternhaus aufgewachsen bin. Ich denke nur, dass es Menschen mit einer guten und einer schlechten Arbeitsmoral gibt. Zu einem erfolgreichen Business gehört es nun mal dazu, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich tue niemandem einen Gefallen, wenn das Resort keinen Gewinn macht und wir es dann schließen müssen. Dann haben nämlich alle keinen Job mehr. Danke. Ich spüle den Rest des wirklich ausgezeichneten Burgers mit meiner Diätkohle herunter und wische mir den Mund an der Papierserviette ab. Ich werde darüber nachdenken. Nach meiner Schicht kann ich es kaum erwarten, gemütlichere Klamotten anzuziehen, die nicht aus Polyester bestehen. Ich schleppe mich die Treppen zu meinem Apartment hinauf, im Arm einen Stapel an Dokumenten, den mir Mr. Clayton am Ende noch in die Hand gedrückt hat. Es sind die Arbeitszeiten von jedem Mitarbeiter. Als ich das dritte Stockwerk erreiche, fällt mein Blick automatisch auf Brooklins Wohnungstür. Ich hatte sowieso nicht vor, mit ihr zu schlafen, doch jetzt, da ich weiß, dass sie meine Angestellte ist, ist das Thema komplett vom Tisch. Wie ein Psycho lausche ich kurz an ihrer Tür. Was denn? Ich tue nur das, was ich ihrer Großmutter versprochen habe. Doch hinter der Tür ist es still. Also überquere ich den Flur, gehe zu meiner eigenen Wohnungstür und hoffe, dass sie jetzt die Ruhe hat, die sie braucht. Ich tue nur das, was ich ihrer Großmutter versprochen habe. Neben meinem Bett piept das Handy. Es klebt die ganze Zeit förmlich an mir, falls meine Familie den Drang verspürt, mich anzurufen. Ich sehe die Flut an Nachrichten, die mir meine Freundin Regan am Tag des Weltuntergangs und danach geschrieben hat. Regan, ruf mich an. Regan, ich wusste, dass er ein Arschloch ist. Regan, ich hoffe, es geht dir gut. Regan, habe mit Juno gesprochen. Du weißt, dass ich für dich da bin, falls du mich brauchst. Regan, Juno sagt, du fliegst trotzdem in die Flitterwochen. Regan, viel Spaß und ruf an, sobald du zurück bist. Regan, ach du Scheiße, du solltest den neuen Pagen sehen. Verdammt! Regan, oh, ich habe gerade herausgefunden, dass er der Manager der protzigen Hotelkette ist, die uns aufgekauft hat. Regan, er muss alle Positionen durchlaufen. Regan, könnte sein, dass wir in der Kiste landen, wenn ich ihm zeige, wie man die Betten macht. Zwinkersmiley. Regan, ich vermisse dich. Regan, es ist so langweilig ohne dich. Regan, ruf mich sofort an. Regan, je mehr ich lese, desto größer wird mein schlechtes Gewissen, obwohl die letzten sechs Nachrichten innerhalb der letzten Minute kamen. Sie hat die Angewohnheit, ihre Gedanken alle einzeln zu schicken, statt in nur einem Text. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Die Dunkelheit ist mein Freund. Seit fünf Tagen habe ich Brooklyn weder gesehen noch gehört. Aus ihrem Apartment dringt kein einziges Geräusch. Ich habe kein einziges Mal die Tür gehört. Ich sollte besser nach ihr sehen. Mein Körper schmerzt vom Nichtstun. Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt möglich ist. Trotzdem zwinge ich mich dazu, nach meinem Handy zu greifen und meiner Familie Fotos von Sonnenuntergängen zu schicken, die ein anderer in seinen Flitterwochen gemacht hat. Juno antwortet mit einem Smiley und wie schön die Bilder doch seien. Savannah, hast du dir schon überlegt, was du machen willst, wenn du wieder da bist? Typisch Savannah. Sie will sicher gehen, dass ich einen Plan habe. Ich setze mich auf, überlege fünf Sekunden lang, ob ich aufstehen soll und lasse mich wieder fallen. Als es an meiner Tür klopft, fahre ich vor Schreck zusammen. Mit aufgerissenen Augen und stocksteif liege ich da und bewege keinen einzigen Muskel. Es klopft erneut. Ich klettere aus dem Bett, schleiche zur Tür und hoffe, dass mich wer auch immer vor meiner Tür steht, nicht hört. Genau in dem Moment, als ich durch den Spion spähe, klopft es schon wieder. »Brooklyn«, ruft eine tiefe Stimme. Zwei hellblaue Augen starren mir entgegen. »Ich habe dir eine Woche Zeit gegeben.« Ich weiche zurück. »Was interessiert es meinen neuen Nachbarn, wie es mir geht?« »Andererseits ist er der Einzige, der weiß, dass ich mich verstecke.« »Ich bin beschäftigt«, rufe ich. »Nein, bist du nicht.« Ich runzle die Stirn. »Woher willst du das wissen?« schreie ich und weiche noch weiter zurück. Ich bin von mir selbst überrascht. Eigentlich schreie ich nicht. Niemals. Naja, selten. »Weil es in deinem Apartment so still ist wie in einem Kloster.« Ich nähere mich der Tür wieder ein Stück. »Ich weiß deine Sorge sehr zu schätzen, aber es geht mir gut, danke.« Dann mache ich wieder einen Schritt zurück. »Ich habe dich nicht gefragt, wie es dir geht. Ich habe an deine Tür geklopft. Und in dieser Stadt gelten bestimmt dieselben Regeln wie überall sonst auf der Welt. Man öffnet die Tür und sagt Hallo. Netter Versuch mit dem Spion. Aber lass uns mal Klartext reden. Du musst vor mir keine Angst haben. Ich habe eine Narbe, die das beweist. Ich trete näher und greife nach dem Türknauf. Ich habe mich dafür entschuldigt. Und du hast auch gesagt, du würdest es wieder gut machen. Und jetzt ist dafür der richtige Zeitpunkt. Du hast gesagt, ich müsse es nicht wieder gut machen. Meine Stirn landet an der Tür. Verdammte Scheiße, mach einfach die Tür auf. Das letzte Mal musste ich mit 15 eine Frau so anbetteln, mit mir zu essen. Das Mädchen hatte mehr Diätvorschriften als meine 90-jährige Großmutter. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und Linse nochmal durch den Spion. Er steht nun weiter weg und hält eine braune Papiertüte in der Hand. Walk for you. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Aber ich sehe total scheiße aus, knurre ich. Ist mir egal. Orangenhühnchen? Um das herauszufinden, musst du die Tür öffnen. Du solltest froh sein, dass diese Stadt so klein ist und sie hier alles mit Fotos der Einwohner plakatieren. Was? Ich reiße die Tür auf. Wyatt's Blick wandert über meinen Körper. Als ich meine Strickjacke fester um mich wickle, sieht er mir in die Augen. Ich wusste nicht, dass du hier so etwas wie eine Berühmtheit bist. Er betritt mein Apartment, stellt die Tüte auf den Küchentisch und beginnt, eine Schublade nach der anderen zu öffnen. Buzzwheel? Haben Sie es herausgefunden? Fuck, wenn Buzzwheel weiß, dass ich nicht in die Flitterwochen geflogen bin, wird meine Familie gleich auf der Matte stehen. Buzzwheel? Fragend blickt er über die Schulter und nimmt zwei Gabeln aus der Besteckschublade. Du hast vor fünf Jahren bei Walk4U ein Wettessen gewonnen. Da gab's auch Orangenhühnchen. Die Anspannung fällt von mir ab. Endlich kann ich wieder atmen. Gott sei Dank. Für meine Geschwister habe ich gerade keine Nerven. Ach so, das war keine große Sache. Nun ja, das Foto mit dem Letzchen und dem verschmierten Mund hat auf jeden Fall verraten, dass du auf Orangenhühnchen stehst. Er schnappt sich die Tüte und geht ins Wohnzimmer. Komm. Danke fürs Essen, aber... Ich weiß, dass du vor fünf Jahren dein Eigengewicht an Orangenhühnchen vertilgt hast, aber ich bin noch in der Wachstumsphase. Ich muss essen. Du willst bleiben? Ich blinzle ein paar Mal. Er stellt die Essenstüte ab und nimmt zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank. Sieht aus, als bräuchtest du mehr zu essen, falls du dich noch weiter hier verstecken willst. Eine Weile starrt er in den Kühlschrank, bevor er zurück ins Wohnzimmer geht. Oh, und ich dachte, ein bisschen soziale Interaktion könnte nicht schaden. Aber keine Angst, ich bleibe nicht lange. Okay, dann sollte ich mich wenigstens ein wenig herrichten. Ich will gerade ins Badezimmer gehen, als er seinen langen Arm ausstreckt und mich am Handgelenk packt. Du musst was essen. Ich kann dich ja mit einem Atemzug umpusten. Ich blicke an mir herab. Kein BH, kein Slip, Schlafanzughose, Top mit übergroßem Sweatshirt darüber, Socken mit Hundemotiv. Peinlich, Brooklyn. Selbst den Nagellack der Pediküre, die ich vor der Hochzeit bekommen habe, habe ich abgenommen, nachdem ich beschlossen hatte, alles loszuwerden, was mich an die Hochzeit oder an Jeff erinnert. Jetzt müssen nur noch meine Schamhaare nachwachsen, damit ich wenigstens einen schmalen Streifen habe, statt komplett kahl zu sein. Dann bin ich wieder ganz ich selbst. Ich komme mir richtig dumm vor, so beschissen auszusehen, während er so perfekt ist. Es ist nicht so, als wollte ich ihn beeindrucken. Aber nach dem, was passiert ist, wäre es schön, noch ein wenig Ehre zu behalten. Komm schon, hör auf, dich zu wehren. Er nimmt die Essensboxen aus der Tüte und stellt sie auf den Couchtisch. Das Einzige, was mich an die Hochzeit erinnert, was ich nicht entsorgt habe, weil sich Holly so viel Mühe mit der Restauration gegeben hat. Okay, ich setze mich zu ihm. Willst du einen Teller? Er sieht mich aus dem Augenwinkel an. Chinesisch isst man nur von Tellern, wenn es sich um ein Geschäftstreffen handelt. Man muss es aus der Box essen. Ich beiße nicht. Versprochen. Er zwinkert. Mein Magen schlägt einen Purzelbaum. Ich lege die Hand auf meinen Bauch. Wir schlagen keine Purzelbäume, nur weil ein charismatischer Mann neben uns sitzt. Wir hassen Männer, schon vergessen? Wyatt schaltet den Fernseher ein und klickt sich durch die Kanäle. Da es deine Wohnung ist, darfst du entscheiden. Ich dachte, du bleibst nicht lange. Er lächelt. Dafür, dass du sonst immer so höflich bist, fühle ich mich gerade ein wenig beleidigt. Ich bringe die Orangenhühnchen mit, ich hole das Besteck und die Getränke und du tust, als könntest du mich nicht ausstehen. Er neckt mich, strahlt mich an mit seinem breiten Grinsen und für einen kurzen Moment rücken meine Probleme in den Hintergrund. Na schön. Ich schnappe mir die Fernbedienung. Wenn du unbedingt bleiben willst, dann werde ich dich eben quälen. Ich seppe durch ein paar Kanäle, bis ich bei Sex in the City hängen bleibe. Er greift nach der Fernbedienung. Einspruch. Du kannst keinen Einspruch einlegen. Ich will ihm die Fernbedienung wegnehmen, doch er hält sie hoch über seinen Kopf. Das ist unfair. Du bist viel größer als ich. Erstens darf jeder mindestens einmal ein Veto einlegen. Ich werde nicht hier sitzen und mir mit dir eine Serie ansehen, in der es darum geht, dass Frauen die Liebe ihres Lebens finden. Du hast keine Ahnung, worum es bei Sex in the City wirklich geht. Es geht um weibliche Emanzipation und die Beziehung, die man zu sich selbst und anderen Frauen hat. Ich lehne mich zurück, überrascht, dass ich so impulsiv reagiert habe. Du bist viel frecher als ich dachte. Ich bin... Er legt die Hand auf meinen Mund. Das war ein Kompliment. Oh. Dann senkt er die Hand und wechselt den Kanal. Ganz egal, ob es um weibliche Emanzipation geht oder nicht. Alles dreht sich um Beziehungen. Lass uns lieber Paradise Lost ansehen. Auf keinen Fall! Auf dem Bildschirm erscheinen die Fahndungsfotos von drei Männern. Es ist True Crime. Er drückt auf Play, öffnet das Orangenhühnchen, steckt eine Gabel hinein und reicht mir die Box. Bekommst du schnell Angst? Nein. Ich klinge nicht gerade überzeugend, aber es stimmt. Eigentlich habe ich nie Angst. Doch jetzt fürchte ich mich vor jedem Mann, für den ich Gefühle entwickeln könnte. Ich habe Angst, dass mich mein innerer Kompass erneut zu einer Schlange führt. Super. Dann iss dein Hühnchen und mach's dir bequem. Es ist eine dreiteilige Serie. So lange willst du bleiben? Hast du was Besseres vor? Wie ein Kleinkind strecke ich ihm die Zunge heraus, spieße ein Stück Hühnchen auf und wünsche mir, es wäre Jeffs Schwanz. Anscheinend habe ich die Wutphase noch nicht überwunden. Ich sollte euch besser sagen, dass Brooklyn doch leicht Angst bekommt. Warum ich mich für eine True Crime Serie mit drei Irren entschieden habe? Weil ich meine Schwester Haley schon oft genug getröstet habe, um zu wissen, dass etwas, das auch nur annähernd mit Liebe zu tun hat, bei Herzschmerz definitiv nicht das Richtige ist. Jetzt sehe ich herunter auf ihren Kopf auf meiner Schulter und frage mich, ob irgendein kranker Teil in mir sie will. Sie leidet. Und ich kann nur daran denken, dass sich ihre linke Brust gegen meinen Arm drückt und ihre Lippen so nah sind, dass ich sie einfach küssen könnte. Ich blinzle ein paar Mal. Ich muss verdammt nochmal hier raus, bevor ich noch etwas tue, das ich später bereuen werde. Sonst hasst sie am Ende mich statt ihren Ex-Verlobten. Ich mogle mich unter ihr hervor, lege ihren Kopf auf das Kissen und decke sie zu. Dann schließe ich die Essensboxen und stelle sie in den Kühlschrank. Bevor ich gehe, sehe ich noch einmal nach ihr. Sie schläft tief und fest, die Hände unter ihre Wange geschoben. Zu schade. Wir hätten wirklich gut zusammengepasst, denn keine andere Frau, die ich kenne, würde sich dazu überreden lassen, ohne Teller zu essen und eine True-Crime-Serie anzusehen. Aber ihr Herz ist gebrochen. Außerdem bin ich ihr Boss und sowieso nicht lange in Lake Starlight. Drei Strikes und ich bin raus. Ich öffne die Tür, drehe das Schloss am Knauf und ziehe sie vorsichtig hinter mir zu. Was zum Teufel? Ich wirbele herum und pralle mit dem Rücken gegen die Tür. Fuck. Ist das Rome oder Denver? Scheiße. Ich will es gar nicht wissen. Er schüttelt den Kopf und sieht die Blondine an, die an seinem Arm hängt. Ich bin ziemlich sicher, dass es Rome ist. Brooklyn hat mich gebeten, ihre Pflanzen zu gießen. So lässig wie möglich blockiere ich die Tür, damit er nicht misstrauisch wird. Brooklyn immer mit ihren dummen Kräutern. Rome hält einen Schlüssel in die Höhe. Du solltest mal ihren Garten bei uns zu Hause sehen. Wenigstens ist meine Lüge nicht ganz so abwegig. Was machst du hier? Frage ich. Wieder wirft er der Blondine einen Blick zu. Wonach sieht es denn aus? Da Brooklyn sowieso nicht da ist, kann ich auch ihr Apartment benutzen. Er zuckt mit den Schultern. Wie bist du an den Schlüssel gekommen? Okay, Sherlock Holmes, aus dem Weg. Er wedelt mit der Hand und kommt immer näher. Doch ich rühre mich nicht vom Fleck. Nein, ich meine, sie hat Ungeziefer in der Wohnung. Ich geht's, quietscht die Blondine. Rome atmet tief ein und starrt mich an, als wollte er mir den Kopf abreißen. Gerade als ich denke, sie würden gehen, wendet er sich an die Blondine. Warte kurz hier. Dann küsst er ihre Wange und flüstert ihr etwas ins Ohr, das sie zum Lachen und aus der Balance bringt. Wieder gibt er mir mit einer Hand Bewegung zu verstehen, dass ich weggehen soll. Mir bleibt keine andere Wahl. Tut mir leid, Brooklyn. Wie bist du an den Schlüssel gekommen? Frage ich erneut. Seine Augen funkeln teuflisch. Ich kenne Mittel und Wege. Die Frau macht ein zustimmendes Geräusch. Joel meinte, man solle besser nicht reingehen. Dass es ganz schlimm sei, sage ich im letzten Versuch, ihn zum Gehen zu bewegen. Er funkelt mich böse an und öffnet die Tür. Du warst doch eben selbst drin. Dann betritt er das Apartment und wirft einen kurzen Blick in die Küche, bevor er ins Wohnzimmer geht. Vom Türrahmen aus beobachte ich, wie seine Schultern zusammensacken und er die Augen schließt, als er seine Schwester auf dem Sofa entdeckt. Hayley und ich stehen uns ziemlich nah. Ja, sie ist ein bisschen mehr High Society als ich, aber wäre ich an Romes Stelle, würde ich ein Fahndungsfoto von dem Mistkerl aufhängen. Obwohl ich ihn nicht kenne, sehe ich ihm an, dass es ihn schmerzt, seine Schwester so zu sehen. Sein Herz ist gebrochen, weil ihres gebrochen ist. Er sieht mich an, deutet auf den Flur und geht an mir vorbei. Wieder schließe ich das Schloss von innen und drehe mich zu ihm. Doch Rome richtet seine Aufmerksamkeit zuerst auf die Frau. Sorry, Babe. Ein andermal. Es ist was dazwischengekommen. Aber du hast gesagt... Er legt die Hand an ihre Hüfte. Ich sehe weg, denn ich habe keine Lust, den Gaffer zu spielen. Sorry. Schnaubend wendet sie sich ab und geht in Richtung Treppe. Rome beißt sich in die Faust, während er beobachtet, wie sie verschwindet. Als sie weg ist, schnippt er mit den Fingern und deutet auf meine Apartment-Tür. Ich will jetzt nicht mit ihm diskutieren. Wahrscheinlich denkt er sowieso schon schlecht von mir. Ich habe mich aus der Wohnung seiner todtraurigen Schwester geschlichen, und er weiß, dass ich ihn belogen habe. Was geht hier vor? bricht es aus Rome heraus, als ich meine Tür zugezogen habe. Er verschränkt die Arme vor der Brust und presst die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich wollte nur sicher gehen, dass sie etwas isst. Ich wollte sie nur ein wenig ablenken. Er schnaubt. Erzähl mir keinen Scheiß. Ich bin auch ein heißblütiger Kerl. Beschwichtigend hebe ich die Hände. Wie ich schon sagte. Du siehst das völlig falsch. Dann erleuchte mich. Denn im Moment sehe ich nur einen Drecksack, der meine Schwester ausnutzt, nachdem mir gerade das Herz gebrochen wurde. Ich gehe zum Kühlschrank, nehme mir ein Bier und biete Rome ebenfalls eines an. Doch er schüttelt den Kopf. Ich habe sie letzte Woche völlig fertig vor dem Haus gefunden. Sie hat geweint. War vollkommen am Boden zerstört. Eigentlich sollte sie gerade auf Hawaii sein. Sie schickt meinen Schwestern dauernd Nachrichten. Er hat sich noch kein Stück bewegt. Die Arme hat er immer noch vor der Brust verschränkt. Seine angespannten Muskeln verraten mir, was mich erwartet, falls er tatsächlich beschließen sollte, mir eine reinzuhauen. Sie hat gelogen. Sie ist die ganze Zeit hier gewesen. Sie meinte, sie brauche die zwei Wochen für sich allein. Ich nehme einen Schluck von meinem Bier. Kopfschüttelnd schiebt er die Hände in die Hosentaschen. Verdammte Scheiße. Warum hat sie uns nichts davon gesagt? Ich erwidere nichts, denn wären unsere Rollen vertauscht, wäre mir die Meinung eines Curls, der meine Schwester kein bisschen kennt, scheißegal. Warum ist sie nicht in die Flitterwochen geflogen? Weißt du das? Seine Augen verengen sich zu schlitzen. Fuck. Da ich selbst eine Schwester habe, weiß ich genau, wie Rome reagieren wird, wenn ich es ihm sage. Er ist in die Flitterwochen geflogen, hat ihr Ticket storniert und... Wie bin ich nur in dieses Familiendrama hineingeraten? Was? Rome macht einen Schritt nach vorn, die Augen immer noch verengt. Er hat eine andere Frau mitgenommen, hat Brooklyns Ticket eingetauscht. Rome fällt die Kinnlade herunter. Okay, das ist nicht allzu schlimm. Ich dachte, Joel würde meine Kaution wegen Löchern in den Wänden und zerbrochenem Glas einbehalten. Dieser Hurensauen, flüstert er. Je länger Schweigen mein Apartment erfüllt, desto röter wird sein Gesicht, die Hände zu Fäusten geballt. Los! Er stapft zur Wohnungstür. Äh, wohin? In Sluckys! Hör zu, ich hätte es dir nicht sagen sollen. Bitte sag ihr nicht, dass ich es dir erzählt habe. Er nimmt meine Jacke vom Haken und wirft sie mir zu. Du meinst, weil ich wahrscheinlich in den Knast komme, wenn ich nach Hawaii fliege, um ihn windelweich zu prügeln? Jetzt bloß nichts überstürzen. Überstürzen? Schnaubend verlässt er mein Apartment und tritt hinaus auf den Flur. Ich schließe ab und folge ihm die Treppe hinunter. Keine Sorge! Ich behalte so viele Familiengeheimnisse für mich. Verdammt, ich wusste lange vor allen anderen, dass Austin Holly vögelt. Wir nehmen immer zwei Stufen auf einmal. Unten angekommen, stößt er die Haustür auf. Ich folge ihm den Weg hinab zum Parkplatz. Hast du eine Schwester? fragt er und steigt in seinen Ford Bronco. Ja. Während er den Rückwärtsgang reinhaut, schnalle ich mich lieber an. Dann weißt du ja, dass ich gerade koche vor Wut. Mit quietschenden Reifen verlassen wir den Parkplatz, während The Phoenix von Fallout Boy aus den Lautsprechern dröhnt. Er hat einen guten Musikgeschmack. Ich weiß zwar nicht, ob das gerade der richtige Song ist, doch das werde ich ihm auf keinen Fall sagen. Das kann ich mir vorstellen. Würde Bradley Haley am Altar stehen lassen, wüsste ich nicht, was ich machen würde. Dank Roams rasantem Fahrstil sind wir in Nullkomma nichts bei Luckys. Roam scheint eine Mission zu haben. Ohne auf mich zu warten, knallt er die Wagentür zu und stapft in die Bar. Was zum Teufel habe ich mir bloß eingebrockt. Ich gehe Roam hinterher. Genau so habe ich mir eine Bar in Alaska vorgestellt. Alles ist holzvertäfelt. Aber es ist gemütlicher als die Clubs in New York. Er unterhält sich mit seinem Zwilling Denver und noch einem Typen, der an einem der Tische sitzt, und winkt mich zu sich. Dann hebt er die Hand und zeigt dem Barkeeper zwei Finger. Das ist Wyatt, stellt er mich den anderen beiden vor. Denver streckt mir die Hand entgegen. Jima, die ist schwarm! Sein Händedruck ist so fest, wie ich erwartet habe. Ich nehme die Stichelei hin. Ich hoffe nur, er wird es verkraften, wenn ich mich irgendwann räche. Gott sei Dank, die Ablösung! Der größere Kerl mit den vielen Tattoos und dem ungepflegten Bart streckt mir seine Hand hin. Liam! Ich schüttle sie. Roam setzt sich, also nehme ich ebenfalls Platz. Nur ein paar Sekunden später serviert uns der Kellner jeweils ein Bier. Danke, Nate! Gern geschehen. Er nickt und geht zurück hinter die Bar. Ich dachte, du wärst mit Sascha oder Cindy oder wie auch immer die heißt unterwegs. Grinsend nimmt Denver einen Schluck von seinem Bier. War ich auch. Und dann ist dir aufgefallen, dass du sie mit in dein Elternhaus nehmen musst, mit Austin und Holly am anderen Ende des Flurs. Liam fängt an zu lachen, und Denver stimmt mit ein. Nein, du Idiot! Ich bin zu Brooklyn gegangen! Denver legt den Kopf schief. Du hast ihrem Vermieter einen Schlüssel abgelockst? Grinsend führt Roam die Bierflasche an den Mund. Anscheinend teilen sich Zwillinge tatsächlich ein Gehirn. Ich hab dir gesagt, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, sagt Liam. Verdammt, ich hab dir sogar angeboten, bei mir einzuziehen! Ja, denn er sitzt wie ein Vorstadt-Dad in seinem Haus mit vier Schlafzimmern, erwidert Denver und schlägt Liam lachend auf die Schulter. Liam funkelt seinen Kumpel böse an. Ich habe das Gefühl, durch ein Fenster in ihr Leben zu spähen. Ein Leben, das nicht das Geringste mit meinem zu tun hat. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich beneide sie ein wenig um ihre Freundschaft. Es ist nicht so, als hätte ich in New York keine Freunde. Natürlich habe ich Freunde. Aber das, was diese Jungs haben, ist anders. Echter. Danke für das Angebot. Schon gut. Roam nimmt einen Schluck von seinem Bier. Jedenfalls, ihr werdet nicht glauben, was mir der gute alte Wyatt erzählt hat. Denver muss anhand seines Tonfalls merken, dass es ernst ist, denn er stellt alle vier Stuhlbeine auf den Boden und lehnt sich nach vorn. Liam tut es ihm gleich. Die lockere Atmosphäre verschwindet, als wäre gerade ein Sturm durch die Bar gefegt und hätte sie mit sich gerissen. Jeff ist in ihre Flitterwochen geflogen. Denver schlägt mit der Faust auf den Tisch. Mit einer anderen Frau! Denver hebt die Bierflasche, als wollte er sie durch den Raum feuern, doch Liam packt ihn rechtzeitig am Handgelenk. Ich weiß, ich weiß! Roam winkt ab. Wir müssen es klug angehen! Er lehnt sich nach vorn und senkt die Stimme. Er wird noch eine Woche auf Hawaii sein, worüber er lieber froh sein sollte. Wäre er jetzt hier, würden wir ihn wahrscheinlich umlegen. Ich lehne mich zurück, denn ich will kein Teil dieser Unterhaltung sein. Schon schlimm genug, dass ich unter falschem Namen in der Stadt bin. Dann muss ich nicht noch Aufmerksamkeit erregen, was definitiv der Fall wäre, wenn man mich verhaften würde. Das stimmt, erwidert Denver und stößt mit Roam an. Während die drei Rachepläne schmieden, sitze ich da und habe das Gefühl, in einem Gangsterfilm gelandet zu sein. Und obwohl ich darüber nachdenke, wie ich dieser Situation entkommen kann, frage ich mich, ob ich wirklich entkommen will. Ich weiß nicht, ob es an den Sonnenstrahlen liegt oder daran, dass ich gestern, dank Wyatt, endlich etwas Richtiges gegessen habe, aber heute Morgen bin ich nicht mehr ganz so deprimiert und habe ein bisschen mehr Energie. Ich zücke mein Handy und wähle Regans Nummer. Es wird Zeit, dass ich mal wieder mit meiner besten Freundin telefoniere. Schon nach dem ersten Klingeln geht sie ran. Okay, wir müssen uns dringend darüber unterhalten, welchen Stellenwert ich in deinem Leben habe. Mir entweicht ein trauriges Kichern. Bist du bei der Arbeit? Nein, ich bin im Pflegeheim. Mom wird langsam aggressiv. Ich setze mich aufs Sofa. Das tut mir leid. Ich weiß, ich hoffe nur, dass ich nicht gefeuert werde. Mr. Clayton hatte immer Verständnis, aber er ist aus Lake Starlight und kennt Mom. Der neue Kerl scheint strenger zu sein, obwohl er so süß ist, dass ich ihn direkt vernaschen könnte. Ständig macht er sich auf seinem Handy Notizen. Ich glaube, jeder hat Verständnis für das, was du gerade durchmachst. Zumindest jeder aus Lake Starlight. Als bei Regans Mom eine frühe Demenz diagnostiziert wurde, waren alle erschüttert. Regan musste sie schließlich ins Pflegeheim geben. Doch ihre Mom muss sich immer noch an die neue Umgebung gewöhnen. Regan fährt ständig hin, was bedeutet, dass sie bei der Arbeit viele Fehlzeiten hat. Wir Kollegen versuchen, so gut es geht für sie einzuspringen, aber mit einem neuen Chef wird das vielleicht nicht mehr möglich sein. Naja, wir werden sehen. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Mit den ganzen Fehlzeiten komme ich sowieso kaum über die Runden. Schweigen erfüllt die Leitung. Wie immer, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ich wünschte, ich könnte einen Zaubertrank brauen, der die ganze Situation in Ordnung bringt. Ich bin immer für sie da, wenn sie mich braucht. Aber ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, was sie gerade durchmacht. Doch irgendwie schon. Nach einem Schneemobilunfall waren meine Eltern von einem Tag auf den nächsten nicht mehr da. Ich tue das, was jede gute Freundin tun würde. Ich reinige Regans Zimmer und stecke ihr ein wenig Geld in die Handtasche, wenn sie nicht hinsieht. Aber jetzt zu dir. Es tut mir so leid, Brooke. Ich dachte wirklich, Jeff wäre der Richtige. Ich muss lachen. Nein, dachtest du nicht. Sie widerspricht nicht. Wir kennen beide die Wahrheit. Wenn ich genauer darüber nachdenke, stelle ich fest, dass ihn keiner sonderlich mochte. Es tut mir trotzdem leid, dass er dir das angetan hat. Und nur damit du es weißt, deine Familie ist wie der Geheimdienst. Sie haben mich nicht zu dir durchgelassen. Ich lehne mich nach vorn und sammle getrocknete Reiskörner vom Couchtisch auf. Zum ersten Mal seit einer Woche muss ich nicht nur an Jeff denken. Wyatt scheint ein wirklich netter Kerl zu sein. Ich meine, er kennt mich nicht mal und hat mir trotzdem was zu essen gebracht, weil er sich Sorgen gemacht hat. Hallo? Sorry. Ich schüttle den Gedanken an seine starke Schulter an meiner Wange ab. Du wurdest erst vor einer Woche abserviert. Das Letzte, was du jetzt brauchst, ist ein neuer Kerl. Was hast du gesagt? frage ich. Nichts. Fast hätte ich Colton in den Bauch geboxt, weil er mir nicht sagen wollte, was los ist. Aber Pater Steve hat uns unterbrochen. Das war wahrscheinlich besser so. Sie lacht. Zumindest für Colton. Es war nicht seine Schuld. Ich bin sicher, Savannah hat jedem erklärt, welchen Job er zu erledigen hat. Ich rede nicht weiter, denn ich habe keine Lust, noch länger über das Thema zu sprechen. Ich will den Vorfall einfach vergessen. Wie ist es auf der Arbeit? Irgendwie vermisse ich es. Du bist verrückt. Ist okay. Wie ich schon sagte, der Pager aka Manager ist eine Augenweide. Doch abgesehen davon gibt es nichts Neues. Oh, doch, eine Sache. Was denn? Sie atmet tief durch, als müsste sie all ihre Energie aufbringen, es mir zu sagen. Devin hat gefragt, ob ich mit ihm ausgehe. Das ist doch großartig. Warum klingst du so, als wäre deine Katze gestorben? Ich ziehe die Stirn kraus. Weil sein Timing nicht schlechter sein könnte. Hallo? Meine Mom hat Demenz und bedroht die Krankenschwestern jeden Tag mit einem Kamm, den sie für ein Klappmesser hält. Ich habe kaum genug Geld, um mir Cornflakes kaufen zu können. Falls er mich flachlegen will, habe ich nicht mal sexy Unterwäsche. Das ist jetzt aber übertrieben, erwidere ich und muss unweigerlich grinsen. Regan hat etwas ganz Besonderes an sich. Selbst an den schlimmsten Tagen schafft sie es, einen zum Lachen zu bringen. Trotzdem, für eine Beziehung fehlt mir im Moment die Energie. Allein der Gedanke, mich hübsch anzuziehen, erschöpft mich. Und ich habe keinen Nerv dafür, seine ganzen kryptischen Bemerkungen zu entziffern. Es wäre aber eine gute Ablenkung, sie seufzt. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Was hast du ihm gesagt? Mein Gott, es fühlt sich so gut an, mal nicht über meine Probleme zu sprechen. Danke, Regan. Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nachdenken werde. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, er habe noch den Rest seines Lebens Zeit. Lächelnd sehe ich hinaus auf den See. Wie? Süß. Eigentlich stehe ich nicht auf solche Sprüche, aber ich glaube, er hat es ernst gemeint. Er hatte ganz rote Wangen. Natürlich hat er es ernst gemeint. Aber jetzt lenkst du schon wieder von dir ab. Ich will über dich sprechen. Ich stehe auf und trete hinaus auf den Balkon. Die frische Luft in meiner Lunge fühlt sich großartig an, nachdem ich eine ganze Woche in meinem stickigen Apartment verbracht habe. Es wird besser. Er ist mit einer anderen Frau in unsere Flitterwochen geflogen. Aber ich will nicht mehr darüber reden. Ich will ihn einfach vergessen und mein Leben weiterleben. Es bringt nichts, sich die ganze Zeit den Kopf darüber zu zerbrechen. Trauern ist wichtig, Brooke. Regan, kann ich es bestimmt erzählen. Ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis. Ich habe mich eine Woche lang in meiner Wohnung verschanzt. Ich habe genug getrauert. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich wäre mit Wein und Fastfood vorbeigekommen. Mein Nachbar ist der Einzige, der es wusste. Ich habe total vergessen, dass du umgezogen bist. Und bleibst du dort wohnen? Ja, ich komme nicht aus dem Vertrag raus. Selbst Seth hat es versucht und ist gescheitert. Wow! Und wie willst du dir das leisten? Es sollte mich nicht wundern, dass sie fragt. Schließlich verdienen wir das Gleiche. Das Apartment ist ganz schön teuer, weil es direkt am See liegt und frisch renoviert wurde. Ich weiß noch nicht. Ich habe überlegt, meine ätherischen Öle zu verkaufen. Als Nebenverdienst. Oh mein Gott! Das erinnert mich an etwas. Da war mal diese Frau, die sich ins Penthouse eingemietet hatte. Wir haben Wetten abgeschlossen, wer sie ist. Meg war sicher, dass sie ein Promi ist. Neil meinte, er habe sie mal in einer Reality-Show gesehen. Jedenfalls hat sie jeden gefragt, wer das Lavendelöl gemacht habe, das in ihrem Zimmer stand. Sie meinte, sie habe noch nie so gut geschlafen. Das ist aber schön. Schön, Brooklyn. Du denkst darüber nach, eine Firma zu gründen und da ist diese superreiche Dame, die total auf deine Sachen abfährt. Du solltest den Stier bei den Hörnern packen. Oder wie auch immer das heißt. Alle sind verrückt nach deinem Zeug. Mit deinem Teebaum-Schuh-Deo hast du Meg sehr geholfen. Und als du mir letzten Monat das Orangenöl gegen meine Krämpfe gegeben hast, ist es viel besser geworden. Mein Blick fällt auf den Schrank, in dem ich meinen Kram verstauen musste, weil Jeff meinte, es seien keine Alltagsgegenstände. Er hat es gehasst, in den Garten hinter meinem Elternhaus zu gehen, wo ich Lavendel und Kamille angepflanzt habe. Ständig hatte sich über die Insekten und den Geruch der Pflanzen beschwert. Ich finde es eine großartige Idee. Los Mädchen, wage den Schritt. Meinst du? Frage ich. Die meisten denken, ich hätte Geld. Nur weil ich eine Bailey bin. Aber das stimmt nicht. Ja, wir haben alle Geld fürs College bekommen. Aber Austin und Savannah würden mich finanziell nicht unterstützen, falls ich scheitern würde. Klar, mein Elternhaus steht mir immer offen. Aber ich bin jetzt 26. Ich muss mir eine Zukunft aufbauen. Bei deinem Talent auf jeden Fall. Manchmal muss man so eine Chance einfach ergreifen. Im Hintergrund höre ich eine Frau schreien. Sorry, Brooke. Mom ist gerade aufgewacht. Ich rufe die später nochmal an. Dann ist die Leitung tot. Es tut mir wirklich leid, was Regan gerade durchmachen muss. Ich sollte ihr anbieten, einzuspringen, falls etwas mit ihrer Mom ist, und sie davon überzeugen, sich mit Devin zu treffen. Sie braucht es, um bei klarem Verstand zu bleiben. Außerdem mag er sie schon so lange. Er wird ihr guttun. Ich gehe wieder rein und öffne den Schrank. Ganz unten, hinter den Jacken, steht eine Kiste mit der Aufschrift Brooklands Öle. Hier habe ich nicht aufgeräumt, als ich Jeff aus meinem Leben verbannt habe. Auf der Kleiderstange hängen sein Parka und seine Skiausrüstung, seine Stiefel, Mützen und Handschuhe. Ich schiebe die Sachen beiseite, setze mich auf den Fußboden und ziehe die Schachtel hervor. Als ich sie öffne, strömt mir ein Duft entgegen, der mich sofort zum Lächeln bringt. Darin war ich schon immer gut. Mixturen zu kreieren, die den Menschen helfen sollen. Da fällt mir wieder ein, was Wyatt gestern Abend für mich getan hat. Ich muss mich noch bei ihm bedanken. Und ich weiß auch schon, wie. Endlich bin ich diese verdammte Pagenuniform losgeworden. Nicht, dass die Housekeepinguniform so viel besser wäre, vor allem da sie aus dem gleichen Material ist wie die andere. Mein neues Leben besteht förmlich aus Polyester. Ich muss jedoch zugeben, dass es ein wirklich robustes Material ist. Als ich vor zwei Tagen mit Kaffee überschüttet wurde, musste ich nicht lange schrubben. Mein Handy klingelt über Bluetooth. Es ist meine Mom. Ich sollte also besser rangehen. Hey Mom. Zwei Wochen und kein Anruf. Ich musste dir auf Instagram folgen, nachdem mir Hayley erzählt hat, wie schön Alaska sei. Immer so dramatisch. Na ja, ich arbeite. Außerdem willst du dich in letzter Zeit nur über meine zukünftige unterhalten, die es niemals geben wird. Ich fahre die Main Street hinab und entdecke Liam, der vor einem der Läden ein Schild aufhängt. Smokin' Guns muss wohl sein Tattoo-Studio sein. Natürlich hat er ein Tattoo-Studio. Das sollte mich nicht überraschen. Ich will nur sicher gehen, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich. Nein, bist du nicht. Eine Mutter weiß so etwas. Und sie wundert sich, warum ich sie nicht anrufe. Und sonst so, frage ich. Geht's Hayley gut? Nur noch vier Monate bis zur Hochzeit. Langsam wird es stressig. Blumen, Kuchen, Testessen, Anprobe. Alle freuen sich. Außer deinem Dad. Der meckert nur übers Geld. Sie lacht nervös. Weil 20.000 Dollar für Blumen, die am nächsten Tag verwelkt sind, einfach verrückt sind. Super. Sie hat mich auf Lautsprecher gestellt. Hey, Dad. Ich hoffe, du sprichst nicht so mit den Gästen. Hey, solltest du aus deinem Wortschatz streichen. Ich höre das Geräusch von Eiswürfeln, die in ein Glas fallen. Manchmal vergesse ich immer noch die Zeitverschiebung. Hayley verdient nur das Beste. Der liebliche Tonfall meiner Mutter verrät mir, dass sie sich sehr oft darüber streiten. Wie läuft's in Alaska? Fragt mein Dad. Du musst mir noch die Zahlen schicken. Mehr klirrendes Eis. Bald, erwidere ich. Bradley's Eltern wollen so viele Gäste einladen. Aber ich schätze, das ist das, was man bekommt, wenn die Tochter einen angehenden Kongressabgeordneten heiratet. Wie immer versucht meine Mutter, vom Thema Arbeit abzulenken. Stimmt wohl, antworte ich. Lustigerweise waren Bradley und ich in der Highschool die besten Freunde. Wahrscheinlich ist er immer noch mein bester Freund. Aber jetzt, da er so viele Politikerfreunde hat, spiele ich nur noch die zweite Geige. Um ehrlich zu sein, wir haben uns auseinandergelebt. Vielleicht sollte seine Familie mal die Brieftasche öffnen. Ist doch keine große Sache. Doch ist es. Deine Tochter heiratet. Was uns wieder zum eigentlichen Thema bringt. Wyatt, weißt du schon, wen du mitbringst? Ich verdrehe die Augen. Mom, ich fahre auf den Parkplatz meines Gebäudekomplexes. Ich frage ja nur. Ich will dich überhaupt nicht ausspionieren. Doch, genau das willst du, Mom. Wenn er wüsste, was gut für ihn ist, würde er Veronica Adley fragen, knurrt mein Dad. Ich atme genervt aus. Das habe ich gehört, bemerkt er. Sie würde perfekt zu dir passen. Jetzt reicht's aber, Abe. Er sollte sich seine Frau selbst aussuchen. Frau? Fast verschlucke ich mich an meiner eigenen Spucke. Jetzt mach mal halblang. Veronica ist nett. Verglichen mit einem Puma. Es ist eine typische Geschichte. Unsere Väter sind befreundet. Nun ja, so befreundet wie zwei Alpha-Männchen nun mal sein können. Ich habe sie zu ihrem Debutantinnenball begleitet. Doch als sie ausgerastet ist, nachdem der Kellner einen Tropfen Champagner auf ihrem Kleid verschüttet hatte, war's das für mich. Na schön. Wie läuft's mit dem Hotel? Das Foto vom See, das du auf Instagram gepostet hast, war wundervoll, Schätzchen, bemerkt meine Mutter voller Sehnsucht in der Stimme. Die Tatsache, dass mich meine Mom auf Instagram stalkt, finde ich so beunruhigend, dass ich überhaupt nichts mehr posten will. Du hast Zeit, um auf Instagram abzuhängen, aber nicht, um mir die Zahlen zu besorgen? Fragt mein Dad. Ich wünschte, sie würde endlich den Lautsprecher ausschalten. Es ist alles gut. Ein paar Dinge werden sich definitiv ändern müssen. Der vorherige Besitzer hat sich von seinen Mitarbeitern alles gefallen lassen. Ich parke und bleibe im Auto sitzen, den Blick auf ein Apartment gerichtet, das mich überhaupt nichts angeht. Ihre Jalousien sind offen. Das sollte mich nicht glücklich machen. Tut es aber. Es ist eben eine Kleinstadt. Da stehen sich Arbeitgeber und Nehmer näher, erklärt meine Mom. Mein Dad lacht leise. Deshalb kümmert sich deine Mom nur um wohltätige Zwecke und leitet kein Millionenbusiness. Kurz ist es still in der Leitung. Meine Mutter erwidert nichts. Keine Ahnung, warum sie sich nicht wehrt, wenn er sie so beleidigt. Doch ich bin froh, dass ich die Pause nutzen kann, um das Gespräch zu beenden. Okay. Ich muss los. Hab euch lieb. Ich lege auf und bin erleichtert, dieser Unterhaltung endlich zu entkommen. Meine Mom versteht es sicher. Ich schalte den Motor aus und gehe zur Haustür. Während ich den Weg in den dritten Stock antrete, der mir jeden Tag ein bisschen leichter fällt, lasse ich den Tag Revue passieren. Ich muss dringend eine To-Do-Liste schreiben. In vier Monaten muss ich meinem Dad einen Bericht vorlegen. Vielleicht sogar schon früher. Im dritten Stock angekommen, fällt mein Blick wieder auf Brooklins Wohnungstür. Doch ich schüttle den Kopf. Ich bin schon gestern einfach hereingeplatzt. Es führt zu nichts Gutem, wenn ich es heute wieder mache. Vor meiner Tür steht ein Korb mit kleinen Glasflaschen und einer großen Plastikflasche. Ich greife danach und entdecke eine Notiz, die zwischen zwei kleinen Flaschen steckt. Ich öffne die Karte. Die schöne Mädchenhandschrift verrät mir, dass das Geschenk nur von einer Person sein kann. Es sei denn, ich habe eine heimliche Verehrerin. Wyatt, vielen Dank für das Essen und deine Gesellschaft gestern Abend. Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Brooklyn. Auf der Rückseite der Karte steht eine Liste an Ölen und wofür sie gut sind. Lavendel für guten Schlaf, Eukalyptus gegen Kopfschmerzen und Muskelkater, Sandelholz gegen trockene Haut, Pfefferminz mit Mandeln gegen Erkältung, Duschgel mit Zitrone und Orange zur Vitalisierung. Schnaufend klemme ich mir den Korb unter den Arm und schließe die Tür auf. Ich wühle mich durch den Korb, öffne alle Flaschen und rieche daran. Nichts davon duftet zu blumig. Da ich seit heute Mittag dröhnende Kopfschmerzen habe, reibe ich etwas von dem Eukalyptusöl, wie beschrieben, auf meine Schläfen. Danach sehe ich meine Post durch, ziehe mich um, werfe einen Blick in den Kühlschrank und stelle fest, dass ich nichts zu essen im Haus habe. Zumindest nichts, worauf ich Lust habe. Zwanzig Minuten später sind meine Kopfschmerzen verschwunden. Das kann unmöglich an dem Öl liegen. Nicht nachdem vier Aspirin nicht gewirkt haben. Ich lese mir die Anweisungen auf der Karte nochmal durch. Anscheinend glaubt sie den Scheiß wirklich. Was soll's. Ich verlasse mein Apartment und klopfe an ihre Tür. Ich bin's, rufe ich, denn wahrscheinlich hat sie Angst, es könnte ihre Familie sein. Ich hoffe, Rome, Denver und Liam können ein Geheimnis für sich behalten. Sonst ist meine Freundschaft zu Brooklyn schneller vorbei, als sie angefangen hat. Dann habe ich eine Nachbarin und eine Angestellte, die mich hasst. Als sie die Tür öffnet, sieht sie so süß aus wie immer. Sie trägt einen unordentlichen Dutt und eine Schürze mit Rüschen und ihre Wangen haben endlich wieder ein wenig Farbe. Komm rein! Sie dreht sich um und geht in Richtung Küche. Wieder fallen mir die verdammten Hundesocken an ihren Füßen auf. Wie viel Paar von diesen Socken hast du? Und warum hast du keinen Hund, wenn du sie so sehr liebst? Frage ich und schließe die Tür hinter mir. Mit einem Holzlöffel rührt sie in einem Topf herum. Jeff war allergisch. Mehr als Socken waren nicht drin. Sie erwähnt seinen Namen, ohne die Augenbrauen zusammenzuziehen. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Ich wollte mich nur bedanken. Ich betrete ihre Küche, auf deren Theke jede Menge Ölflaschen aufgereiht stehen. Ich hatte höllische Kopfschmerzen, aber nachdem ich das Eukalyptusöl benutzt habe, sind sie verschwunden. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang ein wenig skeptisch war. Lachend legt sie den Kochlöffel beiseite. Ja, das sind die meisten. Erzähl mal. Ist das sowas wie ein Hobby? Deine Leidenschaft? Ich lehne mich gegen einen Küchenschrank und beobachte, wie sie irgendwelche Zutaten abmisst. Sie wirft mir einen Blick zu. Es ist ein Hobby und eine Leidenschaft. Aber jetzt, da ich wieder Single bin und die Wohnung allein bezahlen muss, denke ich darüber nach, mein Hobby zum Beruf zu machen. Scheiße. Genau aus diesem Grund hätte ich lieber in meinem Apartment bleiben sollen. Ich bin ihr Boss. Und sie weiß es nicht mal. Ich war heute arbeiten. Wieder sieht sie zu mir herüber. Ich bin so eine Idiotin. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du eigentlich beruflich machst. Was machst du hier in Lake Starlight? Tut mir leid. Ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Macht nichts. Aber du solltest eines wissen. Sie hält inne, legt die Sachen beiseite und dreht sich zu mir. Was denn? Ich bin der neue Manager des Glacier Point Resorts. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Dein neuer Chef. Mit großen Augen starrt sie mich an. Als würde derjenige verlieren, der zuerst blinzelt. Als ich ihr mit der Hand vor dem Gesicht herumwedle, blinzelt sie endlich. Großartig. Ich habe gerade meinem neuen Boss erzählt, dass ich darüber nachdenke, mich selbstständig zu machen. Das bedeutet, dass ich meinen Job kündigen werde, falls ich Erfolg habe. Und du überlegst wahrscheinlich, wo du Geld einsparen kannst. Es ist also, als hätte ich mich gerade freiwillig gemeldet und hier geschrien. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt für weitere zwei Wochen unter der Bettdecke verkriechen. Sie vergräbt das Gesicht in den Händen. Zu wissen, dass ein Mitarbeiter gehen will, macht mir meinen Job für gewöhnlich leichter. Man schmeißt einfach denjenigen raus, der sein eigenes Ding machen will, denn die Leute arbeiten in der Regel nicht so hart, wie sie eigentlich sollten. Außerdem sind sie sowieso schon mit einem Fuß aus der Tür. Aber bei Brooklyn ist es anders. Im Gegenteil, ich will sie ermutigen. Was auch immer sie da zusammenbraut, es hat meine Kopfschmerzen, die mich schon den ganzen Tag gequält haben, verschwinden lassen. Nein, entspann dich. Es ist alles in Ordnung. Sie späht durch ihre Finger. Wirklich? Ja. Ich werde sowieso nicht lange hier sein, denke ich mir insgeheim. Aber damit du's weißt, wir werden die nächsten zwei Wochen zusammenarbeiten. Sie lacht. Bist du jetzt kein Page mehr? Ich lege den Kopf schief. Du wusstest davon? Nein, aber meine Freunde haben mir von unserem neuen Boss erzählt. Interessant. Und was haben sie über mich erzählt? Sie verengt den Blick und zuckt mit den Schultern. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Nur, dass du dir ständig Notizen machst. Ich lache leise. Ja, das stimmt. Sonst noch was? Sie wird rot. Jetzt haben ihre Wangen die Farbe der getrockneten Rosenblätter neben ihr. Nope. Ich rücke näher an sie heran, senke den Kopf und blicke ihr in die Augen. Das glaube ich dir nicht. Könnte sein, dass dich manche irgendwie attraktiv finden. Ich muss so breit grinsen, dass mir beinahe die Wangen wehtun. Ach ja? Sie schubst mich leicht. Als wüsstest du das nicht. Und was ist mit dir? Frage ich, als ich meine Balance wiedergefunden habe. Sie wird stocksteif und sieht mich an. Elektrizität liegt in der Luft. Eine andere Zeit, ein anderer Ort und ich würde sie jetzt küssen. Ich könnte auch auf alles scheißen, auf ihren Ex-Verlobten, darauf, dass ich ihr neuer Boss bin, dass wir uns eigentlich gar nicht kennen. Mein Körper sehnt sich danach, sie unter mir zu spüren, sie zum Seufzen und Stöhnen zu bringen, ihr meinen Namen zu entlocken und herauszufinden, wie sie drauf ist, bis wir fix und fertig sind. Zu spüren, wie sie sich um mich zusammenzieht, wenn ich in sie eindringe. Du bist ganz okay. Sie zuckt mit den Schultern und vorbei ist der Tagtraum. Du auch. Ich setze mich auf die Küchentheke und wünschte, ich hätte nicht gefragt, denn jetzt schaue ich direkt auf ihren Hals, auf ihre langen, schmalen Finger, die vorsichtig die Kräuter berühren, wie es wohl wäre, wenn sie sich um meinen Schwanz legen würden. Ich schlucke schwer und versuche, alle Sexfantasien aus meinem Kopf zu verdrängen. Ihre Verlobung ist vor gerade mal zwei Wochen geplatzt. Andererseits bin ich sowieso nicht auf der Suche nach was Festem, nur ein bisschen Spaß. Und es wirkt, als würde ihr ein wenig Spaß ganz gut tun. Erzähl mal, wenn du alles sein oder machen könntest, wofür würdest du dich entscheiden? Sie funkelt mich böse an, beschwichtigen tebig die Hände, Keine Sorge, du wirst dadurch nicht deinen Job verlieren, versprochen. Was hier passiert, bleibt auch hier. Wie in Vegas. Ich grinse, doch ihr Gesichtsausdruck verändert sich nicht. Ich habe Feierabend. Sie greift wieder nach dem hölzernen Kochlöffel. Ich würde gern meine Öle verkaufen und mir damit ein Business aufbauen. Ich stütze mich auf die Theke. Dann hast du Glück. Ich habe Marketing studiert und eine Menge Beziehungen. Die Worte sprudeln hervor, bevor ich richtig darüber nachdenken kann. Vergesst nicht, ich belüge sie noch immer, was meine wahre Identität angeht. Ich kann ihr schlecht erzählen, dass ich an der Columbia studiert habe, mein Vater seit Jahren mein Mentor ist und ich die nötige Ausbildung und Erfahrung habe. Ich habe noch nie versucht, ein Produkt wie dieses auf den Markt zu bringen. Ätherische Öle, die zum Wohlbefinden beitragen sollen. Aber ich kenne gewisse Leute. Leute, die mich als Whitmore kennen. Leute, die ans Telefon gehen, wenn sie meine Nachnamen sehen. Aber wenn sie es herausfindet, bringt das nur Probleme. Schon okay. Ich fange klein an und verkaufe sie erst mal auf dem Wochenmarkt. Zum Glück ist sie die Vernünftige von uns beiden, denn für wen würde ich dieses Risiko eingehen? Für eine Frau, mit der ich sowieso niemals schlafen werde? Von einer festen Beziehung, ganz abgesehen. Ich muss dringend flachgelegt werden, bevor ich mir noch die Chance vermassle, vor meinem 30. Geburtstag eine Hotelkette zu übernehmen. Das wird bestimmt super. Ich springe vom Tresen, wild entschlossen, dieser aufkeimende Freundschaft keine Blüten tragen zu lassen. Ich lass dich dann mal. Oh, du musst nicht gehen. Ich meine, ich habe dich doch hoffentlich nicht beleidigt, oder? Erst an der Tür drehe ich mich noch einmal um. Du machst dir zu viele Gedanken. Alles gut. Ich gehe und bin froh, nun wieder ein wenig Distanz zwischen uns zu haben. Mit ihrem unschuldigen Verhalten und dem wunderschönen Lächeln riecht Brooklyn Bailey nicht gerade nach Ärger, aber mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes. Ich hole tief Luft und trete durch die Drehtür des Glacier Point Resorts. Wird schon schief gehen. Hi, Brooklyn! Mac, der gerade einem Gast mit dem Gepäck hilft, lächelt mir zu. Guten Morgen, Mac! Schnell husche ich durch die Lobby und ignoriere Neil und Noel. Ich will mich einfach an die Arbeit machen und nicht die mitleidigen Blicke der Leute sehen, die zu unserer Hochzeit eingeladen waren. Das ganze Wochenende habe ich Öle hergestellt. Aus Zutaten, die ich bereits hatte, denn ich hätte ja schlecht in unseren Garten gehen können. Ich habe Savannah angelogen und behauptet, ich hätte mir ein Taxi vom Flughafen genommen. Sie war zwar sauer, aber sie wird darüber hinwegkommen. Offiziell bin ich erst gestern Nacht zurückgekommen. Aber nach der Arbeit wird meine Familie bestimmt sofort anrufen. Als ich die Tür zum Aufenthaltsraum öffne, fliegen Luftschlangen durch das Zimmer und es trötet laut. Willkommen zurück, ruft Dragon und wirft Konfetti in die Luft. Danke. Ich muss über meine verrückte Kollegin lachen, die mich besser kennt, als ich dachte. Ich hätte sie gern gefragt, ob sie meine Trauzeugin sein will, aber mit vier Schwestern und Jeff, der nur mit Mühe und Not seine Trauzeugin zusammengekratzt hat, ging das nicht. Ich freue mich ja so, dass du wieder da bist. Sie schlingt die Arme um meine Schultern. Und ich habe ganz vergessen, dir zu schreiben, denn das Wochenende war einfach... Sie winkt ab, als wollte sie nicht ins Detail gehen. Wir arbeiten heute mit dem heißen Feger. Sie führt mich zu unseren Spinden, die direkt nebeneinander liegen. Da habe ich eine witzige Geschichte zu erzählen. Wir öffnen unsere Schließfächer. Über den heißen Boss? Sie zieht die Stirn kraus. Er ist mein neuer Nachbar. Sie schubst mich. Da ich zwei Wochen ohne sie verbracht habe und überhaupt nicht darauf vorbereitet war, lande ich auf meinem Hintern. Ernsthaft? Sie streckt mir ihre Hand entgegen und hilft mir auf. Direkt gegenüber und ich sehe mich um. Er hat es mir erst gestern Abend erzählt. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich mich selbstständig machen will. Lachend schlägt sie die Hand vor den Mund. Sowas kann nur dir passieren. Das stimmt, aber er hat ganz gelassen reagiert. Nun ja, die Gerüchte besagen, er sei ein Arschloch. Ich schließe meinen Spind und warte darauf, dass sie sagt, es sei nur ein Scherz. Doch sie setzt sich ohne ein weiteres Wort auf die Bank und bindet ihre Schuhe. Bist du sicher? Sie zuckt mit den Schultern. Mac findet ihn cool, aber Neil meinte, er habe gehört, wie er zu Mr. Clayton gesagt hat, er müsse strenger zu uns sein. Dass es bei Abwesenheit drei Abmahnungen gäbe, bevor man fliegt. Ich setze mich neben sie. Der Mann, den ich kennengelernt habe, ist ganz anders als der, den sie beschreibt. Aber anscheinend bin ich sowieso nicht gut darin, den Charakter eines Menschen zu erkennen. Naja, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Seine Forderung ist irgendwie nachvollziehbar, aber es würde vor allem Leute wie Regan betreffen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Als Mollys Tochter die Grippe hatte und sie sich bei ihr angesteckt hat, hat sie auch über eine Woche gefehlt. Doch ansonsten ist sie immer hier. Er will sich bestimmt nur ein wenig aufplustern. Er ist doch kein Pfau, Brooke. Ich schlinge die Arme um ihre Schultern. Aber das Pfauenmännchen hat die schöneren Federn. Sie kichert. Vergleichst du ihn gerade ernsthaft mit einem Pfau? Ich lege den Kopf an ihren. Nun ja, er ist der attraktivste Mann, den ich je gesehen habe. Warum sind die Pfauenmännchen eigentlich schöner als die Weibchen? Knurrt Regan. Ja, nicht wahr? Als würden die Männchen nicht sowieso schon alles bekommen. Die Tür öffnet sich. Wyatt bleibt kurz stehen und starrt uns an, bevor er zu den Spinden geht. Männer sind scheiße, bemerke ich. Das sind wir. Er lässt die Beleidigung an sich abprallen und öffnet seinen Spind, der sich gegenüber von meinem befindet. Was haben wir jetzt wieder angestellt? Es geht um die Tatsache, dass Pfauenmännchen schöner sind als Pfauenweibchen, erkläre ich. Regans Blick wandert zwischen uns hin und her. Bei Stockenten ist es genauso. Er zieht eins meiner Fläschchen hervor und betupft damit seine Schläfen. Da er hinter Regan steht, kann sie ihn nicht sehen, doch wir lächeln einander zu. Dass er sich über mein Geschenk freut, bringt meinen Magen zum Kribbeln. Das stimmt, das ist bei den meisten Vögeln so. Nenn mir eine Spezies, wo das Weibchen hübscher ist, erwidere ich. Er schließt die Tür seines Spins und sieht mich an. Menschen. Kurz verengt sich meine Kehle, doch ich schaffe es trotzdem ein paar Wörter hervorzupressen. Nicht immer. Männer werden im Alter attraktiver, während Frauen nur alt und faltig werden. Leise lachend verlagert er das Gewicht auf die Fersen. Seine Uniform ist ganz anders als seine Alltagskleidung, die ich sonst an ihm kenne. Wenn Regan ihn jetzt schon heiß findet, sollte sie ihn mal außerhalb der Arbeit erleben. Das stimmt nicht immer. Außerdem könnt ihr Kinder kriegen. Regan verdreht die Augen und steht auf. Das gebe ich gern ab. Zu schade, dass das nicht möglich ist, scherzt Wyatt. Lachend richtet Regan den Zeigefinger auf ihn. Ich glaube, wir werden die nächsten zwei Wochen eine Menge Spaß haben. Wyatt sieht mich an. Das glaube ich auch. Kurz wandert sein Blick nach unten auf meine Brust, bevor er mir wieder in die Augen sieht. Es ist nur eine körperliche Reaktion. Es hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass ich Regan aus dem Raum scheuchen und über Wyatt herfallen will. Hallo? Vor zwei Wochen hättest du beinahe geheiratet. Wir sehen uns dann oben, sagt meine beste Freundin, als könnte sie Gedanken lesen. Warte, rufe ich. Regan dreht sich um und mustert mich mit großen Augen, als wäre ich verrückt geworden. Regan, das ist Wyatt. Wyatt, das ist Regan. Ich gestikuliere zwischen den beiden hin und her. Regan stellt sich neben mich und legt die Hand auf meinen Arm. Süße, du bist diejenige, die zwei Wochen lang weg war. Wir haben schon zusammengearbeitet. Oh, okay, dann vergesst es einfach wieder. Grinsend tätschelt sie meinen Arm. Brooklyn ist ein wenig übereifrig, weil sie ihren Job so sehr liebt. Sie verschwindet und ich höre, wie die Tür hinter ihr zufällt. Es ist stickig hier drin, wie an einem Sommertag kurz vorm Gewitter. Ich stelle mir vor, wie Wyatt die Hand unter meinen Rock schiebt. Dann wäre diese lächerliche Zimmermädchenuniform von 1983 wenigstens für etwas gut. Sie ist interessant, sagt er, ohne den Blick von mir zu nehmen. Sie ist nett. Ich glaube, ihr Humor könnte dir gefallen. Ich muss sofort aus diesem Raum raus, wenn ich nicht auch noch als Nutte dastehen will. Verlassene Braut reicht schon. Nun gut, dann lass uns anfangen. Du bist heute der Boss. Mit dem Kopf deutet er auf die Tür, damit ich vorangehe. Na toll, dann kann er meinen Hintern in einem Polyesterrock bewundern, der so lang ist, wie die Röcke, die Grandma Dory sonntags in der Kirche trägt. Eigentlich sollte es mir egal sein. Ist es aber nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt in der Überbrückungsphase. Ich könnte mich daran gewöhnen, den ganzen Tag Brooklyn Baileys Anweisungen zu befolgen. Größtenteils, weil ich heute bestimmt schon 50 Mal nur Zentimeter von ihren Lippen entfernt war. Ich habe die Betten nicht so hinbekommen, wie sie es wollte, also hat sie mir in jedem Zimmer gezeigt, wie man die Laken perfekt einschlägt. Im Abziehen habe ich jedoch brilliert. Fragt jetzt nicht, warum. Es ist fast Mittag. Zu gern würde ich sie fragen, ob sie mit mir essen geht, aber das würde gegen die Firmenpolitik verstoßen. Das Mitarbeiterhandbuch drückt sich da sehr deutlich aus. Außerdem bläut mir mein Dad immer wieder ein, dass man sich nicht auf Mitarbeiter einlässt. Aber wahrscheinlich meint er damit eher die Höhergestellten auf unserer Ebene. Stell das ins Badezimmer. Brooklyn drückt mir Shampoo, Spülung und Duschgel in die Hand. Da wir gerade in der Präsidentensuite sind, ist auch Schaumbad für die Wanne dabei. Danke! Dann macht sie das Bett, legt kleine Schokotafeln auf die Kopfkissen und richtet die Jalousien. Schon jetzt haben wir unsere Routine gefunden. Die nächsten zwei Wochen werden also hoffentlich angenehm. Als ich aus dem Badezimmer komme, beugt sie sich gerade über das Bett. Ihr Hintern ist so verführerisch wie ein rotes Tuch für einen Stier. Sind wir hier fertig? Frage ich. Sie platziert etwas auf den Nachttischen. Jetzt sind wir fertig! Sie tritt hinaus in den Korridor. Auf den Nachttischen stehen die gleichen Fläschchen, die sie mir letzten Freitag geschenkt hat. Daneben liegt eine handschriftliche Notiz, auf der Tupf mich auf deine Handgelenke und träum süß geschrieben steht. Was ist das? Ich deute auf die Flaschen. Ihre Wangen werden rot, als hätte ich sie gerade bei etwas ertappt. Ähm, scheiße. Ich habe vergessen, dass du mein Boss bist. Sie lächelt unschuldig. Ich bin froh, dass wir so locker miteinander umgehen, dass sie es vergessen hat, aber ich brauche trotzdem Antworten. Ich stelle sie als kleines Souvenir in die Zimmer. Ich verdiene nichts daran. Nur ein kleines Extra, das ist alles. Sie spielt an ihren Fingern herum und verlagert das Gewicht immer wieder von einem Bein auf das andere. Bezahlt sich Mr. Clayton dafür? Sie schüttelt den Kopf. Warum tust du es dann? Sie zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht. Die Suiten sind so teuer. Es ist eine kleine Zusatzleistung. Ich würde es für jedes Zimmer tun, wenn ich es mir leisten könnte. Sie ist eine so gute Seele, dass ich sie am liebsten küssen würde. Wie kann jemand so nett sein und nichts als Gegenleistung haben wollen? Noch nie habe ich jemanden wie sie kennengelernt. Vielleicht sollten wir mit dem neuen Besitzer reden, ob er sie regulär ins Angebot aufnehmen will. Er ist nur einen Anruf entfernt, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass seine Antwort Nein lauten würde. Nicht hier, aber vielleicht in den Hotels in den größeren Städten. Jetzt ist mein Gehirn im Business-Modus. Sie hatte etwas Besonderes. Nachdem ich gestern Abend gegangen bin, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie man daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen könnte. Alles, was mit Gesundheit und Schönheit zu tun hat, kostet unheimlich viel Geld, um es auf den Markt zu bringen. Aber sie könnte in Hotels anfangen und dabei kann ich ihr helfen. Nein, ich will auf keinen Fall meinen Job aufs Spiel setzen. Sie lässt mich stehen und geht zum Rollwagen. Schnell gehe ich ihr nach und packe sie am Handgelenk, bevor sie mir entwischen kann. Das ist total lieb von dir. Es ist nur, da wo ich herkomme, tut keiner etwas Gutes, wenn er daraus keinen eigenen Nutzen ziehen kann. Woher kommst du eigentlich? fragt sie, zieht die Tür zu und schiebt den Wagen weiter zum nächsten Zimmer. Sie versucht, das Thema zu wechseln. New York, antworte ich ausnahmsweise mal wahrheitsgemäß. Und dann musstest du hierher kommen? Vielleicht hätte ich doch lügen sollen. Auf eine Lüge mehr oder weniger wäre es auch nicht angekommen. Ja, ein neues Programm. Ich habe gehört, die Whitmore-Kette will alles ändern, was die Menschen an diesem Resort lieben. Mein Blick wandert über den alten Teppich, die Holzvertefelung, die insgesamt altmodische Atmosphäre. Wahrscheinlich werden wir alles ein wenig aufmöbeln, damit es zur Marke passt, aber die Lage und die Mitarbeiter werden dieselben bleiben. Appruppt bleibt sie stehen. Dann wird also niemand gefeuert? Die Leute haben Angst. Zum Glück sieht sie mich gerade nicht an. Ich glaube, sie würde merken, dass ich nicht ganz ehrlich bin. Zumindest ist es nicht sofort geplant. Nein. Meine Eingeweide verknoten sich. Es ist die Wahrheit, irgendwie. Es ist nicht sofort geplant, aber es ist auch nicht ganz vom Tisch. Sie seufzt erleichtert. Oh, gut. Alle dachten schon, du würdest die Mitarbeiter aussortieren. Sie betritt das nächste Zimmer. Was haben die denn hier drin veranstaltet? Eine Orgie? Ich bin dankbar für das Chaos. Jetzt stellt sie mir wenigstens keine weiteren Fragen zur Zukunft des Glacier Point Resorts. Doch auch eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Zum Glück habe ich es die letzten zwei Wochen geschafft, meine Libido im Zaum zu halten. Wyatt steckt immer noch in der Schachtel mit der Aufschrift nicht anfassen. Dafür klopfe ich mir gedanklich auf die Schulter. Es ist nun schon einen Monat her, dass ich hätte heiraten sollen. So langsam komme ich wieder klar. Meine Familie hat beschlossen, mir ein wenig Raum zu lassen. Und dass Jeff nicht nach Lake Starlight zurückgekehrt ist, macht es mir auf jeden Fall leichter, mein Leben weiterzuleben. Ich habe keine Ahnung, wo er ist und was er macht. Und es ist mir egal, wurde. Oder zumindest tun sie so. Mir sind die Zutaten für meine Öle ausgegangen, also muss ich daheim vorbeischauen, um ein wenig Flieder zu pflücken und mehr Kräuter anzupflanzen. Ich habe schon welche auf dem Balkon angepflanzt, aber es reicht einfach nicht, wenn ich in drei Wochen meine Sachen auf dem Markt verkaufen will. Ich parke hinter Austens Jeep und gehe in meinen Garten hinter dem Haus. Austen und Holly leben jetzt hier. Früher oder später werden sie ihre eigene Familie haben. Wir müssen akzeptieren, dass es jetzt ihr Zuhause ist und nicht mehr unseres. Das heißt, dass ich in Zukunft nicht mehr unangemeldet vorbeikommen kann. Ich schnappe mir meine Gartengeräte und die Samen und pflanze die Kräuter an, bevor ich etwas von dem Lavendel abschneide. Hey, ich wusste gar nicht, dass du vorbeikommst. Austen kommt durch die Hintertür. Miles stürmt an ihm vorbei und direkt auf mich zu. Der große Golden Retriever leckt mir das Gesicht ab und wedelt wie verrückt mit dem Schwanz. Obwohl er nicht mal ausgewachsen ist, schafft er es schon jetzt mich um zu schmeißen. Miles ruft Austen und schnippt mit dem Finger. Doch der Hund hört nicht auf ihn. Runter von ihr, Miles. Austen packt ihn am Halsband und zerrt ihn von mir herunter. Geh wieder rein. Miles rennt los, doch ich glaube, er jagt einem Eichhörnchen nach, statt auf Austens Befehl zu hören. Das Hundetraining scheint zu funktionieren, bemerke ich lachend. Austen setzt sich neben mich auf den Boden. Er trägt Shorts und sein Baseball-Shirt der Lake Starlight High School. Es ist ganz verblasst, weil es schon ungefähr eine Million Mal gewaschen wurde, aber so ist mein großer Bruder nun mal cool, lässig und entspannt. Man sagt, Golden Retriever seien kluge Hunde, aber ich glaube, wir haben das schwarze Schaf erwischt. Er lacht. Miles rennt auf uns zu, schmeißt sich zu Boden und schiebt den Nickend verdreht Austin die Augen. Wenn du denkst, er hätte mich um den Finger gewickelt, müsstest du ihn mal mit Holly erleben. Wo ist sie überhaupt? Termin mit der Schulbehörde. Ohne mich anzusehen streichelt er Miles. Also grabe ich noch ein paar Löcher. Freut mich, dass du vorbeigekommen bist. Wie läuft's? fragt er. Ich konzentriere mich Geld, ein offenes Ohr oder sonst irgendwas. Du weißt ja, wo du mich findest, ja? Ich nicke, sehe ihn aber nicht an, weil ich sonst womöglich anfange zu weinen. Austin ist zwar mein älterer Bruder, aber nachdem unsere Eltern gestorben sind, hat er die Vaterrolle übernommen. Manche wären überrascht, wie gut er diese Rolle beherrscht. Sogar die Umarmungen. Nur eine Umarmung und schon fließen die Tränen. Schweigend beobachtet er mich eine Weile, bevor er tief Luft holt. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich schneide das Thema nur ungern an, aber ich muss mit dir sprechen. Worüber denn? Hochkonzentriert grabe ich ein weiteres Loch. Wann wird mein Leben endlich wieder normal? Wann haben die Leute endlich keine Angst mehr mit mir zu sprechen? nicht mit Samthandschuhen an. Ich werde Holly einen Heiratsantrag machen. Abruppt halte ich inne, als wäre ich beim Graben auf einen Stein gestoßen. Es ist nicht so, als hätte ich nicht gewusst, dass das passieren würde. Sie sind seit einem Jahr ein Paar und wohnen schon zusammen. Es ist also der logische nächste Schritt. Lass mich das machen. Er kniet sich hin und greift nach dem Spaten. Schon okay, ich schaffe das schon. Ich grabe und grabe immer weiter. Gleich stößt du auf Erdöl. Ich setze mich und lasse den Spaten und die Samen links liegen. Tränen steigen in mir auf, meine Nase kitzelt und ich bekomme einen Kloß im Hals. Ach scheiße, ich hätte nicht sagen sollen. Ich werde warten, wir können warten, wahrscheinlich ist es sowieso noch zu früh. Lächelnd schüttle ich den Kopf und wische die Tränen weg. Nein, das ist es nicht. Was dann? Er steckt die Samen in das Loch. Diesmal halte ich ihn nicht davon ab. Ich freue mich für euch, wirklich. Ich weine nicht, weil du Holly heiraten willst. Sie hat noch nicht ja gesagt. Ich starre ihn so lange und intensiv an, bis er einen Blick über die Schulter wirft. Sie wird ja sagen. Sie liebt dich. Aber ich will dich nicht verletzen. Er gräbt ein weiteres Loch. Austin, das Leben geht weiter. Ich kann nicht bis in alle Ewigkeiten jeder Hochzeit fernbleiben. Und Holly passt toll zu unserer Familie. Ich sehe, wie glücklich sie dich macht. Alles, was ich sage, ist wahr. Keine Ahnung, warum ich weinen muss. Ja, das tut sie. Aber ich meine es ernst. Wenn du willst, dass ich warte, dann warte ich. Ich wische noch mehr Tränen weg. Überhaupt nicht. Frag sie. Er legt die Schaufel beiseite und stützt die Unterarme auf die Knie. Danke, Brookie. Ich nicke. Du hättest mich nicht um Erlaubnis bitten müssen. Er nickt ebenfalls. Ich stehe auf und er tut es mir gleich. Er klimpert mit den Wimpern und verdreht die Augen. Das kannst du mir ruhig öfter sagen. Lachend greife ich nach der Schere, um etwas von dem Lavendel abzuschneiden. Brauchst du noch mehr Zaubertränke? fragt er und wechselt das Thema. Gott sei Dank. Ja, ich denke darüber nach, mich selbstständig zu machen und die Oh, ich kann gern noch mehr machen. Ich kann ihr einen ganzen Brautstrauß daraus binden. Orsten lächelt mich an und nimmt mich in den Arm. Ich habe die beste Schwester aller Zeiten. Ich blinzle die Tränen weg. Du warst schon immer viel zu gut für diesen Vollidioten, flüstert er. Ich nicke gegen seine Brust und ich dachte, ich hätte keine Tränen mehr übrig. Mom, ich werde nicht mehr rangehen, wenn du anrufst, sage ich, betrete mein Apartment und steuere direkt auf den Kühlschrank zu. Schätzchen, es sind nur noch drei Monate. Die Terminkalender der Leute füllen sich so langsam, sagt sie über den Lautsprecher, da ich gerade joggen war, total verschwitzt und halb verhungert bin. Sie meint wohl die Kalender der reichen Leute. Ich glaube, der Normalbürger ist nicht ständig bei Wohltätigkeitsveranstaltungen, Ausstellungseröffnungen und im Theater. Ich habe es dir schon gesagt, ich komme allein. Ich öffne den Kühlschrank. Nichts Gescheites da. Ich sollte vielleicht einen Kochkurs belegen. Hinter mir öffnet sich meine Wohnungstür. Allein? Du brauchst ein Date, Wyatt. Es ist die Hochzeit deiner Schwester. Die Stimme meiner Mutter Als ich über die Schulter blicke, entdecke ich Brooklyn, die die Augen weit aufgerissen hat. Ich bin wie festgefroren. Während meine Mom immer weiter plappert von Erwartungen und was sie ihren Freunden sagen soll, starre ich Brooklyn an, bis sie den Blick auf meine nackte Brust senkt. Verdammt, jetzt kriege ich einen Ständer. Den kann ich in diesen Shorts unmöglich verstecken. Mom muss Schluss machen. Ich greife nach meinem Smartphone. Nein, musst du nicht. Hör zu. Du wirst später mal ein sehr einsames Leben führen. Jetzt findest du es vielleicht noch lustig, dass die Frauen bei dir ein und aus gehen. Aber eines Tages wirst du ganz allein im Rollstuhl sitzen und dann wird dir klar, was du im Leben verpasst hast. Danke für die Belehrung, Mom. sie so versessen darauf ist, dass ich in Begleitung zur Hochzeit komme. Dann denke ich kurz nach. Nein, sie würde es mir sagen, wenn ich schüttle den schrecklichen Gedanken ab und konzentriere mich stattdessen auf die heiße Braut vor mir, die mich lüstern betrachtet. Platzt du bei jedem einfach so rein? Ich nehme mir ein Wasser, um mich ein wenig abzukühlen. Weißt du Was? Ich hatte gerade eine Idee. Ich weiß, es klingt verrückt, aber was, wenn ich Pakete zusammenstelle? Ein Brautzet? Ein Set für den Bräutigam? Ein Schlafset? Ein Gesundheitsset? Unsere Freundschaft ist in den letzten zwei Wochen weiter gewachsen. Irgendwie gefällt es mir, dass sie einfach in meine Wohnung kommt und sich auf einen Küchenstuhl setzt, als hätte sie es schon eine Million Mal so gemacht. Gute Idee. Mich habe auch darüber nachgedacht. Du brauchst einen Firmennamen, ein Logo, eine Website und eine Social Media Präsenz, damit du deine Marke bewerben kannst. Die Verpackungen wirst du in hohen Stückzahlen kaufen müssen, um deine Gewinnspanne zu erhöhen. Außerdem musst du dich mit der Steuer auseinandersetzen. Überlegen, welche Firmenstruktur am besten zu dir passt. Du musst es richtig angehen, sonst wird es ein steiniger Weg. Sie starrt mich an, als hätte ich gerade die Schnur ihres Heliumballons losgelassen. Sorry, ich wollte dir nichts vorschreiben. Nein, erwidert sie und senkt den Blick. Du hast recht, ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Kurz sitzen wir schweigend da. Willst du was trinken? frage ich. Sie richtet sich auf. In ihren Augen Ich will dir einen Deal vorschlagen, sagt sie, als hätte sie meine Frage nicht gehört. Einen Deal? Ich lehne mich zurück. Ich kann es mir nicht leisten, dich für deine Hilfe zu bezahlen, aber ich weiß, dass du Erfahrung hast. Das, was du eben gesagt hast, zeigt mir, dass du eine Menge Dinge weißt, die ich auch wissen sollte. Was wenn... Sie hält inne. Ein kranker, geiler Teil in mir hofft, dass sie eine sexuelle Beziehung vorschlägt. Diesen Deal würde ich sofort besiegeln, indem ich sie über die Schulter werfe und in mein Schlafzimmer trage. Du hilfst mir mit dem Geschäftlichen und ich begleite dich zur Hochzeit. Sie sieht mir direkt in die Augen, wie sie es an jenem Abend auf dem Korridor getan hat, als sie meine Kopfwunde berührt hat. Es ist dieser Blick, der mich völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Ich würde dir auch so helfen. Du musst mich nicht begleiten. Sie sinkt zurück und ihr Lächeln verebbt. Das geht nicht. Dann steht sie auf. Egal. War sowieso eine dumme Idee. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass ich dir gern helfe. Ich stehe ebenfalls auf. Jetzt habe ich das Gefühl, ihren Luftballon losgelassen und ihren Hund überfahren zu haben. Ich kann deine Hilfe nicht annehmen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen. Sie ist bereits an der Tür, doch ich will nicht, dass sie geht. Wäre es nicht zu schwer für dich, zu einer Hochzeit zu gehen? Sie kaut auf ihrer Unterlippe herum. Mein Bruder wird Holly demnächst einen Antrag machen. Dann muss ich sowieso zu einer. So könnte ich vorher schon mal üben, da ich bei deiner Schwester sowieso niemanden kennen würde. Ich muss lachen. Und wenn meine Mom fragt, warum mein Date so weint? Dann sagst du ihr, dass ich eben romantisch bin. Das bin ich wirklich. Es wäre also nicht mal gelogen. Langsam gehe ich auf sie zu. Du würdest mich tatsächlich zur Hochzeit meiner Schwester begleiten? Wenn du nicht willst, verstehe ich das. Schon in Ordnung. Ich will nur nicht, dass du traurig bist, Brooklyn. Ich trete noch näher an sie heran, wie gern ich sie berühren würde, ihr Gesicht zwischen meine Hände nehmen, in ihren Augen erkennen, dass sie das gleiche will wie ich. Doch dafür ist sie noch nicht bereit und sie gehört nicht zu den Frauen, die ohne Erwartung mit einem schlafen. Außerdem gibt es noch genug andere Gründe, diesen Gefallen gern tun, denn ich will mir wirklich etwas aufbauen und zwar richtig. Ich habe schon jetzt das Gefühl zu ertrinken. Außerdem scheinst du dringend ein Date zu brauchen und aus irgendeinem Grund willst du niemanden fragen. Wir können als Freunde hingehen, ohne Erwartungen. Damit würdest du deine Mutter bestimmt glücklich machen. Sie sieht mich flehend an. Die Antwort rutscht mir heraus, bevor ich richtig darüber nachgedacht habe. Deal. Sie lächelt und mir wird ganz warm ums Herz. Sie ist so wunderschön. Juhu! Sie springt mir in die Arme. So nah waren wir uns noch nie. Ihr Haar kitzelt mich an der Schulter und ihr schlanker Körper schmiegt sich an meinen. Als ich einen Ständer kriege, setze ich sie schnell ab, bevor ich mich noch wie schnell meinen Notizblock, damit wir eine Liste schreiben können. Hast du Hunger? Wir könnten was bestellen. Sie ist verschwunden, bevor ich etwas antworten kann. Dann dämmert es mir. Ich werde ihr sagen müssen, wer ich wirklich bin. Doch das war die oberste Regel, die mein Vater aufgestellt hat, bevor ich hierher gekommen bin. Keiner darf meine wahre Identität erfahren. Scheiße, wie bin ich nur in diese Situation geraten. Ich blicke herunter auf meinen Schwanz und richte den Zeigefinger auf ihn. Du bist schuld. Die ganze letzte Woche habe ich mit Wyatt Papiere ausgefüllt und mich mit ihm über Branding, Logos und Webdesign unterhalten. Alles ziemlich langweilig. Ich sehne mich danach, endlich in der Küche zu stehen, verschiedene Öle miteinander zu kombinieren und Produkte auszutesten Creme, Lippenpflege und so weiter. Aber Wyatt meinte, wir müssten uns zuerst mit diesen Dingen beschäftigen. Er hatte noch was gut bei einer Freundin, die mir ein hammermäßiges Logo designt hat. Aber ich habe nur noch eine Woche Zeit, um die Produkte für den Bauernmarkt fertig zu kriegen. Mit ihm zusammen zu arbeiten ist oft schwierig. Sobald sich unsere Hände zufällig berühren, bekomme ich Gänsehaut. Und wenn ich mich so sehr freue, dass ich ihn einfach umarmen muss, spüre ich manchmal, wie sich seine Freude gegen mich drückt. Doch ich ignoriere es einfach. Ganz normale körperliche Reaktionen. Eigentlich bin ich jetzt Single. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich würde Jeff betrügen, wenn ich etwas mit Wyatt hätte. Ich muss unsere Beziehung zuerst verarbeiten, bevor er ist mein Boss. Außerdem sind wir nur Freunde. Ich lege mein iPad auf den Couchtisch und lasse mich auf dem Sofa nach hinten fallen. Ich war heute in Mr. Claytons Büro. Er hat mir von diesem Buzzwheel erzählt. Wyatt lehnt sich zurück, legt die Füße auf den Tisch und überkreuzt die Knöchel. Wie können nackte Füße bitte sexy sein? Ich kann mich nicht daran erinnern Füße jemals anziehend gefunden zu haben. Das habe ich schon seit Wochen nicht mehr gelesen. Ich habe damit aufgehört als ich aus meinen Flitterwochen zurückgekommen bin. Beim Wort Flitterwochen zeichne ich Gänsefüßchen in die Luft. Und die Leute haben sofort gemeldet wenn sie mich gesehen haben. Was ist es denn genau? fragt er und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Ein Blog. Die Leute schicken Infos an den Herausgeber den keiner kennt. Und dann veröffentlicht er es. Manchmal sogar mit Fotos. Es ist als hätte Lake Starlight sein eigenes Gossip Girl. Er späht zu mir herüber, klappt seinen Laptop zu und legt ihn auf den Tisch. Bleibst du deshalb die ganze Zeit drin, weil du nicht willst dass uns die Leute zusammen sehen? Na ja, nach der Hochzeit schon. Aber wenn sie über mich schreiben, bedeutet das wohl, dass mein Leben spannend ist. Er lacht leise. Seh mal einer an, du kleine Draufgängerin. Lachend bewerfe ich ihn mit einem Kissen. Er fängt es und greift nach seinem Tablet. Wie ist die Web-Adresse? Ich atme laut aus. Ernsthaft? Du willst es wirklich lesen? Ja, jetzt bin ich neugierig geworden. Er sieht mich an und wartet darauf, dass ich ihm die Adresse diktiere. Lakestarlightbuzzwheel.com. Mühelos huschen seine Finger über das Display. Warum findet meine Libido das attraktiv? Ist es nicht. Er tippt so wie jeder andere auch. Mit dem Unterschied, dass ich bei anderen nicht denke, dass ihre Finger lang genug sind, um meinen G-Punkt zu erwischen. Aber jetzt, da ich Wyatt beobachte, kann ich an nichts anderes denken. Ich schüttle die schmutzigen Gedanken ab. Er ist mein Boss und ich wurde gerade vorm Altar stehen gelassen. Ich werde mich jetzt nicht auf eine Affäre einlassen. Scheiße, murmelt er und schließt die Seite. Ich richte mich auf. Was ist? Haben Sie was über mich geschrieben? Er steckt das iPad zwischen seine Schenkel und das Sofa. Nein, es ging um das Hotel, schlechte Kritik. Ich greife über seinen Schoß, doch er legt die Hand auf das iPad. Sie schreiben keine Kritiken, Wyatt. Was steht da über mich? Er sieht mich an. Wir sind uns so nahe. Es wäre so einfach, die Grenze zu überschreiten. Sein Blick fällt auf meine Lippen und ich fahre mir unbewusst mit der Zunge darüber. Buzz Wheel ist nun komplett aus meinen Gedanken verschwunden. Er räuspert sich und sieht weg. Es geht nicht um dich. Worum dann? Frage ich und greife erneut nach dem iPad, doch er hält es immer noch fest. Um Jeff. Er hätte ebenso gut sagen können, dass es Schokokuchen gibt, ich aber nichts davon haben kann. Wenn er denkt, ich lasse es einfach gut sein, ist er verrückt. Ich bin schon ein großes Mädchen, Wyatt. Ich weiß, aber es scheint dir mittlerweile so viel besser zu gehen und ich rücke ein Stück beiseite, weg von seinem Duft, weg von seinen muskulösen Schenkeln. Tut es auch, aber ich hasse es, wenn andere etwas wissen, das ich nicht weiß, vor allem, wenn es etwas mit mir zu tun hat. Kurz schweigt er. Seine Hände auf dem iPad halten still und sein Blick wandert hinaus auf seinen Balkon. Dann reicht er mir wortlos das Tablet. Danke. Er steht auf und verschwindet in der Küche. Keine Ahnung, ob er mir ein wenig Privatsphäre geben will oder sauer oder sonst was ist. Ich schalte das Gerät ein. Sofort erscheint das Busby-Logo. Mir fällt gleich das Foto auf Betonblöcken und ohne Reifen. Mit offener Motorhaube, nur ohne Motor. Jeff Brickle ist endlich wieder aufgetaucht. Keine Ahnung, ob er einen Peilsender bei sich hatte, aber er war noch keine Stunde in Lake Starlight, als er mit einem blauen Auge gesichtet wurde. Wenn man den Zustand seines Autos bedenkt, will wohl jemand den geflüchteten Bräutigam davon abhalten, wieder Ich glaube, wir wissen alle, wen er zuerst befragen wird. Man sollte jedoch erwähnen, dass es keine Zeugen gibt, die die Straftat beobachtet haben. Und überraschender Weise behauptet Jeff, er habe nicht gesehen, wer ihn angegriffen hat. Sehr interessant. Ich schalte das iPad aus und lehne mich zurück. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Ich frage mich, wer ihm das angetan hat, aber wenn man eins und eins zusammen zählt. Was du vielleicht wissen solltest, Wyatt kommt mit zwei Gläsern Whisky zurück. Als ich dir vor ein paar Wochen asiatisches Essen vorbeigebracht habe, bin ich gegangen, nachdem du auf dem Sofa eingeschlafen warst. Ich habe Rome auf dem Flur getroffen. Irgendwie hat er es geschafft, Joel einen Schlüssel zu deinem Apartment abzuluchsen. Na ja, um es kurz zu machen, er weiß, dass Jeff mit einer anderen Frau in die Flitterwochen geflogen ist. Er führt das Glas an die Lippen und leert es in einem Zug. Mein Magen rutscht mir in die Kniekehle. Was? Du hast es ihm erzählt? Ich hatte keine andere Wahl. Er hat gesehen, wie ich aus deinem Apartment kam, ist reingegangen und hat dich Du hast gesagt, du würdest es niemandem erzählen. Brooklyn, ich hatte keine Wahl. Er hatte dich gesehen. Er sieht mich flehend an. Du hättest ihm sagen können, dass ich es mir anders überlegt habe. Das ist alles so peinlich. Ich war so dumm. Er hat mich verarscht und alle wissen es. Hast du irgendeine Ahnung, wie vorstellen? Du müsstest es selbst mal erleben. Spüren, wie alle dich angaffen. Wie hinter deinem Rücken geredet wird. Damit klarkommen, dass alle denken, dass dir irgendwas entgangen ist und sich fragen, wie du nicht merken konntest, dass dich dein Verlobter gar nicht heiraten will. Ich habe gehört, wie einer bei Lord Have Mercy gesagt hat, ich hätte Jeff bestimmt ein Ultimatum gesetzt und ihn dazu gezwungen, mir einen Antrag zu machen, weil ich eine verwöhnte Prinzessin bin, die für gewöhnlich immer kriegt, was sie will. Ich werfe die Arme in die Luft. Und jetzt machen meine Brüder sowas und denken ernsthaft, sie würden mir damit helfen? Ich reiße die Tür auf und stampfe hinüber zu meinem Apartment. Wer auch immer das gesagt hat, ist ein Arschloch und sollte besser die Fresse halten. Er folgt mir, doch ich ignoriere ihn, schnappe mir meine Jacke und die Schlüssel und stürme zur Treppe. Wohin gehst du? Ich ziehe das Handy aus der Jackentasche und wähle Romes Nummer. Ich werde meinen Brüdern in den Arsch treten und die Sache klären. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Lass es einfach gut sein. Befeuere die Gerüchteküche nicht noch zusätzlich. Ich hebe die Hand. Wie auch immer. Ich renne die Treppe hinunter, doch bevor ich mein Auto erreiche, fliegt die Haustür auf. Brooklyn! ruft Wyatt. Er rennt auf mich zu. Anscheinend hat er noch schnell seine Jacke geholt. Was? Ich komme mit. Aber wir gehen zu Fuß, denn später wird keiner von uns noch in der Lage sein zu fahren. Du bist wohl verrückt? Es sind über anderthalb Kilometer. Er zuckt mit den Schultern und ergreift meine Hand. Ist doch ein schöner Abend. Dann führt er mich zum Bürgersteig. Jetzt kapiere ich, was er im Schilde führt, denn inzwischen habe ich mich ein wenig beruhigt. Sei deinen Brüdern nicht böse. Sie stehen eben auf ihrer Art für dich ein. Er stößt mich mit der Schulter an. Ich weiß, schon mein ganzes Leben lang ziehen sie immer wieder irgendwelche Scheiße ab, aber sie meinen es immer gut. Ich gebe meinen Brüdern nicht die Schuld. Ich hasse es nur schon wieder auf Buzzfield zu sein. Doch ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich insgeheim nicht ein wenig freue, dass sie ihn verprügelt und sein Auto auseinander genommen haben. Ich bin auch ein großer Bruder. Nur ein Arschloch würde seine kleine Schwester nicht beschützen. Dann erklär mir eines. Warum beschützt ihr eure Schwestern, Mütter und andere Frauen, die euch irgendwie nahestehen, behandelt aber die Frau, mit der ihr in einer Beziehung seid, so schlecht? Wir gehen gerade unter einer Straßenlaterne hindurch, als er mich ansieht. Ich behandle Frauen nicht schlecht. Ich verdrehe die Augen. Wir werden sehen, anscheinend bist du an niemanden gebunden. Du ziehst weit von zu Hause weg, willst kein Date zur Hochzeit mitbringen. Ich glaube, du rennst vor irgendwas oder irgendwem davon. Ich kann es förmlich riechen, wenn ein Mann Bindungsangst hat, zumindest neuerdings. Wir erreichen die Main Street. Sowohl bei Daraus schließe ich, dass du mich attraktiv findest. Ich muss lachen. Jetzt klingst du wie eine männliche Nutte. Er packt meine Hand, bleibt stehen und drückt mich mit dem Rücken gegen den Laternenpfahl. Nenn mich wie du willst. Beziehungsphobiker männliche Nutte. Aber die Frauen, mit denen ich zusammen bin, wissen genau, was Sache ist. Ich habe der ganzen Heirats- und und nur damit du es weißt. Ich renne vor niemandem weg außer meinem Vater. Sein Blick senkt sich auf meine Lippen und weiter auf meine Brust. Ich ziehe scharf die Luft ein, benebelt von seinem Duft. Er ist gefährlich. So gefährlich. Ich dachte, Jeff hätte mich zerstört, aber ich spüre es in meinen Knochen, dass mich Wyatt voll und ganz auslöschen könnte. Ich weiß nicht, was sich da zwischen Wyatt und mir entfaltet, aber es macht mir Angst. Nicht mal für Jeff habe ich so empfunden, mich nach seinem Körper gesehnt, seinen Berührungen, seinen Lippen auf meinen. Im Moment würde ich alles dafür geben, Wyatt zu küssen. Wenigstens ganz kurz. Das hier ist die Main Street, nicht euer Schlafzimmer, ruft eine tiefe Stimme von der gegenüberliegenden Straßenseite. Wyatt macht einen Schritt zurück und reißt den Blick los. Als ich nach hinten schaue, erkenne ich Liam. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten, rufe ich zurück. Du bist meine Angelegenheit. Ist mir zu Ohren gekommen, er hebt die Hände. Keine Ahnung, was du meinst. Ich bin seit Tagen nur am Arbeiten und tätowieren. Dann lacht er Komm, mit einer Kopfbewegung gebe ich Wyatt zu verstehen, dass er mir folgen soll. Nein, du kennst mich doch. Ich mag unberührte Haut am liebsten. Liam nimmt mich so fest in den Arm, dass ich vom Boden abhebe. Wie geht's meiner Pseudo-Schwester? Bereit meinen Brüdern in den Hintern zu treten. Und dir auch. Ich hab's dir doch gesagt, ich bin seit Tagen hier Liam, das ist... Hey, Wyatt! Liam streckt ihm seine Hand entgegen. Mit dem Zeigefinger deute ich zwischen ihnen hin und her. Ihr kennt euch? Wyatt nickt. An dem Abend bin ich mit Romans Luckys gegangen. Aha, der Plot verdichtet sich. Ich scheine dich kein bisschen zu kennen, Wyatt Moore. Ich pikse ihm in den Bauch. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so wütend darüber, dass er meinem Bruder von den Flitter Wochen erzählt hat. Rome wollte in meinem Apartment bestimmt ein Mädchen flach legen. Dann hatte es ja doch etwas Gutes, dass er mich gesehen hat. So konnte er wenigstens keine Frau vögeln, die ihm überhaupt nichts bedeutet. Es ist Zeit, dass er endlich erwachsen wird. Ich wollte gerade ins Luckys gehen. Liam setzt sich in Bewegung. Super, wir kommen mit. Keine Minute später betreten wir die Bar. Meine Zwillingsbrüder sitzen an einem der Tische. Meine Schwester Juno teilt sich mit ihrem Kumpel Colton und Savannah eine Sitzecke. Ich will meinen Brüdern gerade die Leviten lesen, als es in der Bar ganz still wird und sich alle Blicke auf den Sheriff hinter mir richten. Scheiße. Rome und Denver Bailey, ich muss mit euch sprechen, sagt er und schlängelt sich zwischen den Tischen hindurch, bis er direkt vor ihnen steht. Rome und Denver kichern wie zwei Mädchen, während der Sheriff vor ihnen steht und sie anstarrt, die Daumen in die Gürtelschlaufen eingehakt. Ich lebe nun schon gut einen Monat in Lake Starlight. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es doch nicht wie Stars Hollow ist, aber der Sheriff erinnert mich an Barney Five. Hey Sheriff Miller, wie ist es Großvater zu sein? Ich habe Miranda neulich getroffen. Der Junge wird mal ein richtiger Herzensbrecher, grätscht Brooklyn mit ihrer lieblichsten Stimme dazwischen. Sie schafft es sogar den Sheriff zum Lächeln zu bringen. Danke Brooklyn, tut mir leid mit deiner Hochzeit. Sie meinen wohl geplatzter Hochzeit. Sie zuckt mit den Schultern, als hätte sie es schon längst verarbeitet. Es ist besser niemals zu heiraten, als sich scheiden zu lassen. Das stimmt. Würdest du uns bitte kurz allein lassen? Sein Blick richtet sich auf die Zwillinge. Beide haben die Stühle so weit nach hinten gekippt, dass sie nur noch auf den hinteren Beinen stehen. Die Arme haben sie vor der Brust verschränkt. Aber natürlich. Brooklyn sieht mich an und deutet mit dem Kopf auf die Sitzecke, in der Juno, Savannah und ein Typ sitzen, den ich nicht kenne. Wir alle anderen in der Bar können auch wir hören, was der Sheriff sagt. Anscheinend hat er es nicht auf Diskretion abgesehen. Ihr könnt euch auf meinen Platz setzen. Savannah steht auf und geht zum Tisch der Zwillinge. Doch der Sheriff hebt die Hand. Nein, Savannah, wir brauchen dich hier nicht. Wenn das hier eine Befragung werden soll, müssen wir womöglich unseren Anwalt anrufen. Ist das denn nötig, Sheriff Miller? Mit Savannah Bailey würde ich nur ungern Geschäfte machen. Sie wirkt, als könnte sie einem mit nur einem Blick die Eier absäbeln. Liam setzt sich zu seinen Freunden, doch er schaut nicht zum Sheriff sondern zu Savannah, genauer gesagt auf ihr Dekolleté. Geht da was zwischen ihnen? Kein Anwalt nötig. Ich will nur wissen, wo Rome und Denver gestern Abend waren. Die Zwillinge sehen einander an, ohne ihre Haltung zu verändern. Dann wendet sich Denver dem Sheriff zu. Zusammen! Der Sheriff atmet genervt aus. Was meinst du, woher sie diese knallharten Gene haben? flüstert Juno. Ganz sicher von eurem Dad oder Dory, erwidert der Typ neben ihr und die Mädels nicken kichernd. Ich finde das überhaupt nicht witzig, Denver, sagt der Sheriff. Kommt schon, wir alle haben dafür Verständnis. Er hält inne und wirft Brooklyn, die die Stirn an meine Schulter legt, einen Blick zu. Aber ihr könnt ihn nicht einfach verprügeln und sein Auto auseinander nehmen. Rome hebt die Hand. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Das ist reine Spekulation. Ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht seine einzigen Feinde sind. Und ich bin ziemlich sicher, dass eure Schwester die einzige Frau ist, die er in der letzten Zeit am Altar hat stehen lassen. Die ganze Bar seufzt. Instinktiv wandert meine Hand unter den Tisch und legt sich auf Brooklands gehen. Die Stühle der Zwillinge kippen nach vorn und landen auf allen vier Beinen. Dann stützen sie die Ellbogen auf den Tisch. Sie wollen wissen, wo wir waren? beginnt Rome. Ja, erwidert der Sheriff. Nicht antworten. Ich rufe Onkel Brian an. Savannah tritt an unseren Tisch, um nach ihrer Handtasche zu greifen, wird jedoch von Liam unterbrochen. Sie waren mit mir zusammen. Der Sheriff sieht Liam an, der genauso lässig auf dem Stuhl hängt wie seine Freunde. Du bist kein besonders gutes Alibi. Wahrscheinlich bist du derjenige, der die Reifen und den Motor mitgenommen hat. Liam grinst. Sehen Sie? Noch mehr Mutmaßungen. Der Sheriff wirkt überhaupt nicht amüsiert. Jetzt reicht's. Ihr mit dem Zeigefinger zitiert er sie herbei. Die drei Jungs stehen bereitwillig auf, doch ich bin sicher, sie würden selbst unter Folter nicht reden. Ich komme mit, sagt Savannah. Ich rufe meinen Anwalt an. Alles gut, Savannah. Liam legt die Hand auf ihren Arm, doch sie zieht ihn zurück. Genau, du hast bestimmt einen richtig guten Strafverteidiger, nicht wahr? Liam verengt die Augen zu schlitzen. Eine Schande, so schön und klug, sieht aber nicht, was direkt vor ihr ist. Schnaubend schüttelt sie den Kopf, erwidert jedoch nichts. Mein Gott, seht euch nur diesen Zirkus an, den Jeff verursacht hat. Am besten schicke ich Buzzwheel ein paar Selfies von mir, denn sie werden für immer und ewig über mich schreiben. Brooklyns Hand legt sich um einen Bizeps. Nein, nein, bald ist das alles Schnee von gestern, versichert Juno. Sie waren mit mir zusammen. Der Satz rutscht mir heraus, bevor ich die Konsequenzen begriffen habe. Es bedeutet, dass ich dem Sheriff meinen richtigen Namen nennen muss. Ich hoffe nur, dass er ihn für sich behält. Vielleicht will er aber auch gar nicht, dass ich eine Der Sheriff sieht mich skeptisch an. Wer sind Sie? Ich bin der neue Manager des Glacier Point Resorts, Wyatt Moore. Und wo waren Sie mit den Jungs? fragt er. Rome und Denver ziehen die Augenbrauen zusammen. Scheiße, wo waren wir? Hinter dem Rücken des Sheriffs deutet Rome mit dem Kopf auf Liam. Wir waren in Liams Tattoo Studio. Ich vergesse immer, wie es heißt. Ich bin neu hier. Smoke in guns, sagt Liam grinsend. Ich schnippe mit den Fingern. Irgendwann werde ich es mir merken, versprochen. Haben Sie sich ein Tattoo stechen lassen? fragt der Sheriff misstrauisch. Ich? Nein, aber ich habe mir eins machen lassen. Rome tritt nach vorn. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit des Sheriffs auf ihn. Dann zeig mal her. Sir, es ist zugeklebt, erklärt Liam. Dann decke es auf. Du bist doch der Profi. Liam sieht sich um. Ist nicht sonderlich hygienisch hier. Sheriff Miller reißt nun endgültig der Geduldsfaden. Na schön, dann lass uns in dein Tattoo Studio gehen. Denver winkt dem Barkeeper zu. Wir kommen später wieder. Oh, und Sie können auch mitkommen. Der Sheriff deutet auf mich. Brooklyn steht auf und hakt sich bei mir unter, als wären wir eine geschlossene Front. Vollidioten, murmelt Savannah. Wenn Sie dafür in den Knast wandern, hätten Sie ihn wenigstens Windel weich prügeln sollen. Er ist buchstäblich mit einem blauen Auge davon gekommen. Du kannst ihn ja mit einer Tasse bewerfen, neckt Juno sie, während sie ebenfalls aufsteht. Doch Savannah verdreht nur die Augen. Wir verlassen das Luckys und gehen drei Häuser weiter in Liams Tattoo Studio. Im Laden sitzt ein großer Kerl, der irgendwelche Geräte reinigt. Liam führt uns zu einer der Liegen. Rome zieht das Shirt über den Kopf und präsentiert uns seinen Rücken, der komplett zugepflastert ist. Liam wäscht sich die Hände und mustert Savannah, während er sich ein paar Gummihandschuhe überzieht. Wieder rollt sie mit den Augen. Dann löst er den Verband. Zum Vorschein kommt eine Amsel, darunter zwei Zeilen mit Schrift. Es ist wunderschön, flüstert Brooklyn neben mir. Wie Sie sehen können, Sheriff, ist es immer noch frisch, bemerkt Liam. Der Sheriff nickt. Mach den Verband wieder drüber. Mit einem Mal wirkt der schroffe Kerl frustriert. Warte, sagt Brooklyn und tritt nach vorn, um den Text zu lesen. Lächelnd blickt sie Juno an, die neben sie tritt. Oh, Rome. Juno wischt sich eine Träne weg. Deck es wieder ab, Liam, sagt er, doch Liam ist nicht schnell genug. Savannah ist bereits da, begutachtet zuerst Romes Rücken und sieht dann Liam an. Sie wechseln einen Blick, den ich nicht beschreiben kann. Als würden sie sich ohne Worte unterhalten. Liam nickt. Kurz wandert sein Blick über Savannas Körper, bevor er sich wieder dem Verband widmet. Für Mom und Dad? fragt Brooklyn, nachdem Rome sein Shirt wieder angezogen hat. Ganz offensichtlich. Ich werde euch immer bei mir tragen, bis wir uns wiedersehen. Es ist wunderschön, Rome. Brooklyn setzt sich zu ihm auf die Liege. Na schön. Sheriff Miller sieht mich an. Und Sie waren die ganze Zeit mit Ihnen zusammen? Ja, wir waren die ganze Zeit hier. Okay, ich lasse es jetzt gut sein, aber ich hoffe, damit ist die Sache erledigt. Habt ihr verstanden? Der Sheriff straft die Jungs mit einem warnenden Blick, wie ein Vater, der seine ungezogenen Kinder zurecht weist. Ja, erwidert Denver mit ernstem Gesichtsausdruck. Seltsam. Jetzt ist nichts mehr von Romes und Danvers Scheiß auf alles und jeden Mentalität und der Sheriff sieht sie nun eher an, als wären sie zwei verlorene Jungs und keine Männer, die eine Straftat begangen haben. Juno strömen nur so die Tränen über die Wangen. Selbst Savannah hat ihre aufrechte Haltung ein wenig aufgegeben. Und Brooklyn? Die zieht ihr Shirt aus und legt sich hin. Was zum Teufel? Los Liam, ich will das gleiche Tattoo, nur mit einem weiblichen Touch. Äh, Brooklyn? Rome steht nun über sie gebeugt. Was machst du da? Ich kopiere dein Tattoo. Das macht dir doch bestimmt nichts aus. Dann wendet sie sich an Liam. Ich will nicht so große Flügel wie er. Oh, vielleicht ein paar kleinere fliegende Vögel. Liam sieht Savannah an, die ganz rot wird. Jetzt mal im Ernst. Treiben es die zwei heimlich miteinander. Ich meine die Tatsache, dass du dich gerade vor allen Leuten ausgezogen hast, presst Rome hervor. Brooklyn zieht die Stirn kraus. Ein BH ist nichts anderes als ein Bikini. An Romes Stelle würde ich damit argumentieren, dass ein Bikini für gewöhnlich keine Spitze hat. Und ich würde ihr auch sagen, dass sie gerade viel zu heiß aussieht. Scheiße. Schnell schüttle ich Gedanken, bei denen ich sofort einen Ständer kriege. Ich muss dringend flach gelegt werden, damit ich nicht mehr ständig an sie denke. Dabei ist sie nicht mal mein Typ. Ich stehe auf Frauen, die nicht von einem erwarten, dass man ihnen am nächsten Morgen Frühstück zubereitet. Außerdem hat sie immer noch Liebeskummer. Normalerweise wäre mir das egal, denn der Sex, den ich bevorzuge, würde trotzdem funktionieren. Aber aus irgendeinem Grund ist mir dieses Mädchen, diese Frau, besonders wichtig. Colt und Wyatt sind auch hier, sagt Rome, als würde es Brooklyn einfach nicht begreifen. Und ich? Liam hebt die Hand, obwohl er sie wahrscheinlich eher als Schwester sieht. Aber wer weiß, so wie er Savannah die ganze Zeit anstarrt. Was ist mit sie ist auch meine Schwester, passiert Arschloch, wiederholt Denver die Worte, die Liam anscheinend gesagt hat, bevor sie ihren Rachefeldzug gegen Jeff angetreten haben. Ich reche mich eben gern, lachend sieht er Brooklyn an und beginnt ihr Schulterblatt zu desinfizieren. Was machst du da? fragt Rome. Soweit ich weiß, ist Brooklyn älter als ihr zwei Idioten. Sie kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Außerdem ist Tinte gut für die Seele. Liam schnappt sich ein Buch und blättert durch die Seiten, bevor es Brooklyn reicht. Wie findest du sowas? Ich brauche ein Bier. Rome stürmt in den hinteren Teil des Ladens, gefolgt von Denver. Bring mir eins mit! Lachend stößt Liam Brooklyn mit der Faust an, um ihr zu zeigen, dass er scherzt. Bist du sicher, Brooke? fragt Savannah, deren Blick mal wieder zu Liam wandert. Amseln? Dann fällt ihr Blick auf das Bild. Sie sieht Liam erstaunt an. Er grinst. Oh, es ist wundervoll, Liam. Hast du das gezeichnet? fragt sie und deutet auf das Bild. Er nickt und lächelt stolz. Lass mich auch mal sehen. Juno eilt herbei. Oh, ich will auch eins. Gerade als du dachtest, du hättest Feierabend, sagt der Typ neben dann sieht er mich an. Sorry, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Ich bin Colton Stone, Junos Kumpel. Wyatt, habe ich schon mitbekommen, erwidert er lächelnd. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Dunkles Haar, sauberer Schnitt, muskulös. Klein statt eben, nicht wahr? Ich verlagere das Gewicht auf die Fersen und schiebe die Hände in die Hosentaschen. Kriegen wir Rabatt? fragt Juno. Hört jetzt auf, sagt Savannah. Warum wollt ihr euch plötzlich tätowieren lassen? Brooklyn sieht Savannah an. Weil es Spaß macht. Komm schon, mach mal mit ausnahmsweise. Liam platziert die Transferfolie auf ihrem Schulterblatt. Savannah greift nach ihrer Handtasche. Ich muss noch arbeiten. Du arbeitest zu viel, ruft Liam ihr hinterher. Bis morgen. Sie winkt, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die Türklinge läutet und weg ist sie. Als Liams Tätowiermaschine zu Summen beginnt, sucht Brooklyn meinen Blick. Rome und Denver bringen für alle Bier mit. Wir setzen uns auf die Wartestühle, während Brooklyn den Schmerz hinnimmt wie ein Profi. Sie gibt keinen einzigen Ton von sich. Diese Frau überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Als Liam fertig ist mit Tätowieren stehen wir alle auf um zu gehen. Die Jungs sind schon ganz schön angetrunken. Juno und Colton sind die nüchternsten von allen. Von Liam abgesehen natürlich. Brooklyns Augen sind ein wenig glasig. Nach ihrem Tattoo habe ich angefangen ihre Drinks mitzuzählen. So viel hat sie gar nicht getrunken. Soll ich euch nach Hause fahren? fragt uns Colton. Nope, schon gut, grätscht Brooklyn dazwischen. Sicher? fragt er nochmal, denn wahrscheinlich denkt er sich das gleiche wie ich. Du schaffst es niemals zu Fuß zurück und ich habe keine Lust sie nach Hause zu tragen. Es ist viel zu schön, um jetzt im Auto zu sitzen. Komm, ich anderen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde dich die halbe Strecke tragen müssen, sage ich leise lachend. Nope. Sie kreist um einen Laternenpfahl, als wären wir in einem Musical. Sie ist glücklich. Dass sie sich keine Gedanken um die geplatzte Hochzeit oder das mögliche Scheitern ihrer Geschäftsidee macht, bringt mich zum Lächeln. Jetzt, da ich ihr helfe, ist mir klar geworden, dass es nicht leicht werden wird, auf dem Markt der ätherischen Öle Fuß zu fassen. Sie wird nicht nur Geld brauchen, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen. Wir verlassen die Innenstadt und gehen in Richtung See. Von dort aus können wir dann bis zu unserem Wohnkomplex schlendern. Tut es weh? frage ich. Sie sieht mich über die Schulter an. Nein, aber eigentlich schlafe ich immer auf dem Rücken. Mal sehen, wie ich das heute Nacht mache. Großartig. Jetzt stelle ich mir vor, wie sie im Bett liegt. Während sie vor mir hergeht, scheint der Mond auf sie herab. Sie sammelt Kieselsteine auf und lässt sie über den See hüpfen. Glaubst du, jedes Kind denkt, seine Eltern hätten die perfekte Beziehung? Am liebsten würde ich sagen, um Himmels Willen nein, sieh dir nur meine Eltern an. Mein Dad vernachlässigt aus. So ist es nun mal. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich gesehen habe, wie sie sich geküsst haben. Da ich nichts erwidere, fährt sie fort. Ich war 16, als meine Eltern gestorben sind. Trotzdem hatte ich auf gewisse Weise Glück. Phoenix und Sedona können sich überhaupt nicht mehr an sie erinnern. Weißt du, was mich an der Sache mit Jeff am meisten belastet? Was denn? Ich setze mich zu ihr. Ich habe immer gesehen, wie sich meine Eltern geküsst, umarmt und Händchen gehalten haben, wenn sonst keiner hingesehen hat. Wenn ich mir in der Küche einen Snack geholt habe, oder wenn meine Mom meinem Dad das Grillfleisch gebracht hat. Sie haben sich immer wieder umarmt und geküsst. Ihre Liebe war so stark. Ich wollte, was sie hatten. aber ich glaube, ich habe es erzwungen. Ja, ich bin sauer auf Jeff, aber vielleicht hat er mir einen Gefallen getan. Sie wirft einen Stein ins Wasser. Mit einem lauten Plopp landet er im See und hinterlässt weite Kreise aus Wellen. Ich glaube, viele Mädchen wachsen mit dieser Wunschvorstellung auf. Das ist es ja. Ich wollte Familie, Kinder, aber am meisten wollte ich die Liebe, die sie hatten. Ich wollte den Mann, den ich liebe, umarmen, weil ich seine Berührung so sehr brauche wie meinen nächsten Atemzug. Wollte keine Sekunde ohne seine Lippen auf meinen sein. Sie sieht mich an. Du findest das bestimmt doof. Ich sammle ebenfalls ein paar Steine auf. Überhaupt nicht. Du wolltest die wahre Liebe so sehr finden, wie ich sie vermeiden will. Sie legt den Kopf schief. Warum? Wir sollten besser weitergehen. Ich stehe auf, werfe die Kiesel ins Wasser und halte ihr meine Hand hin, um ihr aufzuhelfen. Dass du nichts sagst, heißt wohl, dass du es mir nicht erzählen willst. Warum muss es dafür unbedingt einen Grund geben? Sie sieht mich an, als wäre meine Haut aus Papier, als könnte sie direkt in mein Inneres blicken. Sie weiß, dass es einen Grund gibt und ich kann es nicht abstreiten. Also verweigere ich lieber die Aussage. Ich habe ganz vergessen, mich bei dir zu bedanken, unterbricht sie das Schweigen und macht ein paar Schritte rückwärts. Dafür, dass du meinen Brüdern geholfen hast. Ich weiß, dass sie es getan haben und das mit dem Auto schreit förmlich nach Liam. Ich weiß Sie schnaubt. Sheriff Miller und mein Dad sind zusammen zur Schule gegangen. Ich glaube, manchmal vergisst er, warum Rome und Denver so sind, wie sie sind. Sie waren 14, als meine Eltern gestorben sind. Verstehe mich nicht falsch, vor dem Unfall waren sie auch keine Engel, aber danach hatten sie überhaupt keinen Respekt mehr vor Autoritätspersonen. Austin hatte es nicht leicht mit ihnen. Rome ist nach Europa abgehauen, um dort zu arbeiten und Denver hat sich einen gefährlichen Beruf ausgesucht. Ich schätze, der Tod meiner Eltern hat uns alle auf unterschiedliche Weise geprägt, aber du hast recht, Rome's Tattoo hat den Sheriff an das erinnert, was sie verloren haben. Es überrascht mich, wie ungezwungen sie über ihre Eltern spricht. Anscheinend können sie alle darüber reden. Warum hast du dir Ich habe Romes Tattoo gesehen und wollte ihnen zu Ehren auch eins. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich wollte zur Abwechslung mal jemand anderes sein, jemand, der Chancen nutzt und im Moment lebt. Seit ich Jeff kennengelernt habe, habe ich in einer Traumvorstellung gelebt. Ich habe es satt. Ich wollte Veränderung. Vielleicht brauche ich gar keinen Mann, um glücklich zu werden. noch ihre Lippen auf meinen spüren. Ihr sagen, dass sie eines Tages einen Kerl völlig von den Socken hauen wird. Sie hat ja bei mir schon einen verdammt guten Job gemacht. Ich bin nicht der Glückliche, aber er ist irgendwo da draußen. Eines Tages wird sie ihr Happy End bekommen. Das klingt nach einem guten Plan. Wir erreichen den Parkplatz vor unserem Wohnhaus. Das Licht der Straßenlatern vertilgt den Mondschein. Und du musst auch lernen, jemandem zu vertrauen, Wyatt. Ich erwidere nichts. Unter einer Laterne bleibt sie stehen. Ich meine es ernst. Ich verstehe, dass dir irgendwas widerfahren ist, das dir den Glauben an die wahre Liebe geraubt hat. Aber irgendwann wirst du jemanden in dein Herz lassen müssen. Jetzt klingst du wie meine Mom. Sie lacht. Naja, getan, obwohl du mich kaum kennst. Ich habe das Gefühl, sie seit Ewigkeiten zu kennen. Ich werde darüber nachdenken. Sie schüttelt den Kopf, lässt mich stehen und geht zur Eingangstür. Wäre es schlimm, wenn ich sie jetzt küssen würde? Ja, sehr schlimm. Sie ist gerade dabei, sich selbst zu finden. Sie sollte sich jetzt nicht auf einen Typen einlassen, dessen richtigen Namen sie nicht mal kennt und der Tausende von Meilen entfernt ein Leben hat. Statt auf sie zu zu gehen, ihr Gesicht zwischen die Hände zu nehmen und sie zu küssen, bewundere ich sie lieber aus der Ferne. Sie muss eine Fata Morgana sein. Sie kann unmöglich so gut sein, wie es scheint. Mein erster Tag auf dem Markt könnte nicht besser beginnen. Es ist sonnig und warm und die Leute warten bereits, dass er öffnet. Danke, dass du mir hilfst, Juno, sage ich, während sie das Zelt über unserem Tisch errichtet, mit dem Banner, mit dem ich Wyatt gestern Abend überrascht hat. Ich liebe es, Brooklyn. Juno begutachtet eine meiner Visitenkarten mit meinem Firmennamen und Logo. Zusätzlich hat Wyatt Aufkleber und Postkarten drucken lassen. Wie bist du ein paar Sets zusammen? Wyatt bezeichnet sie die ganze Zeit als Zaubertränke. So hat sich die Idee entwickelt. Wir setzen uns in die Campingstühle und ich ordne das Bargeld und lege das EC-Gerät bereit, das Wyatt vorgeschlagen hat, damit die Leute auch mit Karte bezahlen können. Ich wünschte, er wäre jetzt hier. Aber meine Brüder wollten sich bei ihm für das Alibi bedanken und sind mit ihm zu einem Axt Weitwurf Wettbewerb gefahren. Männer. Ist Colton auch mit gegangen? Frage ich. Natürlich! Manchmal denke ich, er wäre unser fünfter Bruder. Er würde auf jeden Fall gut zur Familie passen, bemerke ich mit gehobenen Brauen und sie verdreht die Augen. Wir sind nur Freunde. Du bist doch auch mit Wyatt befreundet. Männer und Frauen sind durchaus in der Lage, eine rein platonische Beziehung zu führen. Jono schlägt die Beine übereinander und nippt an ihrem Eiskaffee. Obwohl ich da irgendwas spüre. Ich runzle die Stirn. Ist es schlimm, dass ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich an Wyatt denken muss. Bei der Arbeit finde ich immer wieder Gründe, an der Rezeption vorbeizugehen, um ihn zu sehen. An meinem freien Tag habe ich nur ganz leise Musik gehört, um mitzubekommen, wann er nach Hause kommt. Konzentriere ich mich gerade auf ihn, um Jeff zu vergessen, oder sind diese Gefühle echt? Was ist schlimm, unterbricht uns Holly von hinten. Sie trägt niedliche Shorts, dazu ein T-Shirt und Flipflops. Da hat sich wohl jemand an den Sommer hier gewöhnt, bemerke ich. Sie lächelt. Ja, aber wenn ich doch nur so braun werden würde wie in Florida. Sie setzt sich zwischen unseren Stühlen auf die Bordsteinkante. Holly ist erst seit einem Jahr in Lake Starlight und ungefähr genauso lange Teil unserer Familie, aber sie passt so gut hierher. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ohne sie war. Hat es was mit Lake Starlights neuen heißen Junggesellen Wyatt Moore zu tun? Juno lacht und dreht sich weiter zu mir. Woher weißt du von Wyatt Moore? frage ich. Naja, ich habe gelesen, dass er Roms und Danvers Alibi war. Und letzte Woche habe ich ein Foto von euch beiden gesehen, wie ihr zusammen am See sitzt. Sie sieht mich mit einem Gesichtsausdruck an, der sagt, tut mir leid, aber ich lese regelmäßig Basuil. Für jemanden, der nicht gern auf einer Klatschseite auftaucht, liest du sie aber ziemlich gern, neck ich sie. Sie lacht. Ich weiß, es ist schrecklich, aber ich bin Direktorin der High School und muss sicherstellen, dass mich die Kids respektieren. Dann solltet ihr aufhören, hinter Luckys in Austens Jeep zu vögeln, wirft Juno ein. Holly wird rot. Es anzulachen. Irgendwie vermisse ich Basuil, aber ich will nichts über Jeff lesen oder darüber, dass mich alle für eine Versagerin halten. Holly und Juno greifen gleichzeitig nach meiner Hand. Du bist keine Versagerin und keiner denkt das. Um ehrlich zu sein, Holly sieht Juno an, es braucht keine Worte, um zu verstehen, dass sie das gleiche denken. Die Leute glauben, Wyatt Moore könnte dein Juno hebt die Hand, als wäre sie die Streberin aus der ersten Reihe. Ich wusste es schon, als du ihn mit dem Buch am Kopf getroffen hast. Ihr liegt beide falsch. Er will keine Beziehung. Außerdem ist es sowieso noch zu früh für etwas Neues. Und er ist mein Boss. Aber du magst ihn trotzdem, fragt Holly und ist sich meiner Antwort bereits sicher. Wen? Plötzlich Sportklamotten. Ich habe gerade beim Laufen meine eigene Bestzeit geknackt. Sie lächelt und wir starren sie an, als wäre sie eine Außerirdische. In letzter Zeit war ich nicht mehr so gut. Keine Ahnung warum. Sie redet weiter, während wir uns insgeheim denken, dass wir nicht mal für Geld joggen gehen und schon gar nicht die Zeit messen würden. Wie wäre es mit gut gemacht Savannah gut gemacht Savannah sagen wir wie aus einem Mund. Du musst dringend flach gelegt werden bemerkt Juno. Setz dich doch. Willst du ein Wasser? Holly rückt ein Stück beiseite und Savannah setzt sich zu ihr. Nein das war nur das Warm up. Sie lehnt sich nach vorn und greift nach einem der Fläschchen. Das ist so süß Brucky Wyatt hat das gemacht. Job gemacht. Ich liebe den Namen sagt Holly. Jetzt muss ich sie nur noch verkaufen. Das wirst du Juno lächelt mich an. Vielleicht sollte ich auch einen Stand machen mit meiner Partner Vermittlung. Ich meine es gibt so viele Menschen die noch nicht den richtigen gefunden haben. Ihr Blick richtet sich auf Savannah Savannah zeigt ihr den Stinkefinger ihre typische Reaktion wenn sie von uns auf ihr Temperament oder ihr Liebesleben angesprochen wird. Und jetzt zurück zu Wyatt drängt Holly. Wir reden über Wyatt fragt Savannah und zieht mich an. Weil Brooklyn ihn am liebsten an ihre Bettpfosten fesseln würde aber Angst hat was dann die Leute denken erklärt Juno als könnte sie Gedanken lesen. Seit dem Abend am See hat sich irgendwas verändert. Ich hätte schwören können er wollte mich küssen und ich ihn. Ich lüge weil ich nicht zugeben will dass ich durchaus in der Lage wäre mich so kurz nach meiner geplatzten Hochzeit wieder zu verlieben. Irgendwie fühlt es sich falsch an. Und ob es stand ihr neulich förmlich ins Gesicht geschrieben widerspricht Juno und richtet den Zeigefinger auf mich. Da hat sie recht. Als er für Rome und Denver gelogen hat hattest du Herzchen in den Sie und Orsten hatten auch eine Menge Spaß. Instinktiv fällt mein Blick auf ihre linke Hand. Noch kein Verlobungsring. Na, du hast nichts verpasst. Die zwei haben sich Tattoos stechen lassen. Savannah deutet mit dem Daumen auf mich und Juno. Wirklich? fragt Holly. Zeig mal her! Ich drehe ihr den Rücken zu und ziehe meinen Top beiseite, damit sie meine Schulter sehen kann. Juno hebt den Fuß, um ihr das gleiche Tattoo auf ihrem Knöchel zu zeigen. Ihr habt euch das gleiche Motiv stechen lassen? Hollys liebliches Lächeln verrät, was sie davon hält. Ja, Rome hat eine Amsel auf dem Rücken mit dem Spruch Ich werde euch immer bei mir tragen, bis wir uns wieder sehen. Für unsere Eltern. Holly lächelt, wie sie es immer tut, wenn wir stimmen zwar, aber sie haben sowohl in der gesamten Stadt als auch in unseren Herzen Spuren hinterlassen. Das rufe ich mir jedes Mal ins Gedächtnis, wenn ich wieder traurig werde, weil sie nicht mehr da sind. Was ist mit dir? Holly stößt Savannah mit der Schulter an, die in Gedanken völlig wo anders ist. Sie verliert das Gleichgewicht, kippt gegen Jonas Stuhl und sieht uns an, als wüsste sie nicht, wovon wir sprechen. Ich stehe nicht auf Tattoos, murmelt sie. Ich werfe einen Blick auf die Straße. Die ersten Kunden verteilen sich zwischen den Ständen. Nun gut, ich habe meiner Mom versprochen, dass ich sie nach ihrer Frühschicht abhole und wir zusammen shoppen gehen. Holly steht auf. Wir sehen uns. Dann tätschelt sie mir die Schulter. Du schaffst das. geschriebenes Zeitlimit. Mach dir darüber keinen Kopf. Das Leben ist viel zu kurz. Ich finde es toll, dass du wieder für jemanden Gefühle entwickelst. Lass es nur langsam angehen. Ein Tag nach dem anderen. Lächelnd tätschle ich ihre Hand, die noch immer auf meinem Arm liegt. Du bist die Beste. Danke. Jederzeit. Sie verabschiedet sich von Juno und Savannah und wir beobachten, wie sie in Richtung »Holly?« ruft Juno und Holly dreht sich wieder um. »Vielleicht könntet ihr im Jeep woanders in Erinnerungen schwelgen. Nur so als Vorschlag.« Holly errötet, als sich ein paar Köpfe zu ihr umdrehen. »Das hat mir Savannah beigebracht.« Sie zeigt Juno den Mittelfinger, verdeckt ihn jedoch mit der anderen Hand. Wir müssen alle lachen. Dann dreht sie sich um und geht in Richtung Kaffee. Nicht, dass du sie noch verdirbst, sage ich an Savannah gewandt. Sie lacht. Holly kann man nicht verderben. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Denn Holly ist ein von Grund auf guter Mensch. Ich habe gehört, was sie eben gesagt hat. Sie hat recht, Brooke. Denk nicht so viel darüber nach. Wir haben alle nicht sonderlich viel Erfahrung, was Beziehungen angeht. Aber nur weil Jeff ein Arschloch war, Zeit. Wenn das der Fall wäre, hätten sich Holly und Austin viel früher kennengelernt. Ich will damit nicht sagen, dass du Wyatt liebst oder irgendwas, aber wenn du ihn magst, dann erforsche es. Das ist alles. Juno räuspert sich, denn vor meinem Stand steht eine Frau mit ihrer kleinen Tochter. Sie sieht mich entschuldigend an. Hi, ich bin Brooklyn, sage ich lächelnd. Das, restliche Tag. Ich stelle mich denjenigen vor, die ich nicht kenne, erkläre die Unterschiede zwischen den Ölen und welchen Nutzen sie haben. Wyatt hatte recht, als er vorgeschlagen hat, sich am Anfang auf vier zu beschränken. Ich habe mich für beruhigen, energetisieren, schlafen und reinigen entschieden. Man kann sie sowohl einzeln als auch als Set kaufen. Zuerst habe ich an dem Plan klein anzufangen gezweifelt, aber jetzt sehe ich ein, dass Wyatt richtig lag. Als es fünf Uhr wird und die Verkäufer langsam ihre Stände abbauen, habe ich eine ordentliche Stückzahl verkauft. Eine Zahl, auf die ich stolz sein kann. Wartet! Grandma Dory rennt so schnell sie kann auf uns zu und wedelt mit Geldscheinen. Grandma! Ich seufze lächelnd, als sie an meinen Stand tritt. Was geht ab, Jima, sagt Juno und räumt die Ware weg, die wir nicht verkauft haben. Ich kaufe alles, was noch übrig ist, erklärt Grandma. Meine Schultern sacken zusammen. Mit einem Blick gebe ich zu verstehen, dass sie das auf keinen Fall tun wird. Doch, Brookie, ich will meine Enkelin unterstützen. Alle Damen im Center wollen was davon. Und ich bin ihre Dealerin. Pass auf, vor wem du das sagst, sagt Juno. Ach Juno, hör endlich mit dem Gras auf. Grandma Dory winkt ab. Ich schwere zu Juno hinüber, die die Augen so weit nach hinten verdreht hat, dass ich mir Sorgen mache, ob sie jemals wieder an die richtige Stelle finden. Rauchst du diesen Mist immer noch? Wo ist Colton? Normalerweise ist er nie mehr als fünf Schritte von dir entfernt. Ich finde immer noch, dass er einen schlechten Einfluss auf dich hat. Einmal, Grandma, du hast mich einmal erwischt. Dich und Colton, stellt Grandma richtig. Ich halte mich raus, denn je länger sie diskutieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass Grandma vergisst, warum sie hergekommen ist. Wir haben eben ein bisschen experimentiert, erwidert Juno genervt. In eurem Baumhaus. Womit habt ihr sonst noch herumexperimentiert. Keine Sorge, Grandma, noch habe ich nicht alle Gehirnzellen abgetötet. Juno tätschelt ihre Hand und packt weiter die Fläschchen in Schachteln. Was sagst du so? Ich bringe das schon mal ins Auto, brummt Juno und geht. Warte, ich wollte alles kaufen. Von wegen vergessen, Juno bleibt stehen und sieht mich an. Wirklich, Grandma, ich werde die Sachen auch online verkaufen. Schon in Ordnung. Was haben wir denn da? Rome reißt Juno die Schachtel aus der Hand, nimmt eine der Flaschen heraus und wirft sie Denver zu. Er öffnet sie und riecht daran. Oh, ich glaube, ich bin schon müde. Denver tut, als würde er einschlafen. Ihr seid so bescheuert! Juno reißt ihm die Flasche aus immer die nettesten Sachen. Sie ignoriert seinen Kommentar und drückt mir das Geld in die Hand. Jungs, bringt das ins Auto, steht um die Ecke. Sie wirft Rome die Schlüssel zu und er fängt sie mühelos. Was immer du willst, G. Mardy. Er stinkt. Wo wart ihr? fragt sie mit gekräuselter Nase. Stimmt, wo ist eigentlich Wyatt? Ich werfe einen Blick in Richtung Bürgersteig. Da kommt er mit Austin und Liam. Er erzählt gerade irgendwas, das die beiden unheimlich zum Lachen bringt. Oh Gott, was erzählt er ihnen da? Bitte nichts über mich. Wir waren beim Axt werfen. Der Stadtjunge hat ziemlich starke Arme. Denver reißt eine Kekspackung auf, wo auch immer er die her hat, und beißt in einen Cookie, den Blick die ganze Zeit auf mich gerichtet. Ich sehe weg. Ihr habt Wyatt mitgenommen? fragt Grandmar lächelnd. Du kennst uns doch, wir lassen jeden mitspielen. Denver zuckt mit den Schultern. Bestimmt wolltet ihr euch dafür bedanken, dass er euch den Arsch gerettet hat, erwidert Grandmar und tätschelt Denver die Wange. Gut gemacht übrigens. Ich schüttle den Kopf. Wäre ich nicht Gefahr gelaufen, mir die Hüfte zu brechen, hätte ich es selbst gemacht. Ich weiß, erwidert Denver. Und wie ist es gelaufen? fragt Wyatt und wirft einen Blick auf den Tisch. Du hast ganz schön viel verkauft. Er muss es wissen, schließlich hat er mir beim Abfüllen und Etikettieren der Flaschen geholfen. Rome hat eine ganze Schachtel. Mit einer Kopfbewegung deute ich auf meinen Bruder. Wyatt blickt über die Schulter. Trotzdem, es war ein voller Erfolg, würde ich sagen. Ich lächle ihn an und versuche meinen Magen daran zu hindern, herumzuhüpfen wie ein Fisch auf dem Trockenen. Holly will, dass wir heute Abend alle zusammen bei uns feiern, verkündet Austin. Das Familiendinner ist doch erst morgen, sagt Grandma. Ja, aber sie will ein Lagerfeuer machen, also habt ihr gefälligst da zu sein. Er deutet auf jeden Einzelnen. Super, murmle ich. Du auch, Wyatt, und Juno Colton ist nach Hause gegangen, um zu duschen, also überrasch ihn und sag ihm, dass er auch kommen soll. Genervt verzieht Juno das Gesicht. Fuck, ich ist ihre Hand Aua! Denver hält sich den Hinterkopf. Kinder, flüstert Grandma und sieht sich um, so könnt ihr vor mir nicht reden, das ist respektlos. Ich glaube ja, du und Grandpa wart früher ganz schön verrucht. Denver wackelt mit den Augen braun, doch sie ignoriert ihn und drückt mir wieder das Geld in die Hand. Gib mir die Sachen, Brooklyn. Was habt ihr da für einen Deal? fragt Wyatt. Sie will den Rest meiner Produkte kaufen, aber Wyatt nimmt das Geld entgegen und reicht ihr die Schachtel. Brooklyn sagt danke, sagt er lächelnd. Ich wusste, dass ich dich mag. Grandma dreht sich um. Rome. Karton. Auto. Sofort. Dann wendet sie sich an Orsten. Ich werde später da sein. Was soll ich mitbringen? Orsten lacht. nur dich selbst. Gute Antwort. Dann klingelt Orstens Handy. Okay, wir sehen uns in einer Stunde. Er deutet noch mal auf uns und wir grummeln alle, aber es ist nicht so, als hätte ich für heute Abend andere Pläne gehabt. Kommst du mit? Frage ich Wyatt. Er tupft sich etwas von dem Eukalyptus auf die Schläfen. Klar. Und wieder der Magen. Er will Ich folge Brooklyns Beschreibung zu Austens Haus. Es liegt in einem ländlicheren Teil der Stadt. Man gelangt über eine lange Allee dorthin. Hier bin ich aufgewachsen. Abgesehen vom College habe ich mein ganzes Leben hier gelebt. Wir fahren um eine Kurve, dann kommt das Haus in Sicht. Es ist ziemlich groß. In der Garage ist Platz für drei Autos. Alles ist aus Holz und genau so stellt man sich ein alaskisches Haus vor. Es ist wie eine gigantische Blockhütte. Jetzt, da Sedona und Phoenix auch weg sind, leben Austin und Holly allein hier. Ich nicke und parke neben Austens Jeep, mit dem wir vorhin zum Axtwerfen gefahren sind. Die Fahrt hat riesigen Spaß gemacht. Hattet ihr heute einen schönen Tag? fragt Brooklyn und steigt aus. Ich gehe zum Kofferraum, Ja, überraschenderweise hatte ich eine Menge Spaß. Definitiv außerhalb meiner Komfortzone, aber deine Brüder sind zum Schießen. Andere Leute sind da ganz anderer Meinung. Sie wirft einen Blick über die Schulter, während sie die Treppe zur Haustür hinauf geht. Das Haar trägt sie heute offen und gelockt. Am liebsten würde ich ihre Strählen um meine Finger wickeln und sie zu mir ziehen, bis sie in meine Arme fällt. Das Sommerkleid, das sie zusammen mit einer Jeansjacke trägt, betont ihre langen schlanken Beine. Als sie mir vorhin die Tür geöffnet hat, hätte ich am liebsten ihr Apartment betreten und die Tür hinter mir zugemacht, um mit ihr eine Privatparty zu feiern. Aus diesem Grund denke ich darüber nach, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie mit nach New York zu nehmen. Es ist schon schlimm genug, dass sie denkt, ich wäre nur der neue Manager und ich ihr sagen muss, dass ich der Sohn des Besitzers bin. Aber ich werde ihr auch sagen müssen, dass ich nicht für immer in Lake Starlight bleiben werde. Ich weiß, dass ich irgendwann reinen Tisch machen muss, aber der egoistische Teil in mir sagt mir, dass ich das hier noch ein wenig länger genießen sollte. Außerdem sind wir nur Freunde. Wir fühlen keine Beziehung. Es ist so seltsam, an der Tür zu klingeln, aber es ist jetzt ihr Haus. Sie lächelt, während wir darauf warten, dass uns jemand die Tür öffnet. Als Austin in der Tür erscheint, stürmt ein riesiger Hund an ihm vorbei und springt an uns hoch. Miles, schreien Austin und Brooklyn gleichzeitig. Doch der Hund springt immer noch an mir hoch. Da ich beide Hände voller Bier habe, kann ich ihn nicht von mir schieben. Miles, nein, ruft Austin, tritt hinaus auf die Veranda und zerrt an seinem Halsband. Anscheinend nicht fest genug, denn jetzt schnüffelt der Köter an meinem Schritt. Deshalb war ich noch nie ein Hundemensch. Solche Situationen sind immer so unangenehm. Ich bin sicher, dass mir Austin nicht zwischen die Beine greifen will, also versuche ich mich irgendwie aus der Situation heraus zu winden. Ich habe eben erst geduscht, ich schwöre, bemerke ich scherzhaft. Ich weiß, tut mir leid, das macht er immer, erwidert Austin genervt. Lecker Lied, Miles, ruft Holly von drinnen. Der Hund hält inne, blickt kurz zu mir auf und stürmt »Habt ihr schon gehört, was er angestellt hat?« fragt Austin und hält uns die Tür auf. Brooklyn hängt ihre Jeansjacke an die Garderobe und entblößt ihre nackten Schultern. Will sie etwa, dass ich die ganze Zeit mit einem Ständer herumlaufe? Lass gefälligst die Jacke an. Es wird später bestimmt kühl draußen, bemerke ich. Sie sieht mich schräg von der Seite an und zieht die Augenbrauen zusammen. »Wenn wir rausgehen, zieh sie wieder an. Ich helfe jetzt erst mal Holly. Dann lässt sie mich mit Austin allein. Anscheinend will sie die Geschichte nicht hören. Austin nimmt mir ein Sixpack Bier ab. Miles hat eine Hündin geschwängert, die ungefähr anderthalb Kilometer von hier entfernt wohnt. Jetzt wollen die Besitzer umziehen. Neulich standen sie vor unserer Tür und Holly hat ihnen gesagt, dass wir ihre Hündin behalten. Oh mein Gott, höre ich Brooklyn schreien. Anscheinend hat sie Daisy gerade kennengelernt. Sie weicht nicht von Hollys Seite. Bald wird sie werfen. Ich habe Holly gesagt, dass wir sie bei der Tierärztin lassen sollen. Er geht in Richtung Küche. So wie Holly dreingeblickt hat, hätte man meinen können, ich hätte gesagt, dass wir sie am Straßenrand aussetzen sollen. Ich höre aufmerksam zu. Oder besser gesagt, ich versuche so aufmerksam wie möglich zuzuhören, ohne mir seine Schwester nackt vorzustellen. Fuck, das Kleid, das sie trägt, ist ein Hauch von nichts. Holly hat im Vorraum eine Geburtsstation eingerichtet und ich muss die Tierärztin dafür bezahlen, dass sie Hausbesuche macht. Verdammter Miles, kann sich einfach nicht beherrschen. Irgendwie sympathisiere ich mit Miles. Das ist Daisy, Austin deutet auf eine kleine Hündin. Du armes Ding, Brooklyn beugt sich herunter, um sie zu streicheln. Deine Babys werden riesig sein. Miles gesellt sich zu ihnen und stößt seinen Kopf gegen Daisys. Jetzt streichelt Brooklyn beide gleichzeitig. Ich weiß, ich kann, erwidert Holly. Austin verdreht die Augen und streckt die Arme aus, damit ich ihm das Bier reiche, um es in den Kühlschrank zu legen. Und was hat sie gesagt? fragt Brooklyn besorgt. Sie meinte, es sei schon in Ordnung. Sie seien ja Welpen, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um sie. Holly schneidet den Salat. Daisy watschelt in ein Hinterzimmer, wahrscheinlich nicht der Vorraum. Womit kann ich dir helfen? fragt Brooklyn. Austin öffnet ein Bier und reicht es mir. Brooke? Wein bitte. Ich hoffe Weißwein ist okay. Ich trinke nur Weißen. Holly krümmt sich ein wenig. Weißwein ist perfekt. Während wir unsere Drinks schlurfen, tauchen nach und nach die restlichen Baileys auf. Ich bin ein bisschen froh, dass die jüngsten Zwillinge und ihr Bruder Kingston nicht hier sind, denn ich bin auch so überfordert. Ich unterhalte mich kurz mit Denver darüber, warum er Buschpilot geworden ist und mit Rome über seine Zeit in Europa. Ich frage ihn jedoch nicht nach den Restaurants, in denen er gearbeitet hat, denn als Hotelmanager hat man eigentlich keine Zeit, zweimal im Jahr nach Europa zu reisen und sich in der dortigen Gastronomie auszukennen. deswegen getan habe, um meinen Vater zu ärgern. Irgendwann reicht mir Jono eine ihrer Visitenkarten und meint, sie würde mir einen Rabatt geben, weil sie bereits wüsste, mit wem sie mich verkuppeln wolle und richtet den Blick auf Brooklyn. Sie stellen mir zwar ein paar Fragen zu New York, aber zum Glück haken sie nicht genauer nach. Würden sie jedoch fragen, wo ich studiert habe, würde ich behaupten, ich hätte an der NYU studiert, nicht an der Columbia. Das erinnert mich wieder daran, dass ich Brooklyn noch die Wahrheit sagen muss, bevor wir nach New York fliegen. Ich habe noch zwei Monate Zeit. Ich will es so lange wie möglich hinaus zögern. Nicht nur, weil ich es meinem Dad versprochen habe, sondern vor allem, weil ich Angst habe, es könnte etwas zwischen Brooklyn und mir verändern. Zum Abendessen gab es Burger, Hot Dogs und Salat. Abgesehen von den Wochenenden und Ferien, die ich in den Hamptons verbracht habe, war ich noch nie Teil einer Grillparty. Das Essen war lecker, wir haben viel gelacht und die Landschaft ist atemberaubend. Brooklyn hat die ganze Zeit gestrahlt. Es kommt immer seltener vor, dass sie in Gedanken versunken ist oder an ihrem Handy herumspielt. Ich frage mich, ob sie Jeff langsam vergisst. Austin! schreit Holly vom Balkon herunter. Es ist soweit! Mein Gott, ist Holly schwanger? fragt Rome. Nein, du Idiot, aber unser Hund, erwidert Austin. Männliche Hunde können Babys kriegen? Denver blickt zu Miles, der die Ohren aufstellt, als würde er wissen, dass wir von ihm reden. Hörst du eigentlich jemals zu? Daisy, die Hündin, die Miles geschwängert hat. Savannah folgt Austin die Hintertreppe hinauf. Ich muss jetzt gehen, Grandma Dory steht auf. Warum? fragt Juno. Weil ich in meinem Leben schon genug Geburten erlebt habe. Los, Brian und Karen! Sie gibt Onkel Brian und Hollys Mom Karen ein Handzeichen. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen bleiben. Für Holly, erwidert Karen. Bin gleich wieder da. Brian gibt Wange und tätschelt ihren Hintern. Du solltest froh sein, dass Holly gerade nicht hier ist, Onkel B. Ihre Mom so an den Hintern zu fassen. Rome grinst und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Eines Tages wirst auch du erwachsen werden, Ro. Onkel Brian führt Grandma Dory den Weg hinab. Gute Nacht, Gima! Gute Nacht, Grandma! rufen alle wie aus einem Mund. Oh, Wyatt! Ich drehe mich um. Vor dem Treppen Absatz ist sie stehen geblieben. Du kannst mich doch morgen bestimmt vom Center abholen und zum Familiendinner fahren, oder? Ich sehe Brooklyn an, deren Augenbrauen bis zum Haaransatz gesprungen sind. Äh, klar? Dann bis morgen! Sie nickt. Ich bin nicht sicher, was gerade passiert ist. Oh Scheiße, ich würde jetzt nicht in deiner Haut stecken wollen. Zeit für große Reden! Denver sieht Rome an. Beide fangen an zu lachen. Wyatt baut keine Scheiße wie ihr beiden. So schlimm wird es also nicht werden, erwidert Brooklyn. Doch sie kaut auf ihrer Unterlippe herum, was sie immer tut, wenn sie unsicher ist. Ich baue überhaupt keine Scheiße. Ich habe gerade ein Restaurant gekauft, schimpft Rome. Und ich besitze ein eigenes Flugzeug und lebe in meinem eigenen Apartment, fügt Denver hinzu. Ich werde mir jetzt ansehen, wie die Welpen geboren werden. Brooklyn steht auf. Ich auch, sagt Juno. Colton schaut mich an und hebt die Augenbrauen. Ich sitze hier ganz gut. Streichelt Daisy von mir. Ich stütze den Knöchel aufs Knie und trinke weiter mein Bier. Juno, gib Bescheid, falls ich reinkommen soll, sagt Colton. Sie nickt und schließt zu Brooklyn auf. Gemeinsam gehen sie die Treppe hinauf. Ich sehe ihn fragend an. Ich studiere Veterinärmedizin. Okay, verstehe. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Bier. Ich würde gern einen nehmen, höre ich Brooklyn zu Juno sagen. Oh, Brokey, immer willst du dich um alle kümmern. Sie gehen weiter die Stufen Zwei Augenpaare richten sich auf mich und Coltons Blick wandert zwischen den Zwillingen und mir hin und her. Also Wyatt, beginnt Denver, lehnt sich nach vorn und stützt die Arme auf die Schenkel. Ja? Was hast du vor mit unserer Schwester? fragt Rome. Ich glaube, Daisy muss doch noch ein bisschen angefeuert werden. Colton steht auf und rennt förmlich die Treppe hinauf. Hosenscheißer. Aber sein Tag wird kommen. Das weiß ich genau, so wie er Juno nachrennt. Wir sind Freunde. Ich helfe ihr mit ihrem Business. Sie sehen einander an und dann wieder mich. Wir sind nicht blöd. Aber wir sind doch keine Spielverderber, fügt Rome hinzu. Du weißt ja, was wir mit Jeff gemacht haben, oder? fragt Denver und ich nicke. Falls du sie verletzen solltest, nach allem, was sie durchgemacht hat, liegt der Leichensack schon bereit. Lässig nehme ich einen Schluck von meinem Bier. Sie wollen mich bestimmt nur verarschen. Doch da sitzen sie mit ihren gleichen Gesichtern und sehen mich ernst an. Kein Scherz. Sie ist keine, mit der man ein bisschen Spaß hat, um sie dann einfach weg zu werfen. Wenn du was mit ihr anfängst, dann sollte es gefälligst in einem Ja, ich will enden, sagt Denver. Oder du bringst sie dazu, freiwillig mit ihr Schluss zu machen, fügt Rome schulterzuckend hinzu. Jetzt mal im Ernst, du hast doch auch gesehen, wie er sie angegafft hat, erwidert Denver. Rome steht wasche neben sich in den Mülleimer. Das heißt aber nicht, dass ich dich nicht windelweich prügeln werde, wenn sie deinetwegen auch nur eine Träne vergießt. Verstanden, aber wir sind wirklich nur Freunde, versichere ich. Und ich aber einen verdammten Einhorn-Schwanz. Denver zuckt mit den Schultern. Nicht, dass mein Schwanz nicht magisch wäre. Die Zwillinge fangen an zu lachen. Ich muss unweigerlich mit lachen, bis sie mich wieder ernst ansehen. Endlich wechseln sie das Thema und reden über das Axtwerfen. Doch jetzt frage ich mich, was ich wirklich von Brooklyn will und wie ich es schaffen soll, meinen Schwanz von ihr fernzuhalten. Wyatt mit zum Familiendinner zu bringen, war eigentlich nicht der Plan. Aber er hat hier keine Familie und es war nett, von Grandma an ihn zu denken. Ich bin mitgefahren, um sie heute abzuholen, damit sie nicht sagt, was sie nicht sollte, wie zum Beispiel Na, wie gefällt dir Brookie? Sie ist süß, nicht wahr? Mein Gott, könnt ihr euch vorstellen, von eurer Großmutter verkuppelt zu werden? Wie peinlich und verzweifelt. Ich hoffe, es geht Ihnen besser, Mrs. Bailey. Wyatt öffnet ihr die Wagentür. Sie hat gesagt, ich solle auf dem Rücksitz warten. So würden wir herausfinden, ob er ein Gentleman ist oder nicht. Und tatsächlich, er öffnet auch mir die Tür. Dann ist er wohl tatsächlich ein Gentleman. Sie streckt ihm die Hand hin und er hilft ihr auf die Beine. Es wird sicher bald wieder besser. Millie war die letzten Tage krank. Die alte Schachtel hat mich bestimmt angesteckt. So redet man aber nicht von seiner besten Freundin, sage ich. Eine gewöhnliche Erkältung könnte mich in diesem Alter umbringen, schimpft sie. Wyatt lächelt mir zu und öffnet uns die Tür zum Seniorenheim. Guten Abend, Dory. Hatten Sie eine gute Zeit mit Ihrer Familie? fragt das Mädchen hinter der Rezeption. Mir entgeht nicht, dass sie sich mehr auf Wyatt konzentriert als auf meine Großmutter. Ja, hast du Wyatt schon kennengelernt? Er ist neu in Lake Starlight. Noch nicht, schön sie kennenzulernen Wyatt. Sie leckt sich die Lippen. Geht's noch offensichtlicher? Freut mich, Nicole. Jetzt wickelt sie sich auch noch eine Haarsträhne um den Finger. Ernsthaft? Nicole, Wyatt lächelt. Würde es mich jucken, würde ich Wyatt sagen, dass wir hier nicht bei der Partnerbörse sind und er gefälligst zu Grandmas Zimmer weitergehen soll. Hui, wo kommt denn plötzlich dieser Anflug von Eifersucht her? Meine Enkel in Brooklyn kennst du ja bereits. Danke, Grandma. Nein, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Hi, Nicole. Ich winke ihr zu, doch mich lächelt sie nicht so herzlich an wie Wyatt. Hi! Zum Glück gibt Grandma Gas, sodass wir schnell den Korridor erreichen, der zu ihrem Apartment führt. Ich muss erst mal die Tatsache verarbeiten, dass sich einer Frau die Augen auskratzen will, weil sie Wyatt so angesehen hat, als wollte sie ihn vernaschen. Als wir vor Grandmas Tür stehen bleiben, betrachte ich Wyatt. Er ist zweifelsohne attraktiv. Nicht im Lake Starlight Sinne. Seine polierten Kanten stechen hier definitiv heraus. als würde er täglich in Kokosöl baden. Abgesehen von seiner reinen äußerlichen Attraktivität ist er auch ein wirklich netter Kerl. Ich muss zugeben, dass ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, was passiert wäre, wenn ich ihn vor Jeff kennengelernt hätte. Kurz hatte ich auch den Gedanken, dass ich mich mit ihm trösten könnte, um über Jeff hinweg zu kommen. Aber dass ich auf eine andere Frau eifersüchtig bin, die ihn anhimmelt? Das ist neu. Selbst bei Jeff war ich nicht eifersüchtig. Rookie in meiner Handtasche, unterbricht Grandma meinen inneren Monolog. Ich kam in ihrer Tasche nach dem Schlüssel und schließe die Wohnungstür auf. Wyatt hält sie uns auf. Sofort knipst Grandma alle Lichter an. Sie betritt das Wohnzimmer und betrachtet das Foto von ihr und Grandpa an der Wand. Dann dreht sie sich zu uns um. Warum seid ihr noch hier? Geht jetzt! Mit einer Handbewegung scheucht sie uns weg. Meine Güte, gern geschehen, erwidere ich. Danke. Mit der Hand wedelnd kommt sie auf uns zu und buxiert uns zur Tür. Wir gehen rückwärts, bis wir wieder draußen auf dem Flur stehen. Einen schönen Abend noch! Lächelnd schließt sie die Tür. Wyatt und ich sehen einander verwirrt an. Sie ist ein wenig seltsam, erkläre ich. Du auch, erwidert Grandma von der anderen Seite der Tür. Gute Nacht, Grandma! Kichernd winke ich dem Spion zu. Das hat sie sowas von geplant. Ich gehe den Flur hinab in Richtung Ausgang. Ich habe mir schon im Auto gedacht, dass sie mir irgendwas mit angegeben hat, wie gut du schon mit sechs Jahren im Eisschnell laufen warst. Wyatt lächelt mich an. Seine perfekten Zähne leuchten im Kunstlicht des Foyers. Schönen Abend noch, Wyatt und Brooklyn, sagt Nicole und zieht Wyatt's Aufmerksamkeit auf sich. Ebenso. Ich drehe mich um und rolle mit den Augen. Meine Eifersucht wird immer größer statt weniger. Während wir auf seine Limousine zugehen, frage ich mich, was er im Winter machen wird. Mit dem Ding wird er nirgendwo hinkommen, ohne mindestens ein- oder zweimal hängen zu bleiben. Er öffnet mir die Tür und ich steige ein. Der Wagen riecht nach ihm, sein frischer Duft gepaart mit Eukalyptus. Lächelnd greife ich nach meiner Flasche mit dem Öl, die in der Mittelkonsole steht. Meins. Er stellt es zurück in den Getränkehalter und startet den Motor. Du magst es, was? Das Licht der Straßenlaterne fällt durch das Sonnendach und erhält seinen verwirrten Gesichtsausdruck. So sehr, dass ich mir noch eine Flasche geklaut habe, als Bonus für meine Hilfe, er zwinkert. Mein Magen kribbelt vor Aufregung. Das freut mich. Meine Brüder probieren meine Sachen nie aus. Sie finden sie zum Mädchen Haft. Er schnallt sich an und fährt vom Parkplatz. Ich teste an ihrer Stelle. Ich hatte monatelang höllische Kopfschmerzen. Bis du mir das Öl geschenkt hast. Er bringt uns die kurvenreiche Straße hinab, die zur Northern Lights Seniorenresidenz führt. Ich frage mich, warum sie die Straße so abenteuerlich angelegt haben, obwohl viele der Bewohner meine Gedanken wandern zu Nicole und warum ich so eifersüchtig reagiert habe. Das wiederum führt mich zu der Frage, warum Wyatt bisher nicht versucht hat, die Grenze zwischen uns zu überschreiten. Sobald sich unsere Finger berühren, zieht er sofort die Hand zurück. Meist liegt sein Blick sonstwo nur nicht auf mir. Bist du schwul? Die Frage rutscht mir heraus, obwohl sie eigentlich in meinem was? Tut mir leid, es geht mich überhaupt nichts an. Hast du dir schon mal eine Frage gestellt und sie versehentlich herausposaunt? Ignorier es einfach. Meine Wangen glühen. Er bewegt sich kein bisschen. Die eine Hand liegt auf dem Lenkrad, die andere in seinem Schoß. Warum denkst du, ich wäre schwul? Ähm, tu ich nicht, vergiss es einfach. Mit einer Handbewegung gebe ich ihm zu verstehen, dass er weiter fahren soll, damit ich so schnell wie möglich aus diesem Auto rauskomme, um mich auf unbestimmte Zeit in meinem Apartment zu verstecken, oder zumindest bis Montag, dann muss ich nämlich wieder arbeiten. Auf keinen Fall. Denkst du, ich wäre schwul, weil ich auf deine Öle stehe? Warum steht hinter uns kein Auto? Weil es 21 Uhr ist und alle Bewohner der Seniorenresidenz schon im Bett sind. Wir könnten bis 5 Uhr morgens hier sitzen, ohne dass uns jemand anhubt, weil wir im Weg stehen. Nicht wirklich, ich will nur... Wie formuliere ich das jetzt, damit es nicht so klingt, als würde ich mich für einen Laufstegmodel halten, das er ignoriert? Ich verstehe, dass ich nicht so der Outdoor-Typ bin wie deine Brüder. Und ja, ich bin schon hin und wieder bei der Maniküre oder Massage gewesen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, warum du mich für schwul hältst. Es ist nur, du und ich, wir haben bisher nicht... Ich drehe den Kopf weg und richte den Blick hinaus in die Dunkelheit. Du denkst, ich wäre schwul, weil ich dich bisher nicht angegraben habe? Er hat den Nagel Sein arroganter, amüsierter Ton verrät mir, dass er sich seine Meinung schon gebildet hat, ganz egal, was ich jetzt sage. Aber nicht, weil ich mich für so unglaublich toll halte. Und ja, du magst meine Öle, aber du isst jeden Tag allein zu Mittag. Ich habe noch nie gesehen, dass du dich mit einer anderen Frau unterhalten, geschweige denn, mit ihr geflirtet hast. Du verbringst deine ganze Freizeit mit mir. Nicole war ganz offensichtlich an dir interessiert. Nicole? Er stellt das Auto in den Park Modus. Da keine Straßenlaterne in der Nähe ist, ist es zu dunkel, um seinen Gesichtsausdruck zu erkennen. Lediglich anhand seines Tonfalls kann ich seine Stimmung deuten. Das Mädchen eben. Mit dem Daumen deute ich hinter uns auf die Seniorenresidenz. Sie ist vielleicht zwölf. Sie ist eindeutig Anfang Mitte zwanzig. Höchstens Anfang. Ich werfe die Hände in die Luft. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Es gibt keinen Grund, beleidigt zu sein. Ich bin nicht beleidigt. Und nur damit du es weißt. Er lehnt sich weiter zu mir. Ich bin nicht schwul. Okay. Ich verschränke die Arme vor Er richtet sich auf, stellt das Auto in den Drive-Modus und gibt Gas. Er wirkt angefressen und ich verstehe nicht warum. Es war doch nur eine Frage. Eine, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und er wirkte nicht so, als hätte ich seine Privatsphäre verletzt. Schnaubend richte ich den Blick durch das Beifahrerfenster und beobachte, wie die Mainstreet an uns vorbeizieht. Nur haben auch zu. Erst als wir auf den Parkplatz unseres Wohngebäudes fahren, finde ich den Mut, die erdrückende Stille zu durchbrechen. Es tut mir leid. Er parkt und zieht den Zündschlüssel ab. Eine Weile schweigt er, bevor er etwas erwidert. Muss es nicht. Ich steige aus und krame in meiner Handtasche nach den Schlüsseln. Ich will einfach ins Bett. Morgen früh aufstehen und so tun, als wäre nichts passiert. Warte! Wyatt schließt zu mir auf und steckt seinen Schlüssel ins Schloss. Doch dann stellt er sich vor die Tür und lässt mich nicht durch. Es ist doch doof. Warum streiten wir uns? Nur weil du mich gefragt hast, ob ich schwul bin? Sag du es mir! Ich verschränke die Arme vor der Brust und sehe ihm direkt in die Augen. Es lag nicht an der Frage, sondern sein Blick schweift hinaus auf den dunklen See, bevor er wieder mich ansieht. Unsicherheit zeichnet sich auf seinem perfekten Gesicht ab. Dann macht er einen Schritt nach vorn und legt die Hand an meine Wange. Ich ziehe scharf die Luft ein, starre ihn an und schmiege mich an seine warme Hand. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich eventuell darauf warte, bis du über ihn hinweg bist? Mein Blick fällt auf seinen Mund und er leckt sich die Lippen. Es ist, als würde eine Flipperkugel durch meinen Körper schießen. Tust du? flüstere ich und lehne mich weiter zu ihm. Er schließt die Augen und die Flipperkugel trifft mich direkt in den Magen. Wir müssen reden. Es Ich bekomme Gänsehaut und zwar nicht von der guten Sorte. Was ist? Er lässt meine Wange los und streichelt über meinen Arm, bis meine Hand in seiner liegt. Lass uns reingehen. Ich glaube, wir brauchen beide einen Drink. Er öffnet die Haustür. Noch immer hält er meine Hand. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr Adrenalin rauscht durch meine Adern. Was passiert hier gerade? Was hat er mir zu sagen? Innerlich verfluche ich mich dafür, dieses Gespräch überhaupt angestoßen zu haben. Plötzlich geht alles so schnell. Aber ich will auch nicht, dass es aufhört. Ich will wissen, ob Wyatt's Lippen tatsächlich so weich sind, wie sie aussehen. Ich will seine forschenden Hände auf meinem Körper spüren. Wird er so sanft sein, wie er es die ganze Zeit schon gewesen ist? Mag er es schnell und hart oder zart und langsam? Als wir den dritten Stock erreichen, wirft er mir über die Schulter einen Blick zu. Ich glaube, er fragt sich das Gleiche wie ich. Was auch immer er mir zu sagen hat, wird nichts an meinen Gefühlen ändern. Ich will ihn trotzdem. Er schmiegt den Kopf an meinen Hals. Ich würde dich jetzt wirklich gern küssen, flüstert er. Wieder bekomme ich Gänsehaut, diesmal von der guten Sorte. Dann tu es, flüstere ich zurück. Er schüttelt den Kopf und küsst mich direkt unterhalb des Ohrläppchens. Erst wenn du alles weißt. Clear! Unsere Köpfe schnellen hoch und drehen sich in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Erst jetzt merke ich, dass die Tür zu meinem Apartment offen steht. Bleib hier, sagt Wyatt, schleicht zu meiner Wohnung und verschwindet darin. Wenn er glaubt, dass ich jetzt hier stehen bleibe, ist er verrückt. Wer sind Sie? Höre ich Wyatt fragen. Das könnte ich Sie auch fragen. Ich erkenne die Stimme sofort und erschaudere bis ins Mark. Als ich mein Apartment betrete, ist die ganze Lust, die ich eben noch verspürt habe, augenblicklich verschwunden. Jeff? Wyatt dreht sich um. Irgendwie wirkt er enttäuscht. Hi, Brooklyn. Wir müssen reden. Der Typ vor mir ist Jeff? Stimmt. Ich hätte ihn am Pfeilchen erkennen können. Aber er ist niemand, den ich mir mit Brooklyn vorstellen kann. Ich kann nicht fassen, dass sie tatsächlich mit ihm verlobt war. Er sieht aus wie tut mir leid, mir fällt kein besseres Wort ein und ich will auch nicht wie ein Schuljunge klingen. Ein Trottel. Wer knöpft bitte den obersten Knopf seines Hemds zu, wenn er keine Krawatte trägt? Er ist so glatt rasiert, dass ich mich frage, ob er überhaupt Bartwuchs hat. Sein Haar ist viel zu lang, ungekämmt und unfrisiert. Dieser Typ hat noch nie eine Tube Haargel gesehen. Ich ignoriere die aufkeimende Eifersucht und widme meine Aufmerksamkeit Brooklyn. Ihre rosigen Wangen sind verschwunden. Jetzt ist sie kreidebleich. Ihr Mund steht leicht offen und ihre Arme hängen schlaff herunter wie bei einem Gorilla. Soll ich lieber gehen? frage ich. Doch sie schweigt. Jeff steigt über den kleinen Karton vor seinen Füßen. Ich dachte du wärst heute beim Familiendinner. Kurz bleibt er stehen bevor er an mir vorbeigeht. Und nicht auf einem Date. Dass er die Nerven hat Brooklyn jetzt ein schlechtes Gewissen einzureden lässt meinen Kopf herumschnellen. Pack deine restlichen Sachen zusammen. Joel hat das meiste davon. Brooklyn stellt ihre Handtasche auf den Tisch und beginnt in der Küche herumzuwerkeln. Möchtest du Kaffee oder lieber Tee, Wyatt? Ähm, was? Warum hat Joel meine Sachen? fragt Jeff. Keine Ahnung, Jeff. Vielleicht weil du mich vor dem Altar hast stehen lassen und ich so sauer war, dass deine Sachen plötzlich vor dem Haus auf dem Rasen lagen. Ups. Sie lächelt zuckersüß und setzt Kaffee auf. Kaffee oder Tee, Wyatt? Sie behandelt mich wie ein Kind, das sie absichtlich ignoriert, weil es gerade Videospiele spielt. Kaffee ist gut, erwidre ich. Ich hätte jetzt gern ein großes Glas Whisky, aber das sage ich ihr nicht. Ich komme ein andermal vorbei, knurrt Jeff. Brooklyn öffnet den Schrank mit den Kaffeetassen und knallt zwei davon auf die Küchentheke. Man spürt, dass sie psychotisch. Nein, du nimmst deinen Scheiß jetzt mit oder gar nicht. Ich trete den Rückzug an. Das ist eine Sache zwischen ihnen. Andererseits will ich Brooklyn aber auch beschützen. Milch oder Zucker? fragt sie, doch ich antworte nicht sofort, weil ich Mühe habe, alles zu verarbeiten. Wyatt! schreit sie. Zucker, erwidere ich, obwohl ich meinen Kaffee immer schwarz trinke. Warum habe ich Zucker gesagt? Jeff sieht mich mit gehobenen Augenbrauen an, als wollte er mich fragen, kannst du jetzt verstehen, warum ich sie abserviert habe? Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Obwohl ich kurz dachte, ich müsste ihn vor Brooklyn beschützen, würde ich schnell fertig sein, erwidert Jeff und geht den Flur hinab. Und den Schlüssel lässt du hier? Es ist nicht dein Apartment, ruft Brooklyn ihm hinterher. Vergiss nicht, dass ich die letzten zwei Monate die Miete gezahlt habe und die Kaution, erwidert Jeff. Er ist eindeutig lebensmüde. Dann lass uns gerne eine Abrechnung machen. Du schuldest meiner Familie 50.000 Dollar für die Hochzeit, schreit sie über den Tresen gelehnt den Flur hinab. Soll ich gehen? flüstere ich. Was? Ihr Kopf schnell zu mir herum, die Augen zu Schlitzen verengt. Diese Seite habe ich an ihr bisher nicht kennengelernt. Mir egal, ich ziehe sowieso nach San Francisco, dringt Jeffs Stimme über den Flur. Um deine tolle App zu verkaufen? fragt Brooklyn verächtlich. Jeff stapft wieder auf uns zu. Ich habe die App verkauft. Brooklyn entgleisen die Gesichtszüge. Jeff starrt auf den Küchentisch, auf dem Brooklins Utensilien für die Öle verteilt liegen. Du brauchst wohl wieder deine magischen Wässerchen. Okay, jetzt reicht's. Ich hebe die Hand und trete vor ihn. Bist du mit ihm zusammen? Jeff ignoriert mich einfach. Was geht dich das an? frage ich. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Brooklyn aufgegeben hat. Der Kampfgeist hat sie verlassen. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ich lege die Hand in Jeffs Nacken und drücke fest zu. Wir packen jetzt deine Sachen und dann verschwindest du. Ich reiße alles aus dem Schrank, das irgendwie männlich aussieht und stopfe es in den Karton. Hey, das sind meine Angelsachen! Der Angelkasten springt auf und der Inhalt verteilt sich in der Kiste. Sorry! Ich schiebe Brooklins Jacken beiseite. Zum Vorschein kommen ein paar Angeln. Sind das auch deine? Frage ich. Vielleicht angelt Brooklyn ja auch. Keine Ahnung. Ja! Er streckt die Hand aus. Doch ich breche die Angeln in zwei und stecke sie in den Karton. Was zum fragt Jeff. Doch ich ignoriere ihn und stecke die Laschen des Umzugskartons zusammen, damit ich kein Klebeband benutzen muss. Gehört dir sonst noch irgendwas? Frage ich und lasse den Blick durchs Zimmer schweifen. Nein. Sonst sagt Jeff nichts. Man spürt ganz deutlich, dass er keine Konfrontation eingehen will. Ich wünschte, würde mit der Faust ausholen. Dann hätte ich wenigstens Ich nehme die Kiste und drücke sie ihm in die Arme. Er hat Mühe, sie zu halten. Wir gehen den Flur hinab. Brooklyn empfängt uns mit in die Hüften gestemmten Fäusten. Wir reden jetzt, sagt sie zu Jeff. Jeff lässt die Kiste fallen. Entweder ist er ein kompletter Schwächling oder Brooklins Ansager hat ihn zu sehr überrascht. Ist das denn eine gute Idee? Frage ich über Jeffs Kopf hin weg. Brooklyn durchbohrt mich so mit ihren blauen Augen, dass ich kurz darüber nachdenke, mich hinter Jeff zu verstecken. Diese Seite an ihr, wenn sie sich nichts gefallen lässt. Ich weiß, dass er einen wunden Punkt erwischt hat, als er ihre ätherischen Öle erwähnt hat, aber ich liebe es, dass sie aufgestanden ist, den Staub abgeklopft hat und jetzt Antworten verlangt. Wyatt, könntest du uns bitte kurz allein lassen? Nein, kann ich nicht, aber Brooklyn gehört mir nicht. Ich bin direkt gegenüber, falls du mich brauchst. Ich quetsche mich an Jeff vorbei und drücke ihren Arm, um ihr zu zeigen, dass ich für sie da bin. Ohne ein weiteres Wort verlasse ich ihr Apartment und ziehe die Tür hinter mir zu, obwohl ich lieber bei ihr bleiben würde. Dann dämmert es mir. Was, wenn Brooklyn Jeff zurück will? Ich reibe mir die Brust. Verdammt, irgendwas von dem Dinner verursacht mir Sodbrennen. Wahrscheinlich ist es jetzt eh egal, ob ich ihr die Wahrheit sage oder nicht. Was auch immer hinter dieser Tür passiert, könnte das zerstören, was sich zwischen Brooklyn und mir angebahnt hat. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen und Wyatt weg ist, deute ich auf das Sofa. Setz dich. Brooklyn, ich verstehe, dass du sauer bist. Und ich wünschte, ich könnte dir die Antworten geben, die du willst. Keine Sorge, ich gehe und du wirst nie wieder von mir hören. Er setzt sich aufs Sofa und ich mich in den Sessel gegenüber, damit ich sein Gesicht sehen kann. Jeff spricht nicht gern über Gefühle, aber er kann sie auch nicht verstecken. Und bevor ich wirklich mein Leben weiterleben kann, brauche ich Antworten. Obwohl ich nicht damit gerechnet habe, Jeff heute Abend zu begegnen, werde ich mir diese Chance jetzt nicht entgehen lassen. Warum hast du nicht mit mir geredet, frage ich und schlage die Beine übereinander. Er lehnt sich zurück und legt die Arme auf die Rückenlehne. Sein Blick ist sonstwo nur nicht auf mir. Es war einfach alles zu viel. Das ist normal bei einer großen Hochzeit. Er verdreht die Augen. Ich habe schon verstanden. Ich war derjenige, der eine große Feier wollte. Ja, und dann musste ich den Gästen sagen, dass sie nicht stattfindet. Ich wusste, dass du es nicht tun müsstest. Deine Familie ist wie die Bradys. Ich hole tief Luft, um mich ein wenig zu beruhigen, denn es juckt mir wirklich in den Fingern, Jeff eine zu klatschen. Hast du mich jemals geliebt? frage ich und rüste mich für die Antwort. Er sieht mich an. Und da ist es. Zumindest ist da irgendwas. Ich liebe dich immer noch, Brooke. Aber ich will nicht für immer in Lake Starlight leben. Wir wollen einfach verschiedene Dinge. Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Vielleicht hätten wir einen Kompromiss gefunden. Schnarbend schmeißt er den Kopf in den Nacken. Komm schon, wir wissen beide, dass du diese Stadt niemals verlassen wirst. Nun es ist mehr als das. Ich meine, hattest du nie das Gefühl, dass wir eigentlich nur gute Freunde waren? Nein, ich dachte, du wärst mein zukünftiger Ehemann. Ich habe dich geliebt. Und ich dachte, wir hätten eine gemeinsame Zukunft. Ich wusste, dass du nach San Francisco ziehen willst. Aber nach dem, was mit meinen Eltern passiert ist, fällt es mir schwer zu gehen. Kannst du das nicht verstehen? Denk mal scharf nach. Glaubst du wirklich, du hast mich geliebt? Wann wolltest du mich das letzte Mal wirklich? So sehr, dass du nicht die Hände von mir lassen konntest. Er rutscht weiter vor zur Sofakante. Deshalb hat er sich dazu entschieden, die Hochzeit platzen zu lassen? Weil ich nicht oft genug mit ihm geschlafen habe? Das passiert nun mal, wenn man lange zusammen ist. Es ist aber schon nach zwei Monaten passiert. Und es ist nicht nur das Körperliche. Ich weiß nicht mal, wie ich es erklären soll. Du bist so entgegenkommend geworden. Du hast die Flucht ergriffen, weil ich dir zu oft entgegen gekommen bin? Ich werfe die Hände in die Luft. Als ich dich auf dem College kennengelernt habe, dachte ich, du wärst eine Frau, die das Leben mit allem, was es zu bieten hat, auskosten will. Aber nachdem wir nach Lake Starlight gezogen sind und angefangen haben, über Hochzeit und Kinder zu reden, hast du angefangen, es mir immer recht zu machen. Was glaubst du, warum ich was die Hochzeit angeht immer wieder deine Grenzen ausgetestet habe? Weil ich gehofft habe, du würdest widersprechen. Ich stehe auf und gehe in die Küche, um mir ein Bier zu holen, das Wyatt neulich mitgebracht hat. Habe ich das richtig verstanden? Du hast mich verlassen, weil ich es dir immer recht gemacht habe? Ich führe die Flasche an den Mund und nehme einen langen Zug. Ich wollte nicht, dass du es mir recht machst. Ich wollte mit dir gemeinsam einen die Brooklyn, die mich versetzt hat, weil sie für eine Klausur lernen musste. Die Brooklyn, die immer getan hat, was sie wollte. Die Erinnerungen an Jeff und mich auf dem College ziehen wie Fotos an meinem inneren Auge vorbei. Damals war ich Du warst das Mädchen, das mit mir nach San Francisco gezogen wäre. Ich senke den Blick zu Boden. Jetzt schäme ich mich beinahe dafür, dass ich früher so war. Ich war bereit, meine Familie zu verlassen, weil ihre Gegenwart so schmerzhaft war. Immer wenn ich unser Haus betreten habe, haben mir die Erinnerungen an meine Eltern einen Stich ins Herz versetzt. Aber jetzt, da anders. Ich sehe auf und mein Blick fällt auf den Lavendel, den ich gestern im Garten gepflückt habe und der nun auf dem Tisch liegt. Aber du warst derjenige, der mir immer das Gefühl gegeben hat, dass das mit meinen Ölen nur ein Hobby und Zeitverschwendung ist. Er lacht leise. Weil es genau das ist. Zeitverschwendung. Man verdient kein Geld, indem man mit Kräutern und Düften herum spielt. Du hast einen Abschluss in Kunstgeschichte. Damit solltest du irgendwas machen. Warum? Weil du eine Menge Geld dafür bezahlt hast, um diesen Abschluss zu bekommen. Deshalb hätten wir nach San Francisco ziehen sollen. Du hättest eine Galerie finden oder Unterricht geben können. Hier gibt es nichts für dich. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Bier. Meine Familie ist hier. Da hast du's. Hör zu. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich weiß, dass ich falsch gehandelt habe. Aber letztendlich glaube ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wer war die Brünette? Unsere Blicke treffen sich. Er hat nicht das Recht, mich so zu analysieren. Er fährt sich durch das ungekämmte Haar und wendet den Blick ab. Nur jemand, den ich in einer Bar in Sunset Bay kennengelernt habe. Nichts Ernstes. Du bist mit ihr in unsere Flitter Wochen geflogen, presse ich hervor. Er nickt. Zieht sie mit dir nach San Francisco? Er nickt erneut, ohne mich anzusehen. Es ist also so ernst, dass du mit ihr zusammen ziehst? Hast du mich betrogen? Er nickt. Sieh mich an, fordere Ich habe dich betrogen, sagt er, als würde er sich geschlagen geben. Wann? Ungefähr einen Monat vor der Hochzeit. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich stelle die Bierflasche auf den Couchtisch. Du weißt nicht mehr, wann du mich betrogen hast? Wieder steigt die Wut in mir auf. Bald wird sie überkochen. Ich weiß nicht, ob ich mich noch länger kontrollieren kann. Mein Gott, ich weiß es nicht mehr, okay? Weil es dir nicht wichtig war, flüstere ich. Das bedeutet, dass er in unsere Beziehung nie so viele Gefühle investiert hat wie ich. Sonst könnte er sich an den Tag erinnern, an dem er beschlossen hat, sie zu ruinieren. Wie bitte? fragt er. Doch ich schüttle den Kopf. Diese Unterhaltung führt zu nichts. Ich habe jetzt die Antworten, die ich gebraucht habe, die Antworten, die wirklich wichtig waren. Verschwinde! Ich deute auf die Tür. Ich dachte, du wolltest reden. Ich bin fertig mit dir. Du bist fertig mit mir? Ich schließe die Augen und meine Finger krallen sich in die Armlehnen des Sessels. Ja. Dann hebe ich den Kopf und hoffe, dass meine Augen das widerspiegeln, was ich innerlich fühle. Ein schönes Leben noch. Es tut mir leid. Ich hebe die Hand. Es ist vorbei. Er steht auf und nimmt seinen Karton. Ich erhebe mich ebenfalls und öffne ihm die Tür. Bevor er geht, bleibt er noch einmal stehen. Ich hoffe, ich habe nicht deinen Glauben an die Liebe zerstört. Du hast schon immer gern an Märchen geglaubt. Naja, du kennst Lieber Gott, bitte vergib mir. Ich trete ihm in den Hintern und schiebe ihn zur Tür hinaus. Er verliert die Balance, die Kiste fällt herunter und er landet mit dem Gesicht auf dem Teppich. Man muss eine Menge Frösche küssen, bevor man seinen Prinzen findet. Ich knalle die Tür zu und atme erleichtert auf. Ich fühle mich jetzt nicht wirklich besser, aber wenigstens habe ich ein Gefühl von Abschluss. Das habe ich gebraucht, um endlich weiterleben zu können. Es klopft an meiner Tür. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass es nicht Jeff ist, werfe ich lieber einen Blick durch den Spion. Es ist Wyatt. Er hat sich eine Flasche unter den Arm geklemmt, in der Hand hält er zwei Gläser. Als ich könntest bestimmt einen Drink vertragen. Er schenkt zwei Whisky ein und reicht mir ein Glas. Darf man dir jetzt gratulieren? Ich runzle die Stirn. Gratulieren? Er zuckt nur den Schultern. Ich habe schon erlebt, wie Paare nach weitaus Schlimmerem wieder zusammen gefunden haben. Er stößt mit mir an und leert sein Glas in einem Zug. Wir nicht. Wir sind fertig miteinander. Briefmarke drauf und ab nach Sibirien damit. Ich kippe mein Whisky herunter und verziehe angewidert das Gesicht. Interessanter Vergleich. Er schenkt uns noch einen Jackie ein. Wir stoßen an und leeren unsere Gläser. Geht's dir denn gut? Ich bin so müde, dass ich mindestens zehn Stunden schlafen könnte. Ist das gut? Er nimmt unsere Gläser und geht hinüber zum Sofa. Scheint als würde er noch eine Weile bleiben. Darüber will ich mich nicht beschweren. Ja, ist es. Der Stress ist von mir abgefallen. Ich konnte endlich einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Darf ich fragen, was er gesagt hat? Er will mir noch einen Drink einschenken, doch ich winke ab. Wenn ich mich heute Abend betrinke, bin ich morgen bei der Arbeit nicht fit. Ich hatte eine Menge Entschuldigungen, hat sich an Strohhalme geklammert, weil ich nun mal perfekt bin. Ich klimpere mit den Wimpern. Er lächelt. Definitiv. Ich muss breit grinsen. Am liebsten würde ich mich in seine Arme schmeißen und mich dafür bedanken, dass er ein so toller Freund ist. Hätte ich mich von der Trennung so schnell erholt, wenn ich Wyatt nicht gehabt hätte, ich weiß es nicht. Aber mit ein paar Punkten hatte er recht, gebe ich zu. Und zwar, er machte sich gemütlich und legt die Füße auf den Couchtisch. Naja, als er mich kennengelernt hat, wollte ich nach meinem Abschluss nicht zurück nach Lake Starlight. Mein damaliges Ich wäre mit ihm nach San Francisco gezogen. Und? Jetzt nippt er nur noch an in seinem Drink, statt ihn wie einen Schnaps herunter zu kippen. Es stimmt, wieder zucke ich mit den Schultern. Hast du dich denn verändert? Ich nicke. Menschen verändern sich nun mal. Nun ist er derjenige, der mit den Schultern zuckt. Ja, aber es gibt einen Grund, warum ich mich verändert habe. Schweigend wartet er auf meine Erklärung. Meine Eltern sind zwei Jahre bevor ich aufs College gegangen bin gestorben. Es hat sich angefühlt wie ein Neuanfang, verstehst du? Keiner kannte mich als Brooklyn Bailey das Mädchen, das seine Eltern verloren hat. Das hat mir gut getan. Ich hatte das Gefühl, mich neu erfinden zu können. Und irgendwie habe ich das auch getan. Ich blicke von meinen im Schoß verknoteten Fingern auf. Wie immer hört Wyatt aufmerksam zu. kennengelernt. Aber kurz vor meinem Abschluss wurde mir klar, dass ich nach Lake Starlight zurückkehren musste. Ich konnte es Austin und Savannah nicht zumuten, die Familie allein zusammen zu halten. Ich war die Drittälteste. Also habe ich Jeff gesagt, wir müssten übergangsweise hierher ziehen. Aber Austin hatte alles im Griff, nachdem Rome und Denver aufs College gegangen sind. Und Savannah hat in der Firma das beruhigt. Die Bewohner haben die Bailey Kinder nicht länger mitleidig angesehen. Da habe ich angefangen, mich wieder daran zu erinnern, warum ich diese Stadt so sehr liebe und hier meine Kinder groß ziehen will. Dann ist es ihr also wichtig, hier zu bleiben. Ich nicke. Ich glaube schon. Aber dann frage ich mich wiederum, ob ich Jeff einfach nicht genug geliebt habe. Wenn es vielleicht ein anderer gewesen wäre. Er nimmt an seinem Drink und wendet zum ersten Mal den Blick ab. Ich schätze, du wirst es erst wissen, wenn du wieder in der Situation bist. Irgendwas passiert gerade mit ihm. Doch als er mich wieder ansieht, lächelt er, als wäre nichts. Wolltest du mir nicht irgendwas sagen? Das kann warten. Es reicht schon, dass Jeff heute aufgetaucht ist. Er leert den Rest seines Drinks und stellt das Glas auf den Tisch. Ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Dann lasse ich dich mal lieber. Nein! Ich stehe auf und setze mich zu ihm. Erzähl es mir! Ich lege die Hand auf seinen Unterarm, damit er sitzen bleibt. Hitze wandert meinen Arm hinauf. Er richtet sich gerade auf. Jetzt ist er derjenige, der die verschwindet augenblicklich, denn diesen Blick habe ich an ihn noch nie gesehen. Er wirkt nervös. Was sich da zwischen uns entwickelt, gefällt mir. Mir auch, aber du bist mein Boss. Welche Auswirkungen wird es auf unsere Jobs haben, wenn er nickt und hebt die Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. Mein Körper versteift sich. Innerlich bereite ich mich auf eine weitere Enttäuschung vor. Genau darüber wollte ich mit ihr sprechen. Oh, sie setzt sich auf und holt tief Luft, als würde sie sich auf schlechte Neuigkeiten gefasst machen. Naja, es sind schlechte Neuigkeiten. Ich sollte besser auf der anderen Seite des Raums stehen, wenn ich es ihr sage. Ihre Schlagkraft kenne ich ja bereits. Ich sehe mich um, ob irgendwelche Bücher in ihrer Reichweite liegen und seufze Chefsache. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, in dem geschrieben steht, dass ich zu meinen Mitarbeitern keine romantische Beziehung eingehen darf. Ihre Gesichtszüge entgleisen, doch sie fängt sich schnell. Dann würde einer von uns gefeuert werden? Du würdest gefeuert werden, denke ich insgeheim. Da ist noch mehr. Okay. Ich weiß, dass sie mit dem, was jetzt kommt, überhaupt nicht rechnet. Mein Dad hat auf alles geachtet. Mein Name wurde von der Firmen Homepage genommen. Ich habe mir zur Tarnung einen Bart wachsen lassen, auch wenn ich Kopf. Das weiß ich. Als sie merkt, dass ich nicht lache, wird auch sie ernst. Mein Nachname ist nicht Moore. Ich heiße Whitmore. Sie liegt den Kopf schief. Eine Haarsträhne fällt ihr in die Stirn. Whitmore? Ich nicke. Du meinst Whitmore Hotels. Meinem Dad gehört die Firma. Ich spüre, wie ihre Hände kalt und schlaff werden, bevor sie sie wegzieht. Du hast gelogen? Ihre Stimme ist so leise, dass ich mich kurz frage, ob sie die Frage wirklich gestellt hat. Doch anhand ihres ungläubigen Gesichtsausdrucks merke ich, dass mir mein Geist keinen Streich gespielt hat. Mein Dad wollte, dass ich hierher komme und mich nach oben arbeite. Ich sollte mir ein Bild vom Hotel machen und herausfinden, was funktioniert und was nicht. Was getan Und jetzt du. Und du wirst dann der Hotel Manager? Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Bis ich es zum Laufen kriege. Dann wird ein anderer übernehmen und ich gehe zurück nach New York. Sie greift nach der Flasche Jack Daniels, schenkt sich einen Drink ein und leert ihn in einem Zug und noch einen. Du bist sauer, sage ich wie der Idiot, der ich nun mal bin. Ich? Nein, ich bin nicht sauer. Sie leert noch einen Drink, verzieht das Gesicht zu einer Grimasse und hält sich den Bauch. Ich meine, du bist ein Millionär, der einen auf Normalbürger macht. Du hast dich in mein Leben geschlichen, obwohl du genau wusstest, dass du wieder gehen würdest. Warum sollte ich dass du direkt gegenüber eingezogen bist. Sie bleibt zwar sitzen, dreht sich jedoch weg. Das war reiner Zufall. Glaub mir, ich wünschte, du würdest nicht für Whitmore Hotels arbeiten. Sie sieht mich an. Seltsam. Für mich ist es immer noch das Glacier Point. Aber sag mir eines, Wyatt Whitmore. Welche Pläne hast du für das Resort? Sie durchbohrt mich mit ihrem Blick, doch allmählich spürt man die Wirkung des Alkohols. Ihr süßes Lächeln und ihre liebenswerte Art sind verschwunden, seit ich hier meinen richtigen Namen offenbart habe. Ich ähm naja, ich bin noch dabei herauszufinden, was gut funktioniert und was verbessert werden muss, erwidre ich stotternd. Als ich beschlossen habe, die Karten auf den Tisch zu legen, habe ich mich nicht auf eine Befragung Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie wissen will, welche Pläne ich für das Hotel habe. Und die Angestellten? Es wird neue Richtlinien geben. Ihre Lieder verengen sich. Jetzt jagen mir die sonst so großen blauen Augen ganz schön Angst ein. Neue Richtlinien? Deshalb die ganzen Berichte. Ich hebe die Augen braun. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Eigentlich kommt nur Mr. Clayton als undichte Stelle in Frage. Ja. Das kannst du nicht machen, Wyatt. Manche arbeiten seit Ewigkeiten dort. Nur weil sie gerade eine schwere Zeit durchmachen, heißt das nicht, dass du es ihnen noch schwerer machen musst, indem du sie feuern lässt. Oder besser gesagt, selbst feuerst, nehme ich an. Ich hasse das Gefühl, das sich in meinem Magen ausbreitet. Das Gefühl, sie zu enttäuschen. Ich weiß nicht, hättest, dass du nicht nur mein Chef, sondern auch der neue Hotelbesitzer bist. Ich bin nicht der Besitzer. Der ganze Plan ist auf dem Mist meines Dads gewachsen. Er ist immer... Ich lasse den Satz unvollendet. Ich will jetzt nicht anfangen, über meine Probleme mit meinem Vater zu sprechen. Schnaubend verschränkt sie die Arme vor der Brust. Ich glaube, ich brauche jetzt ein wenig Zeit für mich. Wirklich? Können wir das nicht bitte jetzt klären? Sie lässt die Arme sinken und sieht mich durchdringend an. Was genau siehst du in mir? Eine Affäre, solange du noch hier bist? Jemanden, den du vögelst, wenn du in der Stadt bist, um nach dem Hotel zu sehen? Ich blinzle ein paar Mal. Was sie da sagt, macht mich völlig baff. Ich wusste, dass die Verbindung zwischen uns immer tiefer wird und verdammt ja, ich will mit Brooklyn schlafen. Welcher heterosexuelle Mann würde das nicht wollen? Aber bisher hatte ich nicht richtig auf dem Schirm, dass ich wieder gehe, denn ich war zu sehr mit der Geheimhaltung meiner Identität beschäftigt. Ich weiß nicht. Ich verbringe einfach gern Zeit mit dir. Sie schenkt mir noch einen Jackie ein und greift nach ihrem Glas, das noch immer voll ist. Lass uns eine Runde, ich habe noch nie spielen. Ich will jetzt kein College Trinkspiel spielen. Sie kippt ihren Whisky herunter. Seltsam. Ich dachte, du würdest mitspielen, denn du magst es doch Spiele zu spielen. Ich atme genervt aus. Ich setze gerade eine Menge aufs Spiel. Wenn du es jemandem erzählst oder sonst jemand herausfindet, wer ich bin, wird mein Vater sein Versprechen nicht halten. Versprechen? Was? Erzähl mal, was kriegst du dafür, dass du dich hier und das Fußvolk mischst? Ich schüttle den Kopf. Das ist jetzt ein wenig übertrieben. Sie zuckt mit einer Schulter, schlägt die Beine übereinander, stützt den Ellenbogen aufs Knie, das Kinn in die Hand und wartet auf meine Antwort. Er hat mir eine der Hotelketten versprochen. Ihre Augen werden groß. Wow, wie aufregend! Sie steht auf, wenn auch ein wenig wackelig, geht in die Küche, öffnet einen der Schränke und sucht nach irgendwas. Und was musst du dafür tun? Ich muss im Glacier Point alle Bereiche durchlaufen und ihm Bericht erstatten. Wenn ich es schaffe, dass das Resort wieder schwarze Zahlen schreibt, wird es als Erfolg verzeichnen. Ha! Sie öffnet eine Packung Oreos, schiebt sich einen Keks in den Mund und kaut, während sie mich anstarrt. Ich hatte keine andere Wahl, als meinen richtigen Namen zu verheimlichen. Aber alles, was du sonst über mich weißt, entspricht der Wahrheit. Abgesehen von der Anzahl an Nullen auf deinem Bankkonto und dass du bei der Post schon bald einen Nachsender Antrag stellen wirst. Sie schiebt sich noch einen Keks in den Mund. Nun ja, ja, aber ich habe noch ein paar Monate. Wer weiß, was zwischen uns passieren könnte. Was sage ich denn da? Dass ich sie mit nach New York nehmen würde? So bin ich nicht. Ich will ihr nicht das antun, was mein Dad meiner Mom schon mein Reit steht, wenn es ihm gerade passt. Zwischen uns wird nichts passieren. Ein dritter Oreo wandert in ihren Mund. Ach nein? Ich stehe auf und gehe auf sie zu. Sie verdreht die Augen. Das soll ein Witz sein, oder? Glaubst du wirklich, ich lasse mich freiwillig darauf ein, dass mir schon wieder das Herz gebrochen wird? Jetzt, da ich weiß, dass du gehen wirst. Nach allem, was mit Jeff passiert ist. Ich lege die Hände auf die Rückenlehne eines Küchenstuhls. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Für dich ist es vielleicht kein Problem, mit jemandem zu schlafen, ohne Gefühle zu entwickeln. Für mich aber schon. Und der vierte Keks. Ich würde ihr gern sagen, dass sie Krümel am Mund hat, aber dann schlägt sie mich bestimmt. Na schön, wir werden nicht miteinander schlafen. Ich hebe die Hände. Na schön, dann sind wir einer Meinung. Sie schiebt die Kekse zurück in die Packung und legt sie wieder in den Schrank. Du kannst jetzt gehen, sagt sie eher zum Küchenschrank als zu mir. Aber du wirst es niemandem sagen, oder? Sie sieht mich über die Schulter an. Könnten ihre Augen Schüsse abfeuern, würde ich jetzt in tausend Stücke zerspringen und mich über das gesamte Apartment verteilen. Ich frage ja nur, denn wenn meine Tarnung jetzt aufliegt, geh einfach, schreit sie, also gehe ich. Ich würde gern meinem Dad die Schuld dafür geben, mich in diese dumme Situation gebracht zu haben, doch in diesem Fall bin ich selbst schuld. Ich wusste von Anfang an, Es gibt nur wenige Menschen, denen ich meine neuesten Erkenntnisse anvertrauen kann, aber ich muss mit jemandem reden, bevor ich mir noch etwas antue oder ins Kloster eintrete. Regan ist raus, da sie meine Arbeitskollegin ist, also muss die zweitbeste Wahl herhalten. Ich greife nach meinem Handy und trommle mit den Fingern auf der Tischplatte herum, während es klingelt. Hey, meldet sich Rome. Können wir uns treffen und reden? Oh, muss ich Wyatt etwa in den Arsch treten? Er stellt das Radio im Hintergrund leiser. Nein, aber du musst ein Geheimnis für dich behalten. Er lacht. Du weißt, dass ich die Bailey Schatzkammer bin. Ähm, dass Jeff mit einer anderen Frau in unsere Flitterwochen geflogen ist, hast du auch weiter erzählt. Da würde und Liam? Wir sind praktisch Drillinge, er lacht. Ich bin im Restaurant und versuche ein paar der Renovierungsarbeiten selbst zu machen. Du hast Glück. Denver wurde zum Einsatz gerufen und Liam ist mit einem Mädchen unterwegs. Hast du sonst keine Freunde? Er lacht erneut. Ein lautes herzliches Lachen, bei dem es mir gleich ein bisschen besser geht. Nein! Bin gleich da. Ich lege auf und schnappe mir meine Jacke und meine Schlüssel. Ich bin schon fast zur Tür raus, als ich noch mal in die Küche eile und die Oreos aus dem Schrank hole. Wenn ich Stress habe, esse ich. Lasst mich gefälligst. Es ist schon ziemlich spät, als ich Romes Restaurant betrete, das in einer Seitenstraße der Main Street liegt. Aber da wir hier in Alaska sind, ist dann nach hinten. Mit nacktem Oberkörper drischt Roe mit einem Vorschlaghammer auf einen Schrank ein. Ich greife nach seinem Handy und drehe die Lautstärke herunter. Hey, Brookie! Er nimmt sein weißes T-Shirt, wischt sich damit die Stirn und kommt auf mich zu. Willst du ein Bier? Er öffnet den Kühlschrank und nimmt zwei Bierflaschen heraus. Nein, ich bin mit dem Rat hier, weil ich schon zu viel Whisky getrunken habe. Er setzt sich auf einen Küchenschrank und öffnet seine Flasche. Ich dachte, Wyatt wäre sowas wie dein Bodyguard. Ich bewerfe ihn mit einem Papierknäuel. Doch als er vor ihm zu Boden fällt, fängt er an zu lachen. Dann legt er den Kopf in den Nacken und nimmt einen großen Schluck. Was ist los? Du weißt ja, dass mir Wyatt viel geholfen hat. Moment, er hebt die Hand. Wenn wir hier über Hilfe im Schlafzimmer reden, erteile ich dir ein klares Nein, Brooklyn. Damit musst du zu Savannah gehen oder Juno oder noch besser zu Holly. Sie kennt sich damit aus, mit Fremden in ihren Autos zu schlafen. Arme Holly, das wird man ihr ewig vorhalten. Nein, es geht nicht um Bett Geschichten. Ich strecke ihm die Zunge heraus. Er senkt die Hand. Dann erzähl weiter. Er ist nicht Wyatt Moore. Er ist Wyatt Whitmore. Es dauert kurz, bevor er kapiert. Du meinst. Japp, auch wenn es große Neuigkeiten waren, als wir vor ein paar Monaten erfahren haben, dass Mr. Clayton das Hotel verkauft hat, hatten wir bisher nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat, da er immer noch da ist. Rome nimmt noch einen Schluck von seinem Bier. Sicher, dass du keins willst? Ich fahr dich nach Hause. Ich schüttle den Kopf, setze mich zu ihm auf die Theke und schiebe die Hände unter die Schenkel. Nun ja, er ist dein Boss. Das war er doch sowieso, oder? Er zuckt mit einer Schulter. Aber jetzt ist er nicht nur mein Boss, sondern der Besitzer des Hotels, erkläre ich, obwohl das nicht das einzige Problem ist. Ihm gehört Widmore Hotels? Seinem Dad. Er verdreht die Augen. Ich wollte schon sagen, dass er dafür noch ganz schön jung ist. Aber von uns hätte auch früher oder später jemand übernommen, wenn Dad nicht gestorben wäre. Wahrscheinlich wäre es trotzdem Savannah gewesen. Aber wer weiß? Du darfst es aber keinem sagen. Er ist hier, um zu sehen, wie das Hotel läuft und was verbessert werden muss. Sein Dad dachte wohl, sie könnten sich kein richtiges Bild von der Situation machen, wenn Wyatt seine wahre Identität verraten hätte. Es wird mir nicht schwer fallen, das Geheimnis für mich zu behalten, denn es ist mir scheißegal. Er sieht mich durchdringend an. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum du hier bist. Nein, ist es nicht. Du magst ihn. Ich nicke. Und? Denkst du, Regan und Neil werden sauer sein, weil du den Hotelbesitzer datest? Nein, ich sehe weg. Er wird nicht in Lake Starlight bleiben. Sobald er mit der Aufgabe fertig ist, wird er gehen. Zurück nach New York. Ah, verstehe. Er springt von der Theke und wirft die Flasche in den Müll. Dann geht es vielmehr darum, dass du Gefühle für ihn hast und er dir gesagt hat, dass er nicht bleibt. Es ist nicht so, als würde ich denken, wir wären füreinander bestimmt, aber über die Schulter wirft er mir einen Blick zu und grinst. Ja, ich bin nicht wie Rome und auch nicht wie Denver oder Liam, mein Gott, selbst Austin, der verantwortungsbewussteste Bailey, hatte One-Night-Stands, aber ich hatte noch nie einen und ich will auch keinen. Ich sehne mich danach, Wyatt's Gewicht auf mir zu spüren, seine Berührungen und seine Bartstoppeln auf meiner Haut, aber ich kann es nicht, wenn ich genau weiß, dass es zu nichts führt. Manche von uns haben kein so großes Problem damit, dass Menschen gehen. Aber warum? Warum kann ich nicht einfach sagen, scheiß drauf, lass uns ein wenig Spaß haben, solange du noch hier bist? Lachend setzt er seine Sicherheitsbrille auf und beginnt mit einem Brecheisen die Leiste von einem Kühlschrank zu lösen. Das bist nicht du, aber wenn du mit ihm schläfst, dann erst kurz bevor er geht, nicht schon Monate vorher. Du bist eine Frau. Du wirst automatisch Gefühle für ihn entwickeln, wenn du mit ihm schläfst. Lass den Gefühlen keinen Raum sich zu entfalten. Du hast keine Gefühle für die Frauen, mit denen du schläfst? frage ich mit gehobener Augenbraue. Ich habe jede Menge Gefühle, aber mit dem Herzen bin ich nicht dabei. Er lacht leise. Warum kann ich nicht so sein wie du? frage ich seufzend. Weil du meine Brookie bist. Er lässt die Brechstange fallen und wischt sich die Stirn mit dem Arm. Es ist keine Schande, wenn man nicht nur aus Spaß mit jemandem vögeln will. Das liebe ich so an dir. Du hast mich vor vielen blutenden Knöcheln bewahrt, aber du musst wissen, worauf du dich da einlässt. Wie meinst du das? Er atmet laut aus und blickt rein, als wollte er mir sagen, eigentlich sollte ich dir das nicht sagen, denn die anderen Bailey Jungs werden mir dafür den Hintern versohlen, doch stattdessen sagt er, das mit Jeff ist erst wenige Monate her. Bist du sicher, dass Wyatt nicht nur ein Trostpflaster ist? Aber wir sind auch Freunde. Er schüttelt den Kopf, als könnte er nicht fassen, dass er der jenige in dieser einem was zu tun sollst, aber ein Typ wie Wyatt passt nicht zu Lex Starlight. Warum solltest du also nicht ein wenig Spaß mit einem Kerl haben, den du wahrscheinlich nie wieder sehen wirst? Weil ich keine Schlampe bin. Er verdreht die Augen. Wann werden Frauen endlich begreifen, dass sie noch lange keine Schlampen sind, nur weil sie Wünsche und Bedürfnisse haben? Ich hasse dieses Wort. Ich erwähne nicht, dass er schon mit vielen Frauen geschlafen hat, ohne überhaupt ihren Namen zu kennen und er nicht weiß, wie vielen er schon das Herz gebrochen hat. Der Schlüssel liegt im klaren Denken. Er tippt sich an die Schläfe. Damit deinem Herzen nichts passiert. Dann legt er sich die Hand auf die Brust. Ich lasse mir Romes Worte durch den Kopf gehen und muss daran denken, wie ich Schmetterlinge im Bauch hatte, als mich Wyatt auf dem Flur eingekesselt hat, bevor wir gemerkt haben, dass Jeff in meinem Apartment ist. Jedes Mal, wenn er den Raum betritt, muss ich automatisch lächeln. Wenn er abends geht, wünsche ich mir, er würde unter meine Bettdecke schlüpfen, statt in seiner eigenen Wohnung zu verschwinden. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich ihn in der Schachtel lasse. Welche Schachtel? Die nicht anfassen Schachtel. Lässig zuckt er mit den Schultern. Dann hoffe ich, dass er auch drin bleibt. Ich springe vom Tresen. Und du sagst keinem, wer er ist, ja? Nein, aber ich frage mich, ob er vielleicht in ein Restaurant investieren will. Rome! Lachend hebt er die Hände. Ich mache nur Spaß. Dann greift er nach seinem Handy auf dem Tresen und springt ebenfalls herunter. Komm, ich bringe dich nach Hause. Danke, Bro. Jederzeit. Er geht in Richtung Ausgang, bleibt dann aber noch mal stehen. Oh, und vielleicht könntest du einen Duft kreieren, der die Leute hungrig macht? Ich kichere. Mal sehen, was sich machen lässt. Meine kleine Kräuterhexe. Er legt den Arm um meine Schultern. Gemeinsam verlassen wir sein Restaurant, das ganz bestimmt ein voller Erfolg wird. Am nächsten Morgen habe ich das Gefühl, nicht mit der Arbeit beginnen zu können, bevor ich nicht noch mal mit Wyatt gesprochen habe. Da er in seinem Büro sitzt, ist es ein leichtes, mich unbemerkt hinein zu schleichen, um ein wenig Privatsphäre zu haben. Ich klopfe. Herein? Ich trete ein und schließe die Tür hinter mir. Wyatt rollt mit seinem Stuhl nach hinten. Heute trägt er Anzug, und zwar einen sehr teuren, der bestimmt mehr gekostet hat, als der gesamte Inhalt meines Kleiderschranks. An der Art, wie er seine Schultern umschmeichelt und an der Taille leicht zusammen geht, erkennt man, dass er maßgeschneidert ist. Ich bin froh, dass du da bist. Er steht auf, umrundet seinen Schreibtisch und kommt auf mich zu. Wenn er mich jetzt berührt, werde ich nicht in der Lage sein, ihm meine Entscheidung mitzuteilen, die ich gestern Nacht im Bett getroffen habe. Ich hebe die Hände und er bleibt abrupt stehen. Bist du noch wütend? Ich schüttle den Kopf. Nein, ich verstehe, warum du es mir Augen. Tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich es nicht schaffen werde, mich von ihm fernzuhalten, aber ich muss es zumindest probieren. Es geht nicht. Ich werde dich zwar zur Hochzeit begleiten, aber das zwischen uns muss rein platonisch bleiben, okay? Nicken stellt er sich vor seinen Schreibtisch. Jetzt, da er so vor mir steht, merke ich, dass diese Version seiner selbst viel besser zu ihm passt. Er trägt seine Kleidung und tut das, was er tun soll, und zwar ein Hotel leiten. Die Pagen, Zimmerservice und Empfangsversionen von ihm waren nicht er, nicht wirklich. Okay, er zuckt mit den Schultern. So einfach ist das? Ein kleiner Teil in mir ist enttäuscht, weil er mir überhaupt nicht widerspricht. Man kann es mir nicht recht machen, das gebe ich zu. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht mehr von dir will. Ich würde nichts lieber tun, als die restlichen Monate mit dir im Bett zu verbringen, aber ich sehr mit meiner Selbstständigkeit geholfen. Schon okay, wirklich, für mich ist das völlig in Ordnung und meine Mom wird es auch überleben. Nun ja, voller Angst, ich könnte das, was ich eben gesagt habe zurücknehmen, greife ich nach dem Türknauf. Ich komme trotzdem mit. Er lächelt. Es ist das Lächeln, das ich am meisten an ihm liebe. Als hätte ich ihm gerade den Tag versüßt. Okay, dann buche ich heute die Flugtickets und wenn es für dich in Ordnung ist, übernachten wir in meinem Apartment. Falls nicht, buche ich ein Hotelzimmer für dich. Aber ich habe zwei Schlafzimmer, von daher... Dein Apartment ist in Ordnung, danke. Ich schätze, wir sollten uns jetzt besser nicht umarmen, was? Ich schüttle den Kopf und umklammere den Türknauf Ok, dann lege ich mal los. Ich öffne die Tür. Noch eine Sache, Brooklyn. Ich drehe mich wieder um. Regan, sie ist schon wieder nicht gekommen. Ich atme laut aus. Uff, im Moment ist so viel los, dass ich mich gar nicht mehr bei ihr gemeldet habe. Ich rufe sie an. Das habe ich schon gemacht. Es ist das dritte Mal in zwei Wochen. Ich setze sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Ich habe nicht nach dem Grund gefragt. Ich will dir damit nur sagen, dass du heute allein arbeitest. Ich kümmere mich darum. Was meinst du mit kümmern? Ich lege den Kopf schief. Seine Augen werden groß. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Das ist mein Job. Du kannst sie nicht feuern. Du verstehst das nicht. Ich setze mich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Sie hat zu viele Fehlzeiten. Es tut mir leid, Brooklyn. Aber an diesem Punkt muss das Management eingreifen. Ein Hotel funktioniert nicht, wenn die Zimmermädchen einmal pro Woche fehlen. Hör mir bitte zu. Er starb mich an. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, überschreite ich gerade eindeutig eine Grenze. Vergiss nicht, dich rechtzeitig sein Büro. Als die Tür zufällt, denke ich mir, dass das mit der platonischen Beziehung überhaupt kein Problem wird, wenn er sich weiter wie ein Arschloch verhält. Seit drei Wochen versuche ich, die Finger von Brooklyn zu lassen und nicht mehr mit ihr zu flirten. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht körperlich zu ihr hingezogen fühle. Wenn wir zusammen fernsehen, sitzen wir viel feuern zu lassen. Sie hat mich gebeten, Teilzeit arbeiten zu dürfen, bis es ihrer Mom besser geht, und ich habe zugestimmt, weil ich weiß, dass es Brooklyn glücklich macht. Erste Klasse? Brooklyn sieht mich ungläubig an, als ich ihr das Flugticket reiche. Was kriege ich dafür? frage ich, lege die Hand auf ihren Rücken und führe sie zur Sicherheits Kontrolle. Sie blickt über die Schulter und ich ziehe die Hand zurück. Warum schaffe ich es immer noch nicht in Gegenwart dieser Frau meine Hände und meine Zunge zu kontrollieren? Bei der Sicherheitskontrolle unterhält sich Brooklyn mit einem Typen, den sie aus Lake Starlight kennt. Es war schön, dich zu sehen, Duke. Sie greift nach ihrer Tasche, nachdem er sie fertig abgetastet hat. War das wirklich nötig? Dich auch, Brooke. Ruf mich an, wenn du wieder da bist. Vielleicht können wir mal zusammen in Sluckys gehen. Ich funkle ihn böse an, schnappe mir meine Tasche und schlüpfe wieder in meine Schuhe. Willst du was essen oder trinken? Frage ich, als wir an ein paar Restaurants und Läden vorbeikommen. Haben wir denn noch Zeit? Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. Da du dich gern an die Zwei Stunden Regel hältst, haben wir noch eine Stunde bevor das Boarding beginnt. Regeln haben ihre Gründe, flötet sie. Ja, das gilt aber nur für große Flughäfen, nicht für diesen hier. Sie kneift die Augen leicht zusammen. Was willst du mir damit sagen? Dann piekst sie mir den Finger in den Bauch. Vielleicht empfindet sie wie ich, jetzt, da wir außerhalb der Reichweite der Augen und Ohren Lake Starlight sind. Und vielleicht können wir jetzt die Gesellschaft des jeweils anderen genießen, ohne uns ständig Gedanken darum zu machen, was es bedeutet oder auch nicht bedeutet. Na, hast du dir den Finger gebrochen? frage ich grinsend. Es dauert kurz, bis sie meinen Witz kapiert. So eingebildet. Sie schüttelt den Kopf und betritt ein kleines Restaurant. Sie fragt, ob wir am Fenster sitzen können, um die Flugzeuge zu beobachten. Ich überlasse ihr das Kommando. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass diese Reise etwas verändern könnte zwischen uns. Die Burger sehen lecker aus. Der Rap aber auch. Sie verzieht den Mund, während sie versucht, sich zu entscheiden. Keine Ahnung, ob für eine Klatschseite sind sie allerdings nicht sonderlich gut, sonst hätten sie schon längst herausgefunden, dass ich nicht Wyatt Moore bin. Sie legt die Speisekarte auf den Tisch. Was nimmst du? frage ich. Ich entscheide mich, sobald sie kommt. Interessant. Ich lege meine Speisekarte auf die Tischkante. Und du? Den Bacon Cheeseburger. Meinem Vater zu begegnen, macht mich zum Stressesser. Sie legt den Kopf schief. Erzähl mir von ihm. Ich lehne mich zurück und beobachte ein Flugzeug beim Abflug. Das ist das Gute daran, in Lake Starlight zu sein, dass er weit weg ist. Wir verstehen uns nicht besonders gut. Sie presst die Lippen zusammen. Das tut mir leid. Schon okay. So war es schon mein ganzes Leben. Ich bin nur meiner Mom zuliebe ins ich es nicht gemacht, würde die Firma mit ihm sterben. Sollte ich ihr lieber alles erzählen, bevor sie meine Familie kennenlernt? Auf keinen Fall. In der Vergangenheit sind Sachen passiert, die genau dort bleiben sollten. In der Vergangenheit. Aber wenn es dir keinen Spaß macht... Zum Glück tritt in diesem Moment die Kellnerin an unseren Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. So muss ich wenigstens nicht antworten. Ich hätte gern mehr Kontrolle, aber das klingt, als wäre ich ein egoistischer Kontrollfreak. Doch darum geht es mir nicht. Es geht darum, etwas Eigenes zu haben und selbst für den Erfolg verantwortlich zu sein. Ich frage mich immer, wie die Beziehung zu meinen Eltern gewesen wäre, sagt sie und nippt an ihrem Wasser. Unsere Beziehung war nicht gerade die beste, als sie gestorben sind, aber ich war 16. Ich war zwar nicht wie Rome und Denver, die ständig ihre Grenzen getestet haben, aber ich hielt mich trotzdem für klüger als sie. Ich muss lachen und bin froh, dass sie nun von sich erzählt. Im Gegensatz zu mir hat sie kein Problem damit, über ihre Vergangenheit zu sprechen und Erinnerungen mit mir zu teilen, die schmerzhaft sein könnten. Hätte mein Dad versucht, mich in die Firma zu involvieren oder Rome und Denver zu zügeln? Vielleicht wäre jetzt alles ganz anders, wenn sie nicht gestorben wären. Ich greife über den Tisch und nehme ihre Hand in meine. Das wirst du leider nie wissen. Das tut mir leid. Sie schüttelt den Kopf und drückt Kümmern. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn deine Eltern sterben, willst du keine Schuldgefühle haben. Ich lasse ihre Hand los. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du es verstehen. Und bitte glaub nicht, dass wir dieselbe Denkweise haben. Sie nimmt noch einen Schluck von ihrem Wasser und blickt hinaus aufs Rollfeld. Wir wissen beide, dass sie mir gerade die Chance gibt, ihr nicht erklären zu müssen, was wirklich das Problem zwischen meinem Vater und mir ist. Erzähl mir von deiner Mom oder deiner Schwester. Sie setzt sich gerade auf. Nun ja, fangen wir mit meiner Schwester an. Sie heiratet meinen Kumpel vom College. Sie haben sich kennengelernt, als sie mich in meinem Abschluss Jahr besucht hat. Ihr größtes Ziel ist es, eine Folge bei The Real House Wives auf New York City zu bekommen. Kein schlechtes Ziel, sie zwinkert. Sie hat einen Hang zur Dramatik, von daher würde sie gut dazu passen. Ich nehme einen Schluck von meinem Getränk. Wir stehen uns nicht so nah wie du und deine Geschwister. Wir tolerieren einander, aber das war's dann auch schon. Bradley, ihr Verlobter, wird für den Kongress kandidieren. Ich versuche nicht, die Augen zu verdrehen, jedoch erfolglos. Sie lacht. Du hältst es für keine gute Idee? Meine größte Sorge ist, dass er meine Schwester betrügen wird, und das in aller Öffentlichkeit. Und dann werde ich in der Presse auftauchen, weil ich ihn windelweich prügeln werde. Auf dem College war er keiner Frau treu. Warum würdest du Bradley verprügeln wollen, wenn du deine Schwester Ich habe meiner Mom versprochen, die Klappe zu halten. Was uns zu deiner Mutter führt? Ich lächle. Das Herz der Familie. Sie deutet mit dem Finger auf mich, und ich nicke. Meine Mom befürchtet, dass ich einsam sterben werde. Mach dich also auf etwas gefasst. Die Kellnerin serviert uns das Essen, und Brooklyn wickelt das Besteck aus der Serviette. Ich hätte sie mit in die Flughafen Lounge nehmen können, aber ich glaube, das hier gefällt ihr besser. Ich bitte dich, du musst seit Monaten Grandma Dory ertragen. Ich würde es zwar nicht sagen, aber es stört mich überhaupt nicht. Wäre Grandma Dory nicht gewesen, hätte ich Brooklyn nie so gut kennengelernt. Lass es mich so sagen, würden sich meine Mom und deine Grandma treffen, wären wir innerhalb eines Monats verheiratet. Sie lacht. Eigentlich sollte mich die Tatsache, dass sie mein Kommentar kein bisschen irritiert, nicht so freuen. Tut es aber. Die letzten Wochen habe ich mich immer mal wieder dabei erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe, dass ich mit Brooklyn ein schönes Leben führen könnte. Ich habe es mir sogar bildlich vorgestellt. Wie ich abends von der Arbeit nach Hause komme und dann mit ihr gemeinsam fernsehe, statt in ein schickes Restaurant oder zu einer Ausstellungseröffnung zu gehen. Einfach durch die Stadt zu schlendern und zu sehen, wo wir landen, statt mit einer Limousine überall hinkutschiert zu werden. Neben ihr einzuschlafen, nachdem wir Sex hatten, stelle ich mir wundervoll vor. Wir essen auf und ich bin froh, dass wir uns jetzt nicht mehr über meine Familie unterhalten. Ich weiß nicht, was Brooklyn von ihnen halten wird, wenn sie sie kennenlernt. Nicht nur von meiner unmittelbaren Familie, sondern auch von den ganzen anderen Verwandten. Es gibt nicht viele von uns Wittmaws, weil es so viele Zerwürfnisse gegeben hat. Früher oder später bricht mein Dad zu jedem den Kontakt ab. Eine halbe Stunde später bezahle ich die Rechnung und wir machen uns auf den Weg zu unserem Gate. Fliegen macht ihr nichts aus? Frage ich, setze mich neben sie und lege den Arm auf ihre Rückenlehne. Ich liebe es. Ich lächle. Gut, ich auch. Meistens schlafe ich. Sie zieht die Augenbrauen zusammen. Diesmal nicht. Dann greift sie in ihre Tasche und zaubert ein Kartenspiel hervor. Wir spielen Romy. Schade, dass sind. Wieder piekst sie mir in den Bauch. Du hörst jetzt besser auf mit diesen Kommentaren. Wir sind nur Freunde. Schon vergessen? Ich lächle und wünsche mir, ich könnte sie einfach küssen, wenn sie so süß ist. Brooke flüstert mir Wyatt ins Ohr. Wir landen. Ich schlage die Augen auf und lege den Kopf schief. Seine baby blauen Augen könnten mich in Trance versetzen. Ich bin eingeschlafen? Er lacht leise. Ja, bist du. Wie ist der Film ausgegangen? Ich kann mich daran erinnern, dass wir zuerst Rommé gespielt haben, danach haben wir ein Kreuzwort Rätsel gelöst und dann kam der Film. Es ist eine romantische Komödie, am Ende kommen sie zusammen. Ich richte mich auf und knülle meine Decke zusammen. Als es abwärts geht, spüre ich den Druck auf den Ohren. Natürlich sind sie zusammengekommen, aber wie? Ich strecke die Arme und Wyatt's Blick fällt auf meine Brust. Plötzlich kriege ich steife Nippel. Wie immer, der Kerl musste betteln. Naja, ich reiche der Flugbegleiterin meine Decke, als sie an uns vorbeikommt. So läuft das nun mal, denn ihr Männer seid für gewöhnlich im Unrecht. Er kitzelt mich zwischen den Rippen. Wie war das? Ich winde mich auf meinem Sitz, als das Flugzeug einen heftigen Satz macht. Die Frau hinter mir erschrickt lautstark. Eines Tages wirst du einer Frau nachrennen statt von ihr weg. Der Satz rutscht mir heraus, bevor ich ihn aufhalten kann. Hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass er mir nachrennen soll, dass er für mich sein Leben ändern soll. Dafür würde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Mein Lächeln veräppt und ich sinke weiter in meinen Sitz. Er hört auf mich zu kitzeln und richtet den Blick nach vorn. Mit einem Mal ist die Stimmung zwischen uns wieder seltsam. Bevor ich wusste, dass Alex Starlight verlassen wird, war alles so locker zwischen uns. Und jetzt ist es kompliziert geworden. Weil ich dachte, aus uns könnte was werden. Aber er wollte die ganze Zeit nur in eine Richtung. Zurück nach New York. Darf ich dich was fragen? Flüstert er. Die Leute um uns herum sind damit beschäftigt, ihre Sachen zusammen zu packen und zu beobachten, wie das Flugzeug durch die Wolken taucht. Ich zucke meinen Anschnallgurt fester. Klar, was denn? Fällt es dir schultern, obwohl es mir total widerstrebt, so zu tun, als wären wir nur Freunde. Dass ich immer wieder versuche, ihn zu berühren und dann doch die Hand zurück ziehe. Die flirtenden Kommentare, die mir dauernd herauszurutschen drohen. Dann geht es also nur mir so? Fragt er weiter. Ich mustere ihn. Heute ist er anders gekleidet. Als würde er damit rechnen, sofort fotografiert zu werden, sobald wir das Flugzeug verlassen. Sein Haar ist immer top gestylt, der Bart ordentlich geschnitten. Vielleicht liegt es also tatsächlich an seiner Kleidung, dass ich ihn heute in einem anderen Licht sehe. Aber für mich macht es keinen Unterschied, ob er so gekleidet ist oder sein Sportoutfit trägt. Ich will ihn so oder so. Ich sehne mich so sehr nach ihm, dass ihr wird nicht verstehen, dass es Teil eines Deals ist, dass du mich begleitest. Du musst mich nicht küssen oder irgendwas, aber ein wenig Zuneigung ist schon nötig, wenn meine Mom glauben soll, dass du ein richtiges Date bist. Kannst du ihr nicht sagen, dass wir nur befreundet sind? Mein Herz beginnt vor Nervosität zu rasen. Er atmet laut aus und blickt hinab auf die Wolken kratzer. Irgendwie wirkt er jetzt ängstlich. Dann wird sie wollen, dass ich eine andere frage. Sie ist darauf versessen, dass ich jemanden finde. Es gibt da diese Frau. Sie ist die Tochter des Freundes meines Vaters. Normalerweise wollen sie bei solchen Feierlichkeiten immer, dass ich mit ihr hingehe. Willst du, dass ich so tue, als wäre ich deine Freundin? Er beißt sich auf die Unterlippe. Wäre es denn so schlimm? Wir gehen zur Hochzeit und nach einer Woche oder so sage ich meiner Mutter, dass wir uns getrennt haben. Ich lüge nicht gern. Und das stimmt auch. Außerdem bin ich eine verdammt schlechte Lügnerin. Wobei ich glaube, so zu tun, als wäre ich Wyatt's Freundin, wäre die einfachste Lüge aller Zeiten. Mir bereitet es eher Sorgen, wie es mir danach gehen wird. Wir müssen ja nicht sagen, dass du meine Freundin bist. Sei einfach mein Date. Ich weiß nicht, ob es an der Verzweiflung in seinem Blick liegt oder daran, dass er dann vielleicht mit einer anderen Frau hingeht, aber das Wort kommt aus meinem Mund, bevor er mich weiter überreden muss. Klar. Lächelnd legt er die Hand auf meinen Schenkel und drückt ihn. Danke, Brooklyn, du bist toll, sagt er und zieht die Hand zurück. Japp, ich sollte mir einen riesigen Vorrat an Wein und Oreos zulegen, denn sobald Wyatt Lake Starlight verlässt, um für immer nach New York zurück zu kehren, werden sie alles sein, was mich trösten kann. Wyatt's Apartment ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, schwarz und rostfreier Edelstahl. Abgesehen von ein paar Klamotten und Büchern gibt es in dieser Wohnung keinen einzigen Farbklecks. Das ist dein Schlafzimmer. Er öffnet eine Tür. Hier drin sieht es genauso aus. Graue Wände, schwarzes Bettgestell, schwarzer Schrank mit Chrom, stahlgraue Bettdecke. Du bist nicht zufällig ein Vampir, oder? Er lacht. Ich mag schwarz. Er betritt das Zimmer und stellt meine Tasche auf den Stuhl neben dem großen Flachbild Fernseher. Du hast dein eigenes Badezimmer. Frische Handtücher habe ich aufgefüllt. Du? Er blickt ein wenig beschämt rein. Jemand hat es für mich gemacht. Belustigt verdrehe ich die Augen. Ich weiß nicht, ob dieses Leben etwas für mich wäre. Fühl dich wie zu Hause. Der Probe gehen. Ich höre, wie sich seine Schritte auf den Fliesen entfernen und er in einem der Nachbarzimmer verschwindet. Ich sehe mich um und frage mich, ob ich im falschen Film bin. Das ist nicht der Wyatt, den ich kennengelernt habe. Der Wyatt, der mir etwas zu essen vorbeibringt. Der Wyatt, der lieber zu Fuß gehen will, statt das Auto zu nehmen. Der Wyatt, der gern in meiner farbenfrohen Wohnung sitzt und sich mit mir Wiederholungen im Fernsehen ansieht. Der Wyatt, der hier lebt, geht bestimmt jeden Abend essen, steht morgens um sechs auf und macht sein Workout, bevor er duschen geht und sich von seinem Chauffeur ins Büro fahren lässt. Ich sitze auf dem Bett und spiele an meinem Handy herum. Ich wünschte, ich könnte jetzt Dragon anrufen oder Juno oder Savannah, damit sie mir Beistand leisten. Ich habe das Gefühl, mich in einen Mann verliebt zu haben, den ich nicht mal kenne. Der Gedanke ist leider viel zu wahr. Bisher habe ich meine Gefühle für Wyatt verdrängt, weil es sonst nur umso mehr Schmerzen wird. Doch die Wahrheit ist, dass es so oder so wehtun wird, wenn er geht. Vielleicht gehe ins Bad, drehe die Dusche auf und wühle in meinem Koffer nach einem passenden Outfit. Im Schrank hängen etliche leere Kleiderbügel. Während ich meine Kleider aufhänge, frage ich mich, ob ich im Vergleich zu seinen reichen Freunden und Verwandten aussehen werde wie Cinderella bevor sie die gute Fee getroffen hat. Ich schüttle den Kopf. Sollen sie doch denken, was sie wollen, ist mir egal. Fast glaube ich es selbst. Wir steigen aus dem Auto und ich reiche dem Park Service den Schlüssel. Brooklyn ist die Kinnlade herunter gefallen, als wir mit dem Aufzug in die Garage gefahren sind, wo mein BMW stand. Und mir ist die Kinnlade herunter gefallen, als sie in einem atemberaubenden Kleid mit tiefem Rückenausschnitt aus dem Gästezimmer kam. Am liebsten hätte ich meine Hand unter den Saum geschoben und meine Finger über ihre Wirbelsäule wandern lassen. Das mit dieser platonischen Beziehung ist doch scheiße. Der Portier öffnet uns die Tür und Brooklyn bedankt sich bei ihm, als wir das Foyer betreten. Hier folgende Anweisung eines kleinen Schilds, auf dem geschrieben steht, dass das Probedinner im Eichenraum stattfindet. Der Korridor Je näher wir dem Raum kommen, desto unbehaglicher fühle ich mich. Ich ergreife Brooklyns Hand. Sie scheint sich keine Sorgen zu machen und ich hasse es, dass ich in mir das Gefühl breitmach, dass sie besorgt sein sollte. Die Frauen hier sind stutenbissig, die Männer flirten gern. Ich hoffe, Hayley ist auch heute so, wie sie normalerweise ist und hilft Brooklyn den Abend zu überstehen. Aber das ist egoistisch von mir. Schließlich ist heute ihr großer Abend. Brooklyn sieht mich an. Ihr blondes, glänzendes Haar fällt in losen Wellen über ihre Schultern. Entspann dich. Ich verspreche dir, mich nicht wie eine Landpomeranze zu benehmen. Ich frage mich trotzdem, ob sie mit den manipulativen Leuten der Upper East Zeit zurechtkommen wird. Bevor wir den Saal betreten, bleibe ich stehen und drücke sie mit dem Rücken gegen die Wand. Kannst du mir noch was versprechen? Ich streiche ihr eine Strähne hinters Ohr. Sie ist so unschuldig. Warum habe ich es zugelassen, dass sie diese Seite meines Lebens kennenlernt? Du bist so angespannt, seit wir dein Appartement verlassen haben. Beruhige dich. Sie legt die Hand an meine Brust. Ich muss mich zusammenreißen, nicht einfach mit ihr abzuhauen, damit sie nicht von diesen Leuten verdorben wird. Was auch passiert, bitte geh nicht ohne mich. Such mich, falls wir getrennt werden. Sie legt den Kopf schief und lächelt so lässig, wie sie es für gewöhnlich tut. Ich würde sie jetzt so gern küssen und ein wenig von ihrer Liebenswürdigkeit stehlen, solange ich noch kann. Denn sobald ich durch diese Türen trete, werde ich mich in jemanden verwandeln, den sie nicht kennt. Was? Warum? Ihre Stirn legt sich in Falten. Versprich es mir einfach. Ich lege die Hand an ihre Wange und sie schmiegt sich an mich. Jeder würde uns für ein verliebtes Paar halten. Die Wahrheit ist, dass Okay, ich verspreche es. Mein Daumen streicht über ihre weiche Haut. Können wir jetzt reingehen? Sie kichert. Zu schade, dass ich dieses Mädchen nicht in eine Flasche stecken und dann verkorken kann. Klar, ich verschränke unsere Hände ineinander. Wir sind schon fast im Saal, als Brooklyn beinah mit Veronica Adley zusammenstößt. Nicht unbedingt die erste Person, der Brooklyn heute Abend begegnen sollte. Es wäre mir lieber gewesen, wenn sie zuerst ein paar Ammenhaie kennengelernt hätte, bevor sie auf den Weißen Hai trifft. Wyatt? Veronica hebt die dunklen Augenbrauen, als wäre sie überrascht, dass ich auf der Probefeier meiner Schwester auftauche. Sie packt mich an den Schultern und gibt mir links und rechts Küsschen in die Luft. Mit diesem Bart bin ich nicht so sicher. Sie nimmt mein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und dreht meinen Kopf hin und her. Mir gefällt's, erwidere ich. Sie senkt die Hand, Gott sei Dank. Du kennst mich ja, ich mag's glatt wie ein Baby Popo. Ihre Andeutung ist unverkennbar. Dass Brooklyn jetzt errötet, sagt mir, dass sie doch nicht so naiv ist, wie ich dachte. Oh. Veronica bemerkt, wie mein Blick zur Seite wandert. Du musst das Date sein. Sie streckt die Hand aus und Brooklyn lässt mich los, um sie zu schütteln. Nach außen wirkt es zivilisiert, aber ich weiß es besser. Brooklyn Bailey. Wie süß, erwidert Veronica und mustert Brooklins Kleid. Ich könnte dich glatt auffressen. Mit ihren Reißzähnen. Ich stelle mir vor, wie sich Veronica wünscht. Danke. Dein Kleid ist auch wunderschön. Du siehst bezaubernd aus. Brooklins Kompliment klingt aufrichtig. Danke. Dann wendet sich Veronica wieder mir zu. Was ist mit dir, Wyatt? Wie findest du das Kleid? Sie lässt die Hände über ihrer Taille und Hüften gleiten. Es ist schön. Schön? Sie verdreht die Augen und sieht mich an, als würde Brooklyn nicht neben Kompliment wie früher. Seht ihr, was ich mit bösartig gemeint habe? Sie hat Brooklyn nur ein Kompliment gemacht, um ihr zu zeigen, dass es mal eine Zeit gab, als ich Veronica für die schönste Frau auf der Welt hielt. Aber ich war 16 und schwanzgesteuert. Jetzt mit 29 und da Veronica und Brooklyn direkt nebeneinander stehen, merke ich, dass ich damals noch nichts von der Welt gesehen hatte. Ich war noch nicht in Lake Starlight gewesen. Damals habe ich Brooklyn Bailey noch nicht gekannt. Meine Mom sucht uns bestimmt schon. Veronica lässt uns vorbei, jedoch nicht ohne Brooklyn noch einmal abfällig zu mustern. Viel Spaß. Oh, und ein Tipp, die Fingerschale ist keine Suppe. Lächelnd legt sie die Hand auf Brooklyns Arm. Ignoriere sie einfach, flüstere ich Brooklyn zu und lasse Veronica links liegen. Sie ist wirklich zuckersüß. So süß, dass einem sofort die Zähne ausfallen. Lass uns nach meiner Mom suchen. Ich lasse den Blick über den vollen Saal schweifen. Alle stehen noch und haben Drinks in den Händen. Ich entdecke meine Mom auf der anderen Seite des Raums. Sie unterhält sich gerade mit Hayley, was gut ist, denn ich hoffe, dass sie dann nicht über Brooklyn herfallen wird, als wäre sie Bruce Springsteen, der Lieblingssänger meiner Mom. Komm, ich ergreife Brooklyns Hand und bleibe immer wieder kurz stehen, um jemandem Hallo zu sagen. Hey, sage ich, als wir auf sie zugehen. Meine Mom und Hayley blicken auf. Irgendwas ist los, denn Hayleys Lächeln wirkt er zwungen. Seht euch das an. Sie hat die Rolle der Frau des Kongress Abgeordneten bereits perfektioniert. Großer Bruder, flötet sie und schlingt die Arme um meinen Hals. Brooklyn lässt meine Hand los, damit ich meine Schwester richtig umarmen kann. Ihre Masse an dunklen Haaren erstickt mich fast. Rette mich, flüstert sie. Sie lässt mich los, sieht Brooklyn an und dann wieder mich. Kuss auf die Wange. Für mich interessiert sie sich gerade nicht, das wissen wir beide. Das ist Brooklyn. Ich lege die Hand auf ihren Rücken, als würde ich sie präsentieren wie einen Preis. Brooklyn, das sind meine Mutter Eva und meine Schwester Hayley. Meine Mutter lächelt. Brooklyn streckt ihr einfach in der Familie willkommen Mom, fragt Hayley. Ich funkle sie böse an. Lachend verdreht Hayley die Augen. Es ist so schön, dich kennenzulernen. Bisher habe ich nicht annähernd genug von dir gehört. Komm, wir holen dir einen Drink und dann kannst du mir alles erzählen. Mom, ich hole ihr einen Drink. Doch meine Mom hat sich bereits bei Brooklyn untergehakt und zerrt sie zur Bar. Dann stelle ich mich wohl erst später vor, bemerkt Hayley. Meine Mom ignoriert ihren Kommentar. Ich beobachte, wie sie mit Brooklyn im haiverseuchten Gewässer verschwindet. Beruhig dich, Mom wird sich gut um sie kümmern. Hayley drückt meinen Oberarm. Sie ist süß? Was ist das zwischen euch? Ich schiebe die Hände in die Hosentaschen. Da sie erst vor drei Wochen und letzte gemeinsame Reise? Hayley liegt den Kopf schief, was mich nicht überrascht. Die letzten Monate war sie so mit der Planung ihrer Hochzeit beschäftigt, dass es mich fast wundert, dass sie überhaupt weiß, dass ich momentan in Alaska bin. Dad hat mich dazu gezwungen, incognito im neuen Hotel zu arbeiten. Und Brooklyn arbeitet auch dort. Als einer der Kellner vorbeikommt, nehme ich mir ein Glas Champagner. Ich würde gerade alles trinken, um meine Nerven zu beruhigen. Sie arbeitet im Hotel? Zimmermädchen. Ich leere das ganze Glas und stelle es auf einen Tisch. Dein Date ist ein Zimmermädchen? Werde jetzt nicht fies, Hayley. Das gehört sich nicht für die zukünftige Ehefrau eines Politikers. Bin ich nicht. Ich bin nur überrascht. Sie legt die Hand an meine Stirn. Haben dich Mom und Dad weggeschickt, damit deine Gehirnsynapsen neu verknüpft werden? Ich schüttle den Kopf. Ich war noch nie so abgehoben wie der Rest hier, erwidere ich mit einer Kopfbewegung. Sie lacht. Nur weil dein bester Freund Studienhilfe bekommen hat, heißt das noch lange nicht, dass du nicht abgehoben bist. Jedenfalls behalte es bitte für dich. Veronica hat schon ihr wahres Gesicht gezeigt. Grün hat ihr noch nie gestanden. Ich schnappe mir zwei Gläser Champagner und reiche Hayley eines davon. Dann stoße ich mit ihr an. Glückwunsch, Schwesterherz. Du hast dir einen Kongressabgeordneten geangelt. Wir nippen an unseren Drinks. Mein Blick wandert zur Bar. Mittlerweile hat meine Mom Brooklyn auf einem Stuhl platziert und lacht über irgendwas. Würde ich ihn nicht lieben, würde ich ihn genau deshalb verlassen. Wir wissen beide, dass sie es nicht tun würde. Vielleicht bin ich aber auch nur zynisch. Willst du mir jetzt verraten, was das mit euch beiden ist? fragt meine Schwester. Unsere Blicke wandern zu Mom und Brooklyn. Wir sind nur Freunde. Aber nimm Mom jetzt nicht die Hoffnung, okay? Ha! Hayley stellt ihr noch halbvolles Glas auf Gut zu wissen, dass du immer noch blind bist wie ein Maulwurf. Nicht mal die frische Luft in Alaska scheint deinen Kopf durchpusten zu können. Sie tätschelt mir den Rücken und geht zu ihren Brautjungfern, die drei Tische weiterstehen. Dann wirft sie einen Blick über die Schulter, um zu überprüfen, ob ich verstanden habe. Wenn Hayley glaubt, dass zwischen uns mehr ist, dann wird das meine Mom auch glauben. Das ist gut. Ich gehe auf meine Mom und Brooklyn zu, doch dann kommt mir Bradley in die Quere. Wyatt, schön, dass du gekommen bist. Er nimmt mich so fest in den Arm, dass ich beinahe vom Boden abhebe. Ich halte mich ja für einen großen Kerl, aber Bradley hat früher Rugby gespielt und sieht genauso aus, wie man sich einen Rugby Spieler vorstellt, groß, breit und muskelbepackt. Glückwunsch, du darfst den Rest deines Lebens mit meiner Schwester verbringen, darum beneide ich dich kein bisschen. Er lacht und leert den Rest seines Drinks. Los, trinken wir was richtiges. Ich lehne mich zur Seite, doch meine Mom und Brooklyn sind immer noch ins Gespräch vertieft. Klar. Wer ist das Ich wusste, er würde fragen. Eine Freundin aus Alaska. An der Bar bestellt sich jeder einen Drink. Ja, sie entspricht nicht gerade deinem Kaliber. Mein Gott, was ist nur mit euch los? Ja, sie ist aus einer Kleinstadt. Und? Bradley rührt seinen Drink um und starrt mich an. Dann zieht er das Stäbchen heraus, leckt es ab und legt es auf seine Serviette. Ich meinte, dass sie viel zu hübsch für dich ist. Vielleicht sollte ich mich endlich ein wenig entspannen. Vielleicht wird meine Familie gar nicht schlecht von ihr denken, nur weil sie nicht den Status und das Bankkonto der anderen hier hat. Ich nehme einen Schluck von meinem Whisky und hoffe, er wird meine Nerven beruhigen. Naja, das gleiche könnte ich dir auch sagen. Aufs Hoch heiraten. Ich wir nippen an unseren Drinks. Das Brennen des Alkohols in meiner Kehle ist die reinste Wohltat. Wenn ich sie doch nur irgendwie von Mom wegkriegen könnte. Wir drehen die Köpfe. Mein Dad sitzt nun bei ihnen. Fuck, murmle ich. Das ist nicht gut. Bradley krümmt sich und klopft mir auf den Rücken. Wir sprechen später nochmal. Ich wusste, dass ich mich nicht zu nachsichtig wird, greift der Feind an. Wyatt's Mom ist liebenswürdig und genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe, seit ich ihren Anruf mit gehört habe, bei dem sie versucht hat, Wyatt zu überreden, sich ein Date zu suchen. Sie hat mir alle Fragen gestellt, die eine Mutter der neuen Freundin des eigenen Sohns nun mal stellt. Und dein Vaterschätzchen? Was macht Anlass und meine Antwort zieht die Leute jedes Mal runter. Er ist gestorben, vor zehn Jahren. Zuerst legt sie die Hand auf ihre Brust, dann auf meine Hand. Das tut mir so leid. Danke. Und deine Mutter? Ich sollte einfach beide zusammen erwähnen. Warum habe ich meinen, aber sie ist die Mutter der Braut. Ich sehe mich um. Wo ist Wyatt, wenn man ihn braucht? Das tut mir leid. Das Leben ist so unfair. Wir haben auch schon unsere Hürden genommen, aber nichts so Schlimmes wie so jung seine Eltern zu verlieren. Jetzt bedeckt ihre Hand wieder ihr Herz. Wie ich schon sagte, es ist zehn Jahre her. Wie alt warst du da? Sechzehn. Ich nippe an meinem Wein. Ich habe Mrs. Whitmore für mich bestellen lassen, weil ich nicht das Falsche nehmen wollte. Die Leute beobachten mich die ganze Zeit und ich habe keine Ahnung warum. Wer hat dich groß gezogen? fragt Eva. Ich schlucke schwer und sehe mich nach Wyatt um, versuche jedoch höflich zu bleiben. Mein Wie hast du Wyatt kennengelernt? Endlich ein Thema, mit dem ich umgehen kann. Bei der Arbeit, ich arbeite im Glacier Point Resort. Tatsächlich? Scheiße, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Erneut zieht sie sich um und lehnt sich zu mir. Das muss unter uns bleiben. Es wäre nicht gut, wenn Wyatt's Dad herausfinden würde, dass er mit einer Angestellten schläft. Am liebsten würde ich mich in Luft auflösen. Oh nein, ich meine damit nicht, dass das unter seiner Würde ist. Es ist nur das Chef-Mitarbeiter- Verhältnis. Du weißt ja, dass Wyatt aus einem ganz bestimmten Grund dort ist. Und zwar nicht, um sich mit den Mitarbeiterinnen zu vergnügen. Sie lächelt mich an. Aber du bist einfach bezaubernd. Sie ergreift meine Hand. Ich weiß nicht, ob ich es als Kompliment oder Beleidigung auffassen soll. Ich lächle, nippe an meinem Wein und hoffe, dass mich Wyatt bald rettet. Und wer ist das? Der Mann, der an unseren Tisch tritt, muss sich gar nicht vorstellen, da er seinem Sohn so ähnlich sieht. Er gibt seiner Frau einen Kuss auf die Wange und setzt sich neben sie. Dann streckt er mir die Hand entgegen. Abe Whitmore. Brooklyn, Bailey. Ich schüttle seine Hand. Bailey, er schnallt mit der Zunge. Haben wir uns bereits kennengelernt? Nein, ich glaube nicht. Du kommst mir bekannt vor. Bailey. Dann schnippt er mit den Fingern und deutet auf mich. Du bist mit Wyatt hier. Ja, Abe, sie ist Wyatt's Date. Eva lächelt mich an, als wollte sie mir sagen, dass ich einfach nur grinsen soll und es bestimmt gleich vorbei ist. Bailey Timber. Genau, ich nicke. Als ich das Glacier Point gefunden habe, hat Mr. Clayton von euch geschwärmt, als wärt ihr die Kennedys. Ihr scheint bekannt zu sein in der Stadt. Meine Schwester Savannah hat die Firmenleitung übernommen. Ihre Eltern sind verstorben, flüstert Eva. Doch er zeigt nicht einen Aber was sagt das über ihn aus? Natürlich hat sich Wyatt in Lake Starlight eine von euch geschnappt und kein normales Mädchen. Wyatt's Mom lacht, doch nicht ohne zu überprüfen, ob ich ebenfalls lache. Doch ich lache nicht. Ich habe den Witz nicht verstanden. Nur weil mein Nachname Bailey ist, halte ich mich nicht für etwas Besseres. Aber ich will nicht unhöflich sein. Außerdem Teufel spricht. Wyatt tritt hinter mich und legt die Hand auf meine Rückenlehne. Sie ist entzückend, Iva lächelt mich an. Ja, das ist sie. Wyatt beugt sich herunter und küsst meine Wange. Ein Stromschlag schießt durch meinen Körper, aber ich versuche meine Überraschung und auch meine Lust im Zaum zu halten. Ich nehme sie jetzt mit raus auf den Balkon. Er viel Spaß ihr zwei sagt seine Mom. Es war sehr schön mit dir zu plaudern. Ebenso erwidere ich. Wyatt komm morgen früh vorbei. Wir müssen uns unterhalten sagt Abe. Es ist Hayleys Hochzeitstag. Keine geschäftlichen Dinge morgen oder besser gesagt das ganze Wochenende widerspricht Iva. Das ist doch lächerlich. Ich würde sogar während der Trauung Deals abschließen. Abe lacht, aber niemand stimmt mit ein. Er mag es nicht mal und greift nach seinem Drink. Komm Eva, die Feldmans sind da. Mom, Dad, Wyatt nickt ihnen zu, geleitet mich aus dem Raum und durch eine große Doppeltür, die hinaus auf einen Balkon mit Blick über Manhattan führt. Ich schnappe hörbar nach Luft. Wow! Er führt mich ans Geländer. Die Lichter der Wolkenkratzer blenden mich Ich habe die Gebäude schon auf dem Weg hierher gesehen, aber von so weit oben und im Dunkeln einfach spektakulär. Ich bin froh, dass du hier bist. Es tut mir leid, falls irgendjemand etwas beleidigendes gesagt hat, während ich nicht da war. Man vergisst nur allzu leicht, wie gemein die Leute hier sein können. Es ist nicht die erste Bemerkung dieser Art. Seit wir sein Apartment verlassen haben, macht er sich Sorgen, die Leute könnten mich schlecht behandeln. Veronica war nicht unbedingt nett, aber es war offensichtlich, dass sie nur eifersüchtig ist. Ich weiß nichts über ihre gemeinsame Vergangenheit und ich will es auch nicht wissen. Ich drehe mich um, sodass ich mit dem Rücken zur Brüstung stehe. Da Doch ich schiebe ihn auch nicht von mir. Ich will nicht und ich habe es satt immer gegen mich selbst anzukämpfen. Warum sagst du ständig solche Sachen? Bist du aus einem bestimmten Grund nach Lake Starlight geflüchtet? Sein Blick richtet sich auf die Skyline hinter mir, doch hier draußen auf dem Balkon ist es hell genug, um seine Augen sehen zu können. Wyatt ist nicht einfach zu lesen. Meistens schafft er es, sich mit Gesichtsausdrücken zurückzuhalten, doch manchmal blitzt etwas auf in seinen blauen Augen. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, bevor ich nach Lake Starlight gekommen bin. Ich habe mich wohl gefühlt in dieser Ellenbogengesellschaft, aber er sieht mich an und streicht mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Ich sage ihm nicht, dass er gerade meine Frisur anders zu sein. Warum? Er tritt näher und legt die Hand an meine Wange, wie er es vorhin schon getan hat. Seine Berührung fühlt sich intim an. Wenn ich nicht will, dass zwischen uns mehr passiert, muss ich jetzt Nein sagen. Doch ich kann nicht abstreiten, dass ich Wyatt will. Romes Worte gehen mir durch den Kopf. Du bist so engelsgleich, so rein, so perfekt und ich bin das genaue Gegenteil. Mit einem Mal fühle ich mich ganz leicht, als könnte ich direkt vom Balkon schweben. Du redest von dir, als wärst du ein Auftragskiller oder sowas. Bist du aber nicht, oder? Lachend legt er den Kopf in den Nacken. Das Mondlicht fällt auf seinen Hals. Mein Gott, ich will ihn. Ich sollte ihn nicht wollen, aber ich tue es. Nein, bin ich nicht, aber ich wurde dazu erzogen, mir zu nehmen, was ich will, ungeachtet der Konsequenzen. Ich lehne mich weiter zu ihm. Ich will, dass er sich so sieht, wie ich ihn sehe. Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Du kennst Wyatt Moor aus Lake Starlight, nicht Wyatt Whitmore aus New York. Ich lege meine Hand auf seine, die auf der Balkonbrüstung liegt und überbrücke auch noch die letzte Distanz zwischen uns. Scheiß auf die Konsequenzen. Sei der Mann, der du sein willst. Leichter gesagt als getan. Er sieht mich an. Ich verstehe nicht, was daran so schwer sein soll, erwidere ich ehrlich. Der Schmerz in seinem Blick sagt mir, dass ich ihn immer noch nicht verstehe. Warum kann er hier nicht derselbe Wyatt sein wie in Lake Starlight? Komm, wir sollten besser wieder hineingehen. Er greift meine Hand, doch ich bleibe stehen. Er blickt über die Schulter. Als er meinen Gesichtsausdruck sieht, dreht er sich wieder um. Was ist los? Das ich deute mit dem Zeigefinger zwischen uns hin und her. Sag du mir, was los ist. Ist es deine Familie? Dein Vater? Ich weiß, wie wertvoll Familie ist. Die Zeit, die man mit ihr hat, ist so kostbar. Genau das meine ich. Du bist ein viel zu guter Mensch, um hier zu sein. Vielleicht kennst du mich einfach noch nicht gut genug. Leise lachend greift er nach meinem Arm. Lass uns reingehen, bevor ich dich noch im Mondschein küsse. Er sieht mir tief in die Augen und ich als er merkt, dass ich es ernst meine, kommt er auf mich zu und drückt mich mit dem Rücken gegen die Brüstung. Du willst, dass ich dich küsse? Voller Erwartung lecke ich mich jetzt diese Grenze überschreite? Ja, ich will, dass du mich küsst. Ich sehe ihm direkt in die Augen, um ihm zu verstehen zu geben, dass ich es wirklich ernst meine. Wirklich? Ich dachte, wir wären nur Freunde. Er kesselt mich zwischen seinen Armen ein und tritt immer näher, bis kein Millimeter Platz mehr zwischen uns ist. Die Hitze seines Körpers ruft nach mir. Ich kann das nicht mehr, ich muss dich spüren. Mich spüren? Ich werfe die Hände in die Luft. Du weißt schon, was ich meine. Er erwidert nichts, doch sein Grinsen sagt alles. Du auch, oder? Oder geht es nur mir so? Er lacht leise. Jetzt klingst du wie ich vor drei Wochen. Du weißt, was passiert, wenn ich dich jetzt küsse, oder? Keine Dates? Keine ernsthafte Beziehung? Ja. Ich meine es ernst, Brooklyn. Ich werde mich niemals ändern. Wenn ich dich jetzt küsse, muss ich wissen, dass du das verstehst und akzeptierst. Ich will dich nicht verletzen. Danke für die Warnung. Ich lächle, weiß jedoch nicht, ob es ihn überzeugt. Okay. Er nickt. Okay, hauche ich, schließt die Augen. Das ist nicht erster Kurs, Wyatt. Mach sie einfach zu. Na schön. Ich schließe die Augen und lecke mir die Lippen. Mein Gott, du bist wunderschön, flüstert er. Seine Stimme kommt immer näher. Der Wind dreht und pustet mir unters Kleid. Doch zwischen meinen Beinen ist es mittlerweile so heiß, dass ich froh bin um die Abkühlung. Bereit? fragt er. Seine Stimme ist nun so nah, dass mein Herz vor Aufregung wie wild zu klopfen beginnt. Ähm, mhm. Ich wappne mich. Jetzt ist es soweit. Endlich werde ich diesen Mann küssen. Und ich werde nicht an morgen denken oder daran, dass er Lake Starlight verlassen wird. Ich werde mir keine gemeinsame Zukunft ausmalen. Ich werde einfach den Kuss, seine Berührungen und hoffentlich auch den Sex heute Nacht genießen. Scheiß auf die Zukunft. Ich will nicht, uns bei unserem ersten Kuss so viele Leute zusehen. Flüstert er mir ins Ohr und ich bekomme eine Gänsehaut. Ich schlage die Augen auf. Sein Gesicht ist direkt vor meinem. Denn sobald sich unsere Lippen berühren, werde ich mich in einen Höhlenmenschen verwandeln und nicht eher von dir ablassen, bis du nackt unter mir liegst. Ich schnappe nach Luft und versuche mein hämmerndes Herz zu beruhigen. Und jetzt lass uns die Sache hinter uns bringen, damit ich dich nach Hause bringen und aus diesem Kleid schälen kann. Junge, Junge, der New York White ist aber ganz schön schmutzig. Er lacht. Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier anders bin. Irgendwie gefällt es mir. Kichernd erlaube ich ihm meine Hand zu nehmen und mich wieder hinein zu führen. Vor uns liegt eine großartige Nacht. Stell sicher, dass du genug isst, damit du genug Energie hast. Ich bin so mit Lachen beschäftigt, dass ich zuerst gar nicht merke, dass alle Blicke auf uns gerichtet sind. Man könnte meinen, ihr wärt das Paar, das wir heute feiern, sagt der Mann mit dem Mikrofon in der Hand. Sorry, beschämt hebt Wyatt die Hand. Typisch Wyatt Whitmore, ruft jemand. Wyatt ignoriert ihn und führt mich an den Tisch, an dem mit knallrotem Kopf sein Vater sitzt. Ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich weiß, dass es nichts Gutes zu bedeuten hat. Dass mich mein Dad mit seinem Laserblick durchbohrt, sollte mir dass ich mich gefälligst dafür schämen soll, zu spät hereingekommen zu sein und die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen zu haben. Anscheinend habe ich mich doch nicht so sehr verändert, wie ich es mir gewünscht hätte. Doch statt an meinen Dad kann ich nur an Brooklyn denken. Inzwischen geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich überlege, wie sie ein Teil meines Lebens bleiben kann, nachdem ich Lake Starlight verlassen habe. Doch ich kann nur daran denken, was ich zuerst mit ihr anstellen werde, sobald wir wieder in meinem Apartment sind, oder ob ich es zulassen soll, dass wir diese Grenze überschreiten. Ich bin nicht naiv. Ich werde Brooklyn verletzen, denn sie lässt nicht einfach jemanden in ihr Leben ohne Gefühle zu investieren. Ist es das, was ihr jetzt klar geworden ist? Dass es sie so oder so schmerzen wird, wenn wir uns trennen, egal ob wir miteinander schlafen oder nicht. Falls ja, kann sie sich auch nehmen, was sie will. Und warum sollte ich da nicht das gleiche tun. Denn so sehr ich es versuche, ich sehe einfach keine Möglichkeit, wie sie in mein Leben passen soll. Zumindest keine, die nicht alles zerstört, was gut an ihr ist. Hey, flüstert sie und legt unterm Tisch die Hand auf mein Knie. Ich lächle sie an. Ich kann einfach nicht anders, wenn ich sie ansehe. Hey, alles okay? Ich nicke und drücke ihre Hand. Sie ist einfach viel zu gut für Wahrheit war es leichter so zu tun, als wäre es nicht so. Aber hier erinnert mich alles an den Menschen, der ich mal war und nicht mehr sein will. Hier ist es offensichtlich, dass wir nicht zusammenpassen. Brooklyn, erzähl mir von dir, fordert mein Dad, während er seinen Salat schneidet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie versteift sich und das süße Lächeln ist Angst gewichen, während sie die Hand weg zieht und nach ihrem Weinglas greift. Du meintest, deine Schwester würde das Familienunternehmen leiten. Arbeitest du mit ihr zusammen? Er ist so mit Schneiden und Essen beschäftigt, dass er nicht merkt, wie sie zuerst mich ansieht, dann meine Mom und wieder mich. Warum verhalten sich meine Mom und Brooklyn so seltsam? Ist doch egal, was sie macht, Abe. Ich will mehr von Lake Starlight hören. Mom sieht Bradleys Eltern und Großeltern an. Die Fotos, die Wyatt auf Instagram postet, würden euch die Sprache verschlagen. Es ist wunderschön dort. Bradleys Eltern lächeln höflich und sehen mich an. Wie soll ich sie kennenlernen, wenn ich nicht weiß, was sie macht? Unterbricht mein Dad Moms Versuch, angespannt war meine Mom nicht mehr, seit ich von der Harvard Business School abgelehnt wurde und mein Dad die ganze Zeit gefragt hat, ob ich schon eine Rückmeldung bekommen hätte. Weil es nichts darüber aussagt, wer sie ist. Liebevoll lächelnd legt sie die Hand auf seinen Arm, als würden sie sich tatsächlich lieben. Mein Dad steckt sich ein Stück Tomate in den Mund und sieht Brooklyn erwartungsvoll an. Ich lege den Arm auf ihre Rückenlehne. Was auch immer hier gerade passiert, ich habe es satt. Sie arbeitet im Glacier Point. Meine Mom senkt den Blick und Brooklins Kehle entweicht ein leises Geräusch. Ach ja? Mein Dad legt sein Besteck beiseite und wischt sich den Mund an der Serviette. In welchem Bereich? Brooklyn setzt sich gerade auf und lehnt sich nach vorn. Zimmerservice, sagt sie so leise, als wollte sie nicht, dass es sonst jemand hört. Mein Dad sieht mich ungläubig an. Ich kenne diesen enttäuschten Blick nur allzu gut. Den schenkt er mir immer, egal welche Entscheidung ich treffe. Aber was mir an diesem hier nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ihm Brooklins Beruf nicht zusagt. Du bist Zimmermädchen, hakt er nach. Sie schluckt schwer. Ähm, kurz wandert ihr Blick zu mir. Wyatt hilft mir gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Womit? Mein Dad richtet die Frage an mich statt an Brooklyn, doch ich werde nicht für sie antworten. Ätherische Öle, erwidert sie. Mein Dad hebt die Augenbrauen. Er ist nicht unbedingt der Typ dafür, sich Lavendel auf die Handgelenke zu tupfen, um besser schlafen zu können. Oh, getestet. Nachdenklich richtet meine Mom den Blick zur Zimmerdecke. Ich glaube, es war Vanillemandel, aber ich weiß nicht mehr, wofür es gut war. Als wir letzten Monat nach Paris geflogen sind, hat die Flugbegleiterin kleine Fläschchen mit Lavendelöl verteilt. Bradleys Mom stößt seinen Dad mit dem Ellbogen an, doch er wirkt genauso unbeeindruckt wie mein Dad. Weißt du noch, als ich Vanilleöl ist für vieles gut, erwidert Brooklyn. Wirklich? Was denn zum Beispiel? fragt mein Dad skeptisch. Es überrascht mich, dass er mich nicht schon längst vom Tisch weggezarrt hat. Nun ja, es entspannt. Wenn man es in einen Luft befeuchter füllt, kann es beruhigend wirken. Und für Haut und Haare ist es auch gut. Das hat die Dame mir auch gesagt, erwidert meine Mom viel zu begeistert, aber ich weiß, dass sie Brooklyn in ein gutes Licht rücken will. Ich glaube, sie meinte sogar, es würde im Winter gegen trockene Haut helfen. Brooklyn nickt. Genau. Willst du mir damit sagen, dass sie jedes Jahr ein Vermögen für ihre Gesundheit und Schönheit ausgibt, obwohl sie eigentlich nur ein Fläschchen von deinem Öl bräuchte? fragt mein Dad lachend gegen meine Kopf Schmerzen gegeben. Es hat gewirkt. Ich lächle Brooklyn an und hoffe, ich kann ihr damit versichern, dass das, was sie tut, Bedeutung hat. Oh, das ist wundervoll, erwidert meine Mom und wendet sich Bradleys Mutter zu. Wyatt leidet seit der Pubertät an Kopf Schmerzen. Manchmal hatte er so starke Migräne, dass er sich in ein dunkles Zimmer gesperrt hat. Bradley weniger Kopf Schmerzen habe und weniger Medikamente nehmen muss, seit ich in Lake Starlight lebe. Aber jetzt spüre ich deutlich, dass sich eine Migräne anbahnt. Der Kellner räumt die Salatteller ab. Wyatt hat mir schon so viel geholfen, sagt Brooklyn. Das ist sehr selbstlos von ihm. Schließlich ist er dort, um einen Job für mich zu erledigen. Mein Dad sieht mich nicht an. Diapoint hat er auch schon Großes geleistet, auch wenn er mit den Mitarbeitern ein wenig strenger umgeht, als sie es gewohnt sind. Sie lächelt mich an. Mir wird ganz warm ums Herz, denn sie versucht, mich vor meinem Vater gut dastehen zu lassen. Nicht streng genug. Wir schreiben noch immer keine schwarzen Zahlen. Wir sollten uns jetzt nicht über das geschäftliche unterhalten, Abe. Meine Mom legt die Hand auf seinen Unterarm, doch er ignoriert es. Ich lege den Kopf schief. Woher willst du das wissen? Frage ich. Glaubst du etwa, ich hätte nicht ständig ein Auge auf dich? Mein Inneres gefriert. Ich hätte wissen müssen, dass er mir nicht genug vertraut, um mir ein Hotel zu überlassen. Brooklyn wird schweigsam. Ich versuche mich zu beruhigen, bevor ich meinen Dad noch am Kragen packe und ihm eine rein haue. Alles, was ich bisher mit meinem Dad durchgemacht habe, überfährt mich nun mit der Wucht eines Güterzugs. All die Erinnerungen an seine enttäuschten Blicke, die Kommentare, die mein Selbstwertgefühl zunichte machen sollten, die Sprüche, dass ich niemals erfolgreich sein würde, dass er mir nicht vertrauen kann, dass ich das Richtige tun würde. Was er mir wirklich damit sagen will, ist, dass ich nun mal nicht er bin, dass ich nicht so geworden bin, wie er es sich vorgestellt hat. Auch wenn ich auf dem Gleis nebenan fahre, so sind wir doch nicht auf derselben Spur. Zeit für eine Rede, verkündet der DJ über das Mikrofon und die Lichter werden gedimmt. Bin gleich wieder da, flüstere ich Brooklyn zu und stehe auf. Willst du Nein, bin gleich wieder da, versichere ich, obwohl durchaus die Möglichkeit besteht, dass das Hotel später ein Loch in der Wand haben wird. Auf dem Weg nach draußen schüttle ich noch ein paar Hände. Erst auf dem Korridor hole ich endlich wieder Luft und gehe in Richtung Toiletten. Wyatt! Ich drehe mich um. Veronica kommt auf mich zu. Nicht jetzt! Ich hebe die Hand und gehe weiter. Ich drücke die Tür zur Herrentoilette auf und starre mein Spiegelbild an. Was zum Teufel mache ich bloß aus meinem Leben? Warum lasse ich mich von ihm immer noch kontrollieren und herabwürdigen? Warum lasse ich zu, dass er mir so unter die Haut geht? Die Antwort ist dieselbe wie immer. Er hat meine Zukunft in der Hand, weil ich nach meinem Abschluss zu schwach war, um meinen eigenen Weg zu finden. Ich habe es schon in jungen Jahren vermasselt. Die einzige Chance, das Leben zu leben, das ich mir wünsche, ist nun, mich meinem Dad zu unterwerfen und mir seine Unverschämtheiten gefallen zu lassen. Das kommt mir bekannt vor, säuselt Veronika. Aber normalerweise würden deine Hände schon lange unter meinem Kleid stecken. Lachend lehnt sie sich gegen die Wand. Was zur Hölle macht sie hier drin? Ich habe jetzt keinen Kopf für deine Spielchen. Ich wasche mir die Hände, als stünde ich nicht kurz vor einem Zusammenbruch. Spielchen? Darüber hast du dich noch nie beschwert. Ich bin mit jemandem hier. Ich trockne mir die Hände ab. Sie stößt sich von der Wand ab und kommt auf mich zu. Goldlöckchen? Du weißt, dass sie dir nicht das geben kann, was du willst. Sie scheint mir keine zu sein, die sich auf der Toilette vögeln lässt. Ihr Zeigefinger fährt über meine Brust. Ich packe ihre Handgelenke und senke ihre Arme. Vielleicht ist es genau das, was mir an ihr so gefällt. Ich frage mich, ob sie deine Vergangenheit kennt. Weiß sie, dass du kein Heiliger bist? Ich schüttle den Kopf. Lass mich in Ruhe. Das zwischen Brooklyn und mir geht dich nichts an. Du tust, als hätte ich irgendein dunkles Geheimnis. Welches, das ich früher herumgefögelt habe? Lachend löst sie sich aus meinem Griff. Ich bitte dich, du hast so gut wie jede Frau der Upper East Zeit und die Hälfte von Try Baker gefögelt. Wir wissen beide, dass eure Beziehung höchstens fünf Minuten halten wird. Wir sind füreinander bestimmt. Du und ich seit unserer Kindheit. Du denkst wohl, das Leben wäre irgendein dummer Jugendfan. Du weißt, was wir beide waren. Dieser Mann bin ich nicht mehr. Du hast dich nie beschwert, schnurrt sie. Da hat sie recht. Ich konnte Veronica immer anrufen, doch sie hat es genauso gemacht. Ich will zur Tür gehen, doch sie stellt sich mir in den Weg. Komm schon, Y. Erinnerst du dich noch daran, wie viel Spaß wir immer zusammen hatten? Ich packe ihre Hand und quetsche mich an ihr vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Keine Sorge, du darfst dich gerne wieder bei mir melden, sobald sie herausgefunden hat, dass du kein Prinz tobe ich. Wyatt! Ich drehe mich zu meinem Vater um. Zum Glück ist es nicht Brooklyn, denn Veronica verlässt ausgerechnet in diesem Moment die Herrentoilette. Der Blick meines Dads wandert zu ihr. Veronica! begrüßt er sie. Guten Abend, Mr. Whitmore. Was für ein gut aussehender Brautvater sie doch sind. Sie nickt ihm zu und grinst mich an. Immer so charmant. Wenn du einem Sohn unter vier Augen sprechen. Aber natürlich, Mr. Whitmore. Hüftenschwingend verschwindet sie den Korridor hinab und wirft mir über die Schulter einen letzten Blick zu. Ich verdrehe die Augen und wende mich meinem Vater zu. Du schleichst dich weg, um mit Veronica auf der Herrentoilette eine schnelle Nummer zu schieben? Sein Ton verrät mir, dass er mir nicht glauben wird, selbst wenn ich Nein, ich bin nicht du. Er legt den Kopf schief, mustert mich und versucht herauszufinden, was ich weiß. Er hat keine Ahnung, was ich weiß. Hör zu, ich verstehe, dass du mich da treffen willst, wo es am meisten wehtut. Und indem du ein Zimmermädchen zur Hochzeit deiner Schwester mitbringst, ist dir das ganz gut gelungen. Aus welchem Grund auch immer du mich jetzt schon wieder hast. Aber du spielst mit den Gefühlen dieses armen Mädchens. Ich schiebe die Hände in die Hosentaschen. Warum kümmert dich das? Er deutet mit dem Kopf auf den Balkon und geht bereits los, ohne zu wissen, ob ich ihm überhaupt folge. Doch ich folge ihm, wie der unterwürfige Sohn, der ich eigentlich nicht bin. Tut es nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass du den Namen Whitmore in den Dreck ziehst, wenn wir gerade dabei sind, uns in Alaska einen guten Ruf aufzubauen. Ich weiß zwar nicht viel, aber ihre Familie ist dort sehr bekannt. Wenn du sie benutzt, um mir eins auszuwischen, werden uns die Leute dort nur noch mehr hassen, als sie es ohnehin schon tun. Vielleicht mag ich sie ja. Er legt den Kopf in den Nacken und lacht in den Nacht Himmel. Wyatt, du bist der egoistischste Mensch, den ich kenne. Hast du dich mit eingerechnet? Ja, das ist ja das Traurige. Du kennst mich überhaupt nicht. Ich bleibe ruhig, doch die gewalteten Nasenflügel meines Dads verraten mir, dass er jeden Moment explodiert. Ich weiß, dass du Menschen benutzt, um das zu bekommen, was du willst. Ich weiß, dass du diesem Mädchen eine rosige Zukunft mit Lass mich eine Sache klarstellen. Du wirst heute Abend mit diesen Mädchen Schluss machen, sie in ein Flugzeug zurück nach Hause setzen. Und dann können wir uns am Sonntag eventuell über die Hotels unterhalten, sobald deine Schwester in die Flitterwochen aufgebrochen ist. Sorry, ich tätschle seine Schulter, weil ich genau weiß, wie sehr er es hasst. Das wird nicht passieren. Ich mag sie, Dad, komm damit klar. Dann dreh ich mich um. Magst du sie so sehr, dass du für sie unseren Deal gefährden würdest? ruft er mir hinterher. Ich bleibe stehen und dreh mich noch einmal zu ihm um. Wir wissen beide, dass du mich auch ein bisschen brauchst. Das wirst du nicht wegwerfen, nur weil ich ein Zimmermädchen date. Als in diesem Moment meine Mom und Brooklyn durch die Balkontür treten, fällt mir die Kinnlade herunter. Es ist offensichtlich, dass sie mich gehört haben. Fuck, hat mein Dad das etwa eingefädelt? Bitte entschuldigen Sie mich, sage ich und versuche so höflich wie möglich Ivas Hand abzuschütteln. Ich mache einen Schritt nach vorn, doch als ich Wyatt sehe, mache ich kehrt. Brooklyn! Wyatt Stimme ist nun viel näher als höre ich seine Mom sagen, als ich die Tür öffne und im Saal verschwinde. Haley und Bradley sitzen mit ein paar Freunden direkt am Tisch nebenan. Ich lächle, senke den Kopf und versuche mich unauffällig aus dem Staub zu machen. Brooklyn! dröhnt Wuyats Stimme durch den Raum. Anscheinend macht es ihm nichts aus, schon wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wyatt jagt einer Frau nach, das ist neu, sagt einer von Haley's und Bradley's Freunden. Fick dich, Ich schlucke schwer und versuche die Tränen zurückzuhalten. Entschuldigung angenommen, sagt Veronica patzig, als ich sie auf meiner Flucht aus Versehen anremple. Jetzt, da sie weg ist, fahr zur Hölle Veronica, höre ich Wyatt sagen. Dann kommen seine Schritte auf dem Marmorboden immer näher. Ich lege einen Zahn zu vielleicht wäre das Treppenhaus die bessere Option. Als mir klar wird, dass ich nicht entkommen kann, drehe ich mich um. Wyatt bleibt so abrupt stehen, dass er fast nach vorn kippt. Er fasst mich an den Oberarmen, um die Balance wieder zu finden. Hör auf, mir zu folgen. Einen schönen Abend noch, ich gehe jetzt. Nicht ohne mich. Er greift an mir vorbei und drückt den Knopf des Aufzugs. Lass mich in Ruhe, presse ich hervor. Ein paar Gäste kommen aus einem anderen Raum und steuern auf den Aufzug zu. Ich lächle sie höflich an. Du verstehst es nicht. Ich denke nicht so von dir. Warum sagst du dann sowas? Während wir sprechen, starren wir gerade aus auf die Türen des Aufzugs. Ich beobachte die Anzeige und warte darauf, endlich flüchten zu können. Es ist mein Dad. Er bringt immer das Schlechteste in mir zum Vorschein. Er fährt sich durch den Bad. Die zwei älteren Damen hinter uns unterhalten sich über das Essen. Das Rind war wohl eher unterdurchschnittlich der Salat Welk. Schieb nicht alles auf deinen Dad. Du bist anders, seit wir hier sind. Ich weiß, erwidert leise. Dann lass mich gehen. Lass mich los, Wyatt, flehe ich. Die Aufzugstüren öffnen sich und ich trete ein, bevor irgendjemand aussteigen kann. Unhöflich und kindisch, aber Wyatt wird nicht einfach sagen, klar, geh zurück ins Apartment, ich gebe dir Zeit zum Nachdenken. So ist er nicht, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Entschuldigung, sagt er zu den Damen und versucht sich vor ihnen in den Aufzug zu quetschen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss mit meinem Date sprechen. Wir brauchen ein wenig Privatsphäre. Wyatt, zische ich, eine Kabelei unter Liebenden. Die eine Dame sieht die andere an. Aber natürlich, aber nur damit sie es wissen, halten sie den Aufzug nicht zu lange an, sonst wird die Feuerwehr alarmiert. Das musste ich auf die harte Tour lernen. Sie Danke. Er steigt in den Aufzug und drückt die Türen Schließen Taste. Ich quetsche mich in die Ecke, verschränke die Arme vor der Brust und vermeide den Blickkontakt. Wir haben ungefähr 30 Sekunden, um eine Sache klarzustellen. Er stellt sich vor mich. Was ich gesagt habe, war scheiße. Ich habe es nicht so gemeint. Warum hast du es dann gesagt? Tränen brennen mir in den Augen. Ich habe es jedoch gesagt, mein Dad ist ein Mistkerl, der gern die Fäden zieht. Und heute Abend war ich seine Marionette. Es ist sowieso egal. Wir sind nur Freunde, mehr nicht. Brooklyn. Er fährt sich durchs Gesicht. Was? Ich sehe ihn herausfordernd an. Du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht stimmt. Er kommt noch einen Schritt näher, legt die Hand an meine Wange und drückt seinen Mund auf meinen. Statt gegen ihn anzukämpfen, senke ich die Arme. Plötzlich sehe ich Sterne. Unser erster Kuss ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, Wyatt wäre sanft und zart und vorsichtig. Ich dachte, er würde mich nur zögerlich küssen und überlegen, ob er die Grenze wirklich überschreiten soll, weil ich die Frau bin, die am Altar stehen gelassen wurde und mit Samthandschuhen angefasst werden muss. Aber Wylts Kuss ist explosiv und dominant und kontrollierend. Ich habe nicht sonderlich viel Erfahrung, aber es ist der beste Kuss, den ich je hatte. Als er leise seufzt und mich ein bisschen fester packt, als ich den Mund öffne, spüre ich, wie sich Hitze zwischen meinen Schenkeln ausbreitet. Ich lege die Hände auf seine Unterarme. Seine Muskeln, die sich unter dem Jackett verstecken, spannen sich an. Das Klingeln zeigt an, dass wir das Erdgeschoss erreicht haben, doch Wyatt weicht nicht von mir, als sich die Aufzugstüren öffnen. Er beendet den Kuss, als würde es ihn schmerzen, dass er jetzt vorbei ist. Gehen wir nach Hause? Naja, meine Sachen sind bei dir. Ich hebe die Augenbrauen und er lacht leise. So ruiniert man die Stimmung, sagt er, ergreift meine Hand und führt mich aus dem Aufzug. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung, sagt er zu den Leuten, die uns gerade beim Knutschen erwischt haben. Bevor ich kapiere, was gerade passiert ist, reicht er dem Parkservice sein Ticket, legt den Arm um eine Taille und zieht mich enger zu sich. Tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Sein Blick ist ehrlich, doch ich brauche ein paar Antworten und vielleicht bin ich dumm, sie aufzuschieben, um die Nacht mit ihm zu verbringen, aber ich denke nur an die Nacht, in der ich mir endlich nehme, was ich will. Danke für die Brust und schlinge die Arme um seine Taille. Ich atme den Duft seines Parfums ein und genieße das Gefühl, die Wange an seine Brust zu schmiegen, in einer Stadt weit entfernt von zu Hause und mit einem Mann, von dem ich mir wünschen würde, ich könnte für immer mit ihm zusammen sein. Ich weiß, dass ich mir alles ganz genau einprägen muss, denn das In Wyatt's Apartment angekommen, wirft er die Schlüssel auf den Tisch neben der Tür. Drink? fragt er bereits auf dem Weg in die Küche. Er schlüpft aus seinem Jackett und hängt es über einen Stuhl, bevor er ein Wein und ein Whisky Glas aus dem Schrank nimmt. Unsicher setze ich mich aufs Sofa. In den letzten fünf Jahren bin ich mit keinem anderen Mann außer Jeff zusammen gewesen. Ich glaube nicht, dass Wyatt will, dass ich zuerst meinen Schlafanzug anziehe und mich ins Bett lege, bevor wir Sex haben. Jeff wollte es immer nur im Bett treiben und hat gejammert, ihm täte der Rücken weh, als ich es einmal auf dem Küchentisch probiert habe. Ich wünschte, ich könnte eine meiner Schwestern anrufen oder meine Brüder. Ich hätte Rome um Wyatt kommt zu mir herüber. Er hat bereits sein Hemd aufgeknöpft und die Ärmel hochgekrempelt. Wein erreicht mir ein Glas und ich nehme es entgegen. Die Flüssigkeit schwappt hin und her, weil ich meine Nervosität nicht verbergen kann. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Danke. Schnell nehme ich einen Schluck, bevor der Wein noch auf meinem Kleid landet. Willst du etwa im Freien mit mir schlafen? Klar, in einem Zelt oder Schlafsack hätte ich nichts dagegen, aber auf seinem Balkon mit den ganzen Nachbarn als Zeugen? So eine Frau will er? Die bin ich leider nicht, aber Veronika bestimmt. Nachdenklich runzle ich die Stirn. Hey! Er legt die Hand an meine Wange und streichelt mich mit seinem Daumen. Kein Stress. Sex in der Öffentlichkeit soll mir keinen Stress bereiten? Er reicht mir seine Hand und zieht mich hoch. Sein freier Arm legt sich um meine Taille. Er wirkt so lässig und entspannt. Du siehst aus, als müsstest du dich gleich übergeben. Er vergräbt das Gesicht an meinem Hals. Du hast die Kontrolle, okay? Ich nicke, bin auch ein wenig steif. Er verschränkt unsere Hände und führt mich nach draußen, wo uns die nächtlichen Geräusche Manhattans begrüßen. Seine Fenster müssen echt gut isoliert sein, denn von drinnen hört man nichts. Er setzt sich auf die Liege und stellt seinen Drink auf den Tisch. Ich würde mich freuen, wenn du dich zu mir setzen würdest. Er tätschelt den Stoff zwischen seinen Beinen. Aber ich verstehe, wenn du nicht willst. Klar! Ich stelle das Weinglas neben sein Whiskey Glas, setze mich zwischen seine Beine und lehne mich gegen seine Brust. Er streicht mein Haar beiseite und legt das Kinn auf meine Schulter. Es ist eine wunderschöne Stadt, sage ich und bewundere die Aussicht. Sie ist nicht so atemberaubend wie die Aussicht vom Glacier Point, aber trotzdem schön. Es ist lauter, als ich es in Erinnerung habe. Leise lacht er mir ins Ohr und küsst meine Schulter. Ein Kribbeln jagt mir über die Wirbelsäule und ich schmiege mich noch enger an ihn. Das Gefühl, ihn an meinem Rücken zu spüren, nimmt mich so sehr ein, dass mir ein leises Geräusch entweicht. Ich verändere ein wenig meine Sitzposition und lege die Hände auf seine Oberschenkel. Du riechst unglaublich. Seine Arme schlingen sich um meinen Oberkörper. Der Stoff meines Kleides ist so dünn, dass ich die sengende Hitze seiner Berührung auf meiner Haut spüren kann. Du auch. Ich neige den Kopf und er erobert meine Lippen mit seinen. Dieser Kuss ist anders, langsamer und sinnlicher. Vorsichtig streichen seine Fingerspitzen über meine Wange. Ich glaube, ich träume. Gleich schlage ich die Augen Ich muss dir etwas sagen. Bevor noch mehr zwischen uns passiert, will ich, dass du etwas weißt. Er gibt mir noch einen Kuss, als würde er befürchten, es könnte der letzte sein. Erzähl es mir später. Ich drehe mich um, setze mich auf die Knie und nehme sein Gesicht zwischen die Hände. Bitte verzeih mir, wenn ich mich seltsam benehme. Ich will ihn küssen, doch er schüttelt den Kopf und reißt sich los. Wie meinst du das? fragt er. Zwischen seinen Augenbrauen hat sich eine Falte gebildet. Das hier, so etwas habe ich noch nie gemacht. Kurz wirkt er panisch. Du hast noch nie? Ich winke ab. Ich bin keine Jungfrau mehr. Er entspannt sich sichtlich. Ich habe nur noch nie die Initiative. Du weißt schon. Hab keine Angst, wenn du nicht willst. Doch, ich will. Das ist es ja, aber die Warterei bringt mich um. Er lacht. Willst du mir die Klamotten vom Leib reißen und sofort loslegen? Ich setze mich auf die Unterschenkel und senke den Blick. Ich würde lieber reingehen. Ich stehe nicht sonderlich auf Voyeurismus. Oh Brooklyn, du bist. Ich stehe auf, jetzt komme ich mir dumm vor. Naiv? Nein, nicht naiv. Ich gehe rein und will in meinem Schlafzimmer verschwinden, doch Wyatt packt mich am Handgelenk und wirbelt mich herum. Ich lande in seinen Armen. Hör auf, vor mir weg zu rennen. Ich wollte dir sagen, dass du perfekt bist. Sein Mund findet meinen. Er fasst mir unter den Hintern und hebt mich hoch. Ich halte seinen Kopf fest, denn ich will nie wieder aufhören, ihn zu küssen. Unsere Münder sind so gierig, als könnte sich einer von uns gleich in Luft auflösen. Denk niemals schlecht von dir selbst, denn für mich bist du perfekt. So perfekt, dass ich in deiner Gegenwart ein anderer Mensch bin, ein besserer Mensch. Seine Finger finden meinen Reißverschluss. Langsam öffnet er ihn Zentimeter um Zentimeter, während er meinen Kinn und meinen Hals mit heißen Küssen bedeckt. Stell dich kurz hin, murmelt er und lässt mich zu Boden sinken. Sein Blick schweift über meinen Körper. Er schiebt die Hände unter die Träger meines Kleids und streift es über meine Schultern. Er betrachtet mich intensiv, während das Kleid meine Brüste enthüllt und über meinen Bauchnabel rutscht. Er beobachtet jede meiner Bewegungen, während er meine Hüften packt und streichelt, bis er schließlich die Daumen unter den Bund meines Lips schiebt, jedoch ohne ihn abzustreifen. Seine Brust ist geschmeidig, sein Bauch flach. Nachdem ich sein Hemd komplett aufgeknöpft habe, schlüpft er heraus und wirft es zu Boden, wo es sich zu meinem Kleid mitgesellt. Er zieht einen der Stühle am Esstisch zurück, setzt sich und tätschelt seinen Schoß. Was ist mit deiner Hose? Wenn ich die jetzt ausziehe, sind wir schneller fertig, als mir lieb ist. Erneut tätschelt er seinen Schoß. Ich verliere keine Zeit, mich rittlings auf ihn zu setzen. Er fasst mein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, zieht meinen Kopf zu sich und leckt über meinen Hals. Kannst du eine Sache für mich tun heute Nacht? Als Antwort entweicht mir ein Seufzen. Sei einfach voll und ganz da. Hier bei mir. Mach dir keine Gedanken darüber, was ich denken könnte. Denn ich kann nur daran denken, in dir zu sein. Und ich hoffe, dass ich es länger aushalte, als mein 15-jähriges Ich. Ich kichere. Dann nimmt er einen meiner Nippel in den Mund und beginnt daran zu saugen. Mein Kichern verwandelt sich in ein Stöhnen, mein Kopf fällt zurück und mein Unterleib presst sich gegen seine wachsende Erektion. Er liebkost meinen Körper auf eine Weise, bei der ich gar nicht anders kann, als es zu genießen. Seine Küsse sind wie kleine Zeichen der Bewunderung an mein nacktes Ich. Sein Stöhnen gibt mir das Selbstbewusstsein zu glauben, dass ich genau das bin, was er will. Gerade als wir einen gemeinsamen Rhythmus gefunden haben, steht er auf und mein Rücken landet auf dem Glas des Esstischs. Er streift meinen Slip ab und legt meine Beine auf seine Schultern. Zum Glück war ich beim Waxing. Ein Landestreifen, raunt er. Ich lebe zwar in Alaska, aber ich bin kein Höhlenmensch. Leise lachend setzt er sich auf den Stuhl und zieht mich weiter zu sich. Ich dachte, du wärst nur gestutzt. Du hast darüber nachgedacht? Seit du mich mit dem Buch am Kopf getroffen hast. Er lächelt mich an und ich fange an zu kichern, bis seine Zunge über meine Mitte fährt und sich mein Kichern erneut in ein Seufzen verwandelt. Dann kann ich nur noch daran denken, wie großartig es sich anfühlt. Ich hoffe, er wird niemals genug davon bekommen. Er leckt mich, bis ich nicht mehr anders kann, als um mehr zu betteln. Als er mit einem Finger in mich eindringt, stöhne ich auf. Als er einen zweiten dazu nimmt, seufze ich laut. Als ich einen dritten Finger spüre, hebe ich die Hüften und presse mich seinem heißen Mund entgegen. Je weiter ich den Hintern hebe, desto zufriedener werden Wyatt's Geräusche. Ich steuere direkt auf meinen Höhepunkt zu. Er packt mich so fest an den Hüften, dass ich schon jetzt weiß, dass ich später Abdrücke haben werde. Allein dieser Gedanke katapultiert mich auf der Lust Skala noch eine Stufe höher. Hand findet die Tischkante, doch die andere ist zu weit weg, also presse ich sie fest auf die gläserne Platte. Ich bin so voller Lust, dass sich mein ganzer Körper aufbäumt. Immer wieder gleitet seine Zunge über meinen Kitzler. Meine Schenkel spannen sich an, mein Unterkörper hebt sich komplett von der Tischplatte, bis ich schließlich über die Klippe falle und sein Name über meine Lippen kommt. Selbst als ich komme, hört er nicht auf. Ich kralle mich so fest an den Glastisch, dass ich Angst habe, ihn zu zerbrechen. Schließlich verlangsamt er seine Bewegung, legt mich vorsichtig ab und wartet geduldig, bis ich nach dem Orgasmus meines Lebens wieder voll und ganz da bin. Als ich den Kopf hebe, sitzt er zurückgelehnt da, betrachtet Ich spüre, wie mir die Hitze in die Wangen schießt und rutsche vor zur Tischkante. Meine Beine sind ganz zittrig, als meine Füße den Boden berühren. Schnell sinke ich auf die Knie und mache mich an seinem Gürtel zu schaffen. Dann lass mich jetzt dabei zusehen, wie du kommst. Er erlaubt mir, seine Hose zu öffnen und seinen Schwanz auszupacken. Meine Hand legt sich um seinen Schaft und beginnt seine enorme Länge zu massieren. Wenn ich in dir bin. Er greift mir unter die Arme, zieht mich hoch und zaubert ein Kondom aus seiner Hosentasche. Sein Blick bleibt die ganze Zeit auf mich gerichtet, während er die Hose und die Boxershorts auszieht, das Tütchen aufreißt und den Gummi überstreift. Ich glaube zwar nicht, dass mich reiten. Aber nicht draußen, oder? Frage ich. Leise lachend streicht er mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Nicht draußen. Er setzt sich wieder auf den Stuhl und wartet auf mich. Und ich lasse ihn nicht lange warten. Ich glaube, ich bin kurz ohnmächtig geworden, als Brooklyn eben gekommen ist. Aber sie dabei zu beobachten, wie sie auf mich zukommt. Mir vertraut uns durch unsere erste gemeinsame Nacht zu führen, verwöhnt mich mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes, der ihrer würdig ist. Sie setzt sich auf meinen Schoß und ich platziere meinen Schwanz vor ihrem Eingang. Irgendwann wird sie das übernehmen. Ein Schritt nach dem anderen. Mit einem Seufzen sinkt sie auf mich. Fuck, sie fühlt sich unglaublich an. Ich packe ihre Hüften und sie schlingt die Arme um meinen Hals. Zuerst bewegt sie sich nur langsam, was mir die Möglichkeit gibt, ihre Brüste zu liebkosen und an ihren Nippeln zu saugen. Das gefällt ihr. Ich erkenne es daran, wie sie die Augen verdreht. Auch ich beginne, die Hüften kreisen zu lassen. Gemeinsam finden wir unseren Rhythmus. Ich weiß schon jetzt, dass ich heute Nacht keinen Schlaf abbekomme, denn das hier wird mir nicht reichen. Ich glaube, mein Appetit auf Brooklyn kann niemals gestillt werden. Du fühlst dich so gut an, sagt sie, hält sich an der Rückenlehne des Stuhls fest und reitet mich. Wir kommen unseren Orgasmen immer näher. Gott, wie ich es liebe. Ich bin vollkommen sprachlos, raune ich, lehne mich zurück und beobachte ihr lusterfülltes Gesicht. Dann fasse ich ihr an den Hintern und erhöhe die Geschwindigkeit, denn ich kann mich unmöglich länger zurückhalten. Wyatt! Sie klammert sich noch fester an die Stuhllehne. Ich werde noch schneller. Der Schweiß zwischen unseren Körpern macht das Ganze nur noch heißer. Hör nicht auf, Baby, sage ich bei dem Versuch, jede Körperstelle mit Küssen zu bedecken. Mein Orgasmus überkommt mich ohne Vorwarnung. Alle keuschen Gedanken dieser Welt können mich nicht mehr davor bewahren, gleich zu explodieren. Ich stoße so tief wie möglich und sie schnappt nach Luft. Ihre Schenkel spannen sich an. Sie macht das gleiche Geräusch wie eben, als sie gekommen ist, was mir den Rest gibt. Dann halte ich in ihr inne und recke mich, um ihren Mund mit meiner Zunge zu erobern. Nach meinem Orgasmus sinke ich zurück. Sie ist gleichzeitig gekommen. Ihr Haar ein einziges verschwitztes Chaos. Ein ganzes Apartment riecht nach Sex. Ich muss unweigerlich grinsen, auch wenn es durchaus etwas von einem Höhlenmenschen hat. Du bist unglaublich, flüstere ich ihr ins Ohr. Gänsehaut breitet sich auf ihrem gesamten Körper aus. Jep, ich muss unbedingt einen Weg finden, sie zu behalten, denn ich bin nicht bereit, gehen zu lassen. Diese Erkenntnis schockiert mich, aber ich bin keiner, der sich selbst belügt. Duschen? frage ich. Und was essen? Sie ringt immer noch um Atem. Ich bestelle was, und während wir warten, gehen wir duschen. Perfekt! Ich helfe ihr auf, und ihre Füße landen auf dem Boden. Ich vermisse sie schon jetzt. Ich nehme mir noch ein Stück Pizza aus dem Karton zwischen uns. Brooklyn hat ihr nasses Haar zu einer Art Knoten aufgetürmt, und sie trägt eine bequeme Schlafanzughose, die ich schon in Lake Starlight an ihr gesehen habe. Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie nicht mit dem gerechnet hat, was wir eben getan haben. Dann bist du nie weggezogen, um aufs College zu gehen, was? Nuschelt sie mit vollem Mund. Ich bin auf die Columbia gegangen, sehr zum Missfallen meines Vaters. Warum? Ich wurde nicht an der Harvard angenommen. Ich stochere in meiner Pizza herum. Der Gedanke an meinen Vater verknotet meine Eingeweide. Es ist Zeit, ein paar Dinge offen auszusprechen. Nun ja, Columbia ist eine großartige Schule. Aber es ist nicht Harvard, vor allem nicht aus der Sicht meines Dads. Besser als die Idaho State. Sie pickt sich ein Stück Pilz von der Pizza und steckt es in den Mund. Warum bist du dann dort hingegangen? Ich nehme einen Schluck von meinem Bier. Sie lässt den Blick in die Ferne schweifen. Keine Ahnung. Ihr entweicht ein leises Kichern. Viele meiner sind habe ich mich ebenfalls dafür entschieden. Ich war so versessen darauf, aus Lake Starlight wegzukommen, dass es mir ganz egal war, auf welches College ich gehe. So ging es mir mit New York, als ich nach Lake Starlight gekommen bin. Ich wollte nur noch weg von hier. Sie sieht mich an, als wollte sie, dass ich fortfahre. Was? Sie zuckt mit den Schultern. Ich bin nur neugierig. Ich verstehe, dass ich lege das Pizzastück auf den Teller. Wie ihr ist besser, wenn wir diese Unterhaltung jetzt wirklich führen? Sie hat mir schon mehr als einmal erzählt, was in ihr vorgeht. Hat sie es da nicht verdient, auch in meinen Kopf zu blicken? Mein Magen zieht sich zusammen. Innerlich bereite ich mich darauf vor, sie gleich zu enttäuschen. Du musstest mir nicht. Als ich neun war, hat Mann bei meiner Mom Krebs festgestellt. Oh, das tut mir leid. Sie beugt sich zu mir herüber und legt die Hand auf mein Bein. Danke, aber es geht ihr wieder gut. Sie hat ihn besiegt. Das ist großartig. Sie drückt mein Knie und ich wünschte, das wäre alles. Aber was meine Mom dadurch gelernt hat, hatte auf mich nicht denselben Effekt. Danach sah sie aber ich habe dadurch nur erkannt, dass die Liebe eine Lüge ist und nichts, worauf man vertrauen kann. Ja, es war ein steiniger Weg. An vieles aus dieser Zeit kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern, aber an andere Dinge wiederum viel zu gut. Es ist wie ein Film, der immer wieder in meinem Kopf abläuft. Ich nehme noch einen Schluck von einem Bier und schinde ein wenig Zeit, denn die Erinnerungen sind einfach zu schmerzhaft. Die Zeiten, als ich meine Mutter nicht im Krankenhaus besuchen durfte, als meine Witze ihr nur ein gequältes Lächeln ins Gesicht gezaubert, ihr aber nie ein Lachen entlockt haben, wie ihre Augen nie gestrahlt haben, wenn Hayley eine ihrer Modeschauen veranstaltet hat. Als ich von der Schule nach Hause kam und die Treppe hochgerannt bin, um meine Mom zu sehen, mich die Krankenschwester jedoch aus dem Zimmer geschoben hat, weil sie Ruhe brauchte. Die Schreie mitten in der Nacht, die ihre Musik nicht übertünchen konnte. Die Schritte meines Vaters, als er spät nachts nach Hause kam, statt direkt nach der Arbeit. Die vielen Male, als sie sich gestritten haben und sie ihn angefläht hat, für sie da zu Die Ehe meiner Eltern war noch nie besonders gut. Mein Dad hat meine Mom nie geschlagen oder irgendwas, aber er hat immer wieder fiese Bemerkungen gemacht und er war oft abwesend. Vor Hayley und mir haben sie nie Zärtlichkeiten ausgetauscht. Bevor meine Mom krank wurde, habe ich jedoch nie wirklich darüber nachgedacht. Sie war immer traurig und während ihrer Behandlung war mein Dad noch seltener zu Hause als davor. Ich lasse den Blick aus dem Fenster schweifen und wünsche mir nicht zum ersten Mal, ich könnte mich einfach auf die Tatsache konzentrieren, dass meine Mom überlebt hat. Du musst mir nichts erzählen, was du nicht willst. Brooklyn rutscht näher und legt die Hand an meine Wange. Ich sehe sie lange und intensiv an. Wenn es jemand verdient hat, von meinem größten Problem zu erfahren, dann dieses Mädchen hier. Die Frau, die mich langsam dazu bringt, über die Liebe anders zu denken. Ich will. Es ist nur, ich habe es noch nie jemandem erzählt. Nimm dir Zeit. Sie legt meine Hand in ihren Schoß und bedeckt sie mit ihren Händen. Ich nehme einen Schluck von meinem Bier. Whisky wäre besser gewesen. Schon bevor sie krank wurde, war mein Dad selten daheim. Aber nach der Diagnose kam er nicht mal mehr zum Abendessen nach Hause. Er ist mitten in der Nacht heimgekommen oder hat behauptet, er müsse auf Geschäftsreise gehen. Meine Mom wurde immer depressiver. Hayley und ich haben alles versucht, um sie glücklich zu machen. Doch es war nicht genug. Ich blicke in ihre blauen Augen, um die Stärke zu finden, die ich brauche. Dann eines Nachts, es war schon spät und meine Mom war gerade eingeschlafen, ich ging nach unten in sein Büro. Ich wollte, dass mir mein Dad ein neues Witzebuch kauft, weil meine Witze nicht mehr funktionierten. Ich war ganz leise, weil es nie leiden konnte, wenn wir laut waren oder durchs Haus gerannt sind. Ich wollte mich so gut wie möglich benehmen, damit er oder das Kindermädchen mich am nächsten Tag zur Buchhandlung begleiten würde. Ich hole Tiefluft und wappne mich für den nächsten Teil. Ich hätte es wissen müssen, dass ich das Kichern gehört habe, aber mein Vater hatte ständig Kollegen da. Es schien, als würden in seiner Welt alle bis tief in die Nacht arbeiten. Seine Bürotür stand einen Spalt weit offen, was mich gewundert hat, denn mein Vater hat sich immer eingebildet, man würde ihn bespitzeln. Als ich hineingesperrt habe, habe ich meinen Dad an seiner Minibar gesehen, wie er sich einen Drink eingeschenkt hat. Ich habe die Tür weiter geöffnet, weil ich dachte, es wäre okay, wenn ich hineingehe. Doch dann habe ich die Frau gesehen. Als ich mich daran erinnere, wie sie von hinten die Arme um seine Talie geschlungen hat, läuft es mir kalt den Rücken hinab, wie sie die Wange an seinen Rücken geschmiegt und die Augen geschlossen hat. Er hat seinen Drink abgestellt, sich umgedreht und sie geküsst. Oh, Wyatt! Brooklyn kniet sich aufs Sofa und nimmt mich in den Arm. Ich ziehe sie auf meinen Schoß, denn ich will sie ganz nah bei mir haben. Ich habe beobachtet, wie sie sich geküsst haben und mein Dad sie näher zu sich gezogen hat. Mit meiner Mom hat er so etwas nie gemacht und ich habe nicht verstanden, warum er es bei einer Frau machte, die ich nicht mal kannte. Bist du reingegangen? Nein. Ich schüttle den Kopf. Mein Dad hätte mich umgebracht. Ich dachte, wenn ich hineingehe, würde ich das Buch nicht bekommen. Das tut mir so leid. Kein Kind sollte so etwas mit ansehen müssen. Nickend streichlich ihren Oberschenkel. Das hat mich ziemlich lange ganz schön aus der Bahn geworfen. Ich weiß nicht mal, ob meine Mom es wusste. Ich habe mich nie getraut, sie zu fragen. Ich habe es meiner Mom verschwiegen, weil ich sie nicht verletzen wollte. Und ich hasse mich dafür. Warum ist deine Mom noch mit ihm zusammen? fragt sie ohne wertenden Ton. Ich zucke mit den Schultern. Ich glaube, sie liebt ihn wirklich. Selbst wenn sie es wüsste. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte. Aber es belastet mich seit 20 Jahren. Vielleicht habe ich mich deshalb von ihr überreden lassen, ein Date mit zu und ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich auch. Sie schlingt die Arme um meinen Hals. Ich hole tief Luft und wünsche mir, das wäre alles, was ich ihr zu sagen habe. Aber das ist nur der Grund, warum ich mein Leben bisher so gelebt habe, wie ich es nun mal getan habe. Jedenfalls hat meine Mom den Krebs besiegt und ich habe meinen Dad nie wieder mit einer anderen Frau erwischt, obwohl ich ihm heimlich gefolgt bin und bei Events und Meetings nach Anzeichen gesucht habe. Ich war ein wütender Mensch. Ich war wütend auf meinen Vater, weil er meine Mom so behandelt hat. Und ich war wütend auf mich selbst, weil ich nicht hinter ihr gestanden habe. Wyatt, du warst neun Jahre alt. Ich muss das jetzt loswerden. Nickend presst sie die Lippen aufeinander. Ich habe Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Ich lege die Hand an ihre Wange und streichle mit dem Daumen ihre weiche Haut. Ich habe mit einer Menge Frauen geschlafen und mit keiner wollte ich eine Beziehung. Nicht, dass ich sie verarscht hätte, aber ich habe sie schlecht behandelt, ohne auf ihre Gefühle Rücksicht zu nehmen. Sex habe ich dazu benutzt, um mich von meiner familiären Situation abzulenken. Es war mir egal, wen ich damit verletze. Veronica und ich hatten jahrelang eine rein sexuelle Beziehung. Sie hat mir geholfen, mit meiner Wut zurecht zu kommen, indem sie legt den Finger auf meinen Mund. Du bist mir keine Erklärung schuldig, Wyatt. Aber ich jetzt nicht mehr. Wie kannst du da so sicher sein? Flüstere ich. Sie küsst mich direkt unterhalb des Kinds. Weil du, seit ich dich kennengelernt habe, immer das Richtige tust. Du hast mir durch die zweitschwerste Zeit meines Lebens geholfen. Sie setzt sich auf meinen Schoß und nimmt mein Gesicht zwischen die Hände. Dass du mir erzählst, du seist praktisch eine männliche Du kennst nur den Wyatt aus Lake Starlight, nicht den aus New York. Grinsend zuckt sie mit den Schultern. Sie haben beide ihre guten Seiten. Ich vergesse die Pizza, die Drinks und das tiefgründige Gespräch, halte sie fest und stehe auf. Bist du sicher, dass du kein Engel bist, den der Himmel geschickt hat, um mich zu retten? Während ich mach mich nicht zu etwas, das ich nicht sein kann. Willst du damit sagen, du hättest auch eine schmutzige Seite? Ich spüre, wie ihr Körper vor Kichern vibriert. Ein braves Mädchen verrät so etwas nicht. Ich lege sie aufs Bett. Ich werde dein Geheimnis nicht verraten. Versprochen. Ich klettere aufs Bett und küsse sie. Ich will nichts mehr, als den Rest meines Lebens, mit ihr in dieser Blase zu verbringen. Wir betreten das Gebäude, in dem die Zeremonie stattfindet. Wyatts Hand liegt auf meinem Steißbein. Bisher hat er mich erfolgreich von der Tatsache abgelenkt, dass das hier die erste Hochzeit sein wird, seit ich vorm Altar stehen gelassen wurde. Aber jetzt mal unter uns. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr Unterstützung braucht. Wyatts Groll auf seinen Vater wird nicht einfach verschwinden. Und nach gestern Abend weiß ich nicht, wie die Stimmung jetzt zwischen ihnen sein wird. Arme Hayley, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, zu wissen, dass sich ihr Bruder und ihr Vater am Tag ihrer Hochzeit streiten. Wyatt! Ein Typ, den ist Kurz wandert Wyatt's Blick zu mir. Nein, habe ich nicht. Ein schwebendes Gefühl breitet sich in meinem Magen aus. Schnell lege ich die Hand auf den Bauch, um es zu unterdrücken. Ein Tag nach dem anderen, sage ich mir selbst. Komm, ich bringe dich zur Brautseite. Ian dreht sich und hält mir seinen Arm hin. Danke. Während ich mich bei ihm unterhake, beäuge ich Wyatt. Es ist mir eine Ehre. So kann ich wenigstens kurz verschwinden. Ich schenke Ian kaum Beachtung, denn als wir den Saal betreten, bin ich vollkommen baff. Auf beiden Seiten des Mittelgangs stehen Kirschbäume, deren Äste eine Art Bogengang bilden. Hortensien in weiß und zartem Rosa zieren die Seiten. Hier und da sieht man sogar ein Immergrün. Es ist atemberaubend. Als mich Ian in eine andere Richtung lenkt, würde ich am liebsten protestieren, denn ich will unbedingt unter den Kirschblüten hindurchgehen. Da lang, sagt Ian und ich stolpere über den Läufer. Doch Wyatt ist da und fängt mich auf. Tut mir leid. Ich weiß genau, dass ich knallrot bin. Nachdem ich die Balance wiedergefunden habe, lässt mich Wyatt los und folgt uns. Ian lacht. Es ist einfach umwerfend. Er, ziemlich cool. Meine Cousine hat letztes Jahr geheiratet. Bei ihr gab's auch Kirschblüten, aber nicht so pompös. Sie ist ja auch keine Whitmore. Ich bin sicher, ihre Hochzeit war mindestens genauso schön. Erwidere ich geistesabwesend und versuche immer noch, die Szenerie aufzunehmen. Wir erreichen die hinterste Stuhlreihe. Ich verlangsame meinen Schritt, denn ich wünschte, ich könnte hier sitzen. Naja, der Barkeeper hat keine Ausweise kontrolliert. Das war gut, sagt Ian. In der Mitte der Stuhlreihen wird er langsamer und ich denke schon, er will mich hier platzieren. Doch da liege ich wohl falsch. Nicht so schnell. Diese Platzanweisersache ist nichts für mich. Du bist in Ordnung, aber die alten Damen fummeln mir zu viel. Er wirft einen Blick nach hinten und lehnt sich zu mir. Whites Großtante hat mir sogar an den Hintern gefasst. Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Ich weiß nicht, was lustiger ist, dass sie die an den Hintern gefasst hat oder dass du weißt, dass sie seine Großtante ist. Er zuckt mit den Schultern. Die Leute sagen einem, wer sie sind, weil sie so weit wie möglich vorn sitzen wollen. Aber Mrs. Whitmore hat uns ganz konkrete Anweisungen gegeben, wer wo zu sitzen hat. Flirtest du etwa mit meinem Date? fragt Wyatt hinter uns. Klar, und sie wird mir den ersten Tanz schenken. Ian zwinkert Wyatt zu. Solange ich den letzten bekomme, ist es für mich in Ordnung, murmelt er. Hi, Tante Edith. Er bleibt stehen und Ian tut es ihm gleich. Ich setze mich einfach hierhin. Ich deute auf die freie Stuhlreihe. Tut mir leid, Mrs. Whitmore kann eine ganz schöne Tyrannin sein. Du sitzt vorn. Sein Blick fällt auf die vorderen zwei Reihen, die noch komplett frei sind. In der zweiten Reihe? Mein Entsetzen steht mir bestimmt ins Gesicht geschrieben. Er lacht. Sorry, aber du sitzt in der ersten Reihe. Auf Platz Nummer vier, direkt neben Wyatt, der auf Platz Nummer drei sitzt. Ich atme tief ein, denn jetzt werde ich nervös. Das ist sie. Wyatt ergreift meine Hand und zieht mich zu sich. Brooklyn, das ist meine Tante Edith. Die Rothaarige mit dem Hut mit der großen Blume lächelt mich zwar an, reicht mir jedoch nicht die Hand. Sie ist eine hübsche, Wyatt. Sie mustert mich und begutachtet vor allem meine Hüften. Gebärfreudiges Becken. Hinter uns bricht Ian in Gelächter aus. Danke, Ian. Wir schaffen es auch allein, sagt Wyatt. Okay, ich habe Brooklyn schon die Details genannt. Erste Reihe, Kumpel. Er klopft ihm auf den Rücken und geht zurück zum Eingang. Danke, Ian, sage ich. Ruf mich an, falls dir mit ihm langweilig wird. Ich stehe auf ältere Frauen mit Erfahrung. Grinsend schüttle ich den Kopf. So viel älter als er bin ich gar nicht. Aber es tut gerade gut, von jemandem zum Lachen gebracht zu werden. Ich muss Brooklyn zu ihrem Platz bringen und Mom durch den Mittelgang führen, sagt Wyatt. Wir sehen uns dann nach der Zeremonie. Er beugt sich hinunter und küsst ihre Wange. Doch Ediths Blick bleibt die ganze Zeit auf mich gerichtet, was mich so nervös macht, dass ich wegsehen muss. Es war schön, sie kennenzulernen, sage ich. Ebenso, Schätzchen, wieder beäugt sie meine Hüften. Ich versuche, mich irgendwie mit den Händen zu bedecken. Zum Glück ergreift Wyatt meine Hand und führt mich schnellen Schrittes nach vorn. Sie ist interessant. Ich setze mich auf den vierten Platz, wie es mir gesagt wurde. Rutsche ins Rüber, Baby, sagt er. Der große Name irritiert mich kurz. Ich spähe zu ihm. Lächelnd wartet er darauf, dass ich rutsche. Ist ihm überhaupt bewusst, dass er mich gerade so genannt hat? Ian hat gesagt, ich säße auf Platz vier und du auf Platz drei. Wie gut, dass ich der Rebell der Familie bin. Los! Also rutsche ich eins rüber. Aber deine Mom … Meine Mom wird sich freuen, dass du heute tatsächlich mitgekommen bist. Okay, ich muss sie jetzt nach vorn führen. Kann ich dich allein lassen? Er setzt sich auf den vierten Stuhl. Ja, alles gut. Er nickt zwar, ist aber nicht überzeugt. Ich bin zurück, bevor Ian dich mir ausspannen kann. Dann küsst er mich direkt unterhalb des Ohrs. Ich bin übrigens der Einzige, mit dem du heute tanzen wirst. Ich kichere. Dachtest du etwa, ich würde dich mit jemandem teilen? Dafür bin ich viel zu egoistisch. Er küsst mich ein letztes Mal, bevor er aufsteht und geht. Mein Magen macht einen Satz. Ich muss unbedingt meinen Puls beruhigen. Seit gestern Abend hört mein Herz gar nicht mehr auf, wie verrückt zu schlagen. Aber er hat deutlich gemacht, dass er keine feste Beziehung will. Und er hat nichts davon gesagt, dass er seine Meinung inzwischen geändert hat. Ich muss unbedingt einen kühlen Kopf bewahren. Weil ich mich irgendwie beschäftigen muss, während ich hier warte, schreibe ich Rome, denn er ist der Einzige, der weiß, wer Wyatt wirklich ist. Meine anderen Geschwister wissen zwar, dass ich mit Wyatt nach New York geflogen bin, um ihn zu einer Hochzeit zu begleiten, aber sie haben keine Ahnung, welche Größenordnung die Feier hat. Ich bin jetzt bei der Hochzeit. Wie ist die Lage in Lake Starlight? Die drei Punkte erscheinen umgehend. Rome, dein Lieblingsbruder hat gerade seine starken Muskeln und seinen klugen Geist dafür genutzt, einen Kühlschrank zu installieren. Rome, wie läuft's bei dir? Bitte ohne die ganzen mädchenhaften Details. Ich, gut. Es ist wunderschön. Viele Kirschblüten. Rome, cool. Wie läuft's mit Wyatt? Keine perversen Details. Ich, alles gut. Wir, Rome, nope. Ich, verstehen uns gut. Ich würde Rome nur zu gern fragen, was ich jetzt tun soll. Aber wenn ich zugebe, dass ich Gefühle für Wyatt habe, gebe ich auch zu, dass ich keine Ahnung habe, was das zwischen uns ist. Rome, warum schreibst du mir? Ich, Wyatt muss seinem Mom den Mittelgang hinabführen. Ich sitze allein in der ersten Reihe und kenne hier niemanden. Rome, du bist doch ein nettes Mädchen. Lern ein paar neue Freunde kennen. Ich, das hier ist nicht unsere Liga. Rome, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich, hier sind alle mega reich. Ich spreche von Gossip Girl reich. Rome, Denver und ich haben Gossip Girl geliebt, als wir noch jünger waren. Es war eine Tradition, die wir selbst nach dem Tod unserer Eltern beibehalten haben. Rome, mach mir eine Serena Wender-Wutzen klar. Ich muss sofort an Veronica denken, obwohl Serena viel netter ist als sie. Ich, würdest du dich dann häuslich niederlassen? Mein Daumen verweilt über dem Löschen-Button. Das kann ich ihn nicht fragen. Jemand, der hinter mir seinen Platz einnimmt, stößt mich an. Statt auf Löschen drücke ich aus Versehen auf Senden. Scheiße. Ich werfe einen Blick nach hinten und sehe einen Mann, der eine Frauenhandtasche in der Hand hält. Das war wohl der Übeltäter. Tut mir leid, da müssen Backsteine drin sein. Sein Lächeln entblößt ein perfektes falsches Gebiss. Kein Problem, inzwischen habe ich von Rome drei Nachrichten bekommen. Rome, warum fragst du mich sowas? Rome, Brooklyn, ich habe dir ganz klare Anweisungen erteilt. Rome, Trostpflaster, Trostpflaster, Trostpflaster. Wyatt ist nur ein Trostpflaster. Ich runzle die Stirn. Was das Thema Beziehung angeht, sind er und Wyatt einer Meinung. Die Musik setzt ein. Ich, es geht los, muss Schluss machen. Rome, denk dran, Brookie, wir sind auch wichtig, denn wir haben Buzzwheel. Rome schickt ein GIF mit dem Text. Gossip bringt Menschen zusammen. Kopfschüttelnd stelle ich mein Smartphone auf lautlos und stecke es in meine Klatsch, die ich mir unter den Arm klemme. Als ich mich nach hinten drehe, um die Tür sehen zu können, entdecke ich fünf Reihen weiter hinten Veronica, die neben Tante Edith sitzt. Die alte Dame kneift sie und sagt irgendwas, das Veronica nicht zu gefallen scheint. Wenigstens bin ich nicht die Einzige, die auf den Prüfstand gestellt wird. Die Türen gehen auf und herein kommen Ian und seine Mutter, die sich bei ihm untergehakt hat. Ich glaube, er ist der einzige Mann hier, der sein Haar nicht gestylt hat. Und Wyatt ist möglicherweise der Einzige mit Bart, von ein paar ordentlich gestutzten Oberlippenbärten abgesehen. Lächelnd und übertrieben stolzierend führt er seine Mutter den Mittelgang hinab. Wahrscheinlich hat er genau aus diesem Grund den Job des Platzanweisers bekommen. In der ersten Reihe angekommen, setzt sich seine Mutter neben seinen Dad, der ihn böse anfunkelt. Nachdem sie sich gesetzt haben, wechselt die Musik. Wyatt und seine Mom warten bereits vor dem Bogengang. Unsere Blicke treffen sich und er zwinkert mir zu. Schon wieder beginnt mein Magen verrückt zu spielen, als würde in meinem Bauch ein Zirkus stattfinden. Wyatt macht den ersten Schritt. Mit der freien Hand wischt sich Eva mit einem Taschentuch die Tränen weg. Wyatt flüstert ihr etwas ins Ohr, das sie zum Lächeln bringt. Sogar ein kleines Kichern entweicht ihr. Es ist wunderschön, die zwei zusammen zu beobachten. Jetzt, da ich weiß, was vorgefallen ist, ist ihre Bindung noch offensichtlicher. Für einen kleinen Jungen muss es traumatisierend sein, seinen Vater beim Fremdgehen zu erwischen. Vor allem, wenn ihm seine Mutter so viel bedeutet und sie um ihr Leben kämpfen muss. Als ich daran denke, wie ich meine eigene Hochzeit geplant und mir überlegt habe, wie genau solche Dinge ohne meine Eltern vonstatten gehen sollten, kommen auch mir die Tränen. Doch ich versuche, sie zurückzuhalten und sage mir mal wieder, dass es mir auch ohne Jeff gut geht. Es ist besser, dass wir nicht geheiratet haben. Als ich die Augen öffne, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie mich jemand anstarrt. Veronica. Doch ich ignoriere sie, beobachte, wie Wyatt seine Mutter auf die Wange küsst und wartet, bis sie sich gesetzt hat, bevor er neben mir Platz nimmt. Eva drückt meine Hand und sieht mich freudestrahlend an. Wyatt legt den Arm um meine Rückenlehne und rutscht so nah wie möglich an mich heran. Bradley und seine Trauzeugen erscheinen und reihen sich vor dem improvisierten Altar auf. Er schwitzt zwar, doch er lächelt. Mein Bräutigam hätte wahrscheinlich alles vollgekotzt. Oder er wäre ohnmächtig geworden. Wir beobachten den kleinen Ringträger und das Blumenmädchen, wie sie den Gang hinabschreiten. Das sind die Kinder von Bradleys Freunden, flüstert mir Wyatt ins Ohr. Dann folgen die Brautjungfern. Alle aus ihrer Schwesternschaft, außer der Trauzeugin. Sie ist die Tochter unseres damaligen Kindermädchens. Ich blicke über die Schulter und er lacht leise. Wir geben uns eben nicht nur mit reichen Leuten ab. Ich lehne mich gegen seine starke Brust. Das habe ich auch nicht gesagt. Er drückt leicht meine Hand. Durch dich wird das Ganze viel erträglicher. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich drücke ebenfalls seine Hand und sehe ihn an. Er senkt den Kopf und gibt mir einen kleinen Kuss. Zum Glück sind gerade alle Blicke auf die Tür gerichtet, um nach der Brautausschau zu halten. Wieder verändert sich die Musik. Inzwischen stehen alle Brautjungfern vorm Altar. Wir stehen auf. Eva ergreift meine Hand. Wyatt beobachtet es und lächelt mich an. Als wir uns zur Tür drehen, stelle ich fest, dass mich Veronica schon wieder beobachtet. Kurz bleiben Hayley und Bruce noch in der Tür stehen. Hayleys Augen sind die ganze Zeit auf Bradley gerichtet. Als sie den ausgerollten Teppich betritt, lächelt Bradley so breit, wie ich es noch nie zuvor an einem Bräutigam gesehen habe. Jetzt wird mir klar, wie froh ich bin, dass meine Hochzeit geplatzt ist. Denn ich will einen Mann, der mich genau so ansieht, wenn ich auf ihn zukomme. Ich spähe Wyatt aus dem Augenwinkel an und stelle fest, dass er mich beobachtet. Als ich mich zu ihm drehe, senkt er den Kopf. Alles okay? flüstert er. Perfekt. Alles ist perfekt. Keiner im Raum spürt die Veränderung. Ich aber schon. Zwischen Brooklyn und mir entsteht etwas. Ich kann es nicht erklären, aber in einem Zimmer voller Menschen sehe ich nur sie. Wie sie lächelt und sich mit jedem unterhält, nachdem ich sie vorgestellt habe. Ihre Gesprächsthemen gehen weit über das Wetter und wer welchen Beruf hat hinaus. Langsam fühlt sie sich wohl in der Welt, in der ich noch nie wirklich sein wollte. Wir haben gegessen, zugesehen, wie mein Dad mit Hayley getanzt hat, Bradley mit seiner Mutter und schließlich Hayley mit Bradley. Lass uns gehen, flüstere ich Brooklyn ins Ohr. Sie unterhält sich gerade mit einem Typen, der mit Bradley zusammengearbeitet oder mit ihm seinen Abschluss gemacht hat. Er redet schon seit 15 Minuten mit ihr. Ich habe es beobachtet. Das ist mein … Sie sieht mich an. Ihr Freund, Wyatt Whitmore, stelle ich mich vor und strecke dem Kerl die Hand entgegen. Sorry, dass ich euch unterbrochen habe. Mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen nippt Brooklyn an ihrem Champagner. Heißt das, es gefällt ihr, dass ich mich als ihr Freund vorgestellt habe? Es war ein gewagter Zug und ich hasse es, dass ich es aus Eifersucht getan habe. Aber es hat sich gut angefühlt, die Worte laut auszusprechen. Jake Reynolds, er gibt mir einen kräftigen Händedruck. Schon okay. Ich sollte mal nach meinen Kumpels sehen. Wir wollen Bradley einen Streich spielen. Ich lächle. War schön, mit dir zu plaudern, Brooklyn. Melde dich bei mir, falls du mal in Brooklyn bist. Er zwinkert. Was für ein Vollidiot. War schön, dich kennenzulernen, Wyatt. Er hebt kurz die Hand, lehrt seinen Drink, stellt das Glas auf einen Tisch und verschwindet in der Menge. Wie süß. Brooklyn in Brooklyn. Ich bediene mich an ihrem Champagner. Sie schlingt die Arme um meine Taille und stützt das Kinn auf meine Brust. Ist da etwa jemand eifersüchtig? Und die Sache mit dem Freund? Wirklich? Was soll ich sagen? Wenn du nicht mir gehörst, dann auch keinem anderen. Ich leere den Champagner und stelle das Glas neben Jake's. Sie kichert, lässt mich aber nicht los. Ich bin nicht sicher, ob ich dich jemals verstehen werde. Sie hat keine Ahnung, wie viel Wahrheit in dieser Aussage steckt. Es folgt ein langsamer Song. Würdest du mit mir tanzen? Frage ich und sie blickt verträumt drein. Liebend gern. Ich führe sie auf die Tanzfläche. Wir mischen uns unter die anderen Paare, denn ich will kein Aufsehen erregen. Wenn meine Mutter uns sieht, wird sie sofort mit dem Caterer einen Termin vereinbaren. Ich kann regelrecht hören, wie sie sagt, die sind immer schnell ausgebucht. Jake's Kommentar hat mich zum Nachdenken gebracht. Warum haben dich deine Eltern Brooklyn genannt? Sie legt einen Arm um meine Schultern. Die andere Hand liegt in meiner. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Sie hebt die Augenbrauen. Ich schüttle den Kopf. Ich nenne dir jetzt die Namen meiner Geschwister und du sagst mir, was sie gemeinsam haben. Okay. Austin, Savannah, Rome, Denver, Juneau, Kingston, Phoenix, Sedona. Mit großen Augen wartet sie darauf, dass ich es endlich kapiere. Städtenamen? Sie nickt. Meine Mom war Reisejournalistin. So eklig du es auch finden magst. Das sind die Städte, in denen wir gezeugt wurden. Ich lege den Kopf schief. Aber Rome und Denver? Ihre Schultern beben. Auf dem Weg nach Rom mussten sie in Denver zwischenlanden. Ah, mein Kopf fällt nach hinten und ich wirble sie herum. Als Jake meinte, falls du mal in Brooklyn sein solltest, du warst noch nie dort? Sie schüttelt den Kopf. Ich bin zum ersten Mal im Osten. Was für ein Idiot ich doch bin. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es ihre erste Reise nach New York sein könnte. Bisher haben wir nur Hochzeitskram gemacht. Wir werden New York nicht eher verlassen, bevor du nicht den Stadtteil kennengelernt hast, nachdem du benannt wurdest. Lächelnd schmiegt sie die Wange an meine Brust. Aber ich bin hier gerade sehr glücklich. Sanft wiegen wir uns hin und her. Sie überlässt mir komplett die Führung. Während der Song Dance With Me von Morgan Evans läuft, wird mir klar, dass mir der Songtext etwas bedeutet. Das Gefühl, dass es dumm wäre, sie gehen zu lassen, ist inzwischen unheimlich stark. Aber wir leben in unterschiedlichen Welten. Bedeute ich ihr genug, dass sie Lake Starlight verlassen würde? Ich schüttle den absurden Gedanken ab, denn jeder, der Brooklyn halbwegs kennt, weiß, dass sie den Rest ihres Lebens dort verbringen will. Morgen, bevor wir fliegen, versichere ich ihr, doch sie sieht mich nicht an. Sie ist zufrieden, so wie es jetzt ist. Und gerade beneide ich sie, um ihre Fähigkeit im Moment zu leben. Zum Glück hat Brooklyn nicht den Brautstrauß gefangen und ich nicht das Strumpfband. Sonst hätte meine Mom sofort den Priester herbeizitiert, um uns an Ort und Stelle zu trauen. Brooklyn sitzt am Tisch und ich stehe an der Bar, um uns noch einen Drink zu holen, als mein Handy vibriert. Ich stelle die Drinks ab und ziehe es aus der Innentasche meines Jacketts. Rome? Hey, Rome. Wir müssen uns immer noch unterhalten. Mein Dad tritt neben mich. Ich halte mir ein Ohr zu, damit ich Rome besser hören kann. Wyatt, Gott sei Dank. Brooklyn geht nicht ans Telefon. Sorry, wir sind bei der Hochzeit. Ich entferne mich, was meinem Dad wahrscheinlich nicht mal auffällt, weil er sich inzwischen mit jemand anderem unterhält, während er auf seinen Drink wartet. Ist vielleicht sowieso besser, dass ich dich erwischt habe. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mein gesamter Körper versteift sich. Was ist passiert? Denver war mit einem Kerl, der ein Überlebenstraining machen wollte, mit dem Flugzeug unterwegs. Es ist abgestürzt. Bisher haben sie weder die Maschine noch Denver gefunden. Ich wollte eigentlich warten, bis wir mehr Informationen haben, aber ich wurde überstimmt. Was glaubst du, was das Beste ist? Willst du es ihr sagen, oder soll ich... Das Smartphone hängt schlaff in meiner Hand. Er soll mir sagen, was das Beste ist. Er kennt sie schon sein ganzes Leben. Ich erst seit vier Monaten. Ich führe das Handy wieder ans Ohr. Ähm. Ja, finde ich auch. Es ist besser, wenn sie es von dir erfährt. Okay. Danke. Sag ihr, dass sie nicht sofort nach Hause kommen muss. Wir kümmern uns. Wir melden und sobald wir was hören. Ich suche den Saal nach ihr ab. Sie unterhält sich gerade mit Hayley. Beide lächeln. Es wirkt, als wären sie schon immer Freundinnen gewesen. Warum habe ich jemals daran gezweifelt, dass sie in meine Welt passen würde? Sie passt besser dazu als ich. Und jetzt muss ich ihr dieses Lächeln nehmen. Dann ist unsere gemeinsame Zeit vorbei, in der wir hätten herausfinden können, was aus uns hätte werden können. Du weißt genauso gut wie ich, dass sie sofort ins nächste Flugzeug steigen wird. Ich schreibe dir, sobald ich unsere Fluginformationen habe. War ein Versuch wert. Ich weiß, dass ihr… Naja, ich wollte euch nicht stören. Aber wie ich schon sagte, ich wurde überstimmt. Schon okay, Rome. Aber danke. Ich melde mich. Tut mir wirklich leid mit Denver. Ich bin sicher, sie werden ihn finden. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich kommt er in ein, zwei Tagen einfach zur Tür herein und erzählt uns irgendeine MacGyver-Story, wie er sich gerettet hat. Sein Tonfall sagt etwas anderes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er sich gerade fühlen muss. Denver ist nicht nur sein Bruder. Er ist sein Zwilling. Ganz bestimmt. Sag allen liebe Grüße. Danke, Wyatt. Kein Problem. Ich lege auf und stecke das Handy zurück in die Tasche. Ich beobachte, wie glücklich Brooklyn ist. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir sofort nach den obligatorischen Ritualen aufgebrochen. Aber sie wollte bis zum Ende bleiben. Hat gesagt, dass es unsere Aufgabe sei, mit den Geschenken und so weiter zu helfen. Wyatt, sagt mein Dad neben mir. Komm morgen nach dem Brunch zu mir ins Büro. Dann reden wir. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf ihn. Ich kann nicht. Wir müssen noch heute Abend nach Lake Starlight zurückfliegen. Heute Abend? Er nimmt einen Schluck von seinem Drink. Ihr Bruder ist Buschpilot. Er ist verschollen. Ich muss es ihr sagen. Und dann rufe ich beim Flughafen an und frage, wann der nächste Flug geht. Er atmet laut aus. Was ich gesagt habe, missfällt ihm. Warum setzt du sie nicht in den Privatjet? Dann kann er morgen zurückfliegen und dich nach unserem Gespräch nach Alaska bringen. Ich zücke wieder mein Handy, denn ich werde jetzt sofort Flugtickets kaufen. Weil sie am Boden zerstört sein wird und jemanden braucht, der für sie da ist. Er deutet mit dem Kopf zur Seite, damit wir mehr Privatsphäre haben. Ich folge ihm. Findest du nicht, das geht zu weit? Ich verstehe ja, dass du sie magst. Aber eine Unterstützung wirst du sowieso nicht sein. Ich presse die Kiefer aufeinander. Danke für den Zuspruch. Ich habe mir die Zahlen angesehen, die du mir geschickt hast. Sie hat dir Scheuklappen aufgesetzt. Es gibt mindestens drei Angestellte, die gefeuert werden sollten. Wie kannst du jetzt über Geschäftliches reden? Ich habe dir gerade gesagt, dass ihr Bruder verschollen ist. Bist du denn so herzlos? Er schüttelt den Kopf. Du denkst immer das Schlechteste von mir. Ich lehne mich weiter zu ihm, damit mich sonst keiner hört. Nicht ihm zuliebe, sondern meiner Mutter. Du willst mir weismachen, ich sei keine Unterstützung? Deine Frau hatte Krebs und du hast direkt vor ihrer Nase mit irgendeiner Hure rumgefögelt. Er starrt mich an. Zum allerersten Mal bekomme ich von ihm die Reaktion, die ich will. Pures Entsetzen. Fast hätte ich gegrinst, aber es geht hier um meine Mom. Tut mir leid, aber ich werde jetzt der Starke sein und Broke Lynn nach Hause zu ihrer Familie bringen. Du weißt überhaupt nicht, wovon du da redest, sagt er, als ich mich bereits zum Gehen gewandt habe. Ich drehe mich wieder um. Ich habe dich gesehen, während ich versucht habe, sie jeden Tag zum Lachen zu bringen. Hast du... Ich schüttle den Kopf. Ich will überhaupt nicht mehr daran denken. Du bist ein Arschloch, das andere gern klein hält. Ich habe dich verdammt nochmal durchschaut. Pass auf, wie du mit mir redest. Seine Stimme klingt warnend. Ach ja? Warum? Weil du mir vielleicht eines Tages einen Teil der Firma überschreibst, nachdem ich genug Purzelbäume geschlagen und Kniefälle gemacht habe? Hör auf, mir die Karotte vor die Nase zu halten. Das müsste ich nicht, wenn du zur Abwechslung mal Verantwortung übernehmen würdest. Er leert seinen Drink und senkt das Glas. Du bist ein Versager. Ganz einfach. Ich blicke ihm direkt in die Augen. Fäck dich. Was ist hier los? Meine Mom eilt zu uns herüber und hebt den Saum ihres Kleids an, damit sie nicht stolpert. Als ich mich umsehe, stelle ich fest, dass die Leute an den Tischen um uns herum so tun, als würden sie Kuchen essen und als hätten sie uns nicht gehört. Ich hoffe, sie haben nicht mitbekommen, dass mein Dad fremdgegangen ist. Es würde meine Mom zerstören. Ach, wie immer. Ich bin ein Versager und Dad ist perfekt. Nicht wahr? Ich zucke mit den Schultern, beuge mich nach vorn und gebe meiner Mom einen Kuss auf die Wange. Sie funkelt meinen Dad böse an. Brooklyn und ich müssen jetzt gehen. Ein familiärer Notfall. Ihr wollt noch heute Abend zurückfliegen? Stirnrunzelnd sieht sie mich an. Ja, ich rufe dich an. Sie nickt. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Dann wirft sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Ihr werdet heute kein Flugzeug mehr erwischen. Nimm den Firmenjet. Ich lache. Das Angebot gilt nur, wenn Brooklyn allein zurückfliegt. Meine Mom sucht den Blick meines Dads. Er zückt sein Handy. Abflug ist in einer Stunde, sagt er im Weggehen. Ich wünschte, ihr zwei könntet euch nur einen Abend wie zivilisierte Menschen verhalten. Es tut mir leid, Mom. Ich nehme sie in den Arm. Ich weiß, aber Brooklyn ist jetzt wichtiger. Geh zu ihr. Sie tätschelt mir den Rücken. Danke. Ich schlängle mich zwischen den Tischen hindurch. Als Hayley meinen Gesichtsausdruck sieht, verebbt ihr Lächeln. Was ist? fragt sie. Ich muss mit Brooklyn sprechen. Brooklyn sieht mich an. Du wirkst viel zu ernst für eine Hochzeit, Wyatt. Sie steckt sich eine Gabel Kuchen in den Mund. Der ist orgastisch. Seufzend verdreht sie die Augen. Hayley lacht zwar, doch sie kennt mich gut genug, um zu wissen, dass irgendwas ist. Mom wird es dir erklären. Gibst du uns eine Minute? Hayley steht auf. Aber natürlich. Sie lässt den Blick über die Gäste schweifen. Anscheinend hat sie meine Mom entdeckt, denn sie drückt kurz meine Hand und geht dann in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Ich setze mich auf ihren freien Stuhl. Brooklyn ist so mit ihrem Kuchen beschäftigt, dass sie nicht merkt, dass ich ihr etwas Wichtiges zu sagen habe. Du musst unbedingt diesen Kuchen probieren. Ich halte Wyatt die Gabel vor den Mund, doch er öffnet ihn nicht. Na schön, mehr für mich. Ich schiebe mir die süße Köstlichkeit in den Mund und meine Geschmacksknospen explodieren. Können wir kurz raus auf den Flur gehen? Ich sehe ihn durchdringend an. Sag es mir hier. Mit der Gabel deute ich auf meinen Kuchen. Nein. Langsam wird mir mulmig zumute. Was ist los? Komm. Er nimmt meine Hand und zieht mich hoch. Als er dann auch noch nach meiner Klatsch greift, stehen mir plötzlich die Haare zu Berge. Ich verstehe ja, dass ich heiß bin und du es kaum erwarten kannst, mir die Klamotten vom Leib zu reißen, aber ich habe dir gesagt, dass wir bis zum Schluss bleiben. Doch mein Witz zieht nicht. Er geht weiter, bis ich abrupt stehen bleibe und förmlich meine Absätze in den Teppichboden bohre. Was ist los? Er dreht sich um, blickt sich in alle Richtungen um, zieht mich beiseite und nimmt meine Hände in eine Hand, da er in der anderen meine rosafarbene Klatsch hält. Rome hat mich angerufen. Denver's Flugzeug ist abgestürzt. Mein Hals wird staubtrocken und mein Magen fällt in die Tiefe wie ein Aufzug, dessen Stahlseile durchgeschnitten wurden. Sie wissen noch nichts, nur dass er noch nicht gefunden wurde. Ich starre Wyatt an. Ich habe die ganze Zeit nur von dem Kuchen geschwärmt, während er versucht hat, mir zu sagen, dass ich vielleicht ein weiteres Familienmitglied beerdigen muss. Komm, wir nehmen den Whitmore Jet zurück nach Lake Starlight. Wir haben eine Stunde, um zum Flughafen zu kommen. Wie im Nebel folge ich Wyatt zum Aufzug. Wir fahren nach unten und steigen in ein Taxi. Ich realisiere nichts, während wir unsere Taschen packen. Er schließt die Tür zu seinem Apartment ab und wir nehmen ein weiteres Taxi zum Flughafen. Wyatt buxiert mich in einen Privatjet. Nur wenige Minuten später sind wir bereits in der Luft. Was, wenn... setze ich an und schaue hinaus in die Dunkelheit. Es ist das Erste, was ich sage, seit er es mir erzählt hat. Mr. Whitmore, der Flug wird ungefähr zehn Stunden dauern. Aufgrund der Kurzfristigkeit haben wir keinen Flugbegleiter. Aber es sind genug Snacks und Getränke vorhanden. Gibt Chris, unser Pilot, über den Lautsprecher durch. Danke, Chris, sagt Wyatt, löst unsere Sitzgurte und führt mich hinüber zum Sofa am anderen Ende des Flugzeugs. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Er tätschelt seinen Schoß, nimmt eine Decke aus einem Fach und deckt mich zu. Ich bin nicht müde. Du wirst Energie brauchen, sobald wir angekommen sind. Ich lege den Kopf auf seine Schulter und er seine Hand auf meinen Schenkel. Wenn ihm irgendwas passiert ist... Darüber darfst du jetzt nicht nachdenken. Du hast mir doch erzählt, wie erfinderisch er ist. Er wird überleben, bis sie ihn finden. Ich nicke. Wyatt's Hand auf meinem Bein wirkt beruhigend. Der wenige Schlaf der letzten Nächte holt mich ein. Langsam fallen meine Augen zu. Brooke... Wyatt schüttelt mich vorsichtig und ich reiße die Augen auf. Bin ich eingeschlafen? Frage ich, doch der Sabber an meiner Wange verrät, dass ich tatsächlich eingeschlafen bin. Wir landen gleich. Er streicht mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Ich habe keine Ahnung, was wir sind, unter welche Kategorie wir fallen. Ob ich ihn fragen soll? Aber das hat im Moment keine Priorität. Ich muss jetzt zu meiner Familie. Wenn wir gelandet sind, will ich zuerst zu Holly und Austin, sage ich und setze mich auf. Nun ja, es ist schon spät. Oder früh, je nachdem, wie man es sieht. Sie sind bestimmt wach. Ich stehe auf, gehe zu meinem Sitz, schnalle mich an und krame das Smartphone aus der Handtasche. Wäre ich bei Sinnen gewesen, hätte ich zu Hause angerufen, bevor wir losgeflogen sind. Aber Wyatt hat mich von einem Ort zum anderen geführt, ohne dass ich kapiert habe, dass mein Bruder als vermisst gilt. Nachdem sich Wyatt ebenfalls angeschnallt hat, ergreift er meine Hand. Das Flugzeug landet sanft. Ich wünschte, ich hätte den Flug mehr genießen können. Wir sind bereits aufgestanden, bevor die Maschine zum Stehen kommt. Ich will es, Werners Nummer. Brooklyn, meldet sie sich. Wir sind bei Austin. Bist du wieder da? Gerade gelandet. Wir sind ungefähr eine Autostunde entfernt. Wir kommen so schnell wie möglich. Okay. Bisher haben wir noch nichts gehört. Sie suchen erst weiter, sobald es hell wird. Ich nicke. Zum ersten Mal kommen mir die Tränen. Doch ich halte sie zurück. Nicht jetzt. Es gibt keinen Grund zu weinen. Denver wird zurückkommen. Wie immer. Weißt du, was passiert ist? Nicht wirklich. Irgendwas mit dem Motor. Du kennst Denver ja. Manchmal geht sein Ego mit ihm durch. Vielleicht haben sie es übertrieben. Und genau dieses Ego wird ihn da rauskriegen, ruft Kingston im Hintergrund. Ich komme so schnell wie möglich. Okay, sagt sie und ich lege auf. Mr. Whitmore, wir sind da. Der Pilot kommt aus dem Cockpit und überlässt seinem Co-Piloten die Führung. Ihr Vater hat mich darüber informiert, dass sie morgen früh wieder nach New York zurückfliegen wollen. Laut der Richtlinien. Da hat sie mein Vater falsch informiert. Ich werde nicht zurückfliegen. Ich sehe Wyatt an, der die Augen verdreht. In Ordnung. Dann habe ich das wohl falsch verstanden. Danke, Chris. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Wyatt schüttelt ihm die Hand. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Hier. Ich öffne meine Handtasche und krame nach einem Fläschchen mit Lavendel und Kamille. Ich werde Ihnen noch mehr schicken, aber das wird Ihnen heute Nacht hoffentlich helfen zu schlafen. Ich drücke ihm das Fläschchen in die Hand und umarme ihn fest. Danke, erwidert er lächelnd. Sie braut Zaubertränke, erklärt Wyatt und legt die Hand auf meinen Rücken. Die Treppe wird ausgefahren. Wir treten hinaus in die frische Luft Alaskas, wo bereits ein Auto auf uns wartet. Was ist mit deinem Auto? frage ich, während wir auf die Limousine mit den getönten Scheiben zugehen. Es war ein Leihwagen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich einen neuen nehme, wenn ich zurückkomme. Aber Sie haben noch geschlossen, also nehmen wir dieses Auto. Der Fahrer hebt unser Gepäck in den Kofferraum und wir nehmen auf dem Rücksitz Platz. Ich könnte mich glatt an dieses Leben gewöhnen. Ich lehne mich gegen Wyatt und küsse seine Wange. Danke für alles. Gern geschehen. Er küsst mich auf den Mund. Und jetzt bringen wir dich dorthin, wo du hingehörst. Wir verlassen das Flughafengelände und fahren über die dunklen Highways in Richtung Lake Starlight. Ich frage mich, wohin ich wirklich gehöre. Mir hat New York gefallen, aber genug, um dort zu leben? Ich weiß es nicht. Aber allmählich glaube ich, ich werde mich nirgendwo richtig zu Hause fühlen, wenn Wyatt nicht da ist. Brooklyn ist bereits ausgestiegen, noch ehe das Auto richtig angehalten hat. Sie rennt die Treppe hinauf und durch die Tür. Das mit dem Klopfen gilt wohl nur, wenn wir eingeladen wurden. Ich schultere unsere Taschen, gebe dem Fahrer Trinkgeld und folge Brooklyn die Treppe hinauf und ins Haus, denn sie hat die Tür offen gelassen. Miles kommt um die Ecke geschlendert. Als er mich entdeckt, beginnen seine Augen zu leuchten und er rennt auf mich zu. Scheiße. Ich presse die Beine zusammen, doch er beschnüffelt mich einfach von hinten und schiebt die Schnauze gegen meinen Hintern. Ernsthaft? Du hast doch Daisy. Los, geh sie vögeln. Sie erholt sich immer noch vom Werfen. Holly kommt um die Ecke. Lecker, Lee Smiles, sagt sie. Wie neulich hält er inne, stellt die Ohren auf, rennt dann auf sie zu und schnappt sich das Leckerli, bevor er verschwindet. Vielleicht sollte ich die besser für dich bei der Tür deponieren. Holly lächelt müde. Das wäre vielleicht hilfreich. Bisher hatte ich noch nicht die Gelegenheit, mich ausführlich mit Holly zu unterhalten. Alles, was ich über sie weiß, weiß ich von Brooklyn oder einem anderen Bailey. Ich wollte ihnen ein bisschen Privatsphäre geben. Sie setzt sich im Wohnzimmer aufs Sofa. Willst du dich zu mir setzen? Gern. Auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht, zu mir zu fahren, weil ich nicht zur Familie gehöre. Aber irgendwie erschien es mir unsensibel und ich wollte Brooklyn nicht allein lassen. Ich setze mich, strecke mich und lasse meinen Nacken knacken. Wie war die Hochzeit? fragt sie. Gut, wir sind gegangen, bevor die Feier vorbei war. Darüber will ich mich nicht beschweren. Sie macht es sich in der Sofa-Ecke bequem. Wie gefällt dir, Lake Starlight? Ich zucke mit den Schultern. Mir gefällt es hier. Besser als in New York? Ich lege den Kopf schief. Stellst du mich gerade auf den Prüfstand? Sie lacht. Sorry, nein, ich war nur neugierig. Du musst keine meiner Fragen beantworten. Austin und ich. Nun ja, ich wollte nur wissen, ob du dir vorstellen kannst, hier zu bleiben. Du weißt schon. Wegen Brooklyn. Dann schüttelt sie den Kopf. Oh Gott, Hilfe. Langsam werde ich wirklich zu naseweiß. Bitte beantworte meine Fragen nicht. Ich muss lachen. Schon okay. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo wir gerade stehen. Mir gefällt es hier, aber ich weiß nicht, ob ich auf Dauer hier leben will. Sie nickt schweigend. Irgendwie wünsche ich mir, sie würde sagen, was sie denkt. Dazu kann ich nicht viel sagen. Austin war derjenige, der die schwierige Entscheidung treffen musste, hier zu bleiben. Entscheidung? Was er vom Leben will. Er hatte ein tolles Jobangebot in Kalifornien. Er musste entscheiden, ob die Erfüllung seines alten Traums ist, dass es wert war, einen neuen dafür zu riskieren. Ich lehne mich zurück. Inzwischen bin ich wirklich erschöpft. Ich habe keinen Traum. Sie wird bleich. Jeder sollte einen Traum haben. Was ist denn dein Traum? Ich lehne den Kopf zurück. Meiner? Ich nicke. Ich wollte immer irgendwo sein, wo ich bedingungslos geliebt werde. Irgendwo, wo ich für immer bleiben will. Einen Ort finden, wo ich hingehöre. Und das ist Lake Starlight? Kichernd streckt sie die Arme. Schon lustig. Ich war überhaupt kein großer Fan von Buzzwheel und dem ganzen Getratsche. Aber diese Stadt empfängt Fremde mit offenen Armen. Ich passe einfach hierher. Ich kann es gar nicht erklären. Und Austin ist ein weiterer Pluspunkt. Ihr Blick wandert zum Kamin-Sims, auf dem ein Foto von den beiden steht. Mehr als nur ein Pluspunkt. Sie strahlt regelrecht. Ich werfe einen Blick auf ihre linke Hand, doch sie trägt keinen Ring. Als es plötzlich irgendwo im Haus bellt, steht sie auf. Hast du die Welpen schon gesehen? fragt sie und macht sich auf den Weg in den Vorraum. Nein. Und gerade würde ich jeder Ablenkung willkommen heißen, um nicht darüber sprechen zu müssen, wo ich mich in Zukunft sehe. Das ist mir zu anstrengend, nach einer achtstündigen Reise. Als wir den Vorraum betreten, hängen die Welpen gerade an Daisy und trinken. Miles steht vor dem Gitter und beobachtet sie. Er vermisst sie, sagt Holly und streichelt ihn. Einer der Welpen watschelt zum Gitter. Miles winselt und versucht, ihn durch die Sterbe hindurch abzulecken. Warum darf er nicht zu ihnen? Sie sind doch seine Familie. Ich beuge mich zu ihm hinunter, denn er tut mir leid. Vielleicht würde er mich in Ruhe lassen, wenn er zu Daisy dürfte. Die Tierärztin meinte, wir sollen sie ein paar Wochen lang trennen. Nächste Woche müssen wir anfangen, für die Kleinen ein neues Zuhause zu suchen. Holly streichelt einen der Welpen am Kopf. Er drückt sich gegen sie und verlangt nach mehr Zuneigung. Ich kenne jemanden, der einen nehmen würde. Holly lächelt. Ja, aber in ihrem Apartment darf sie leider keinen Hund halten. Ich nicke. Da hat sie recht. Joel würde einen hysterischen Anfall bekommen, wenn Brooklyn einen Hund mit nach Hause bringen würde. Eine Weile beobachten wir, wie Daisy ihre Babys zeugt. Miles versucht, mit einem der Welpen zu kommunizieren. Tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Ich hätte nicht fragen sollen. Schon in Ordnung. Vielleicht sollte ich mir über ein paar Dinge klar werden, bevor wir noch beide verletzt werden. Holly setzt sich in den Schneidersitz und Miles klettert auf ihren Schoß. Willst du wissen, was ich denke? Ich weiß nicht. Will ich? Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Ich schnaube, denn da kann ich nicht widersprechen. Holly ist eine verdammt kluge Frau. Alle Baileys haben sich im Wohnzimmer versammelt. Austin liegt auf dem Fußboden, der Kopf auf einem Kissen, die Augen geschlossen. Juno hat sich auf dem Zweisitzer an Coaten gekuschelt. Ihre Beine hängen über die Armlehne. Savannah sitzt mit Rome am Tisch und notiert irgendwas. Liam sitzt neben ihr, starrt auf eine Landkarte und fachsimpelt über Routen durch den Busch, als Kingston mit einer Chipstüte in der Hand zu ihnen kommt, mit einem fettigen Finger auf einen Punkt deutet und sie als Vollidioten bezeichnet. Brooklyn telefoniert. Ich sitze neben ihr und höre mit, was sie sagt. Sedona, ich konnte dich nicht einfach mitnehmen. Du musst zur Schule gehen. Es tut mir leid. Dann starrt sie auf das Smartphone. Sie hat einfach aufgelegt. Ich lege den Arm um ihre Schultern und ziehe sie zu mir. Sie wollte wissen, warum wir sie nicht mitgenommen haben. Aber sie muss zur Schule. Sie kann nicht einfach schwänzen. Ich kann ihr ein Flugticket kaufen. Will Phoenix auch nach Hause kommen? Brooklyn sieht mich an. Tränen rinnen über ihre Wangen. Wie konnte ich sie nur vergessen? Wir waren beschäftigt und standen unter Schock. Sie nickt zwar, aber die Antwort stellt sie nicht zufrieden. Dann steht sie auf und verlässt den Raum. Ich schnappe mir ihr Handy. Der Morgen bricht an. Ich bin der Einzige, der fast die ganze Nacht wach geblieben ist. Als die ersten Sonnenstrahlen ins Zimmer fallen, räkelt sich Austin auf dem Boden. Er küsst Hollys Stirn und schlüpft unter ihrem Arm hervor. Bist du schon wach? fragt er. Kaffee? Ja. Ich löse mich von Brooklyn und folge ihm in die Küche. Könnte ich mir vielleicht deinen Jeep leihen? frage ich. Warum? Er setzt den Kaffee auf. Ich muss was erledigen und mein Auto war nur ein Leihwagen. Klar, dann nehme ich Hollys Auto. Ich denke, wir warten hier, bis wir was hören. Er greift nach seinen Schlüsseln und wirft sie mir zu. Hallo! dröhnt eine Stimme durchs Haus, bevor die Tür zugeknallt wird. Scheiße! Austin rennt aus der Küche. Doch was auch immer er tun wollte, es hat nicht funktioniert, denn Grandma Dory hat bereits alle aufgeweckt. Ich muss mit euch allen ein Hühnchen rupfen. Warum sagt mir keiner, dass mein Enkel verschollen ist? Weil du deine Ruhe brauchst und wir wissen, dass ihr im Seniorenheim um 20 Uhr ins Bett geht. Rome schlingt den Arm um ihre Schultern und gibt ihr einen Kuss auf den Kopf. Aber jetzt, da du hier bist, brauchen wir deine Fähigkeiten im Kartenlesen. Er zieht die Landkarte hervor, die sie gestern Nacht eingehen studiert haben. Links stehen ihm die Haare zu Berge und seine Hose rutscht ihm gleich über den Hintern. Was? So werdet ihr ihn nicht finden. Sie reißt ihm die Karte aus der Hand. Dann sieht sie mich und deutet auf mich. Und du? Du bist ein Whitmore? Alle sehen mich an. Brooklyn weiß offenbar nicht, wie sie reagieren soll. Alle Kamellen! Rome streicht die Karte glatt. Also, sie haben gesagt, er sei hier gewesen, als sie das letzte Mal Kontakt zu ihnen hatten. Ich glaube... Du bist ein Whitmore? fragt mich Austin. Du wusstest es? will Savannah von Rome wissen. Dann wandern alle Blicke zu Brooklyn. Ja, bin ich. Mein richtiger Name ist Wyatt Whitmore. Mein Dad wollte, dass ich inkognito hierher komme, um zu überprüfen, wie das Hotel läuft. Das erinnert mich an diese Fernsehsendung, setzt Juno an. Doch Austin hebt die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Du wusstest es? fragt er Brooklyn. Sie beißt sich auf die Unterlippe und nickt. Und das ist für dich in Ordnung? fragt Savannah. Sie und Austin beherrschen die Kunst, sich zu einem Team zusammenzuschließen. Brooklyn sieht mich an. Ja. Okay, sagt Austin. Bedeutet das nicht, dass du schweinereich bist? fragt Kingston. Ich zucke mit den Schultern. Hört jetzt auf. Brooklyn kommt zu mir herüber und nimmt meine Hand in ihre. Alle beobachten es mit gehobenen Augenbrauen. Ja, er ist Wyatt Whitmore. Aber er ist trotzdem der Wyatt, den ihr kennt. Außer, dass er schweinereich ist. Kingston schnappt sich wieder die Chipstüte und stopft sich eine Handvoll in den Mund. Als Romes Handy klingelt, halten alle inne. Er starrt auf sein Smartphone. Geh ran, drängt Savannah. Er wischt mit dem Daumen über das Display, aber es fühlt sich an wie in Zeitlupe. Hallo? Hier ist sein Bruder, Rome. Aha. Okay. Ja. Wir halten alle den Atem an und warten. Danke. Tschüss. Er legt auf und sieht uns an. Und? fragt Savannah und wirkt, als würde sie gleich an die Decke gehen, wenn er nicht sofort etwas sagt. Sie haben ihn gefunden. Sie bringen ihn gerade ins Krankenhaus. Ein gebrochenes Bein und sie wollen alles untersuchen. Als das Jubeln und Umarmen verebbt, sieht Austin Rome ernst an. Was ist mit dem Kerl, der bei ihm war? will Austin wissen. Griffin Thorn, Austin, der Musikproduzent. Kingston schüttelt den Kopf, als wäre Austin ein Vater, der einfach nicht mit der Zeit geht. Anscheinend hat er ihm schon ein paar Mal erklärt, wer Danvers Begleitung ist. Es geht ihm gut. Alles in Ordnung, erwidert Rome. Wo fliegen sie ihn hin? fragt Juno. Nach Anchorage, haben sie gesagt. Dann los. Austin sieht mich an. Wir nehmen Hollys Auto. Wer kann sonst noch fahren? Alle strömen in Richtung Tür. Auch Grandma Dory. Hey. Ich halte Brooklyn fest. Ich muss noch was erledigen. Macht es dir was aus, wenn ich mich später wieder melde? Sie schüttelt den Kopf. Nein, schon in Ordnung. Danke. Ich warte, bis alle weg sind, bevor ich sie küsse. Es muss nicht noch jemand fragen, wo wir gerade stehen. Vor allem nicht, wenn keiner von uns eine Antwort darauf hat. Dauert nur ein paar Stunden. Ihre Augen verdunkeln sich, doch sie sagt nichts. Sobald sie herausgefunden hat, was ich vorhabe, ist sie hoffentlich wieder besser drauf. Auf dem Weg ins Krankenhaus, auf dem Rücksitz von Coltons Truck, öffne ich Buzzwheel, um zu sehen, was sie heute Morgen so schreiben. Es ist schon eine Weile her, dass ich meine letzte Dosis Buzzwheel bekommen habe. Der erste Eintrag beginnt mit einem Foto von Denver und Rome. Es ist von der Touristenseite Lake Starlights und zeigt sie von hinten. Im Hintergrund sieht man den Sonnenuntergang und die Berge. Wir alle kennen dieses Bild. Die engelsgleichen Bailey-Zwillinge. Ja, sie sind ein bisschen wild und ja, sie erzeugen Chaos, wohin sie auch gehen. Aber sie stehen auch für Spaß und Freundschaft. Sie sind immer hilfsbereit. Gestern Abend haben wir die schreckliche Nachricht erhalten, dass Danvers Flugzeug abgestürzt ist. Von ihm und dem angesagten Musikproduzenten Griffin Thorn, seinem Passagier, fehlt bislang jede Spur. Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass sie wohlbehaltend zurückkommen. Wir melden uns mit einem Update, sobald wir etwas Neues erfahren. Die zweite Story ist weitaus pikanter. Wäre Denver nicht verunglückt, hätte Buzzwheel vielleicht gar nicht davon erfahren. Wyatt Moore, der seit ein paar Monaten in Lake Starlight lebt und als neuer Manager im Glacier Point Resort arbeitet, ist nicht der, der er vorgibt zu sein. In Wahrheit ist er Wyatt Whitmore, Erbe der Whitmore Hotels. Und als wäre das nicht genug, haben wir erfahren, dass Brooklyn Bailey ihn dieses Wochenende nach New York zur Hochzeit seiner Schwester begleitet hat. Aufgrund von Danvers Unfall sind sie in seinem Privatjet nach Lake Starlight zurückgeflogen. Scheint, als wäre Brooklyn Bailey nach Jeff Brickle eine Stufe aufgestiegen. Gut gemacht. Ich sehe mir das Foto von dem Jet an, schalte dann das Display aus und lasse den Blick aus dem Fenster schweifen. Wann hast du es herausgefunden? Juno dreht sich auf dem Beifahrersitz zu mir um. Er hat es mir vor ein paar Wochen erzählt. Und? Was und? Ich verschränke die Arme vor der Brust. Zwischen euch geht ganz offensichtlich etwas vor. Er hat dich geküsst und du hast dich an ihn geschmiegt. Komm schon, ich will Details. Habt ihr schon den Akt vollzogen? Mit ihrem eifersüchtigen Gesichtsausdruck erinnert sie mich an Miles, wenn er Wyatt sieht. Mein Blick wandert zu Colton. Colton, halt dir die Ohren zu, fordert Juno. Klar, und wer lenkt dann den Wagen? Klingt total sicher. Er sieht mich über den Rückspiegel an. Ich will keine Details. Siehst du, Juno? Ich lasse meinen Finger kreisen und gebe ihr damit zu verstehen, dass sie sich wieder umdrehen soll. Sie setzt sich normal hin und Colton dreht die Musik lauter. Keine Sekunde später klingelt mein Handy. Ernsthaft, Juno? fragt Colton und spät zu ihr hinüber. Ich zücke mein Handy. Natürlich steht ihr Name auf dem Display. Juno. Habt ihr es miteinander getrieben? Ich. Ist Colton schon zu Stufe 2 vorgedrungen? Oh, Moment, er hat ja noch nicht mal die erste Stufe erreicht. Vergiss, dass ich gefragt habe. Juno. Mittelfinger-Emoji. Ich. Jetzt aber, Savannah. Juno. Ich will nur sicher gehen, dass du weißt, worauf du dich da einlässt. Ich. Was soll das denn heißen? Sie schnappt auf dem Vordersitz. Juno. Du bist eben ein wenig zu nett. Ich. Irgendwas sagt mir, dass nett nicht das ist, was du wirklich meinst. Juno. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ich. Darüber hast du dir keine Gedanken gemacht, als du uns verkuppeln wolltest und meintest, Wyatt sei perfekt für mich. Juno. Damals war er noch Wyatt Moore. Ich. Und jetzt hat sich deine Meinung geändert? Warum? Weil er gelogen hat oder weil seine Familie reich ist? Juno. Komm schon. Denk mal kurz darüber nach. Ich. Tschüss. Mein Handy klingelt noch ein paar Mal, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf ihre Negativität. Ich bin so glücklich wie seit Monaten nicht mehr und sie versaut es mir gerade. Ich stelle dich jetzt auf stumm, verkünde ich, nachdem sie mir noch weitere Nachrichten geschickt hat. Wie erwachsen. Was du da machst, ist nicht fair. Du bist meine Schwester, du solltest mich unterstützen. Ihr Kopf schnellt herum. Diesmal dreht Colton die Musik nicht leiser. Wahrscheinlich hofft er, dass sie gar nicht erst wieder anfängt. Sein richtiger Name ändert alles. Warum? Wieder verschränke ich die Arme und starre aus dem Fenster. Er ist... Sie sieht Colton an. Könntest du mir mal bitte helfen? Kopfschüttelnd hebt er die Hand. Damit will er wohl sagen, dass er sich nicht einmischen wird. Eine andere Liga. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber seinem Dad gehört eine der größten Hotelketten der Welt. Er ist in New York City aufgewachsen. Und? New York ist nicht Lake Starlight. Ach, Juno. Hast du etwa Angst, er könnte mich verderben und zu etwas zwingen, das ich nicht will? Achtung, Spoiler, ich bin keine Jungfrau mehr. Sie verdreht die Augen, dreht sich um und schmollt, wie sie es immer tut. Er ist immer noch derselbe, sagt Colton und dreht die Musik leiser. Ich mag ihn. Und er ist total in Brooklyn vernaht. Über den Rückspiegel lächelt er mir zu. Dankbar lächle ich zurück. Vernaht? Mir gefällt dein Vokabular, Colt. Sein Grinsen wird noch breiter und er zwinkert. Warum sind er und Juno nicht zusammen? Er ist süß und attraktiv. Manchmal ist so etwas nur gespielt. Zu schön, um wahr zu sein, feuert Juno zurück. Zum Glück legen wir jetzt eine Pause ein. Danke für die nette Unterhaltung, Ladies. Colton schaltet den Motor aus, steigt aus dem Truck und geht zum Rest der Familie, der neben Hollys SUV steht. Ich will mich nicht in deine Angelegenheiten einmischen, aber ich will auch nicht, dass du noch mal verletzt wirst. Entspann dich. Wyatt ist nur ein Trostpflaster. Das Wort schmerzt mich, denn er ist in keinster Weise nur ein Trostpflaster, aber ich will, dass mich Juno endlich in Ruhe lässt. Trostpflaster sollte nicht zu deinem Wortschatz gehören. Du behandelst mich, als wäre ich zwölf. Dabei bin ich älter als du. Ich steige aus und knalle die Tür zu. Hey, lass deine Wut auf Juno gefälligst nicht an meinem Baby aus. Colton verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Was ist los, will Liam wissen. Ich spähe zu Juno hinüber. Scheint, als wäre ich das naive Mädchen, das jeden Mann für einen Rettungsanker hält. Rome hebt die Hand. Ich bin anderer Meinung. Holly schlingt die Arme um meine Schultern. Ich glaube nicht, dass sie es so gemeint hat. Gerade sind wir alle gestresst und besorgt. Es war eine lange Nacht. Und jetzt lasst uns Blumen eine Karte und ein paar andere Sachen besorgen, damit Denver im Krankenhaus nicht langweilig wird. Ich kaufe ihm Magazine mit nackten Weibern. Rome steuert auf den Shop neben dem Blumenladen zu. Hustler ist das Beste. Lachend geht ihm Liam hinterher. Er wisst doch, dass er sich auf seinem Handypornos ansieht. Auch Kingston schließt sich der Junggesellentruppe an. Und du, was meinst du zu dem Thema? fragt Holly Austin, während sie in Richtung Blumenladen gehen. Ich brauche nur dich. Er blickt auf sie hinab. Alle Frauen seufzen, weil sein Kommentar so niedlich ist. Warte mal. Grandma Dory kommt zu mir und legt die Hand an meine Stirn. Alles in Ordnung? Du bist so rot im Gesicht. Hat sie die Diskussion mit Juno denn nicht mitbekommen? Alles okay, Grandma. Ich wusste nur nicht, dass manche Leute in dieser Familie so verurteilend sind. Das ist alles. Ich werfe Juno einen bösen Blick zu. Sie wirft die Hände in die Luft. Was ist los? will Grandma Dory von Juno wissen. Nichts. Wir betreten den Blumenladen. In allerletzter Sekunde entscheidet sich Colton dazu, doch mit den Jungs mitzugehen. Wie kann ich... Grandma Dory hebt die Hand und bringt die freundliche Verkäuferin zum Schweigen. Wir brauchen ein großes Bouquet. Keine Rosen, irgendwas Männliches. Auf der Karte soll stehen, werd schnell wieder gesund, wir lieben dich. Und jetzt muss ich dringend mit meinen Enkelinnen sprechen, bevor sie Dinge herausposaunen, die besser hinter verschlossenen Türen bleiben sollten. Danke. Lachend streicht sich die Dame das Haar hinter die Ohren. Dann lege ich mal los. Wundervoll. Dann gibt uns Grandma Dory mit einem Blick zu verstehen, dass wir sofort herkommen sollen. Wir sind eine Familie. Wir streiten uns nicht. Wir lieben einander. Wir mussten bereits einen großen Verlust verkraften. Ich dachte, ihr wüsstet die Zeit, die ihr miteinander habt, besser zu schätzen. Denver hätte sterben können. Und ihr zwei streitet euch? Worüber eigentlich? Keine von uns sagt etwas. Stellt eure Probleme für heute hinten an. Verstanden? Wir nicken wie zwei gescholtene Kinder. Gut. Dann lässt sie uns stehen. June und ich gehen in zwei unterschiedliche Richtungen davon und suchen Blumen für Denvers Strauß aus. Grandma Dory gibt der armen Frau Anweisungen, wohin sie welche Blumen stecken soll, als wäre sie die Floristin. Ich trete hinaus ins Freie und genieße die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht, solange wir noch Sonne haben. Ich setze mich auf die Bank zwischen den zwei Läden. Kurz darauf kommt Rome heraus und setzt sich zu mir. Wahrscheinlich haben sie sich alle gegenseitig geschrieben und ihn auserwählt. Und, habt ihr schmutzige Heftchen gefunden? Ich sehe ihn gelangweilt an. Ich habe den Jungs das Kommando überlassen. Er stößt mich mit der Schulter an. Du siehst aus wie sieben Tage Regenwetter. Rede mit mir. Jeder in dieser Familie hält mich für eine Idiotin. Weißt du, was ich denke? Er lehnt sich nach vorn, stützt die Unterarme auf die Schenkel und blickt mich über die Schulter an. Nein. Er lacht. Ich glaube, du hast Gefühle für Wyatt entwickelt. Und das ist cool, Brokkie. Das bist du. Verdammt, so sind fast alle Frauen, die ich kenne. Deshalb gibt es für Frauen kein Wort wie Player oder Playboy. Juno will nur nicht, dass du traurig bist. Sie ist deine Schwester und sie liebt dich. Das ist alles. Sie hält dich nicht für naiv. Aber dass sie mich überhaupt warnen muss, sagt schon alles. Er lehnt sich zurück und lächelt zögerlich. Ich verstehe dich. Diese Familie überschreitet ständig die Grenze. Aber so sind wir nun mal. Wir lieben uns einfach zu sehr. Er lacht leise. Mit diesen Nelken bin ich immer noch unsicher. Grandma Dory zupft die Blumen aus dem riesigen Bouquet, das Austin aus dem Laden trägt. Meine Güte, Gima Dia ist nicht gestorben, sagt Rome. Sie winkt ab. Überraschenderweise hält er tatsächlich den Mund. Dann gibt er mir mit einem Blick zu verstehen, dass ich über das, was er gesagt hat, nachdenken soll. Juno ignoriert mich und geht zum Truck. Wir erwachsen. Auf ins Krankenhaus. Rome deutet in die Richtung, in die wir gleich fahren, stößt mich mit dem Ellbogen an und zwinkert. Ich folge Colton zu seinem Truck. Denk dran. Sei nett zu meinem Baby, sagt Colton, als ich gerade die Wagentür zuziehen will. Weißt du was? Ich mache die Tür einfach für dich zu. In dem Moment, als er meine Tür geschlossen hat, knallt Juno ihre zu. Genervt wirft Colton die Arme in die Luft. Ich kichere. Und Juno ebenfalls. Dann späht sie nach hinten. Tut mir leid. Es ist nur... Schon in Ordnung. Lass uns einfach fahren. Okay. Sie nickt. Colton steigt ein. Auf der Rückfahrt fahrt ihr gefälligst bei jemand anderem mit. Wir schweigen, bis wir den Parkplatz des Krankenhauses erreicht haben. Colton steigt aus und geht zu den anderen, die bereits am Eingang warten. Ich schnappe mir die Luftballons neben mir. Nachdem Juno und ich ausgestiegen sind, legt sie die Hand auf meinen Oberarm. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich sei fertig, aber ich mache mir Sorgen. Ich will, dass du dir anhörst, was ich zu sagen habe. Ich warte kurz. Er hat viel mehr Erfahrung als du. Er führt ein privilegiertes Leben. Meiner Erfahrung nach schauen solche Männer nur nach sich. Lass es gut sein, Juno. Ich gehe weg und versuche, die Luftballons festzuhalten, während der Wind an ihnen zerrt. Was ist jetzt wieder los? fragt höre die Schritte der anderen hinter mir. Warum ist sie wütend? Wir haben das doch geklärt, sagt Grandma. Juno ist schuld, wirft Kingston ein. Juno, jetzt lass sie in Ruhe. Sie hat genug durchgemacht. Jetzt, da sich dieser Wyatt als Widmore entpuppt hat. Hinter dem Eingang wirble ich herum und hebe die Hände. Alle bleiben stehen. Die Luftballons schlagen mir ins Gesicht. Ich puste mir die Haare aus den Augen und schiebe die Balance beiseite, damit ich alle sehen kann. Würdet ihr euch bitte nicht in mein Liebesleben einmischen? Es geht mir gut. Es geht mir sogar fantastisch. Dann richte ich den Blick auf Juno. Und ja, Juno, ich habe mit ihm geschlafen und es war großartig. Und ich habe fest vor, es zu wiederholen. Ob er mich benutzt? Keine Ahnung. Aber es ist mir egal. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich ein Risiko ein, ohne zu wissen, was die Konsequenzen sein werden. Ich nehme die Balance in die andere Hand. Könntet ihr euch wenigstens einmal aus meinen Angelegenheiten heraushalten? Juno tritt nach vorn. Brookie. Nein, Juno. Komm mir jetzt nicht mit Brookie. Vor allem du solltest mich nicht wie ein kleines, naives Mädchen behandeln. Ich weiß genau, worauf ich mich da einlasse, okay? Und ich bin bereit, mein Herz aufs Spiel zu setzen. Diesmal weiß ich wenigstens, dass ich das Risiko eingehe, dass es mir gebrochen wird. Ich drehe mich um und will zu den Aufzügen laufen, als mir blaue Augen und ein breites Grinsen entgegenblicken. Ich drücke Wyatt die Luftballons in die Hand und stürme davon. Ich muss mich irgendwo verstecken. Hier. Ich reiche die Balance an Sedona weiter und gehe Brooklyn hinterher. Phoenix? Sedona? fragt Austin hinter mir. Leider bekomme ich die Begrüßung der zwei jüngsten Baileys nicht mit. Für mich war es kein großer Aufwand, sie hierher zu bekommen. Zwei Nachtflüge. Aber ich wollte Brooklyn überraschen. Brooklyn! rufe ich. Doch sie verschwindet durch die Tür in einen Hinterhof. Sie bleibt nicht stehen. Also verfalle ich in Trab, um sie einzuholen. Bitte, bleib stehen! Doch sie hält erst inne, als sie das Ende des Innenhofs erreicht hat und es nicht mehr weitergeht. Es sei denn, sie will über den Zaun klettern. Brooke! sage ich und gehe auf sie zu. Ich streiche ihr blondes Haar zurück, damit ich ihr wunderschönes Gesicht sehen kann. Tut mir leid, dass du das mit anhören musstest. Ich trete noch näher. Ich bin froh, dass ich es gehört habe. Sie blickt zu mir auf. Ich streiche eine Träne mit dem Daumen weg. Nicht weinen. Ich bin so eine Idiotin. Geh einfach! Wieder dreht sie sich von mir weg. Nein! Bitte, Wyatt! Ich habe mich schon genug blamiert. Ich brauche nicht noch mehr Warnungen, dass ich mich von dir fernhalten soll. Vor allem nicht von dir. Dass du nicht der bist, den ich zu kennen glaube. Dass wir keine Zukunft haben. Juno hat recht. Ich weiß, dass mir das Herz erneut gebrochen wird, aber... Kurz zieht sie mich an. Ich bin vollkommen sprachlos. Noch nie hat mir jemand derart seine Gefühle offenbart. Für mich. Ich kann mich nicht von dir fernhalten. Sie wischt die Tränen weg. Du musst derjenige sein, der geht. Denn ich kann es nicht. Sieh mich an, sage ich sanft. Doch sie schüttelt den Kopf. Bitte, Brooklyn, sieh mich an. Kurz späht sie zu mir herüber. Was auch immer sie in meinem Gesicht sieht, bringt sie dazu, sich zu mir zu drehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ihre Augen werden groß und sie schnappt nach Luft. Hast du nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass ich froh bin, dich gehört zu haben? Ich hatte keine Ahnung, ob ich für dich vielleicht nur ein Trostpflaster bin. Und ja, der Gedanke an eine richtige Beziehung ängstigt mich. Aber du bist die Einzige, mit der ich es versuchen würde. Denkst du, ich würde das, was ich für dich getan habe, für sonst jemanden tun? Ich meine, ich habe die Hochzeitsfeier meiner Schwester vorzeitig verlassen und bin dem Wunsch meines Vaters nachgekommen, den Firmenjet zu nehmen. Ich hasse es, ihm etwas schuldig zu sein. Und ich habe gerade deine Zwillingsschwestern herfliegen lassen, weil du gestern Abend so aufgebracht warst. Langsam beginnt sie zu lächeln. Meine Güte. Deinetwegen habe ich Regan nicht gefeuert. Ich trete näher und streiche ihr wieder eine Strähne hinters Ohr. Du hast irgendwas mit mir gemacht. Und ich bin Mann genug, um zuzugeben, dass es mir gefällt. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was zwischen uns ist. Sie nickt. Ich führe sie zu einem der Tische. Wir setzen uns und ich nehme ihre Hände in meine. Ich habe keine Ahnung, was für ein Freund ich sein werde. Aber ich würde es gern probieren. Okay. Zögerlich beginnt sie zu lächeln. Meinst du, du könntest ein wenig Nachsicht mit mir haben? Jetzt wird ihr Lächeln breiter. Ich will nicht, dass du mich mit Samthandschuhen anfasst. Ich bin eine erwachsene Frau. Wenn wir das wirklich machen, will ich nicht, dass du denkst, du müsstest alles perfekt machen oder dürftest dich nicht von mir trennen. Sag mir, wenn du nicht mehr mit mir zusammen sein willst. Ich weiß, es wird wehtun. Aber bitte hau nicht einfach ab. Ich blicke ihr direkt in die Augen, damit sie sieht, dass ich es ernst meine. Ich verspreche es dir. Diesmal funkeln sogar ihre Augen, als sie lächelt. Darf ich meine Freundin jetzt küssen? Leise lachend schüttle ich den Kopf. Verdammt. Jetzt klinge ich wie ein Schuljunge. Sorry. Quiet. Sie steht auf, setzt sich auf meinen Schoß und schlingt die Arme um meinen Hals. Ja? Küss mich. Nichts einfacher als das. Meine Lippen landen auf ihren. Mit meinem Kuss will ich ihr zeigen, dass ich mich anstrengen werde, damit das mit uns beiden funktioniert. Schade, dass wir hier in der Öffentlichkeit sind. Ich beende den Kuss und ziehe sie zu mir, denn ich muss sie spüren. Ich habe keine Ahnung, wohin das alles führen wird. Aber ich weiß, dass ich bereit bin, es herauszufinden. Diese Frau bedeutet mir zu viel, als dass ich sie einfach aufgeben könnte. Um die Zukunft können wir uns auch noch später kümmern. Juhu! ruft jemand. Wir blicken auf. Die Schiebetüren öffnen und schließen sich, während wir von den anderen Baileys beobachtet werden. Bist du sicher, dass du das Gesamtpaket willst? Ich stehe auf und stelle sie auf den Boden. Für dich würde ich es auch mit einem ganzen Rudel hungriger Pumas aufnehmen. Sie legt die Hand an meine Wange und sieht mich an, als wäre ich ihr ein und alles. Ich warte darauf, dass sie mir sagt, was für ein blöder Spruch das war. Ich bin dieses romantische Zeug nicht gewohnt. Doch stattdessen schlingt sie wieder die Arme um meinen Hals und drückt sich an mich. Ich auch. Und jetzt lass uns nach deinem Bruder sehen, sage ich. Danke, dass du meine Schwestern hergebracht hast. Sie schmiegt die Wange an meinen Arm und ich küsse ihre Stirn. Wir überqueren den Hof und gehen in Richtung Eingang. Solltet ihr nicht schon längst bei Denver sein? fragt Brooklyn, als wir ihre Familie erreichen. Wir durften noch nicht zu ihm. Er wartet noch auf ein Zimmer, erklärt Rome. Apropos Zimmer, falls ihr euch lieber ein Zimmer nehmen wollt, grüßen wir Denver von euch, fügt Kingston hinzu. Juno lächelt, schließt Brooklyn in ihre Arme und flüstert ihr etwas ins Ohr. Austin kommt auf mich zu und streckt mir die Hand entgegen. Es bedeutet uns eine Menge, dass du die Zwillinge nach Hause gebracht hast. Danke. Gern geschehen. Wir setzen uns in den Wartebereich. Grandma Dory unterhält sich die ganze Zeit mit der Dame am Empfangstresen. Ich schätze, sie erhofft sich, dass wir so schneller zu Denver kommen. Um sich die Zeit zu vertreiben, schaltet Liam den Fernseher ein. Verdammt! Er ist berühmt! schreit Kingston. Liam dreht den Ton lauter. Es läuft gerade ein Interview mit Griffin Thorpe, Denver's Begleitung. Er ist wohl berühmt genug, um interviewt zu werden. Er erzählt vom Unfall. In der Ecke des Bildschirms wird Denver's Foto eingeblendet. Den hat er gerettet? Griffin Thorpe? Phoenix rennt zum Fernseher und starrt wie gebannt darauf. Weiß denn keiner von euch, wer er ist? Wir schütteln alle die Köpfe. Er könnte meine Karriere verändern, sagt sie mehr zu sich selbst. Es geht gerade um Denver, Phoenix, schimpft Savannah und blickt kurz von ihrem Handy auf. Ich lege Brooklands Beine über meinen Schoß. Wir können gar nicht mehr die Finger voneinander lassen. Wisst ihr, was ein richtiger Liebestöter ist? Wenn du einer Frau deine Gefühle gestehst und dann stundenlang mit ihrer Familie festhängst, obwohl du eigentlich nur mit ihr Liebe machen willst. Scheiße, weiß ich überhaupt, wie man Liebe macht? Panik steigt in mir auf. Doch dann denke ich daran zurück, wie ich sie am Tag der Hochzeit, mitten in der Nacht, aufgeweckt habe. Ich glaube, da haben wir Liebe gemacht. Scheiße, habe ich da schon gewusst, dass ich sie liebe? Nein. Liebe ich sie? Unmöglich. Ich mag sie sehr. So sehr, dass ich herausfinden will, wohin das mit uns führt. Aber Liebe ist nochmal etwas ganz anderes. Danke fürs Mitnehmen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. Oya tritt hinter mich und schlingt die Arme um meine Taille. Komm schon, selbst ich weiß, dass man kaum eine Nacht ohne einander verbringt, sobald man ein Paar ist. Er senkt den Kopf und bedeckt meinen Hals mit kleinen Küssen. Was wird passieren, wenn er zurück nach New York geht? Die Frage liegt mir auf der Zunge. Dann werden wir die Nächte auch nicht miteinander verbringen können. Aber das kann ich uns jetzt nicht antun. Ich muss im Moment leben, jeden Augenblick genießen, als wüsste ich nicht, dass sich schon bald alles verändern wird. Willst du etwa fragen, ob du die Nacht mit mir verbringen darfst? Ich drehe mich zu ihm um. Er erforscht weiter meinen Hals, während er meine Hüften festhält. Dieses Verhalten ist für dich wohl eher untypisch, was? Durch seine dichten, dunklen Wimpern sieht er mich an. Du bist eine Ausnahme. Er richtet sich zu voller Größe auf, legt seine großen Hände in meinen Nacken und lässt mein Haar durch seine Finger gleiten. Sorry, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Ich drehe den Knauf und meine Wohnungstür springt auf. Okay, du gewandter Redner. Schon während wir in mein Apartment fallen, beginnt er mich meiner Kleidung zu berauben. Er greift nach dem Saum meines T-Shirts und zieht es hoch. Ich hebe die Arme, denn ich bin voll und ganz einverstanden. Ich zeige dir, was ich meine. Er greift an meinen Rücken und öffnet den Verschluss meines BHs, während seine Lippen auf meinen landen und seine Zunge in meinen Mund gleitet. Meine Finger fummeln am Knopf seiner Jeans herum. Ich öffne den Reißverschluss und drücke den Bund herunter. Auf einem Bein hüpfend streift er seine Hose ab, während er mich weiter küsst. Rückwärts gehen wir in Richtung Schlafzimmer und hinterlassen eine Spur aus Klamotten. Als wir es erreichen, trägt er nur noch seine Boxershorts und ich meinen Slip. Bitte sag mir, dass du Kondome hast, knurrt er sexy. Ich höre auf, seinen Schwanz durch den Baumwollstoff zu reiben. Scheiße, bin gleich wieder da. Er gibt mir noch einen kleinen Kuss und verlässt das Zimmer. Ich höre, wie er in den Hosentaschen seiner Jeans kramt. Nackt auf dem Bett, wenn ich zurückkomme. Dann öffnet und schließt sich die Wohnungstür. Ich streife meinen Slip ab und wünsche mir, ich hätte mich heute Morgen rasiert. Aber zum Glück habe ich mich erst vor der Hochzeit rasiert. Die Stoppeln sind daher nur minimal. Ich lege mich aufs Bett. Wyatt ist in Rekordzeit zurück, eilt ins Schlafzimmer, zieht die Boxershorts aus, wirft eine Packung Kondome auf die Matratze und klettert zu mir aufs Bett. Als er über mir ist, streicht seine Hand langsamer denn je über meinen Körper. Seine Küsse werden behutsamer, seine Berührungen sanfter. Seine Zunge ist suchend und forschend, während sich seine Hände über meinen Körper bewegen, als wollte er sich jede Kurve und jede Wölbung genau einprägen. Nachdem wir uns so hastig ausgezogen haben, nimmt er sich nun besonders viel Zeit. »Wyatt«, murmle ich und schließe die Augen, als er sich auf mich legt und mit seinem Schenkel meine Beine spreizt. »Was brauchst du?« fragt er und bedeckt jeden Quadratzentimeter meines Halses mit Küssen bis hinunter zwischen meine Brüste. Meine steifen Nippel betteln um seine Aufmerksamkeit. Meine Finger gleiten durch sein dunkles Haar. »Dich. Ich brauche nur dich.« Mein Kopf fällt nach hinten auf das Kissen. »Das klingt schön«, murmelt er gegen meine erhitzte Haut. Sein Mund verweilt nie lange auf einer Stelle. In mir erwacht ein Verlangen, das ich nie für möglich gehalten hätte. Jetzt weiß ich, dass ich Wyatt Whitmore niemals vergessen werde. Sollte er mich verlassen, wird ein Teil von mir immer bei ihm bleiben. Und zwar mein Herz. Als ich mich auf die Seite rolle, drückt mir jemand einen Kuss auf den Mund. Ich öffne die Augen. Wyatt steht vor mir und bindet sich seine Krawatte. Der Duft von Kaffee weckt meine Sinne. »Wie viel Uhr ist es?«, frage ich, richte mich langsam auf und lehne mich gegen das Kopfteil des Betts. »Halb acht. Ich muss ins Hotel.« Wir hätten darüber reden sollen, seit alle wissen, wer ich bin. »Wie kann es sein, dass du schon wach bist? Wie lange hast du geschlafen? Vielleicht eine Stunde?« Ich reibe mir die Augen. »Ich will jetzt nicht über Glacier Point reden oder darüber, wie sauer die Mitarbeiter sein werden, weil sie belogen wurden.« »Ich habe dich so oft genommen, dass ich immer noch im Adrenalinrausch bin.« Er beugt sich nach vorn, um mich zu küssen, doch ich weiche zurück und schlage die Hand vor den Mund. »Morgenatem!« Doch er nimmt meine Hand weg und küsst mich trotzdem, aber zum Glück ohne Zunge. »Wie ich schon sagte. Sollen wir zusammen hin oder lieber getrennt? Entscheide du. Aber Mr. Clayton hat heute seinen letzten Tag und ich werde mit meinem richtigen Namen vorgestellt.« Ich schüttle den Kopf. Meine Gedanken sind noch ganz vernebelt. »Wann ist das alles passiert? Wie lange bist du schon wach?« Er richtet sich auf und greift nach seinem Jackett, das auf der Bettkante liegt. »Du hast wohl vergessen, dass uns New York vier Stunden voraus ist.« Nickend greife ich nach der Kaffeetasse auf dem Nachttisch und puste hinein. »Daran könnte ich mich gewöhnen.« Lachend streicht er sein Hemd glatt. »Du gehst jetzt?« »Ich warte auf dich, wenn du willst, dass wir zusammen hingehen.« Ich nehme einen Schluck von meinem Kaffee und hoffe, er wird seine Wirkung umgehend entfalten. Nachdem Wyatt ganz langsam die Hüften hat kreisen lassen und mir vielversprechende Worte ins Ohr geflüstert hat, sind wir danach noch im Badezimmer gelandet, im Wohnzimmer und schließlich in der Küche, als wir Hunger bekommen haben. Es war eine unglaubliche Nacht. Ich habe überhaupt keine Lust, jetzt Zimmer zu putzen. Na gut, ich werfe die Decke beiseite und schwinge die Beine über die Bettkante. »Ich drehe schon mal die Dusche auf. Du musst dich beeilen. Deine Schicht beginnt um neun. Du willst doch keinen Ärger von deinem Boss bekommen, oder?« Ich strecke ihm die Zunge heraus. »Vielleicht ja doch.« Dann nehme ich noch einen letzten Schluck von meinem Kaffee, bevor ich ins Bad gehe. Wyatt folgt mir. Ich glaube, die Mittagspause könnte von nun an ein wenig interessanter werden. Er wackelt mit den Augenbrauen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und küsse ihn. Er packt meinen Hintern und intensiviert den Kuss. Was für eine Qual. Ich werde dich den ganzen Tag in deinem Zimmermädchen-Outfit sehen müssen. Wie gut, dass es aus den Achtzigern stammt. Ich sinke zurück auf den Boden und atme seinen Zedernholzduft ein. Vielleicht wird das meine erste Amtstätigkeit. Neue Uniformen bestellen. Und du kriegst eine ganz besondere. Er lacht und ich steige schnell unter die Dusche, damit wir rechtzeitig loskommen. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich würde jetzt, da ich den Boss date, bevorzugt behandelt werden. Ich stecke den Kopf aus der Dusche. Wie wäre es, wenn ich das Zimmermädchen-Outfit trage und du die Pagenuniform? Du hast also doch eine verruchte Seite. Er küsst mich ein letztes Mal und verlässt das Badezimmer. Ich fülle deinen Kaffee in einen To-go-Becher. Du behandelst mich wie eine Prinzessin, rufe ich ihm lächelnd hinterher. Schnell wasche ich meinen Körper und meine Haare. Zwanzig Minuten später bin ich fertig. Mein Haar ist noch leicht feucht. Sobald ich bei der Arbeit bin, werde ich es einfach zu einem Dutt zusammenfassen. Fertig angezogen komme ich aus dem Schlafzimmer, schnappe mir meine Jacke und schlüpfe in meine Schuhe. Wyatt hält meinen Kaffeebecher in der einen Hand. In der anderen einen Müsli-Riegel. Ich bin wohl der Taugenichts von uns beiden. Ich nehme den Kaffee entgegen und greife nach meiner Handtasche und den Schlüsseln. Dafür bist du heute meine Chauffeurin. Eine Hand wäscht die andere. Er öffnet mir die Tür. Gemeinsam gehen wir die drei Stockwerke herunter und verlassen das Gebäude. Es ist schön, wieder einen Partner zu haben. Obwohl ich mutig genug bin, um mit beiden Füßen in diese Beziehung zu springen, frage ich mich trotzdem, was die Zukunft für uns bereithält. Ich schließe das Auto auf und eile auf die Beifahrerseite, um ihm die Tür zu öffnen. Wir wollen mal nicht übertreiben. Er streckt die Hand aus, damit ich ihm die Schlüssel gebe. Komm schon, ist doch lustig. Nicht heute, an meinem ersten Tag. Er nimmt mir die Schlüssel weg und wartet darauf, dass ich einsteige. Als ich zögere, wirft er einen Blick auf seine Armbanduhr. Du musst dich in 15 Minuten einstempeln, sonst gibt's Ärger. Ich verdrehe die Augen und steige ein. Ich muss die Tatsache, dass ich jetzt mit Wyatt zusammen bin, erst einmal sacken lassen. Zwischen uns hat sich nichts verändert, außer dass ich ihn jetzt küssen, ihn berühren und mit ihm schlafen darf. All die schönen Dinge eben. Wir fahren vom Parkplatz. Er greift zu mir herüber und legt die Hand auf mein Knie. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste. Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde, als ich das Hotel verkauft habe. Trotzdem ist es schwer. Ich wollte Sie niemals hinters Licht führen. Aber Wyatt hätte sich kein ehrliches Bild von Glacier Point machen können, wenn Sie gewusst hätten, wer er wirklich ist. Alle Mitarbeiter haben sich im Privatbereich des Restaurants versammelt. Die Mittagszeit ist vorbei, im Moment ist es ruhig. Mr. Clayton verabschiedet sich und Wyatt stellt sich als neuer Manager vor, der auch den neuen Besitzer repräsentiert. Reagan stößt mich mit dem Ellbogen an. Was, flüstere ich, wir müssen reden. Ich habe es erst kurz vor dir erfahren. Tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe. Ich präsentiere Ihnen also nun Wyatt Whitmore. Wyatt steht auf und schüttelt Mr. Clayton die Hand. Meine Güte, er ist so heiß, wenn er so professionell wirkt und die Führung übernimmt. Ich bin nicht sauer, flüstert Reagan. Aber verstößt es nicht gegen die Regeln, sich auf Mitarbeiter einzulassen? Sie hebt die Augenbrauen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Reagan das neue Mitarbeiterhandbuch gelesen hat. Als ich eine braue Hebe zog sie mit den Schultern. Ich habe viel Zeit, wenn ich an Mams Bett sitze. Ich weiß noch nicht, was der Plan ist. Ich meine, ich habe letztes Wochenende seinen Dad kennengelernt, also ich beiße mir auf die Innenseite meiner Wange. Er hat ja in seiner Pagenuniform schon heiß ausgesehen, aber in diesem Anzug? Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Reagan himmelt ihn regelrecht an. Devin kommt herein und setzt sich drei Stühle neben uns. Drei Stühle weiter sitzt auch ein ziemlich heißer Kerl. Ich stoße sie mit der Schulter an. Vielen Dank, Mr. Clayton. Whitmer Hotels fühlt sich geehrt, die Führung des Glacier Points für die kommenden 50 Jahre übernehmen zu dürfen. Mr. Clayton lächelt und Mrs. Clayton ergreift seine Hand. Ihre Liebe ist so groß, dass Sie dafür das Hotel aufgeben und die Stadt verlassen, in der Sie ihr ganzes Leben verbracht haben. Ich bin mit Devin ausgegangen und weißt du was? fragt Reagan. Was? Ich lächle. Wir sind im Pflegeheim gelandet. Mom hat einer der Krankenschwestern gesagt, sie habe ein Messer unter ihrer Matratze versteckt und würde es benutzen, sobald sie wieder das Licht einschalte. Ich muss lachen. Wyatt wirft mir einen Blick zu. Scheiße. Jetzt kriege ich Ärger. Ja, genau. Vielleicht versohlt er dir nachher in seinem Büro den Hintern. Reagan sieht mich nicht an. Ich frage mich, ob sie denkt, mit Wyatt zusammen zu sein, würde mir irgendwelche Vorteile verschaffen, abgesehen von Orgasmen. Ich glaube, sie sieht zu viele von diesen Gefängnis-Reality-Shows. Sie fährt einfach fort, als wäre nichts gewesen. Zum Glück hat sie Devin für einen Wärter gehalten und sich beruhigt. Wie peinlich. Sie schlägt die Hand vors Gesicht. Als ich zu Devin hinüberspähe, sehe ich, wie er sie beobachtet. Ich stoße sie an. Ich glaube, das hat nichts an seinen Gefühlen für dich geändert. Sie sieht zu ihm und lächelt ihn an. Seit ich ihn im Auto besprungen habe, als er mich nach Hause gebracht hat, bin ich sicher, er will ein zweites Date. Was? Brooklyn und Reagan, sagt Wyatt und unsere Blicke schnell nach vorn. Wären sie so nett und würden ihre Unterhaltung erst fortführen, wenn ich fertig bin? Sorry, murmeln wir. Jetzt haben wir den Boss verärgert, flüstert Reagan. Sei bloß vorsichtig. Vielleicht will er dich bestrafen, indem er dich an seinen Bettpfosten fesselt. Mit offenem Mund starre ich sie an. Wie ich bereits sagte, Whitmore Hotels freut sich, Glacier Point übernehmen zu dürfen. Ich hoffe, wir stehen auch in Zukunft alle zusammen und setzen uns zum gemeinsamen Ziel, das Hotel zu Alaskas Nummer 1 zu machen. Das wird Ihnen und ganz Lake Starlight zugutekommen. Ich werde noch eine ganze Weile hier sein. Bitte kommen Sie zu mir, falls Sie Fragen oder Sorgen haben. Jede Veränderung werden wir langsam herbeiführen und zuerst testen, bevor wir sie dauerhaft übernehmen. Dann sieht er mich an. Noch eine Sache, bevor Sie gehen. Ich weiß Transparenz sehr zu schätzen. Und ich kenne bereits den Buzzwheel-Blog. Ich weiß, dass Sie meine wahre Identität gelüftet haben. Und dass auch eine Mitarbeiterin des Glacier Points in die Geschichte involviert ist. Mein Privatleben ist aber genau das. Privat. Ich hoffe, damit sind alle Diskussionen zu diesem Thema beendet. Ist er verrückt geworden? Warum schneidet er das Thema überhaupt an? Der gesamte Raum schweigt. Mir entgeht nicht, dass alle meinem Blick ausweichen. Lächelnd klatscht Wyatt in die Hände. Das wäre dann alles. Meine Tür steht jederzeit offen. Es sei denn, Brooklyn ist gerade drin, bemerkt jemand hinter mir und kichert. Meine Wangen beginnen zu glühen. Ich werfe einen Blick nach hinten. Es ist Neil. Wir stehen auf, um uns wieder an die Arbeit zu machen. Regan wird von Devon aufgehalten, also werde ich wohl allein mit den Suiten beginnen. Während ich auf den Aufzug warte, wird mir schnell klar, dass sich die Dynamik hier verändern wird, jetzt, da ich mit dem Sohn des neuen Hotelbesitzers zusammen bin. Die Türen gleiten auf, zum Glück ist der Aufzug komplett leer. Wahrscheinlich werden die anderen Mitarbeiter noch eine Weile herumstehen und quatschen, bis sie dazu aufgefordert werden, weiterzuarbeiten. Doch dann betritt Wyatts große Gestalt die Kabine, und die Türen schließen sich hinter ihm. Wie war ich? fragt er und kesselt mich ein. Ich glaube, ich kann nie wieder Aufzug fahren, ohne dabei an dich zu denken. Willst du mir damit sagen, dass ich die erste Frau war, die du je in einem Aufzug geküsst hast? Lachend senkt er den Kopf und küsst meinen Hals. Die erste und einzige. Wir sind bei der Arbeit, das geht nicht. Ich befreie mich aus seinem Griff und trete beiseite. Was entgeht mir gerade? Er verschränkt die Arme vor der Brust und lehnt sich gegen die Wand. Dass ich das Mädchen bin. Mein Mädchen. Ich lächle säuerlich. Netter Spruch. Er grinst. Okay, was ist los? Bist du sauer, weil ich unsere Beziehung erwähnt habe? Ich zocke mit den Schultern. Es geht eher darum, dass die Leute bereits über uns reden. Und? Sie denken, du würdest mich bevorzugt behandeln. Dabei ist heute der erste Tag. Als sich die Türen öffnen, stürme ich aus dem Aufzug. Er folgt mir, doch ich lege die Hand auf seine Brust. Gib mir ein bisschen Zeit. Nein, ich will darüber reden. Ich habe dich den ganzen Tag vermisst. Ich senke die Hand. Am liebsten würde ich mich mit ihm in ein leeres Zimmer zurückziehen. Aber ich bleibe stark. Ich weiß nicht. Gib ihnen ein wenig Zeit. Wir werden ihnen beweisen, dass sie Unrecht haben. Er tritt näher. Ich halte ihn nicht auf, denn ich will nicht länger gegen ihn ankämpfen. Mein Körper will ihn. Mein Herz will ihn. Mein Kopf will ihn. Er schlingt die Arme um mich und drückt mich gegen die Wand. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich warte schon darauf, dass mich mein Dad darauf anspricht, weil es gegen die Regeln verstößt. Aber glaub mir, ich werde mich nur außerhalb der Arbeitszeiten um deine Bedürfnisse kümmern. Du bist so ein Süßholz-Raspler. Er blickt nach links und rechts und sieht dann wieder mich an. Kriege ich einen Kuss? Aber beeil dich. Er senkt den Kopf. Was dich angeht, hasse ich es, mich beeilen zu müssen. Dann drückt er den Mund auf meinen. Als der Aufzug klingelt, schiebe ich ihn schnell von mir. Regan steigt aus. Als sie uns entdeckt, hält sie sich die Hand wie Scheuklappen vor die Augen. Ich habe nichts gesehen. Ich sehe Wyatt flehend an. Versteht er mich jetzt? Für ihn ist es einfach. Schließlich ist er der Boss. Geh jetzt, sagte er und drückt den Knopf des Aufzugs. Und heute Abend gehen wir aus. Deal. Ich gebe ihm noch einen flüchtigen Kuss auf die Wange, bevor ich lossprinte, um Regan einzuholen. Hinter mir klingelt der Aufzug, doch ich widerstehe dem Drang, noch einmal zurückzublicken. Regan! Ich packe sie am Ellbogen und sie verlangsamt ihren Schritt. Du musst deinen Freund nicht für mich stehen lassen. Würdest du das bitte lassen? Sie hebt eine Augenbraue und biegt um die Ecke. Wovon redest du? Könntest du aufhören, die ganze Zeit davon zu reden, dass Wyatt und ich jetzt zusammen sind und ich eine Sonderbehandlung bekomme? Wir befüllen unsere Wagen mit frischen Handtüchern. Wo ist da der Spaß, wenn du mit dem Boss zusammen bist und ich nicht mal Witze darüber machen kann? Sie wendet sich den Hygieneartikeln zu und schnappt sich ein paar Flaschen meines Lavendelöls von meinem Wagen. Ich habe die Suiten im Obergeschoss. Wir pimpen jetzt dein Business. Vielleicht bin ich geradezu empfindlich und reagiere über. Dann denkst du jetzt nicht schlecht von mir? Sie lacht. Weil du mit einem heißen Feger schläfst? Rede mit mir, Mädchen! Als mich die Erkenntnis trifft, halte ich inne. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit im Auge des Sturms gewesen zu sein. Bisher war es ruhig und still und ich habe die Zeit mit Wyatt genossen. Aber um uns herum tobt ein Orkan. Wir können uns nicht für immer in dessen Mitte verstecken. Willst du wissen, was ich denke? Fragt sie, stellt sich neben mich und legt die Hand auf meine Schulter. Doch sie wartet nicht mal auf meine Antwort. Brooklyn Bailey macht sich wie immer zu viele Gedanken darüber, was andere über sie denken, statt sich zu fragen, was sie will. Nein, ich meine, ich bin deine Freundin, Brooklyn. Es ist mein gutes Recht, mich darüber lustig zu machen, dass du mit dem Boss zusammen bist. Ich darf Anspielungen auf geschlossene Türen und Quickies im Treppenhaus machen, aber ich verurteile dich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf dich, weil du dir endlich das nimmst, was du willst. Und falls die anderen Arschlöcher hier irgendwas sagen, dann erzähl es mir. Dann trete ich ihnen in den Hintern. Sie legt den Arm um meine Schultern und drückt mich an sich. Hab einfach Spaß und genießt das zwischen euch. Was auch immer es ist. Danke. Ich lächle. Jetzt geht es mir besser. Und? Was wirst du jetzt machen? Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. Okay, sprich mir nach. Regan. Sie hebt die Hand zum Schwur. Als ich es ihr nicht gleich tue, spricht sie an meiner Stelle. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich meine neue Beziehung zu Wyatt voller Freude erkunden werde. Dann wartet sie. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich meine neue Beziehung zu Wyatt voller Freude erkunden werde. Und ich werde nicht auf die Meinung anderer hören. Ich werde nicht auf die Meinung anderer hören, wiederhole ich. Es ist mir egal, ob Buzzwheel über uns berichtet. Als ich kurz zögere, funkelt sie mich böse an. Es ist mir egal, ob Buzzwheel über uns berichtet. Ich werde mich nicht in leere Zimmer schleichen, um Sex mit meinem Freund zu haben. Regan, sie lacht. Einen Versuch war es wert. Nutze ruhig die ganzen leeren Betten. Dann küsst sie meine Schläfe und geht zurück zu ihrem Wagen. Aber nicht in den Zimmern, die ich putzen muss. Jetzt müssen wir beide lachen. Wie immer schafft es Regan auch diesmal, dass es mir besser geht. Inzwischen sind drei Wochen vergangen. Während die Temperaturen in Alaska sinken, wird meine Beziehung zu Brooklyn immer heißer. Die meiste Zeit sind wir bei ihr, außer wenn ich sie zu mir zum Dinner einlade. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, gehen wir uns im Hotel so gut es geht aus dem Weg. Sie macht sich immer noch ein wenig Sorgen darum, was andere über sie denken könnten. Danvers' Bein heilt langsam. Nachdem er ein Fernsehinterview gegeben hat, ist sein Bekanntheitsgrad noch weiter gestiegen, denn sein Passagier war irgendein Promi aus Los Angeles. Ich stelle die Kiste vor Brooklands Wohnungstür und klopfe. Ich hoffe, sie knallt mir nicht die Tür vor der Nase zu. Wir kennen uns zwar noch nicht ewig, aber ich glaube, mit meinem Geschenk werde ich einen Volltreffer landen. Weil ich ihre Reaktion sehen will, lehne ich mich gegen die gegenüberliegende Wand und warte. In ihrer Schürze öffnet sie die Tür. Ich wusste, ich habe Kokosnuss gerochen. Es ist mir schwer gefallen, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, warum ich sie an unserem freien Tag allein lassen muss. Aber ich bin froh, dass sie die Zeit dafür genutzt hat, um Öle herzustellen. Warum stehst du dort drüben? Sie sieht mich amüsiert an. Ich deute zu Boden. Ihr Blick wandert nach unten und sofort wieder zu mir. Ist es so, wenn man Kinder hat, deren Augen am Weihnachtsmorgen leuchten? Oh mein Gott! Sie geht in die Hocke und streichelt dem kleinen Welpen den Kopf. Für mich? Ich nicke. Aber Joel! Ihre Frage hindert sie nicht daran, sich im Schneidersitz auf den Boden zu setzen und den Welpen aus der Kiste zu heben. Alles in Ordnung. Ich habe es zuerst mit ihm abgeklärt. Da er strikt gegen Haustiere ist, war es beinahe unmöglich, ihn umzustimmen. Aber ich habe eine Kaution hinterlegt und versichert, dass ich für alle Schäden aufkommen werde. Sie küsst den flauschigen Welpen, dessen Ohren viel zu riesig sind für seine Größe. Das ist das beste Geschenk, was ich je bekommen habe. Sie steht auf, klemmt sich den Welpen unter den Arm und kommt auf mich zu. Sie drückt ihre Lippen auf meine. Und ich lege die Hand in ihren Nacken und intensiviere unseren Kuss. Sie seufzt. Der Welpe jault und windet sich in ihrem Arm. Damit eines klar ist. Falls sich der Hund als Liebestöter entpuppt, haben wir ein Problem. Sie kichert und küsst mich noch einmal, bevor sie ihr Gesicht an den Welpen schmiegt. Wir müssen unbedingt einkaufen gehen. Und du brauchst einen Namen. Sie verschwindet in ihrem Apartment. Ich folge ihr und hebe die Kiste auf, die ich von Holly bekommen habe. Es ist der erste Welpe, der Daisy und Miles verlassen hat. Aber ich glaube, es gibt Holly ein besseres Gefühl zu wissen, dass der kleine Kerl von nun an bei Brooklyn leben wird. Sie hält den Welpen hoch und kontrolliert die Unterseite. Junge! Ich hoffe, das ist okay, dass es kein Mädchen ist. Holly meinte, er sei perfekt für dich. Mit dem Hund im Arm kommt sie auf mich zu und küsst mich auf die Wange. Zum Glück mag ich Jungs. Ich sehe mich um. Du meinst einen Jungen, richtig? Kopfschüttelnd reicht sie mir den Hund. Lass mich noch schnell die Ladung fertig machen. Dann gehen wir Sachen für ihn shoppen. Ähm, Wyatt? Wyatt, sagt sie, als sie wieder hinterm Küchentresen steht. Ja? Nimm den Kleinen in den Arm. Erst jetzt merke ich, dass ich ihn mit ausgestreckten Armen halte. Ich hatte noch nie ein Haustier. Sie kichert. Nun ja, jetzt schon. Lass uns einen Namen aussuchen. Sie wischt sich die Hände, nimmt mir den Welpen ab und wartet, bis ich mich gesetzt habe, bevor sie ihn mir direkt wieder auf den Schoß setzt. Bitteschön. Dann nimmt sie meine Hand, legt sie auf seinen Kopf und streichelt ihn immer wieder von oben bis unten in Wuchsrichtung, bis ich die Bewegung selbstständig durchführe. Zurück in der Küche blickt sie über die Schulter, um sicher zu gehen, dass ich nicht aufgehört habe. Das kleine Fellknäuel lässt sich auf meinen Schoß plumpsen und schiebt die Schnauze zwischen meinen Arm und meinen Körper. Welcher Name würde dir denn gefallen, frage ich. Mauka? Ich schüttle den Kopf. Zu mädchenhaft. Macho? Sie lacht. Wie wäre es mit Jack oder Rocky? Ace. Sie wäscht sich die Hände, zieht die Schurze aus, kommt zu mir und kniet sich vor mich. Wie willst du heißen, kleiner Mann? Du solltest entscheiden. Er gehört dir. Er sitzt immer noch auf meinem Schoß, während Brooklyn ihn streichelt. Ich will, dass wir zusammen einen Namen aussuchen. Das Wort zusammen versetzt mir einen Stich ins Herz. Ich könnte schon in ein paar Monaten weg sein. Bisher habe ich es aufgeschoben, meinem Dad den Abschlussbericht zu schicken, denn sobald ich das getan habe, erwartet er mich zurück in New York. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir tun werden. Jeff war nicht genug für sie, um nach San Francisco zu gehen. Wie kann ich dann bitte genug sein, damit sie mich nach New York begleitet? Lass uns zuerst zur Tierhandlung fahren. Vielleicht fällt uns dann etwas ein, schlage ich vor. Sie nimmt den Hund und ich stehe auf, um meinen Mantel zu holen. Die Gedanken an unsere Zukunft lassen mich nachts nicht mehr schlafen. Ich würde das Thema gerne ansprechen, will Brooklyn aber nicht stressen. Oh! ruft sie und der Kleine erschreckt sich. Das habe ich ganz vergessen. Sie greift nach einem Briefumschlag. Rate mal, was ich dank des Online-Verkaufs bezahlen konnte. Sie wedelt mit dem Kuvert vor meiner Nase herum. Ich nehme es ihr weg und sehe Joels Namen auf dem Umschlag. Ich denke kurz nach. Morgen beginnt ein neuer Monat. Miete? Sie strahlt über beide Ohren. Ich kann es gar nicht glauben. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Sie setzt den Welpen in die Kiste, schlingt die Arme um meine Taille und blickt zu mir auf. Dann streichelt sie meinen Hinterkopf. Danke. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Es ist allein dein Verdienst. Ich habe dir nur mit der Werbung geholfen. Aber es sind deine Produkte, Brooklyn. Und die Leute werden sie immer wieder kaufen wollen. Ich gebe ihr einen leichten Kuss auf den Mund. Mein Herz platzt beinahe vor Liebe für diese Frau. Dich hat der Himmel geschickt. Sie drückt mich fest und ich halte sie eng umschlungen. Dieser Moment soll niemals enden. Das könnte ich auch sagen, erwidere ich mit erstickter Stimme. Sie zieht den Kopf zurück, lächelt mich an und drückt mich erneut. Ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam durch den Sturm, der sich allmählich zusammenbraut. Komm, lass uns für den kleinen Kerl Sachen kaufen gehen, sagt sie. Sie lässt mich los, doch ich gebe ihr noch schnell einen letzten Kuss, bevor sie mir entwischt. Wir fahren in die kleine Innenstadt zur Bark Avenue, einer Seitenstraße der Main Street. Als wir aus dem Laden kommen, hat der Hund zwar noch keinen Namen, dafür aber ein Körbchen, eine Leine, ein blaues Halsband, Futterschüsseln, Leckerlis und noch alle möglichen anderen Hundesachen im Wert von 300 Dollar. Ich habe alles bezahlt, denn ich kann ihr nicht so ein Geschenk machen und sie dann für die Kosten selbst aufkommen lassen. Ich hätte nur nie gedacht, dass die Grundausstattung so teuer sein würde. Lass uns eine Runde Gassi gehen, schlägt Brooklyn vor, geht neben dem Auto in die Hocke und legt ihm das Halsband um. Klar, ich verstaue die Einkäufe im Kofferraum, reiche ihr die Leine und befestige an deren Ende eine kleine Box mit Kotbeuteln. Ich wusste nicht, dass Hunde so viel Zeug brauchen. Brooklyn steht auf und macht zwei Schritte, doch der Welpe bewegt sich kein Stück. Sie geht zurück, streichelt ihn und bedeutet ihm, mit einer Kopfbewegung ihr zu folgen. Ich setze mich auf die Motorhaube. Euch zuzusehen wird sicher lustig. Sie sieht mich ausdruckslos an. Danke für deine Hilfe, sagt sie trocken. Ich kann dir jedes Mal in den Ausschnitt glotzen, wenn du dich herunterbeugst. Wieder beobachte ich, wie ihr T-Shirt herunterhängt. Ich liebe diesen roten BH. Nur damit du's weißt. Wenn du ihn sehen kannst, können ihn auch alle anderen sehen. Willst du, dass ich mich weiter herunterbeuge? fragt sie mit gehobenen Augenbrauen. Ich springe von der Motorhaube. Punkt für dich, dachte ich mir. Sie steht auf und macht einen Schritt. Ich stoße den Hund ein wenig, damit er ihr folgt. Doch er bohrt nur die Pfoten in den Asphalt und weigert sich. Haben wir den einzigen Hund abbekommen, der nicht Gassi gehen will? fragt sie. Doch ich kann mich nur auf das Wir im Satz konzentrieren. Ihr habt einen von den Welpen genommen? Ich blicke zur Seite. Colton kommt mit einer Limonade in der Hand auf uns zu. Wyatt hat mich überrascht. Brooklyn umarmt ihn zur Begrüßung. Wie kommt's, dass er nicht an der Leine laufen will? Lachend streckt Colton die Hand nach der Leine aus, hebt den Welpen hoch und drückt ihn Brooklyn in die Arme. Du musst ihm zuerst beibringen, dir zu folgen. Aber ich wollte einen Spaziergang machen. Er nimmt einen Schluck von seiner Limo. Kannst du doch. Trag ihn einfach. Brooklyn zieht die Mundwinkel nach unten. Ich dachte, wir wollten uns im Fitnessstudio treffen. Juno kommt auf uns zu. Was ist los? Wer ist das? Sie deutet auf den Hund. Wyatt hat Brooklyn einen von den Welpen geschenkt, erklärt Colton. Oh, wie schön. Wirst du eine von diesen Hundebesitzerinnen, die ihren Hund die ganze Zeit herumtragen? Sie inspiziert den Welpen genauer. Sie hat mich noch kein einziges Mal angesehen. So ist es, seit wir aus New York zurückgekommen sind und Juno herausgefunden hat, wer ich wirklich bin. Man könnte meinen, ich hätte ihr irgendwas getan, wenn man bedenkt, dass sie vorher in meinem Team war, bis sie meinen wahren Namen erfahren hat. Jetzt ist sie die Einzige, die nicht im Wyatt und Brooklyn für immer Club ist. Nein, aber laut Arzt, Brooklyn wirft Colton einen Blick zu, sollen wir ihn erst an die Leine nehmen, wenn er sich damit wohlfühlt? Ich bin kein Arzt. Juno legt die Hand auf Coltons Schulter. Aber in ein paar Jahren. Dann sieht sie Brooklyn an. Ich wollte dir damit nur sagen, dass du ihn nicht wie ein Baby behandeln sollst. Wir sollten jetzt los. Colton streichelt den Welpen nochmal. Süßes Kerlchen. Tschüss, Leute. Juno winkt, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Was ist mit deiner Schwester los? Sie scheint... Brooklyn winkt ab. Das ist ihr Problem. Sie geht los, also folge ich ihr und stopfe die Leine in meine Hosentasche. Was hat sie? Sie denkt, du könntest mich nur benutzen. Sie zuckt mit den Schultern. Tu ich nicht. Ich weiß. Ich finde es toll, dass mich Brooklyn verteidigt, aber es gefällt mir nicht, dass ihre Schwester so schlecht von mir denkt. Ich werde mit ihr sprechen. Nicht nötig. Sie wird sich schon wieder einkriegen. Schweigend gehen wir nebeneinander her. Als Brooklands Arme schwer werden, übernehme ich den Welpen. Während wir die Einkaufsstraße entlang gehen, werden wir immer wieder freundlich gegrüßt. Scheint was Ernstes zu sein zwischen euch. Ihr habt sogar einen Hund adoptiert? fragt Jack, Austins bester Freund, als wir an seinem Haushaltswarenladen vorbeikommen. Hey, ihr zwei! Was für ein niedliches Kerlchen! Dann begrüßt uns Hollys Mom Karen, die vor Lard Have Mercy ein Plakat für einen Bingo-Abend im Kriegsveteranentrefferns Fenster klebt. Holly wollte, dass ich auch einen nehme, aber ich habe ihr gesagt, dass es im Moment einfach nicht geht. Aber ich bin froh, dass ihr einen genommen habt. Lächelnd streichelt sie seinen Kopf, bevor sie wieder hineingeht. Während wir weiter durch die Innenstadt schlendern, fällt mir immer mehr auf, wie viele Leute ich inzwischen kenne und sie mich. Ich glaube, in New York würde mich nicht mal die Barista im Café an der Ecke erkennen. Verdammt! Sogar dem Sicherheitsmann im Firmengebäude von Whitmore Hotels musste ich meinen Ausweis zeigen, weil ich meinen Anstecker zu Hause vergessen hatte. Und den Typen sehe ich jeden Tag. Ich habe ihm zu Weihnachten sogar Tickets für Hamilton geschenkt. Wisst ihr, wie schwer die zu bekommen sind? Wir setzen uns auf eine Bank am See, der flauschige Kerl zwischen uns. Er ist zu ruhig, beängstigend ruhig, bemerkt Brooklyn. Wahrscheinlich versucht er gerade, alles zu verarbeiten. Was hältst du von Gizmo? Du weißt schon, von den Gremlins. Den habe ich nie gesehen. Ihr fällt die Kinnlade herunter. Unmöglich! Mein Dad hat uns jedes Jahr an Weihnachten dazu gezwungen, mit ihm den Film zu schauen. Meine Mom fand immer, er sei viel zu gruselig. Vor allem, bevor sich ein Mann im roten Kostüm in unser Haus schleicht und Geschenke verteilt. Aber für diejenigen von uns, die alt genug waren, war es eine Tradition. Sie seufzt. Kingston und die Zwillinge haben ihn nie zusammen mit unseren Eltern gesehen, denn die Regel lautete, dass man mindestens elf sein musste. Austin hat die Tradition aufrechterhalten, aber es war einfach nicht mehr dasselbe. Jedenfalls habe ich meine Eltern um einen Gizmo angebettelt. Sie nimmt den Welpen auf den Arm und sagt in Babysprache, Du siehst genau aus wie Gizmo. Dann ist es beschlossene Sache. Keine Widerworte? Wie kann ich da widersprechen? Er gehört ihr. Sie küsst mich und legt den Kopf auf meine Schulter. Danke. Wir blicken hinaus auf den See und die Berge im Hintergrund. Ich bin überrascht von der Schönheit Lake Starlights und der Tatsache, dass ich meine Zeit hier so genieße. Gerade als es kühler wird und ich vorschlagen will, zurück zum Auto zu gehen, vibriert das Handy in meiner Hosentasche. Brooklyn setzt sich auf und ich kramme das Smartphone hervor. Mein Dad, murmle ich, bevor ich mit dem Daumen über das Display wische. Hey Dad. Deine Mutter und ich fliegen morgen früh nach Alaska. Wir wollen eine Suite. Und ich hoffe, alles, was ich brauche, liegt bereit. Ich weiß, dass du die Sache hinauszögerst, aber das hat jetzt ein Ende. Und ich habe dir gesagt, dass du das Wort Hey aus deinem Vokabular streichen sollst. Ich sehe Brooklyn an. Vor ihr will ich mich jetzt nicht mit meinem Dad streiten. Na schön. Ich werde alle Vorkehrungen treffen. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich lege auf und stecke das Handy zurück in die Hosentasche. Meine Eltern kommen. Es ist mal wieder soweit. Nachdem Wyatt's Dad gestern Abend angerufen hat, hat er Gizmo und mich nach Hause gebracht. Er meinte, er müsse nochmal ins Glacier Point gehen, um Papierkram zu erledigen und sicherzustellen, dass eine Suite frei ist. Wir wollten Gizmo noch nicht allein lassen, also bin ich mit ihm zu Hause geblieben. Jedes Mal, wenn irgendwas mit seinem Dad ist, gerät Wyatt in Panik. Dann ist er überhaupt nicht mehr der Mann, mit dem ich jede freie Minute verbringen will. Heute habe ich keine Lust zur Arbeit zu gehen und seinen Dad in meiner Zimmermädchenuniform zu begrüßen. Ich sehe schon jetzt seinen missbilligenden Gesichtsausdruck vor mir. Ich gehe durch die Drehtür und betrete die Lobby. Guten Morgen, Brooklyn, sagt Mac und winkt mich zu sich an die Rezeption. Wyatt's Vater ist hier. Ich weiß. Er schlägt die Hand vors Gesicht. Natürlich weißt du es. Hey, Glückwunsch zum Hund. Großer Schritt. Danke. Im Weggehen werfe ich einen Blick zurück und frage mich, woher er das weiß. Wyatt war mit Sicherheit zu sehr mit der Ankunft seines Dads beschäftigt, um ihm davon zu erzählen. Buzzwheel, erklärt Mac. Jemand hat ein Foto von euch auf der Main Street gemacht. Ich nicke. Natürlich. Mittlerweile habe ich mein abendliches Ritual aufgegeben. Wahrscheinlich, weil ich vorm Altar stehen gelassen wurde. Aber ich muss unbedingt wieder anfangen, Buzzwheel regelmäßig zu lesen, denn ich will wissen, was sie über Wyatt und mich schreiben. Brooklyn. Mein Blick wandert zur kunstvollen Wendel-Treppe, die in die Lobby führt. Und da steht Eva Whitmore, die wie verrückt winkt. Nicht weglaufen. Die Mutter, bemerkt Mac. Eva kommt die Treppe herab. Sie trägt einen hübschen marineblauen Hosenanzug, dazu High Heels. Ihr Haar ist zu einem perfekten Bob gestylt, der genau auf ihren Schultern aufliegt. Wie geht's dir, Schätzchen? Sie schlingt die Arme um meine Schultern. Gut. Ich starre Mac über ihre Schulter an, während er die Szene verwundert beobachtet. Hi, Mrs. Whitmore. Sie lässt mich los und lächelt. Eva. Okay. Sag es. Das passiert gerade nicht wirklich. Eva. Ihr Lächeln wird noch breiter. Großartig. Dann klatscht sie in die Hände und lehnt sich weiter zu mir. Ich habe Wyatt gesagt, er solle dir heute freigeben, damit du mir eure süße kleine Stadt zeigen kannst. Wir sind schon die Main Street entlang gefahren. Einfach entzückend. Wenn es schneien würde, wäre es wie in einer Schneekugel. Je mehr sie redet, desto größer wird ihre Begeisterung. Aber du kennst Wyatt ja. Er meinte, damit seist du nicht einverstanden. Das stimmt, ich werde hier gebraucht. Aber morgen habe ich frei. Perfekt. Sie lächelt. Ich habe das Fläschchen mit dem Lavendelöl neben meinem Bett gesehen. Ist das von dir? Ich zucke mit den Schultern. Sorry. Warum? Ich werde es benutzen, wenn ich später ein Nickerchen mache. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich weiß, aber Mr. Whitmore, hör auf mit den ganzen Förmlichkeiten. Abe wird es nicht mal bemerken. Glaub mir. Aber eine Freundin von mir will wissen, was du Wyatt gegen seine Kopfschmerzen gegeben hast. Ich lächle höflich und lehne mich weiter zu ihr. Ich arbeite hier. Ich kann sie nicht Eva und Abe nennen, wenn ich hier bin. Sie streichelt meinen Arm. Ich verstehe. Sie sieht sich um und bemerkt, dass uns alle beobachten, während sie so tun, als wären sie mit anderen Dingen beschäftigt. Wie wäre es, wenn wir zusammen zum Mittagessen? Wyatt wird den ganzen Tag mit Abe verbringen. Du kannst gern noch eine Kollegin mitbringen, wenn du willst. Das ist sehr nett, aber... Bitte. Wir können hier im Hotelrestaurant essen. Wir hatten so wenig Zeit bei der Hochzeit. Ich habe gesehen, dass es deinem Bruder wieder besser geht. Ach ja? Er war in den Nachrichten. Als ich im Internet nach Lake Starlight gesucht habe, habe ich diesen niedlichen Block entdeckt. Ähm, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das soll wohl ein Scherz sein. Lake Starlight Buzzwheel? Ja, grinsend deutet sie auf mich, als wollte sie Bingo rufen. Kurz schließe ich die Augen und hole tief Luft, um mich zu beruhigen. Sie haben geschrieben, er sei jetzt in Reha. Jedes Mal, wenn ich nachsehe, ist da mindestens ein Artikel über deine Familie. Ich habe gesehen, dass dein anderer Bruder ein Restaurant eröffnet. Und es war schön, Wyatt so glücklich zu sehen, als ich gestern Abend auf der Seite war. Mein Herz klopft wie wild. Wie um alles in der Welt hat sie diesen Block gefunden. Ich sollte mich jetzt besser einstempeln. Wie wäre es mit 12.30 Uhr? Ich muss jetzt wirklich anfangen zu arbeiten und habe keine Zeit mehr, mich noch länger mit ihr zu unterhalten. Aber natürlich! Wir wollen ja nicht, dass du Ärger mit deinem Boss bekommst. Sie zwinkert und winkt, während ich durch die Tür mit der Aufschrift zutritt, nur für Mitarbeiter verschwinde. In der Umkleide will ich gerade meine Uniform aus dem Spind holen, als ich auf der anderen Seite der Wand eine hitzige Unterhaltung höre. Ich verstehe zwar nichts, aber Wyatts Stimme ist die lautere von beiden. Ich verziehe das Gesicht zu einer Grimasse. Anscheinend läuft es nicht gerade gut mit seinem Dad. Nachdem ich mich umgezogen habe, gehe ich hinauf in den Housekeeping-Bereich und muss daran denken, wie unangenehmes Molly sein wird, mich und Mrs. Whitmore nachher zu bedienen. Und will ich sie wirklich durch Lake Starlight führen, wo ihr jeder meine ganze Lebensgeschichte erzählen wird? Nein, nicht wirklich. Oben angekommen hat Dragon ihren Wagen bereits befüllt. Ich habe gehört, die Schwiegereltern seien in der Stadt, sagt sie. Ich schüttle den Kopf und rate mal, wir haben mittags ein Date. Ich hab's dir gesagt, ich stehe nicht auf Dreier. Außerdem ist Devin bestimmt beleidigt, wenn wir ihn nicht einladen. Danke, Regan. Mrs. Whitmore will mit mir essen und du kommst mit, damit die Leute nicht schlecht über mich reden und mich mit Blicken durchbohren. Sie schüttelt den Kopf. Erinnerst du dich denn nicht mehr an deinen Schwur? Nope. Ich quetsche mich an ihr vorbei und beginne, meinen eigenen Wagen zu befüllen. Oh, ich stecke den Kopf zur Tür heraus und verteile heute nicht meine Sachen in den Zimmern. Ich will nicht, dass Mr. Whitmore wütend wird. Sie verdreht die Augen. Alles klar. Ich mache mir eine gedankliche Notiz, es später noch mal zu überprüfen. Denn Regan ist es wahrscheinlich scheißegal, was Mr. Whitmore denkt. Um zwölf Uhr fünfundzwanzig bin ich mit meinem letzten Zimmer fertig. Die restlichen Gäste checken erst später aus. Es wird also ein stressiger Nachmittag. Regan rollt ihren Wagen herein und wäscht sich die Hände. Bin fertig, Süßer. Meinst du, sie wird mich mögen? Wie kann man dich bitte nicht mögen? Lachend verlassen wir den Raum und gehen den Flur hinab. Als wir in den Aufzug steigen wollen, melden sich unsere Walkie-Talkies. Zimmerservice bitte in den Bankettsaal B, ertönt Nils Stimme. Regan und ich sehen einander an. Wir sind nicht blöd. So lief es auch, als uns gesagt wurde, dass das Hotel verkauft wird. Weißt du irgendwas? fragt sie. Nein. Ich kaue auf der Innenseite meiner Wange herum. Der Aufzug kommt im Erdgeschoss zum Stehen. Auch die anderen Abteilungen sind auf dem Weg in den Bankettsaal B. Wahrscheinlich arbeiten wir jetzt mit Notbesetzung. Ich bin gleich da. Ich will nur kurz Mrs. Whitmore Bescheid geben, dass wir es nicht schaffen. Ich halte dir einen Platz frei. Sie ergreift meine Hand und drückt sie fest. Auf dem Weg ins Restaurant erfüllt mich Furcht. Mrs. Whitmore plaudert mit Devin. Vor ihr stehen sechs Weingläser. Das ist der Pinot. Grinsend deutet er auf mich. Schnell winde ich mich zwischen den Tischen hindurch. Mrs. Whitmore, ich muss zu einem Meeting, das gerade einberufen wurde. Es tut mir leid, aber ich werde leider nicht mit Ihnen essen können. Ihr Lächeln verebbt. Oh, okay. Kein Problem. Ich mache gerade eine Weinprobe. Sie kichert. Dann aber zum Abendessen, sagt sie und richtet den Zeigefinger auf mich. Auf jeden Fall. Devins Handy klingelt. Schnell kramte es hervor, um es auf lautlos zu stellen. Keine Sorge, ich verrate dem Boss nichts, Eva lacht. Devin liest die Nachricht und wirft mir einen warnenden Blick zu, der »Geh jetzt« sagt. »Okay, muss los. Wir sehen uns dann heute Abend«, rufe ich winkend durch das leere Restaurant. Ich jogge zum Saal und schlüpfe durch die Tür. Wyatt sitzt vorn und wirft mir einen Blick zu, weil ich zu spät komme. Ich suche den Raum nach Regan ab und entschuldige mich leise bei allen, bis ich zu ihr vorgedrungen bin. Okay. Fangen wir an. Wir sprechen mit allen Mitarbeitern in zwei Runden. Sobald sie den Raum verlassen haben, werden sie wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren und dann sind die Nächsten an der Reihe. Er sieht seinen Dad an, der nickt. »Zuerst möchte ich Ihnen den Besitzer von Whitmore Hotels vorstellen, meinen Vater Abe Whitmore.« Sein Dad steht auf. Sofort wandert sein Blick zu mir. Er hat einen arroganten Gesichtsausdruck aufgesetzt. Wyatt tritt beiseite und überlässt seinem Dad das Mikrofon. Dass Wyatt seinen Vater um einige Zentimeter überragt, wird jetzt, da sie direkt nebeneinander stehen, besonders deutlich. Abgesehen davon sehen sie sich erstaunlich ähnlich. »Hallo zusammen. Wir halten die Sache kurz. Schließlich haben wir ein Hotel zu managen. Wie Sie bereits wissen, habe ich Wyatt hierher geschickt, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie das Hotel läuft. Wir haben alles analysiert. Die Zahlen, die Arbeitsstunden der Mitarbeiter, Betriebsabläufe, die Schätzung der Einnahmen. Leider wird es nicht möglich sein, endlich wieder schwarze Zahlen zu schreiben, ohne größere Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Selbst dann weiß ich nicht, ob wir es schaffen werden. Wyatt hat mich davon überzeugt, dass es viele von Ihnen in Bedrängnis bringen würde, wenn wir in einer Woche schließen. Deshalb haben wir uns auf einen Monat geeinigt. Im ganzen Saal beginnt es zu murmeln und zu flüstern. »Wusstest du das?«, fragt mich Reagan. Ich schüttle den Kopf, den Blick auf Wyatt gerichtet. »Doch er sieht mich nicht an. Er sieht gar niemanden an. Wusste er schon die ganze Zeit das Glacier Point schließen würde?« Ape hebt die Hände. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Alle werden still und sind auf den Silberstreifen am Horizont gespannt. Whitmore Hotels hat das Resort in Sunrise Bay übernommen und wird es unter dem Namen Coco Cayu Resort und Spa weiterführen. Aufgrund der Vergrößerung werden wir dort mehr Mitarbeiter brauchen. Die Vorstellungsgespräche finden in zwei Wochen statt. Dann verlässt er das Podium. Keiner stellt Fragen oder reagiert auf die Info. Das Resort in Sunrise Bay war immer unser größter Konkurrent. Aber Lex Starlight ist bei weitem die schönere Stadt. »Wyatt, willst du dem noch etwas hinzufügen?«, fragt sein Dad mit einem Blick über die Schulter. Wyatt steht auf. Noch immer vermeidet er den Blickkontakt. Er geht auf das Mikro zu. Er tut mir richtig leid, falls er wirklich nichts davon wusste. »Das war alles. Bitte sagen Sie Ihren Kollegen beim Schichtwechsel noch nichts davon. Wir hoffen, Sie in zwei Wochen bei den Vorstellungsgesprächen zu sehen. Danke.« Er tritt zurück. Sein Dad flüstert ihm etwas ins Ohr. »Wusstest du davon, Brooklyn?«, fragt Lyle vom Küchenpersonal. »Nein.«, ich schüttle den Kopf. »Ja, genau. Wahrscheinlich übernimmt sie die Leitung des Housekeeping im Coco Cayu Resort und Spa. «, mischt sich Elisha ein. »Lass sie in Ruhe. Sie ist genauso überrascht wie wir alle.«, verteidigt mich Regan. »Erzähl mal, wie es sich anfühlt, wenn du pleite bist, während sie es sich im Spa gut gehen lässt.«, sagt ein anderer. Elisha und Lyle grinsen spöttisch und gehen. Ich werfe einen Blick über die Schulter. Wyatt konzentriert sich auf das, was auch immer ihm sein Dad gerade sagt. Unauffällig verlasse ich mit Regan den Raum und frage mich, was das mit uns machen wird. Habe ich gerade meinen Job und meinen Freund verloren? Nach dem zweiten Meeting bin ich froh, dass ich meine Eltern allein im Restaurant lassen kann, um Brooklyn zu suchen. Sie ist im sechsten Stock in den Penthouses und will gerade ins nächste Zimmer gehen. »Hey!« Ich trete hinter sie und küsse ihren Nacken. Beim Arbeiten trägt sie immer einen Pferdeschwanz. Ihr Hals ist zu verlockend. Doch sie schiebt einfach den Wagen weiter. Ich habe nachgesehen. Keiner da. Doch sie ignoriert mich, bleibt vorm nächsten Zimmer stehen und öffnet die Tür. Ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht erfreut sein würde. Aber sie hat die guten Neuigkeiten noch nicht gehört. Ich kann es gar nicht erwarten, sie strahlend zu sehen. Ich folge ihr ins Zimmer. Sie geht ins Bad. »Wusstest du es?« fragt sie und sammelt die schmutzigen Handtücher vom Boden auf. »Du meinst, vor heute Morgen?« »Ja.« »Nein. Ich wusste, dass mein Dad mit meinen Vorschlägen nicht zufrieden sein würde. Aber ich dachte, er würde dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben. Ich dachte, ich könnte noch ein wenig länger bleiben. Das wäre für uns beide eine Win-Win-Situation gewesen.« Sie hebt eine Augenbraue. »Bisher habe ich es vermieden, mit Brooklyn über die finanzielle Situation des Glacier-Points zu sprechen. Mr. Clayton hat es versucht. Wirklich. Aber der Schaden war schon angerichtet, bevor Whitmore Hotels das Resort übernommen hat. Es besteht keinerlei Aussicht auf schnellen Erfolg. Ich schwöre. Feierlich hebe ich die Hand. Sie dreht sich zum Waschbecken. »Und es gibt keine andere Möglichkeit, als das Hotel zu schließen?« Mein Dad sagt nein. »Und was ist mit dir?« Sie dreht sich wieder um und sammelt die Waschlappen ein. »Stimmst du ihm zu?« »Ich fahre mir durchs Haar und setze mich auf den Rand des Luxus-Jacuzzis. Die Entscheidung liegt nicht bei mir.« »Aber was, wenn du entscheiden könntest?« Sie starrt mich an, als wollte sie mit ihren Augen Laserstrahlen abfeuern. »Ich glaube, es würde dauern. Ich weiß nicht, wie lange. Aber ich habe nichts zu sagen. Es ist nicht mein Geld, das auf dem Spiel steht.« Sie verlässt das Bad, legt die schmutzigen Handtücher auf ihren Wagen und greift nach Shampoo, Spülung und Duschgel. »Du drückst dich sehr undeutlich aus.« Sorgsam positioniert sie die Flaschen auf der Ablage. »Es ist egal, was ich denke, Brooklyn.« Ich stehe auf und lege meine Hände links und rechts neben ihrem Körper an die Wand. Sie starrt mich über den Spiegel an. Jetzt, da ich ihr so nah bin, verschwindet ihre Wut ein wenig. »Weißt du, wie viele Leute hier von ihren Jobs abhängig sind?« Ich nicke. »Seit ich letzte Woche ihre Gehaltschecks unterschrieben habe, weiß ich es. Es war eine schwierige Entscheidung. Das musst du mir glauben. Aber ich habe auch gute Neuigkeiten.« »Keine Ahnung, was du damit meinen könntest.« Ich verschränke unsere Finger, setze mich wieder auf den Wannenrand und ziehe sie zu mir. Dann nehme ich ihre Hände in meine. »Mein Dad überlässt mir die Hotelkette.« Sie lächelt, wenn auch nur zögerlich. »Glückwunsch. Ich weiß, dass es dir sehr viel bedeutet.« »Und rate, was meine erste Amtshandlung sein wird.« »Was denn?« »Ich will, dass in allen Zimmern deine Einschlaföle stehen. Und in den Suiten ein Set mit vier Ölen. Ich dachte, ich rede mal mit der Inhaberin von Earth's Potions und frage, was sie davon hält. Ihr Lächeln wird breiter. Doch es wird nicht annähernd so lange, wie ich gehofft habe. »Und von wo aus machen wir das?« Jetzt kommt der schwierige Teil. »Ich kann meinen Job nicht hier machen. Ich muss in New York sein. Und ich will, dass du mitkommst.« Sie zieht die Hände zurück und verlässt das Badezimmer. »So habe ich mir das nicht vorgestellt.« Ich folge ihr, doch sie kommt bereits mit frischen Handtüchern zurück. »Broaklyn, rede mit mir!« Sie hängt sie mit einer Präzision über den Halter, wie es nur jemand kann, der es schon tausendmal gemacht hat. »Du willst, dass ich Lake Starlight verlasse und mit dir in den Sonnenuntergang reite, während meine Freunde und Kollegen um ihre Jobs bangen?« Ich trete hinter sie, und sie hält inne. »Bitte, rede mit mir!« Langsam dreht sie sich um. Auf Tränen war ich nicht vorbereitet. Streicht das. Mit Freudentränen hätte ich gerechnet. Doch das hier sind gewiss keine. »Der Mann, der mit mir in diesem Raum steht, ist nicht der, mit dem ich nach New York ziehen würde.« Mein Kopf schnell zurück. »Was?« »Wie kannst du nur so egoistisch sein? Du bekommst deine Hotels, ich kriege mein Business. Und wir überlassen die Menschen hier einfach sich selbst? Vielleicht bekommen sie ja in der Nachbarstadt einen Job. Mir ist nicht entgangen, dass sie sich auf Jobs bewerben müssen, die sie bereits ausführen. Ich frage mich, warum du willst, dass ich mit dir nach New York ziehe. »Weil ich glaube, dass ich mich...« »Wenn du wirklich dachtest, ich wäre Feuer und Flamme für deinen Plan, kennst du mich kein bisschen.« »Ich habe dir gesagt, dass ich nicht wegziehen will. Aus diesem Grund hat mich Jeff verlassen.« »Ich schlucke schwer. Ich dachte, ich wäre vielleicht genug.« »Du klingst wie ein egoistischer Vollidiot.« Ihre Beleidigung trifft mich mit voller Wucht. Ich weiche einen Schritt zurück. »Ich habe keine Ahnung, warum du so wütend bist.« »Quiet! Ist dir denn nicht klar, was du gerade von mir verlangst?« »Doch, das ist mir klar. Aber ich dachte, du würdest das Gleiche für mich empfinden, wie ich für dich.« »Ich dachte, wir wollten uns eine Chance geben und sehen, wohin es führt.« »Du wusstest, dass mein Leben in New York ist.« Sie stemmt die Hände in die Hüften. »Und du wusstest, dass mein Leben hier ist.« »Aber ich biete dir die Möglichkeit, dein Business auszubauen.« »Die Chance, aus Earth's Potions etwas ganz Großes zu machen.« Ich werfe die Hände in die Luft. »Ich verstehe nicht, warum sie sich so aufhört, obwohl ich ihr ihren Traum auf dem Silbertablett serviere.« »Das weiß ich. Und ich finde es toll, dass du an mich denkst. Aber du verlangst von mir, meine Glacier-Point-Familie zu verlassen. Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass ich das nicht machen kann.« »Für eine Familie sind sie nicht sehr unterstützend, was unsere Beziehung angeht.« Sie verengt die Augen zu Schlitzen. »Geh zurück an die Arbeit. Ich muss meine Gedanken sortieren.« »Dann wirst du darüber nachdenken?« Sie sprüht den Spiegel ein, wischt ihn ab und sieht mich über die Reflexion an. »Ich glaube nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Aber ich muss jetzt arbeiten. Wir können uns heute Abend noch mal unterhalten, wenn ich darüber nachgedacht habe.« »Okay. Ich gehe rückwärts.« »Ich bin in meinem Büro.« »Wyatt?«, ruft sie mir nach, und ich gehe wieder ins Badezimmer. »Ich werde heute länger brauchen.« Ich hole tief Luft und nicke. Als ich gehe, bin ich sicher, dass Brooklyn und Wyatt Geschichte sind. Und ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Er will dir also all deine Wünsche erfüllen?« fragt Dragon und hebt die Hand, damit uns Nate die nächste Runde bringt. »So ungefähr,« murmele ich. »Und du hast Nein gesagt?«, fragt Savannah. »Ich habe ihm gesagt, dass ich darüber nachdenken muss.« »Ich fasse nicht, dass sie das Hotel schließen.« Juno nimmt einen Schluck von ihrem Bier. Wahrscheinlich freut sie sich, dass Wyatt doch nicht mein Prinz ist. »Da sagst du was. Das Hotel in Sunrise Bay wird was ganz Schniekes mit Spa. Da passe ich überhaupt nicht rein.« Ich lege die Hand auf Riggins. »Du würdest super reinpassen.« »Danke, aber wir werden sehen. Und jetzt zurück zu dir. Ich glaube, Wyatt will einfach, dass du alles bekommst. Ihr zwei steht euch inzwischen sehr nahe.« Regan verteilt die Schnapsgläser. »Wir sind doch gerade mal seit ungefähr einer Minute zusammen.« Savannah hebt die Augen braun und sieht dann Juno an. »Ihr seid seit Monaten zusammen.« »Nein, sind wir nicht.« »Ich lehre meinen kurzen.« »Ich musste die letzten Monate über Jeff hinwegkommen.« »Ihr wart so gut wie zusammen. Nur ohne Sex. Aber ihr habt euch schon die ganze Zeit benommen, als wärt ihr in einer Beziehung. Gemeinsam Essen, Filmabende, dass er dir mit deinem Business geholfen hat. Nicht viele Männer würden mit dir in den Garten gehen, um Kräuter zu pflanzen und zu pflücken.« Juno überrascht mich. In letzter Zeit war sie eher die Kapitänin des »Ich hasse Wyatt«-Teams. »Du kannst dich auch nicht entscheiden, was Wyatt und mich angeht.« Sie zuckt mit den Schultern. »Ich wusste, dieser Tag würde kommen.« »Er ist egoistisch.« »Nimmt sich, was er will und verlässt die Stadt, ohne zurückzublicken.« »Aber eins muss man ihm lassen.« »Er will es dir recht machen.« »Ich kann ihn also nicht allzu sehr hassen.« Mein Kopf landet auf dem Tisch. »Was mache ich denn jetzt?« Murmle ich. »Geh«, erwidert Regen, und ich sehe sie an. Sie meint es ernst, obwohl sie direkt von Mr. Whitmaws Entscheidung betroffen ist. Und sie sagt mir, dass ich meinen Traum leben soll? Ich greife zu ihr hinüber und drücke ihre Hand. Sie ist eine tolle Freundin. Und genau aus diesem Grund werde ich nicht einfach gehen. Savannah, könnte Bailey Timber nicht helfen? Sie weiß, was ich damit sagen will. Sie sieht Regen an und dann wieder mich. Ich weiß nicht. Ich werde mit Dory darüber sprechen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich nicke. »Darf ich dich was fragen?« Fährt Juno dazwischen. »Liebst du ihn?« »Liebe ich ihn?« »Ähm, er tut sie,« bestätigt Regen, »mehr als Jeff.« Ich sehe meine Freundin an. So leicht bin ich also zu durchschauen, denn ich habe schon lange Gefühle für Wyatt. Es hat zwischen uns einfach Klick gemacht. Wenn ich darüber nachdenke, was mich glücklich macht, kommt er mir sofort in den Sinn. Savannah und Juno sehen mich an. Nickend greife ich nach Savannahs Schnaps und leere ihn in einem Zug. Diesmal breche ich mir selbst das Herz. Ich gehe am See entlang nach Hause, sehr zum Missfallen meiner Schwester. Aber ich muss nachdenken. Wie ich Wyatt einschätze, wartet er bereits auf mich. Unsere gemeinsame Zeit geht mir durch den Kopf. Ab dem Augenblick, als ich ihm das Buch an den Kopf geworfen habe, bis zu dem Moment, als wir zusammen am See saßen, über das Leben geredet haben und er mir erzählt hat, wie es für ihn war, in seiner Familie aufzuwachsen. Ist Wyatt Grund genug, um nach New York zu ziehen? Natürlich. Als er mich gefragt hat, wurde mir ganz warm ums Herz. Aber der Gedanke, meine Familie verlassen zu müssen, nimmt mir jegliche Freude. Nicht da zu sein, wenn Austin und Holly oder meine anderen Geschwister Kinder bekommen? Die Tante zu sein, die nur ab und zu zu Besuch kommt, statt all ihre Spiele, Auftritte, Geburtstage und Ferien mitzuerleben. Der Tod meiner Eltern hat mir gezeigt, dass Zeit nicht garantiert ist. Man weiß nie, ob man den nächsten Tag oder gar das nächste Jahr erleben wird. Egal, wie stark meine Gefühle für Wyatt auch sind, ich weiß nicht, ob es genug ist, um für ihn meine Familie zu verlassen. Ich weiß nicht, ob jemals jemand genug sein wird, damit ich für ihn meine Familie verlasse. Ich setze mich ans Seeufer, sammle ein paar Kieselsteine auf und werfe sie ins Wasser. In meinem Kopf herrscht Chaos. Hey, sagt Wyatt hinter mir. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber Juno hat mir geschrieben, dass du zu Fuß nach Hause gehst. Er setzt sich neben mich und Gizmo platziert sich zwischen seinen Beinen. Tränen brennen mir in den Augen. Ich wollte nur nachdenken. Ich streichle Gizmos Kopf. Über mein Angebot? Ich schüttle den Kopf und richte mich gerade auf. Klingt wie ein geschäftlicher Deal. Willst du deshalb nicht mit mir nach New York kommen? Ich drehe den Kopf und lege die Wange auf meinen Unterarm. Ich würde gern mit deinem Dad darüber sprechen, das Hotel nicht zu schließen. Er lacht leise, bis er merkt, dass ich es ernst meine. Nichts und niemand wird seine Meinung ändern. Ich habe es versucht, glaub mir. Ich glaube, es war die ganze Zeit seinen Plan, Glacier Point zu schließen, damit er sich voll und ganz um sein neues Baby in Sunrise Bay kümmern kann. Ich weiß, es ist scheiße, aber so ist nun mal das Business. Ich hasse es, dass du sowas sagst. Es geht nicht nur ums Business, Wyatt. Es geht um Menschen. Menschen, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne. Menschen, die ihre ganze Berufslaufbahn in diesem Hotel verbracht haben. Was wird Molly dann machen oder Regan oder Mac? Wie kannst du jeden Tag mit diesen Menschen arbeiten und dich nicht um ihre Zukunft sorgen? Er dreht den Kopf weg und starrt hinaus auf den See. Ich werde mich dafür einsetzen, dass sie alle in dem neuen Hotel einen Job bekommen. Aber mehr kann ich nicht machen. Ist es scheiße? Ja, aber das hier ist unsere Chance und ich wünsche mir so sehr, dass du mitkommst. Ich glaube nicht, dass ich das kann, flüstere ich. Darf ich dich was fragen? Würdest du mitkommen, wenn das Hotel geöffnet bliebe? Bin ich genug? Eine Träne rollt über meine Wange. Darum geht es nicht, Wyatt. Ja, ich habe Gefühle für dich. Starke Gefühle sogar. Stärker, als ich sie jemals für Jeff, den Mann, den ich heiraten wollte, empfunden habe. Auch wenn das jetzt vielleicht gemein klingt. Allein beim Gedanken, dass wir uns trennen müssen, bricht mir das Herz. Aber wenn ich nach New York gehe, gebe ich meine Familie auf. Wir könnten jederzeit herkommen. Es wird funktionieren, versichert er mir. Ich lächle ihn an. Aber es gäbe keine spontanen Grillabende mehr. Grandma Dory wird immer älter. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr noch bleiben. Und ich würde die sonntäglichen Dinner vermissen. Dafür bekommst du Sonntagmorgen mit mir. Und Nächte voller schmutzigem Sex. Er hebt die Augenbrauen. Ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen. Aber es ist nicht genug, was? Ich schnaube. Darum geht es nicht. Ich will mich nicht zwischen dir und meiner Familie entscheiden. Wie lange kennen wir uns jetzt? Fünf Monate. Was, wenn du in New York feststellst, dass du mich nicht willst? Ich weiß es zu schätzen, dass du mein Retter in der Not sein willst. Aber ich muss nicht gerettet werden. Du hast dein Wissen mit mir geteilt und mir dabei geholfen, Fuß zu fassen. Du hast mir das Beste überhaupt gegeben. Du hast mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben. Das werde ich dir niemals zurückzahlen können. Ist das deine nette Art, mir einen Korb zu geben? Eine Weile lasse ich meinen Blick über den See schweifen, bevor ich unserer Beziehung den Todesstoß versetze. Ich kann nicht mit dir nach New York gehen. Und ich kann nicht bleiben, erwidert er und klingt zerrissen. Am liebsten würde ich fragen, warum? Warum bin ich diejenige, die alles zurücklassen soll? Ich könnte den Spieß umdrehen und ihn fragen, ob ich denn nicht genug für ihn bin, um zu bleiben. Aber ich will nicht, dass er jemals das Gefühl bekommt, meinetwegen geblieben zu sein. In New York warten so viele Chancen auf ihn, selbst wenn er seinen Dad nicht mag. Dann heißt es wohl, dass wir getrennte Wege gehen werden. Mein Kopf sinkt auf die Brust und ich muss gegen die Tränen ankämpfen. Er steht auf, nimmt Gizmo hoch und klemmt ihn sich unter den Arm. Komm, ich bringe dich nach Hause. Vielleicht sieht die Welt morgen früh wieder besser aus. Vielleicht tut sich eine Alternative auf, die wir jetzt noch nicht kennen. Er legt den Arm um meine Schultern. Schweigend gehen wir nach Hause. Wir wissen beide, dass morgen nichts anders sein wird. Im Gegenteil. Im Tageslicht wird es noch klarer werden, dass wir nicht zusammenbleiben können. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, hatte sich nichts verändert. Nur die Entfernung zwischen uns. Brooklyn meinte, sie habe keine Zeit, weil sie Bestellungen fertig machen müsse. Ich habe ihr meine Hilfe angeboten, doch diesmal hat sie sie nicht angenommen. Und nun sind drei Wochen vergangen. Mir bleibt nur noch eine weitere Woche in Lake Starlight. Es klopft an meine Bürotür. Herein, sage ich und ordne den Papierstapel auf meinem Schreibtisch. Hast du nicht gesehen, dass es heute Morgen geschneit hat? Du solltest Max sagen, dass er dringend streuen muss, bevor sich eine alte Dame wie ich noch die Hüfte bricht. Wahrscheinlich würde sie euch verklagen. Grandma Dory kommt mit Savannah im Schlepptau herein. Du kannst draußen warten, sagt sie und scheucht Savannah weg. Du solltest dich Thelma nennen, knurrt Savannah und greift nach dem Türknauf. Ich verstehe die Referenz nicht, aber mir bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken. Hi, Wyatt. Bevor ich etwas erwidern kann, knallt Dory die Tür zu. Hi, Dory. Mit einer Handbewegung bedeute ich ihr, sich zu setzen. Ihr Blick fällt auf den halbleeren Karton. Du bist wohl am Packen, was? Sie setzt sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. Ich beäuge die verpackte Schachtel in ihrem Schoß. Ja, wir schließen nächste Woche. Am Tag darauf fliege ich zurück nach New York. Sie nickt. Wirklich eine Schande. Ich wünschte, Bailey Timber könnte das Hotel finanziell unterstützen. Aber es geht einfach nicht. All die Leute, die ihre Jobs verlieren. Ich lehne mich zurück. Die Hälfte der Belegschaft konnten wir in Sunrise Bay übernehmen. Das ist für euch wahrscheinlich eine gute Zahl, oder? Fünfzig Prozent? Lächelnd falte ich die Hände. Du bist heute sehr höflich. Aber du kannst ruhig sagen, was du wirklich denkst. Sie lächelt. Genau aus diesem Grund habe ich dich schon immer gemocht, Wyatt. Du bist ein kluger Junge. Danke. Ab Tag eins wusstest du, was du wolltest. Wie meinst du das? Ich lege den Kopf schief. Sie lehnt sich nach vorn. Unsere Brokkie. Du mochtest sie von Anfang an, nicht wahr? Mein Mann sagte mir, er habe sofort dieses Bauchgefühl gehabt, als er mich auf der anderen Seite des zugefrorenen Teichs gesehen hat. Er hatte das Gefühl, zu viele Fleischklößchen gegessen zu haben. Sie kichert. Er konnte nicht so gut mit Worten, aber er liebte mich wie verrückt. Du vermisst ihn bestimmt sehr. Deshalb wundert es mich, dass du dich für einen so klugen Jungen so dumm verhältst. Ich blinzle ein paar Mal. Ihre Beleidigung trifft mich völlig unvorbereitet. Spiel jetzt nicht die beleidigte Leberwurst. Du liebst Broklin. Trotzdem gehst du zurück nach New York. Ich muss meinem Beruf nachgehen. Ich lege die Fingerspitzen zusammen. Wir lächeln zwar höflich, aber es fühlt sich an wie ein Showdown. Das verstehe ich. Mein Mann wollte das Forstunternehmen seines Vaters nicht übernehmen. Er wollte sich selbst etwas aufbauen. Schließlich hat er doch die Zügel übernommen. Und ich glaube, ihm hat es gefallen, was er aus der Firma gemacht hat. Und die größte Freude hatte er, als er Tim, Brooklins Vater, gezeigt hat, wie der Laden läuft. Aber in den ersten Jahren habe ich ihn oft dabei beobachtet, wie er sehnsüchtig den Booten beim Ausfahren hinterhergesehen hat. Er wollte eigentlich Fischer und Kapitän seines eigenen Schiffs werden. Aber ohne ein regelmäßiges Einkommen wären wir damals kaum über die Runden gekommen. Ich nicke. Ihre Geschichte ist wirklich liebenswürdig, aber ich frage mich, wie lange sie noch in Erinnerungen schwelgen will. Im Leben geht es um Möglichkeiten. Darum, Chancen zu ergreifen. Ich weiß nicht viel über dich und deine Beziehung zu deinem Vater. Und um ehrlich zu sein, steht dein Vater gerade auf meiner Abschussliste. Aber ich weiß, was der Druck eines Familienunternehmens mit einer Vater-Sohn-Beziehung anrichten kann. Ich wünschte, es wäre anders gewesen zwischen Mr. Bailey und mir. Ich wünschte, ich hätte ihm gesagt, er solle seinen Traum vom Kapitän sein verwirklichen. Er war so ein toller Mann. Er hat mir nie vorgehalten, meinetwegen für seinen Dad zu arbeiten. Wir hatten ein wundervolles gemeinsames Leben. Aber ich habe das Gefühl, es wäre als Ehefrau meine Aufgabe gewesen, ihn zu motivieren, ihm zu sagen, dass er das Risiko hätte eingehen sollen, dass ich nicht abgehauen wäre. Ich bin sicher, er war auch so glücklich. Sie sieht mir direkt in die Augen. So beängstigend es auch ist. Manchmal zahlt es sich aus, ein Risiko einzugehen. Ich nicke, obwohl ich nicht sicher bin, inwiefern das auf mich zutrifft. Ich sollte nun besser gehen. Savannah wippt da draußen bestimmt schon mit dem Fuß, weil sie zurück ins Büro will. Hoffentlich findet sie irgendwann jemanden, der ihr ein wenig Energie raubt. Ich lache. Oh! Sie stellt die Schachtel auf den Schreibtisch. Ein Abschiedsgeschenk. Danke. Ich greife danach. Noch nicht. Erst wenn du gehst. Ich stehe auf. Danke für deinen Besuch, Dory. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann wieder. Ich umrunde den Schreibtisch und strecke ihr die Hand entgegen. Sie beugt sich nach vorn und tätschelt mir den Bauch. Oh, das werden sie. Das garantiere ich dir. Lächelnd öffnet sie die Tür und verlässt mein Büro. Du siehst aus, als wärst du ein feiner Kerl. Wie heißt du? Neil, höre ich ihn antworten. Hast du Angst vor ihr? Ernsthaft, Grandma? Lass uns jetzt gehen, fordert Savannah. Sie braucht einen Mann, der ihr Paroli bietet. Ich glaube, du bist doch nicht der Richtige. Danke, erwidert Neil verwirrt dreinblickend. Dann höre ich, wie Dory zu den Leuten sagt, sie sollen sich, falls sie ihre Jobs verlören, bei Bailey Timber bewerben, nachdem sie das Hotel niedergebrannt haben. Ich schließe die Tür und starre auf das Geschenk. Neugierig entferne ich das blaue Papier. Zum Vorschein kommen zwei Kaffeetassen. Ich öffne die Schachtel und nehme sie heraus. Eine ist mit dem Umriss Alaskas bedruckt, die andere mit dem New Yorks. Auf beiden Tassen stehen die Worte »nie zu weit voneinander entfernt«, vielleicht in Meilen, aber niemals im Herzen geschrieben. Als ich sie genauer inspiziere, entdecke ich Brooklands Namen auf der New York-Tasse und meinen auf der Alaska-Tasse. Sie mischt sich wirklich gern ein. Ich lege die Tassen zurück in die Schachtel und schiebe sie in ein Regal. Auch wenn es mir im Moment unmöglich erscheint, ich muss Lake Starlight hinter mir lassen. Als ich in New York aus dem Aufzug meines Wohngebäudes steige, scheint es, als könnte ich mich nur an die Zeit erinnern, die ich gemeinsam mit Brooklyn hier verbracht habe. Schon seit Jahren fahre ich mit diesem Aufzug und gehe über den Flur zu meinem Apartment, aber ich kann mich nur an die Male erinnern, als ich Brooklyn an meiner Seite hatte. Daran, dass wir nicht genug Platz hatten, um nebeneinander herzugehen. Also habe ich sie vorgehen lassen und ihren Hintern in dem Kleid bewundert, das sie beim Probedinner meiner Schwester getragen hat. Wie ich es kaum erwarten konnte, es ihr auszuziehen, aber dann gemerkt habe, wie nervös sie war und dass ich es langsam angehen musste. Wie konnte alles so schnell vorbei sein? Ich vermisse sie so sehr, dass mein Herz schmerzt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich den Weg des Feiglings gewählt, weil ich mich nicht zum Affen machen und sie anbetteln wollte, mit mir ins Flugzeug nach New York zu steigen. Was hätte ich denn tun sollen? Sie davon überzeugen, dass Geld und Wohlstand mehr wert sind als Familie? Es brauchte einen neun-Stunden-Flug, um mich davon zu überzeugen, dass es besser war, sie nicht zu überreden. Brooklyn legt keinen Wert auf Premieren oder schicke Lokale. Sie feiert lieber mit ihrer Familie, bummelt durch die Stadt und plaudert mit Leuten, die sie schon eine Weile nicht mehr gesehen hat. Meist dauert es eine halbe Stunde, bis sie auch nur eine Sache erledigt hat. Aber es ist ihr egal. Sie hat es nie sonderlich eilig. Wir stammen aus zwei verschiedenen Welten. Ich schließe die Tür auf und betrete mein Apartment. Als ich merke, dass das Licht brennt und meine Mom auf dem Sofa liegt, seufze ich. Fuck, was ist jetzt wieder passiert? Mom? Ich stelle das Gepäck ab und schließe die Tür. Sie schlägt die Augen auf. Du bist zu Hause, sagt sie lächelnd. Ja? Warum bist du hier? Ich setze mich ihr gegenüber und sie richtet sich auf. Ich habe auf dich gewartet. Warum? Ich wäre morgen sowieso vorbeigekommen. Dad meinte, die Verträge seien bis dahin fertig. Hat er sich nochmal anders überlegt? Will er mir die Kette nicht geben? Ist er... Sie schüttelt den Kopf. Nein, er wird dir die Kette überschreiben. Aber ich wollte davor noch ein wenig Zeit mit dir allein verbringen. Er kommt morgen aus Texas zurück. Ist irgendwas passiert? Hayley! Bradley! Ich schlucke schwer. Mit dir? Doch sie lächelt. Alles gut. Aber geht es dir auch gut? Schnaubend stehe ich auf. Hoffentlich habe ich noch Alkohol im Haus. Ich habe dir Bier mitgebracht. Ich öffne den Kühlschrank. Ich muss dringend einkaufen. Ach ja? Fragt sie. Ich lege den Kopf schief und frage mich, was sie mir damit sagen will. Schluss mit der Plauderei. Was ist los? Ich öffne die Bierflasche und gehe zurück zum Sofa. Du warst noch so klein, als ich krank war. Auf dir lastete zu viel Verantwortung. Wenn ich könnte, würde ich es ungeschehen machen. Aber du warst mein kleiner Junge. Und ich hätte solche Angst, dich und Hayley für immer zu verlieren. Ich wollte dir nicht das Leben schwer machen, indem ich um meins gekämpft habe. Mom, hör auf. Du warst krank. Du musst deshalb kein schlechtes Gewissen haben. Dein Dad hätte dafür sorgen müssen, dass du nicht das Gefühl hast, mich glücklich machen zu müssen. Du und Hayley. Wenn ich euch zwei nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich weitergekämpft hätte. Sie lässt den Blick aus dem Fenster und über die beleuchtete Skyline schweifen. Warum reden wir da jetzt drüber? Weil du gerade etwas tust, von dem du denkst, du müsstest es tun. Aber ich bin nicht sicher, ob du es auch wirklich willst. Ich muss sicher gehen, dass du genau weißt, worauf du dich einlässt, bevor du die Papiere unterschreibst und die Hotelkette übernimmst. Ich nehme einen Schluck von meinem Bier und warte, denn ich habe keinen blassen Schimmer, worauf sie hinaus will. Als dein Dad und ich uns kennengelernt haben, waren wir so verliebt. Aber die Firma ist seine wahre große Liebe. Das ist mir klar. War es schon immer. Seit ich krank war, hat er sich verändert. Sie wedelt mit der Hand. Ich weiß, dass du und Hayley nichts davon seht, weil er seine Zuneigung nicht öffentlich zeigt. Aber es stimmt. Wir arbeiten daran. Aber seine Arbeit steht immer noch an erster Stelle. Sie nickt. Und das ist für dich in Ordnung? Ja. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und für lange Zeit waren Hayley und du meine oberste Priorität. Die seid ihr wahrscheinlich immer noch. Das ist eine andere Situation. Sie zuckt mit den Schultern. Vielleicht. Aber du bist nicht dein Vater, Wyatt. Du bist niemand, der 80 Stunden die Woche arbeiten und immer auf Geschäftsreise sein will. Du wirst nicht dasselbe Hochgefühl wie dein Vater bekommen, wenn du einen Deal abschließt. Ich weiß, dass ich die Sache nie ernst genug angegangen bin. Aber in den letzten Jahren... Sie schüttelt den Kopf. Du bist nicht verantwortungslos. Das will ich damit nicht sagen. Ich habe das Gefühl, du willst die Hotelkette aus einem anderen Grund. Nicht, weil du schon dein ganzes Leben lang davon geträumt hast. Wovon redest du? Ich nehme einen Schluck von meinem Bier. Sie sieht mich durchdringend an, als hätte ich es schon längst begreifen müssen. Es geht nicht um Dad. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Nein? Nein. Was soll ich denn sonst tun? Ich wurde in Whitmore Hotels hineingeboren. Für mich ist schon immer klar gewesen, dass es das ist, was ich mal machen werde. Aber du hast den Großteil deines Lebens dagegen angekämpft. Als du klein warst, wolltest du Feuerwehrmann werden. Da war ich sechs. Sie lacht. Nun ja, du hast dich nie in einen Anzug geschmissen und gesagt, Daddy, nimm mich mit zur Arbeit. Das hätte er sowieso nicht getan. Ich leere den Rest meines Biers. Puh, das ging schnell. Darum geht es nicht, Wyatt. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber wolltest du Lake Starlight wirklich verlassen? Hattest du denn gar keine Gefühle für Brooklyn? Wenn ich meiner Mom jetzt die Wahrheit sage, wird sie enttäuscht sein. Ich weiß, dass ich mich gerade in deine Angelegenheiten einmische. Und ich weiß, dass ich dich dazu gedrängt habe, ein Date mitzubringen. Und falls du Brooklyn nur mitgebracht hast, weil du dich dazu gezwungen gefühlt hast. Okay, aber am Abend der Bekanntgabe für Glacier Point, als sie nicht mit uns zu Abend gegessen hat, da habe ich es dir angesehen. In Gegenwart deines Vaters hast du immer schlechte Laune. Aber da war noch etwas anderes. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du an allem, was ich tue, herummäkelst und voreilige Schlüsse ziehst? Sie lacht. Sag mir, dass ich mit meiner mütterlichen Intuition falsch liege. Ich drehe mich zu ihr um und sehe sie an. Kann ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Warum bist du dann wieder hier und kämpfst für etwas, das du eigentlich gar nicht willst? Um es deinem Vater zu zeigen? Um ihm zu beweisen, dass du mindestens genauso gut oder besser bist als er? Dass du es aus irgendeinem Grund verdient hast, dein Leben damit zu verbringen, ein Unternehmen zu führen, obwohl es noch nie dein Traum gewesen ist. Komm schon, Wyatt. Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht will. Ich werfe die leere Flasche in den Müll und nehme mir ein neues Bier. Die Erinnerung daran, wie mein Dad diese Frau angefasst hat, nagt an mir. Weiß sie, was für ein Drecksack er ist? Mom, es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Sie hat es verdient, es zu erfahren. Wyatt, ich weiß, dass dein Dad kein Heiliger ist. Aber ich habe die Vergangenheit hinter mir gelassen. Und er auch. Wir waren bei der Eheberatung und haben viel Arbeit investiert. Und ja, dein Vater ist immer noch ein Workaholic und es ist schwer, es ihm recht zu machen. Aber er ist nicht mehr der, der er früher mal war. Ich lasse den Kopf hängen. Sie hat es die ganze Zeit gewusst und sich dafür entschieden, ihm zu verzeihen. Wenigstens einer von uns. Sie steht auf und kommt zu mir herüber zur Frühstückstheke. Du bist ein besserer Mann als dein Vater. Du musst überhaupt nichts beweisen. Lass nicht zu, dass dich dein Groll gegen ihn von dem abhält, was du wirklich willst. Ich schließe die Augen, beiße mir auf die Unterlippe und sehe überall hin, nur nicht zu ihr. Das würde aber bedeuten, dass ich dich auch verlassen müsste. Sie legt die Hand auf meine. Ich bin schon ein großes Mädchen. Laut meinem Führerschein bin ich alt genug, um mich um mich selbst zu kümmern, aber noch nicht so alt, dass ich Pflege bräuchte. Aber nope, man kann sich nicht permanent sorgen um die Zukunft machen. Mom, liebst du sie? Ich starre sie an und hole Tiefluft. Ich war noch nie verliebt, deshalb habe ich keine Ahnung. Aber ich wäre fast nicht ins Flugzeug gestiegen. Und nachdem ich gelandet bin, wollte ich sofort ins nächste Flugzeug zurück zu ihr steigen. Ja. Sie geht weg und kramt in ihre Handtasche. Dann fliegst du sofort zurück. Ich denke darüber nach, einfach zu tun, was sie mir sagt. Aber es gibt trotzdem noch etwas, das ich mit meinem Dad besprechen muss. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Meine Mom bekommt feuchte Augen. Habe ich dir je gesagt, wie viel Zeit du früher mit Lego verbracht hast? Du hast es geliebt, Dinge von Grund aufzubauen. Ich nicke. Ja. Und es ist an der Zeit, dass ich genau das wieder tue. Glacier Point ist jetzt offiziell geschlossen. Ich gehe die Treppe hinauf zu meinem Apartment. Wyatt's Auto steht nicht länger auf dem Parkplatz. Vor meiner Wohnungstür angekommen, halte ich kurz inne, denn ich weiß genau, dass es sich jetzt, da Wyatt weg ist, anders anfühlen wird. Wir haben zwar nicht zusammen gewohnt, aber er war immer bei mir. Dass er zurück nach New York gegangen ist, hinterlässt ein riesiges Loch in meiner Brust. Ich dachte, er würde sich wenigstens verabschieden. Als ich mein Apartment betrete, entdecke ich auf dem Küchentisch eine Geschenktüte. Daneben liegt mein Schlüssel. Ich stelle meine Tasche ab, setze mich an den Tisch und ziehe das Seidenpapier heraus. Ich hole tief Luft und versuche, mich am Riemen zu reißen. Es ist eine Tasse. Darin befindet sich ein Brief. Der Umriss New Yorks bringt mich zum Lächeln. Das Herz. Mein Name auf der Innenseite. Ich falte den Brief auseinander. Als ich Wyatt's Handschrift erkenne, macht mein Herz einen Satz. Brooklyn, ich wollte kein Feigling sein, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, mich von dir zu verabschieden. Die letzten vier Wochen waren die Hölle. So stelle ich mir den Knast vor. Dir nahe zu sein, aber bei weitem nicht so nah, wie wir uns hätten sein können. So oft wollte ich an deine Tür klopfen und dich bitten, mit mir um den See zu spazieren. Auf der Arbeit wollte ich dir die lose Strähne hinters Ohr streichen, dich beiseite nehmen und dir sagen, dass du dich dumpfer hältst. Aber ich habe es nicht getan. Denn ich hätte es nicht ertragen, wenn du mich irgendwann gehasst hättest, weil du mit mir mitgekommen bist. Ich wünschte, die Dinge wären anders. Deine Grandma hat mir diese Tassen gegeben. Ich habe eine mit Alaska und meinem Namen darauf. Auch wenn wir nicht zusammen sein können, werde ich jeden Morgen mit einem Lächeln an dich denken und daran, dass du gerade Kaffee trinkst und vielleicht auch an mich denkst. Denn mein Herz ist bei dir in Alaska geblieben. In Liebe, Wyatt. Ich falte den Brief zusammen. Dabei will ich ihn immer und immer wieder lesen, denn ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Es klopft an meiner Tür. Savannah, Juno und Holly kommen herein, bevor ich sie öffnen kann. Holly trägt einen Overall. In der einen Hand hält sie einen Farbtopf, in der anderen einen Eimer mit Pinseln. Savannah hat eine Yoga-Hose an und ein Sweatshirt. Juno eine Jogginghose, dazu ein Sweatshirt der University of Anchorage. Was geht hier vor, frage ich. Wir sind hier, um deinen Couchtisch aufzumöbeln, erwidert Holly. Neustart. Und zum Trinken. Juno hält zwei Weinflaschen hoch. Und Essen. Savannah hält zwei Tüten mit Fastfood in die Höhe. Danke, Leute. Ich stecke die Tasse und den Brief wieder in die Tüte und verstecke sie in der Küche. Manche Dinge sind nur für mich bestimmt. Außerdem passen Savannah und Kaffeetassen nicht so gut zusammen. Alles okay? fragt Juno, die in die Küche kommt, um die Weinflasche zu öffnen. Alles gut. Fünf Minuten später legt Holly mit dem Tisch los, als erneut die Tür aufgeht und meine Brüder hereinkommen. Sogar Kingston, der nach einem langen Sommer voller Buschfeuer nach Hause zurückgekehrt ist. Ich habe gehört, hier findet eine Party statt, sagt Austin. Eine Mitleidsparty, erwidere ich. Eine Wild-ist-ein-Idiot-Party, Kingston zwinkert. Denver will auch gleich hier sein. Liam hilft ihm die Treppe rauf. Brome hat den Satz noch nicht ausgesprochen, als Liam mit Denver auf dem Arm hereinkommt. Lass mich runter. Du musst nicht allen zeigen, wie stark du bist. Behandelt man so seinen frischgebackenen Ehemann? fragt Liam und lässt Denver vorsichtig runter, bis seine Krücken den Boden berühren. Bin gleich wieder da, ich habe das Bier vergessen. Die Tür fällt zu und ich setze mich aufs Sofa. So eine Party haben sie schon für mich geschmissen, nachdem ich vorm Altar stehen gelassen wurde. Ich habe es satt, das permanente Bailey-Projekt zu sein. Es ist Zeit, dass jemand anders an die Reihe kommt. Ich muss dich das jetzt fragen. Du wusstest doch, was Sache ist, oder? Ich sehe Kingston mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Du wusstest, dass sein Leben in New York ist. Warum hast du dich dann auf ihn eingelassen? fragt er. Ich beäuge Rome. Jemand meinte, er sei ein tolles Trostpflaster. Alle Blicke richten sich auf Rome. Du bist so ein Idiot. Savannah schlägt ihm auf den Hinterkopf. Rome hält sich den Kopf. Was denn? Das würde doch jeder Kerl sagen. Aber nicht zu Brooklyn. Vielleicht zu Savannah mit ihrem Herzen aus Eis. Aber doch nicht zu Brooklyn. Juno schlägt ihn ebenfalls. Ich bin ziemlich sicher, dass du mich gerade beleidigt hast. Sagt Savannah und schenkt sich ein Glas Wein ein. Nimm's sportlich. Juno spannt die Muskeln an, als wäre sie eine Bodybuilderin. Dann tut es mir leid. Kingston tätschelt mir das Knie, dass du den bescheuerten Bruder um Rat gefragt hast. Hey, hey, hey! Rome hebt abwehrend die Hände. Bist du über Jeff in Wack, Brooklyn? Ich nicke. Ja. Mission erfolgreich ausgeführt. Rome wischt sich die Hände und geht in die Küche. Liam kommt mit zwei Kästen Bier zurück. Am liebsten würde ich mich jetzt in einem Erdloch vergraben, aber was soll's. Du hast eine heiße neue Nachbarin. Mit einer Kopfbewegung deutet er in Richtung Flur. Joel meinte, er wolle die Wohnung über Airbnb vermieten, erwidere ich. Wie sieht sie aus? Rome und Kingston rennen förmlich zur Tür. Denver probiert es nicht mal mit seinem Bein. Sie ist schon weg, Leute, sagt Liam. Wenn sie einen Bailey will, dann den berühmten. Denver reckt die Brust und legt sein Bein auf einen Stuhl. Eher den mit dem eigenen Restaurant, widerspricht Rome. Den Typen, der jeden Tag sein Leben riskiert, um Buschbrände zu löschen. Kingston deutet auf sich selbst. Oder den großartigen Tattoo-Künstler mit einem Herzen aus Gold, fügt Liam hinzu und Denver bewirft ihn mit seinem Kronkorken. Da könntest du auch gleich behaupten, du seist Jungfrau, erwidert Severna schnippisch. Vielleicht bin ich das ja, Liam lacht. Na, was meinst du, Severna? Willst du mir die Unschuld rauben? Sie verdreht die Augen. Nicht, dass ich mir noch eine Geschlechtskrankheit einfange. Mit Austin an ihrer Seite arbeitet Holly eifrig am Couchtisch. Gizmo hat sich auf meinem Schoß zusammengerollt, bis Juno ihn hochnimmt und mit ihm durchs Zimmer tanzt. Während sich alle unterhalten, miteinander lachen und sich gegenseitig aufziehen, kann ich nicht aufhören, an Wyatt zu denken. Wo er gerade ist, was er gerade macht. Aber vor allem wünsche ich mir, er wäre hier. Wie liebreizend von meiner Familie, so ein Chaos zu hinterlassen, das ich jetzt aufräumen muss. Ich wische mir die Hände ab, öffne die Wohnungstür und versuche sie mit der Hüfte offen zu halten, um den Kasten mit den leeren Bierflaschen rauszubringen. Hast du gefeiert, dass ich weg bin? Ich blicke auf und mein Herz macht einen Satz. Bin ich noch betrunken? Wyatt? Ich schnappe nach Luft. Er beäugt die Bierflaschen und wartet auf eine Antwort. Vielleicht? Das ist traurig. Vielleicht sollte ich dann besser wieder zurück nach New York. Er schiebt die Hände in die Hosentaschen und geht in Richtung Treppe. Warum bist du hier? Ich stelle den Kasten ab und die Flaschen klirren. Weil ich dich liebe. Ich ziehe scharf die Luft ein und schließe die Augen. Mir rinnt eine Träne über die Wange, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich weinen muss. Was? Flüstere ich. Er kommt auf mich zu, nimmt mein Gesicht zwischen die Hände und wischt mit den Daumen meine Tränen weg. Ich habe Angst zu erfahren, ob das Freudentränen sind oder nicht. Ich starre in seine aufrichtigen blauen Augen. Habe ich von Anfang an gewusst, dass wir füreinander bestimmt sind? Es ist verrückt. Und falls du mehr Zeit brauchst, ist das in Ordnung. Mir ist bewusst, dass deine Beziehung zu Jeff noch nicht lange her ist. Aber ich habe noch nie für jemanden so empfunden wie für dich. Ich liebe dich. So sehr. Auf diese Worte habe ich so lange gewartet. Aber ich wollte mir keine Hoffnungen machen. Was ist mit New York? Ich werde für immer nach Lex Starlight ziehen. Und zwar? Er zeigt mir einen Schlüsselbund. Habe ich hier gerade ein Business eröffnet. Wirklich? Ein Hotel. Der alte Besitzer hat es mir verkauft. Jetzt gehört es mir. Und ich will etwas ganz Besonderes daraus machen. Aber ich will ehrlich zu dir sein. Ich musste meinen Treuhandfonds auflösen und einen Kredit bei meinem Vater aufnehmen, um es zu kaufen. Dank meiner Mom hat es funktioniert. Falls es nicht klappt, werden wir ziemlich mittellos dastehen. Ich kichere. Wenn es jemand schafft, dann du. Schön, dass du mir so vertraust. Er lehnt sich nach vorn und küsst mich sanft. Doch der Kuss wird viel zu kurz. Du bist doch Zimmermädchen, nicht wahr? Hättest du gern einen neuen Job? Ich zucke mit den Schultern. Ich glaube, davon habe ich genug. Und wahrscheinlich sollten wir lieber nicht zusammenarbeiten. Warum nicht? Er zieht die Stirn kraus. Weil ich nicht mit dem Boss schlafen sollte. Ich lächle und er schlingt die Arme um meine Taille. Heißt? Ich packe ihn am Shirt und ziehe ihn zu mir. Das heißt, dass ich dich liebe. Willst du reinkommen? Dann werde ich dich offiziell in Lake Starlight willkommen heißen. Ich bin nämlich dein Begrüßungskomitee. Solange ich der einzige neue Bewohner bin, den du willkommen heißt. Ich lache gegen seine Lippen. Auf jeden Fall. Ich gehe rückwärts. Unsere Münder lassen nicht voneinander ab, während wir uns hinter der Wohnungstür mit der Nummer 322 verschanzen. Vielleicht war es ja doch Schicksal. Epilog Sechs Monate später Unsere Gesichter kleben förmlich an der Scheibe des Restaurants. Wyatt's Hand liegt auf meiner Hüfte. Sein Kopf ist direkt über meinem. Ich weiß nicht, ob wir spicken sollten, sage ich. Dann hätte er es hinter Mluckys in seinem Jeep machen sollen, erwidert Savannah. Ich stimme Savannah voll und ganz zu. Wenn man keine Zeugen will, sollte man so etwas nicht in der Öffentlichkeit machen. Mischt sich Rome ein. Austin sitzt mit Holly in dem Pavillon, der in der Mitte des Platzes steht, auf dem sich auch Romes neues Restaurant befindet. Es ist zwar noch Winter, aber es ist nicht mehr so eiskalt wie die letzten Monate. Es schneit und sie schmiegen sich eng aneinander. Dann geht Austin auf ein Knie hinunter und Holly schlägt die Hände vors Gesicht. Das ist so romantisch. Wer macht Fotos? fragt Juno. Wir richten uns auf und sehen einander an. Austin wird uns umbringen, sagt Sedona und rennt mit ihrem Handy zur Tür hinaus. Zum Glück habe ich noch eine Ausrede. Denver setzt sich auf einen Stuhl. Er ist von Austens Antrag nicht ganz so verzaubert wie die Frauen der Familie. Ich muss wieder in die Küche, falls ihr essen wollt, sagt Rome. Zufrieden grinsend blickt Grandma Dory aus dem Fenster. Sie sollten besser ein bisschen Werbung für mich machen. Sie könnten meine erste Hochzeit sein. Juno stützt das Kinn in die Hand. Phoenix schüttelt den Kopf. Zum millionsten Mal. Du hast die beiden nicht verkuppelt, bemerkt Kingston. Doch, habe ich. Und die beiden auch. Mit dem Daumen deutet sie auf Wyatt und mich. Wir sehen einander an. Naja, sie hat sich geduckt, als du mich mit dem Buch getroffen hast. Wyatt zuckt mit den Schultern, setzt sich zu Denver und stößt mit ihm an. Ich habe sie zusammengebracht, sagt Grandma Dory, die immer noch am Fenster steht. Ich war diejenige, die ihm gesagt hat, er solle auf Brooklyn aufpassen. Und ich habe ihm die Kaffeetassen gegeben. Du hast Wyatt die Tassen gegeben? Wer liebt einen Mann, dessen Tassen zusammenpassen? Wir nicken alle. Verstanden, Jima? Juno tätschelt ihre Schulter. Solange du Savannah keine Tasse gibst. Savannah zeigt ihr den Mittelfinger. Dann richtet sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf Holly und Austin. Oh, er steckt ihr den Ring an. Juno, Savannah und ich seufzen. Holly wischt sich die Tränen weg und springt in seine Arme. Austin hebt sie hoch und drückt sie gegen eine Säule, während sie sich gierig küssen. Glaubt ihr, sie wissen, was sie da tun? Sie werden mit Sicherheit noch heute Abend auf Buzzwheel auftauchen. Und sie werden nicht ihre Verlobung bekannt geben, sondern Fotos veröffentlichen, auf denen sie sich halbnackt gegenseitig die Zunge in den Hals stecken. Savannah schüttelt den Kopf. Wir setzen uns an den Tisch, den Rome für uns gedeckt hat, damit wir zusammen essen können, bevor er nächste Woche sein Restaurant eröffnet. Alle plappern durcheinander und diskutieren darüber, was wir trinken. Kurz darauf kommen Austin und Holly herein, gefolgt von Onkel Brian und Karen. Sedona sieht aus wie ein begossener Pudel, denn sie trägt weder Mantel noch Mütze. Zum Glück hat wenigstens Onkel Brian Bilder gemacht. Nachdem ich euch alle großgezogen habe, hätte ich erwartet, dass ihr wenigstens an Fotos denkt. Wir ignorieren Austens Kommentar und springen auf, um zuerst Holly, dann unseren Bruder zu umarmen. Unsere Brüder geben Austin Fausthiebe und drücken Holly, um sie in der Familie willkommen zu heißen. Und wir wissen alle, wer als nächstes an der Reihe ist. Austin setzt sich und zieht Holly auf seinen Schoß. Willst du etwa mit Holly auf dem Schoß essen? Frage ich und ignoriere seinen Kommentar. Ich wäre gern mit Wyatt verheiratet. Doch ich will nichts überstürzen. Und falls wir uns tatsächlich irgendwann verloben sollten, hoffe ich, Wyatt ist mit einer kleinen Feier einverstanden. Vielleicht hauen wir auch ab und heiraten nur zu zweit. Im Moment arbeitet er noch fleißig daran, das Resort zu dem zu machen, was er sich vorgestellt hat. Und ich bin immer noch dabei, mein eigenes Business aufzubauen. Sei froh, dass wir überhaupt hier sind, denn am liebsten würde ich meine zukünftige Ehefrau auf den Tisch legen und sie vernaschen. Holly schubst ihn leicht und küsst ihn. Die beiden zeigen sich ihre Zuneigung mal wieder viel zu sehr vor alle Augen. Seid ihr bereit? ruft Rome aus der Küche. Ich habe Hunger und muss zurück ins Seniorenheim, bevor es Glatteis gibt auf den Straßen, erwidert Grandma Dory. Schon okay, Wyatt wird dich in seinem brandneuen Truck hinbringen, verkünde ich. Wyatt zwangen Erröten. Jetzt bist du ein waschechter Alaskaner, Kingston lacht. Hattest du etwa noch ein bisschen Geld auf dem Konto, um dir ein neues Gefährt zu kaufen? Wu, die Gedanke ist so klein und so enlightenment. Er legt questo Till jump. Jestyour aus Frankreich fünkt mir. U�, die Gedanke ist nur ein paar Stunden mit 24 pro Minuten, Bis dann war es maybe 5-26 provost. Du konnte diesmal nicht, aber auch genau hier in mir. Dann seien記 so Enfin, du könntest du nur kurz hoch die Erde mit kochen. Ja, gullaye ganze ended notch trotzdem Maschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Freuen